David Copperfield von Charles Dickens, gelesen von Hans Hafen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erstes Kapitel Ich komme zur Welt Ob ich mich in diesem Buch zum Helden meiner eigenen Leidensgeschichte entwickeln werde, oder ob jemand anders diese Stelle ausfüllen soll, wird sich zeigen. Um mit dem Beginn meines Lebens anzufangen, bemerke ich, dass ich, wie man mir mitgeteilt hat und wie ich auch glaube, an einem Freitag um Mitternacht zur Welt kam. Es heißt, dass die Uhr zu schlagen begann, gerade als ich zu schreien anfing. Was den Tag und die Stunde meiner Geburt betrifft, so behaupteten die Kindsfrau und einige weise Frauen in der Nachbarschaft, die schon Monate zuvor, ehe wir noch einander persönlich vorgestellt werden konnten, eine lebhafte Teilnahme für mich gezeigt hatten, erstens, dass es mir vorausbestimmt sei, nie im Leben Glück zu haben, und zweitens, dass ich die Gabe besitzen würde, Geister und Gespenster sehen zu können. Wie sie glaubten, hingen diese beiden Eigenschaften unvermeidlich all den unglücklichen Kindern beiderlei Geschlechts an, die in der Mitternachtsstunde eines Freitags geboren sind. Über den ersten Punkt brauche ich nichts weiter zu sagen, weil ja meine Geschichte am besten zeigen wird, ob er eingetroffen ist oder nicht. Was den zweiten anbelangt, will ich nur feststellen, dass ich bisher noch nichts bemerkt habe. Vielleicht habe ich schon als ganz kleines Kind diesen Teil meiner Erbschaft angedreht und aufgebraucht. Ich beklage mich auch durchaus nicht, falls mit mir diese schöne Gabe vorenthalten bleiben sollte, und wenn sich irgendjemand anders ihrer vielleicht bemächtigt hat, mag er sie in Gottes Namen behalten. Ich kam in einem Hautnetz zur Welt, das später um den niedrigen Preis von 15 Gineen in den Zeitungen zum Verkauf ausgeschrieben wurde. Ob damals die Seereisenden gerade knapp bei Kasse waren oder schwach im Glauben und daher Korriacken vorzogen, weiß ich nicht. Ich weiß bloß so viel, dass nur ein einziges Angebot einlief, und zwar von einem Anwalt, der zugleich Wechselagent war und zwei Pfund bar und den Rest in Sherry geben wollte, und es entschieden ablehnte, um einen höheren Preis diese Garantie gegen das Ertrinken zu erwerben. Die Annonce wurde zurückgezogen, denn was Sherry anbelangte, so wurde meiner armen lieben Mutter eigener Sherry gerade damals versteigert. Das Hautnetz wurde zehn Jahre später in unserer Gegend in einer Lotterie unter fünfzig Personen ausgeknobelt. Je fünfzig Bewerber zahlten eine halbe Krone per Kopf, und der Gewinner hatte noch fünf Schillinge darauf zu legen. Ich selbst war gegenwärtig und erinnere mich, wie unbehaglich und vorlegen mir zumute war, als ein Teil meines eigenen Selbst auf diese Weise veräußert wurde. Ich weiß noch, dass eine alte Dame mit einem Handkorb das Netz gewann und die ausgemachten fünf Schillinge in lauter Halfpenny-Stücken zögernd herausholte. Es fehlten damals noch zwei und ein halber Penny, was man ihr nur mit großem Aufwand an Zeit und Arithmetik begreiflich machen konnte. Tatsache ist, dass die alte Dame wirklich nie ertrank, sondern triumphierend im Bette starb, 92 Jahre alt. Ich ließ mir erzählen, dass sie sich bis an ihr Ende außerordentlich damit brüstete, in ihrem ganzen Leben niemals auf dem Wasser gewesen zu sein, höchstens auf einer Brücke, und dass sie bei ihrem Tee, dem sie sehr zugetan war, stets ihre Entrüstung über die Gottlosigkeit der Seeleute aussprach, die sich auf dem Meere herumtrieben. Es war vergebens, ihr vorzustellen, wie viele Annehmlichkeiten wir, den Tee zum Beispiel mit in Begriffen, dieser Unsitte verdanken. Stets erwiderte sie mit noch größerem Nachdruck und mit instinktivem Bewusstsein von der Gewalt eines Einwandes, man hat sich trotzdem nicht herumzutreiben. Um mich aber selbst nicht herumzutreiben und abzuschweifen, will ich zu meiner Geburt zurückkehren. Ich erblickte in Blunderstone, in Suffolk oder da herum, wie man in Schottland sagt, das Licht der Welt. Ich bin ein nachgeborenes Kind, meines Vaters Augen schlossen sich sechs Monate früher, als die meinigen sich öffneten. Es legte etwas Seltsames für mich in dem Gedanken, dass mein Vater mich niemals gesehen hat, und noch Seltsameres in der schattenhaften Erinnerung aus meiner ersten Kinderzeit an den weißen Grabstein auf dem Kirchhof. Ich empfand unsäglichen Kummer, dass er dort draußen allein liegen musste in der dunklen Nacht, während unser kleines Wohnzimmer warm und hell war von Feuer und Licht, und das Tor unseres Hauses, fast grausam kam es mir manchmal vor, für ihn verriegelt und verschlossen. Eine Tante meines Vaters, folglich eine Großtante von mir, von der ich bald mehr zu erzählen haben werde, galt als die angesehenste Person in unserer Familie. Miss Trotwood oder Miss Betsy, wie meine arme Mutter sie immer nannte, wenn sie ihre Angst vor dieser schrecklichen Persönlichkeit so weit überwand, sie überhaupt zu erwähnen, war verheiratet gewesen mit einem Manne, der jünger als sie selbst und sehr hübsch war. Allerdings nicht in dem Sinne des Sprichwortes »Hübsch ist, wer sich hübsch beträgt«, denn er stand stark in dem Verdacht, dass er Miss Betsy durchzuprügeln pflegte und einmal sogar wegen einer strittigen Unterstützungsfrage schnelle, aber entschlossene Vorbereitungen getroffen hätte, sie aus einem Fenster im zweiten Stock hinauszuwerfen. Diese offenkundigen Beweise unverträglichere Mühlsart bewogen schließlich Miss Betsy, ihn mit Geld abzufertigen und eine Scheidung auf gegenseitige Übereinkunft durchzusetzen. Er ging mit dem Kapital nach Indien und wurde dort nach einer wilden Legende in unserer Familie einmal auf einem Elefantenreiten gesehen in Gesellschaft eines Babu. Es wird wohl ein Pavian gewesen sein oder eine Begum, wie dem auch sei, ehe zehn Jahre um waren, kam aus Indien die Kunde von seinem Tod. Wie meine Tante es aufgenommen hat, weiß niemand, gleich nach der Scheidung nahm sie ihren Mädchennamen wieder an, kaufte sich ein Häuschen in einem Weiler weit draußen an der Seeküste und lebte dort mit einer einzigen Dienerin in unerbittlicher Zurückgezogenheit. Mein Vater muss einst ihr Liebling gewesen sein, aber seine Heirat hatte sie tödlich beleidigt, da meine Mutter nach ihrer Ansicht nur eine Wachspuppe war. Sie hatte meine Mutter wohl nie gesehen, wusste aber, dass sie sehr jung war, noch nicht zwanzig. Mein Vater und Miss Betsy sahen einander nie wieder. Er war doppelt so alt als meine Mutter, als er sie heiratete, und von zarter Gesundheit. Ein Jahr darauf starb er, wie ich schon gesagt habe, sechs Monate, ehe ich zur Welt kam. So lagen die Dinge an jenem, wie ich wohl sagen darf, ereignisvollen und wichtigen Freitag. Ich weiß natürlich über sie nichts aus eigener Anschauung und stütze meine Erinnerungen auch nicht auf eigene Sinneswahrnehmung. Meine Mutter saß am Feuer, körperlich schwach und geistig sehr niedergedrückt, schaute, die Augen voll Tränen, in das Feuer und sah trübe nach über das Schicksal des vor der Geburt verwaisten Kindes, dessen Ankunft binnen Kurzem erwartet wurde, und über ihre eigene Zukunft. Es war ein heller, windiger Herbstnachmittag, und sie saß betrübt und niedergeschlagen da und von bangen Zweifeln erfüllt, ob sie wohl glücklich die zu erwartende schwere Stunde überstehen werde, als sie ihre Augen trocknend aufblickte und durch das gegenüberliegende Fenster eine fremde Dame in den Garten hereinkommen sah. Beim zweiten Blick hatte meine Mutter schon die sichere Ahnung, dass es Miss Betsy wäre. Die untergehende Sonne schien über den Gartenzaun auf die fremde Dame, und diese schritt auf die Türe zu mit einer so unbeugsamen Strenge in Gesicht und Haltung, dass es niemand anders sein konnte. Als sie das Haus erreichte, lieferte sie noch einen anderen Beweis ihrer Identität. Mein Vater hatte oft erwähnt, dass sie sich selten wie ein gewöhnlicher Christenmensch benehme, und nun trat sie wirklich, anstatt die Glocke zu ziehen, an das nächste Fenster und drückte ihre Nase mit einer solchen Energie gegen das Glas, dass diese im Augenblick ganz platt und weiß wurde, wie meine Mutter oft erzählte. Sie bekam darüber einen solchen Schrecken, dass ich es meiner Überzeugung nach nur Miss Betsy zu danken habe, wenn ich an einem Freitag zur Welt kam. Meine Mutter war in ihrer Aufregung aufgestanden und hinter den Stuhl in eine Ecke getreten. Miss Betsy sah sich durch die Scheiben langsam und forschend im Zimmer um, wobei sie am anderen Ende der Stube anfing und wendete automatenhaft wie ein Türkenkopf auf einer Schwarzwälder Wanduhr das Gesicht, bis ihre Blicke auf meiner Mutter haften blieben. Dann zog sie die Brauen zusammen und winkte, wie jemand, der zu befehlen gewohnt ist, dass man ihr die Türe aufmachen solle. Meine Mutter gehorchte. »Mrs. David Copperfield vermutlich«, sagte Miss Betsy mit einer Emphase, die sich wahrscheinlich auf die Trauerkleider meiner Mutter und auf ihren Zustand bezog. »Ja«, antwortete meine Mutter schüchtern. »Haben Sie schon von Miss Trotwood gehört?«, fragte die Dame. Meine Mutter entgegnete, sie habe das Vergnügen gehabt, hatte dabei aber das unangenehme Gefühl, nicht danach auszusehen, als ob es ein überwältigendes Vergnügen gewesen wäre. »Jetzt steht sie vor Ihnen«, sagte Miss Betsy. Meine Mutter verbeugte sich und bat die Dame einzutreten. Sie gingen ins Wohnzimmer, aus dem meine Mutter gekommen, denn das Besuchszimmer auf der anderen Seite des Ganges war nicht geheizt und nicht geheizt gewesen seit meines Vaters Leichenbegängnis. Als sie beide Platz genommen hatten, Miss Betsy aber nicht sprach, fing meine Mutter, nach einem vergeblichen Bemühen, sich zu fassen, zu weinen an. »Oh, still, still«, sagte Miss Betsy hastig, »nur das nicht. Lass das, lass das.« Meine Mutter aber konnte sich nicht helfen und ihre Tränen flossen, bis sie sich ausgeweint hatte. »Nimm deine Haube ab, Kind«, sagte Miss Betsy, »damit ich dich sehen kann.« Meine Mutter war viel zu sehr eingeschüchtert, um dieses seltsame Verlangen abzuschlagen, selbst wenn sie gewollt hätte. Daher entsprach sie dem Wunsche und tat es mit so zitternden Händen, dass ihr Haar, das sehr reich und schön war, sich löste und auf ihre Schultern herabfiel. »Gott bewahre«, rief Miss Betsy, »du bist ja noch ein wahres Wickelkind.« Allerdings sah meine Mutter selbst für ihre Jahre noch sehr jugendlich aus. Sie ließ den Kopf hängen, als ob es ihre Schuld wäre, und sagte schluchzend, dass sie auch fürchte, sie sei ein wahres Kind von einer Witwe und werde auch ein Kind von einer Mutter sein, wenn sie am Leben bliebe. In der kurzen Pause, die darauf folgte, kam es ihr fast vor, als ob Miss Betsy ihr Haar berührte, und zwar nicht mit unsanfter Hand. Aber wie sie schüchtern hoffend aufblickte, hatte sich die Dame mit aufgeschürztem Kleid bereits hingesetzt, die Hände über ein Knie gefaltet, die Füße auf das Kamingitter gestützt und starrte grimmig ins Feuer. »Um Gottes Willen«, fragte Miss Betsy plötzlich, »warum eigentlich Krähenhorst?« »Sie meinen das Haus, Madame?« »Werum Krähenhorst?«, fragte Miss Betsy. »Hühnerhof wäre passender gewesen, wenn ihr beide einen Begriff vom praktischen Leben gehabt hättet.« »Mr. Copperfield hat ihm den Namen gegeben«, erwiderte meine Mutter. »Als er das Haus kaufte, meinte er, es müsste hübsch sein, wenn Krähen darin nisten würden.« Der Abendwind fegte in diesem Augenblick so gewaltig durch die alten hohen Ulmen im Garten, dass sowohl meine Mutter wie Miss Betsy unwillkürlich hinaussahen. Als sich die Bäume zueinander neigten wie Riesen, die sich Geheimnisse zuflüstert und gleich darauf in heftige Bewegung gerieten und mit ihren zackigen Armen wild in der Luft herumfuhren, als ob diese Geheimnisse zu gräßlich für ihre Seelenruhe wären, wurden ein paar alte, vom Sturm zerzauste Krähenester auf den höchsten Zweigen wie Wracks auf stürmischer See hin und her geworfen. »Wo sind die Vögel?«, verhörte Miss Betsy. »Was?« Meine Mutter hatte an etwas anderes gedacht. »Die Krähen, wo sie hingekommen sind.« »Es waren überhaupt nie welche da, seit wir hier gelebt haben«, sagte meine Mutter. »Wir dachten, Mr. Copperfield dachte, es sei ein großer Krähenhorst.« »Aber die Nester waren alt und von den Vögeln längst verlassen.« »Echt, David Copperfield«, rief Miss Betsy, »David Copperfield, wie er leibt und lebt. »Nennt das Haus Krähenhorst, wo gar keine Krähe da ist, und nimmt die Vögel auf guten Glauben, weil er die Nester sieht.« »Mr. Copperfield ist tot«, gab meine Mutter zur Antwort, »und wenn sie sich umstehen, unfreundlich über ihn zu sprechen.« »Ich glaube, meine arme, liebe Mutter hatte einen Augenblick, die Absicht, sich an der Tante tätlich zu vergreifen, recht mit einer Hand bezwungen, selbst wenn meine Mutter in einer besseren Verfassung für einen solchen Kampf gewesen wäre, als an diesem Abend.« Aber es blieb einem schüchternen Aufstehen, dann setzte sich meine Mutter wieder schwach nieder und fiel in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kam, sah sie Miss Betsy am Fenster stehen. Es war mittlerweile ganz dunkel geworden, und so undeutlich sie einander unterschieden, hätten sie doch auch das nicht ohne den Schein des Feuers können. »Nun«, fragte Miss Betsy und trat wieder zu dem Stuhl, als hätte sie bloß einen Blick aus dem Fenster geworfen, »und wann erwartest du?« »Ich zittere am ganzen Leibe«, stammelte meine Mutter, »ich weiß nicht, was es ist. Ich sterbe sicherlich.« »Nein, nein, nein«, sagte Miss Betsy, »trink eine Tasse Tee.« »Ach Gott, ach Gott, meinen Sie, dass wer das gut tun wird?« rief meine Mutter in hilflosem Tone. »Selbstverständlich«, sagte Miss Betsy, »es ist alles bloß Einbildung.« »Wie heißt denn das Mädchen?« »Ich weiß doch nicht, ob es ein Mädchen sein wird, Madame«, sagte meine Mutter unschuldsvoll. »Gott segne dieses Kind«, rief Miss Betsy aus, unbewusst den Sinspruch auf dem Nadelkissen in der Schublade des oberen Stocks anführend, »aber nicht mit Anwendung auf mich, sondern auf meine Mutter.« »Das meine ich doch nicht, ich meine doch das Dienstmädchen.« »Pegotti«, sagte meine Mutter, »Pegotti«, wiederholte Miss Betsy entrüstet, »willst du damit sagen, Kind, dass ein menschliches Geschöpf in eine christliche Kirche gegangen ist »und sich hat Pegotti taufen lassen?« »Es ist ihr Familienname«, sagte meine Mutter schüchtern, »Mr. Copperfield nannte sie so, weil ihr Taufname derselbe ist wie meiner.« »He da, Pegotti«, rief Miss Betsy und öffnete die Zimmertür, »Tee. Deine Herrschaft ist ein bisschen unwohl, aber rasch.« Nachdem sie diesen Befehl so gebieterisch ausgesprochen, als wäre sie von jeher Herrin dieses Hauses und aus dem Zimmer hinaus gespäht hatte, um nach der erstaunten Pegotti zu sehen, »die bei dem Klang einer fremden Stimme mit einem Licht den Gang entlang kam, schloss sie die Türe wieder und setzte sich wieder wie zuvor, die Füße am Kamingitter, das Kleid aufgeschürzt und die Hände über ein Knie gefaltet.« »Du meintest, es werde ein Mädchen werden«, sagte Miss Betsy, »ich zweifle keinen Augenblick daran, ich habe ein Vorgefühl, dass es ein Mädchen wird.« »Nun, Kind, von dem Moment der Geburt dieses Mädchens an.« »Vielleicht ist's ein Knabe«, erlaubte sich meine Mutter, sie zu unterbrechen. »Ich sage dir bereits, ich habe das Vorgefühl, dass es ein Mädchen ist«, entgegnete Miss Betsy, »widerspricht mir nicht immer.« »Also von dem Augenblick der Geburt dieses Mädchens an werde ich seine Freundin sein, Kind. Ich will seine Patin sein, und sie hat Betsy Trotwood Copperfield zu heißen. Mit dieser Betsy Trotwood Copperfield soll es im Leben glatt gehen. Mit ihren Gefühlen darf nicht gespielt werden. Armes Kleines, sie muss gut erzogen und in Acht genommen werden, dass sie ihr Vertrauen nicht auf törichte Weise jemand schenkt, der es nicht verdient. Das lass meine Sorge sein.« Bei jedem dieser Sätze zuckte Miss Betsy mit dem Kopf, als ob das Erlittene Unrecht vergangener Zeiten in ihr wieder lebendig würde und sie einen deutlicheren Hinweis darauf nur mit Überwindung unterdrückte. So vermutete wenigstens meine Mutter, als sie beim schwachen Schimmer des Feuers beobachtete, aber zu sehr von ihrem Wesen erschreckt war und innerlich viel zu unruhig und zu verwirrt, um überhaupt irgendetwas klar beobachten zu können. »Und war David gut gegen dich, Kind?« fragte Miss Betsy, nachdem sie eine Weile geschwiegen und die Bewegung ihres Kopfes allmählich aufgehört hatte. »Habt ihr euch gut vertragen?« »Wir waren sehr glücklich«, sagte meine Mutter, »Mr. Copperfield war viel zu gut zu mir.« »Er hat dich also verzogen.« »Allein und verlassen zu sein und ohne Stütze in dieser rauen Welt dazustehen«, schluchzte meine Mutter, »dazu hat er mich wohl nicht erzogen.« »Gut, weine nicht«, sagte Miss Betsy, »ihr passtet eben nicht zusammen, Kind.« »Zwei Menschen können überhaupt nicht zusammenpassen.« Deshalb fragte ich, »Du warst eine Weise, nicht wahr?« »Ja.« »Und Gouvernante?« »Ich war Bonn in einer Familie, die Mr. Copperfield häufig besuchte. Mr. Copperfield war sehr freundlich und aufmerksam gegen mich und machte mir zuletzt einen Heiratsantrag, und ich sagte ja.« »Und so wurden wir Mann und Frau«, sagte meine Mutter einfach.« »Hm, armes Kind«, murmelte Miss Betsy und sah immer noch grimmig ins Feuer. »Verstehst du etwas?« »Ich bitte um Verzeihung, Madame«, stammelte meine Mutter, »von der Wirtschaft zum Beispiel.« »Ich fürchte nicht viel, nicht so viel, wie ich möchte.« Aber Mr. Copperfield unterrichtete mich, weil er selber so viel davon verstand, warf Miss Betsy hin. »Und ich glaube, ich hätte bald Fortschritte gemacht, denn ich war eifrig im Lernen und er ein sehr geduldiger Lehrer.« »Wenn nicht das große Unglück«, meine Mutter verlor wieder die Fassung und konnte nicht weitersprechen.« »Schon gut, schon gut«, sagte Miss Betsy. »Ich führte mein Wirtschaftsbuch regelmäßig und schloss es mit Mr. Copperfield pünktlich jeden Abend ab,« rief meine Mutter mit einem neuen Ausbruch des Schmerzes. »Schon gut, schon gut«, rief Miss Betsy, »hör endlich auf zu weinen.« Und es war nie ein Wort des Streites dabei oder der Uneinigkeit, außer wenn Mr. Copperfield tadelte, dass meine Dreier und Fünfer einander zu ähnlich säen, oder dass ich meinen Siebnern und Neunern krause Schwänze gäbe, begann meine Mutter von neuem und wieder von einer Tränenflut unterbrochen. »Du wirst dich krank machen«, sagte Miss Betsy, »du weißt doch, dass das weder für dich noch für mein Patenkind gut ist. Komm, du musst das bleiben lassen.« Dieses Argument drog einigermaßen dazu bei, meine Mutter zum Schweigen zu bringen, obgleich ihr zunehmendes Übelbefinden die Hauptursache sein mochte. Eine längere Stille trat ein, die nur unterbrochen wurde von einem gelegentlichen, »ha, Miss Betsy's, die immer noch mit den Füßen auf dem Kamin dasaß.« »David hat sich mit seinem Geld eine Leibrente gekauft«, sagte sie endlich, »und wie hat er für dich gesorgt?« »Mr. Copperfield«, sagte meine Mutter mit Anstrengung, »war so vorsichtig und gut, mir die Anwartschaft auf einen Teil davon zu sichern.« »Wie viel?« fragte Miss Betsy. »Hundertfünf Pfund jährlich.« »Er hätte es noch schlimmer machen können«, sagte meine Tante. Das Wort paßte gut für den Augenblick. Meiner Mutter ging es so viel schlimmer, dass Pegodidi eben mit dem Teebrett und Lichtern hereinkam und auf den ersten Blick sah, wie krank sie war. Miss Betsy hätte es schon eher sehen können, wenn es hell genug gewesen wäre, sie so rasch wie möglich in die obere Stube hinaufbrachte und sofort Herrn Pegodidi ihren Neffen, der seit einigen Tagen ohne Wissen meiner Mutter als Bote für unvorhergesehene Fälle im Hause verborgen gehalten wurde, nach der Hebamme und dem Doktor schickte. Diese verbündeten Mächte, die sich im Verlaufe weniger Minuten zusammenfanden, waren sehr erstaunt, eine fremde Dame von strengem Aussehen vor dem Feuersitzen zu sehen, den Hut am linken Arm hängend und sich die Ohren mit Juwelierbaumwolle zustopfend. Da Pegodidi nichts über sie wusste und meine Mutter nichts über sie hatte fallen lassen, blieb sie ein ungelöstes Rätsel in der Wohnstube, und der Umstand, dass sie ein Baumwollenmagazin in der Tasche trug und sich die Watte auf besagte Weise in die Ohren stopfte, raubte ihr nichts von ihrem Ansehen. Nachdem der Doktor oben gewesen und wieder heruntergekommen war und offenbar vermutete, dass er mit der unbekannten Dame einige Stunden würde zusammenbleiben müssen, bemühte er sich, höflich und gesellig zu erscheinen. Er war der sanfteste seines Geschlechts, der mildeste aller kleinen Männer. Er drückte sich beim Ein- und Ausgehen seitwärts durch die Türen, um möglichst wenig Platz einzunehmen. Er ging so leise wie der Geist des Hamlet, aber noch viel langsamer. Er trug den Kopf auf eine Seite geneigt, teils aus Bescheidenheit, teils aus Entgegenkommen. Es wäre zu wenig gesagt, dass er nicht einmal für einen Hund ein böses Wort gehabt hätte. Er hätte nicht einmal einen tollen Hund ein böses Wort sagen können, höchstens ein sanftes oder ein halbes oder ein Bruchstück davon. Denn er sprach so langsam, wenn er ging, aber er würde nicht grob gegen ihn gewesen sein. Nicht einmal ein rasches, nicht um alles in der Welt. Mr. Chilip sah also meine Tante, den Kopf auf die Seite geneigt, sanft an, machte eine kleine Verbeugung und sagte, auf die Watte anspielend, indem er sein linkes Ohr berührte, »Lokale Reizung, Madame?« »Was?« fragte meine Tante und zog die Baumwolle wie einen Kork aus einem Ohr. Mr. Chilip erschrak so sehr über ihr barsches Wesen, wie er später meiner Mutter erzählte, dass es noch ein Glück war, dass er die Fassung nicht verlor. Er wiederholte sanft, »Lokale Reizung, Madame?« »Unsinn«, antwortete meine Tante und verstopfte sofort das Ohr wieder. Mr. Chilip konnte nun weiter nichts tun als Platz nehmen und sie schüchtern ansehen, wie sie so dasaß und ins Feuer starrte, bis er wieder hinaufgerufen wurde. Nach viertelstündiger Abwesenheit kehrte er wieder zurück. »Nun«, fragte meine Tante und nahm die Watte aus dem ihm am nächsten liegenden Ohre, »Nun, Madame?«, antwortete Mr. Chilip, »Wir machen langsam Fortschritte.« »Bah«, sagte meine Tante, den verächtlichen Ausruf förmlich hervorstoßend und verstopfte sich wieder wie vorhin. »In der Tat, in der Tat, Mr. Chilip war geradezu bestürzt, wie er später meiner Mutter gestand, natürlich bloß vom ärztlichen Gesichtspunkte aus, aber trotzdem starrte er Miss Betsy fast zwei Stunden lang an, bis er von Neuem gerufen wurde. Nach längerer Abwesenheit kehrte er wiederum zurück. »Nun«, fragte meine Tante und nahm abermals die Watte aus dem gleichen Ohr, »Nun, Madame,« antwortete Mr. Chilip, »wir, wir machen langsam Fortschritte, Madame.« »Ja«, knurrte meine Tante, Mr. Chilip, der Rat an, daß er es fürwahr nicht mehr länger aushalten konnte, »es war fast danach angetan, ihm allen Mut zu nehmen«, äußerte er später. Darum ging er lieber hinaus und setzte sich draußen im Dunkeln auf die zugige Treppe, bis man wieder nach ihm schickte. Ham Pegoty, der in die Volksschule ging und wie ein Drache über seinem Katechismus zu sitzen pflegte und deshalb sicher als glaubwürdiger Zeuge gelten kann, erzählte am nächsten Tag, er hätte eine Stunde später zur Stubentür hineingeguckt und wäre sogleich von Miss Betsy, die in großer Erregung auf- und abgegangen, erspäht und gepackt worden, »ehe er die Flucht habe ergreifen können.« Er berichtete ferner, daß man zuweilen das Geräusch von Fußtritten und Stimmen in den oberen Zimmern gehört hätte, das wahrscheinlich die Watte nicht ganz abhielt, wie er aus dem Umstande schloss, daß ihn die Dame wie ein Opfer festhielt und an ihm ihre überströmende Aufregung ausließ, wenn die Geräusche am lautesten waren. Sie hätte ihn am Kragen gepackt und in der Stufe auf- und abgeführt, als ob er zu viel Laudanum genossen, hätte ihn geschüttelt, ihm die Wäsche zerzaust und die Ohren verstopft, als ob es ihre eigenen gewesen wären, und ihn auf jede Weise mißhandelt. Sein Bericht wurde zum Teil von Pegody bestätigt, die ihn um halb ein Uhr kurz nach seiner Befreiung noch ganz rot gesehen hatte. Der sanfte Mister Chilip konnte niemand böse sein, und wenn überhaupt je, so am allerwenigsten in solcher Stunde. Er drückte sich deshalb in das Wohnzimmer, sobald er abkommen konnte, und sagte zu meiner Tante in seinen mildesten Tönen, »Madame, es freut mich, Sie beglückwünschen zu können.« »Wozu?« fragte Miss Betsy mit Schärfe. Mister Chilip, wiederum verwirrt durch die außerordentliche Schroffheit meiner Tante, machte ihr eine kleine Verbeugung und lächelte sie an, um sie zu besänftigen. »Oh, dieser Mensch, was er nur macht,« rief meine Tante ungeduldig, »kann er denn nicht sprechen?« »Beruhigen Sie sich, meine teure Madame«, sagte Mister Chilip mit seinen weichsten Lauten, »es ist nicht länger Ursache zur Besorgnis mir vorhanden, Madame. Beruhigen Sie sich.« »Man hat es später für ein Wunder angesehen, dass meine Tante ihn nicht schüttelte, um das, was er zu sagen hatte, aus ihm herauszuschütteln.« »Was sie schüttelte, war nur der Kopf, den aber so drohend, dass es den Doktor erzittern machte.« »Nun, Madame«, begann Mister Chilip von neuem, sobald er wieder Mut gefasst, »es freut mich, Sie beglückwünschen zu können. Alles ist nun vorbei, Madame, und glücklich vorbei.« Während der fünf Minuten, die Mister Chilip zu dieser Rede brauchte, sahen meine Tante lauernd und scharf an, »Wie befindet sie sich?« fragte meine Tante und verschränkte ihre Arme, an deren einem immer noch der Hut hing. »Nun, Madame, sie wird bald wieder ganz wohl sein, hoffe ich«, antwortete Mister Chilip, »so wohl, wie wir es von einer jungen Mutter unter so getrübten häuslichen Verhältnissen nur erwarten können. Wenn Sie sie sogleich sehen wollen, steht dem nichts im Wege, Madame. Vielleicht tut es ihr sogar gut.« »Und sie, wie geht es ihr?« Mr. Chilip neigte seinen Kopf noch ein bisschen mehr auf die Seite und sah meine Tante an wie ein liebenswürdiger Vogel. »Das Baby«, sagte meine Tante, »Wie geht es ihr?« »Madame«, erwiderte Mr. Chilip, »ich nahm an, Sie wüßten es schon. Es ist ein Knabe.« Meine Tante sprach kein Wort, nahm ihren Hut an den Bändern wie eine Schleuder, führte einen Streich damit gegen Mr. Chilips Kopf, stülpte ihn aufs Haupt, schritt hinaus und kam niemals wieder. Sie verschwand, wie eine unzufriedene Fee oder wie einst jener übernatürlichen Wesen, die ich nach dem Volksglauben berechtigt war, sehen zu können, ging hin und ward nicht mehr gesehen. Ich lag in meiner Wiege und meine Mutter im Bett. Bezittert Wood Copperfield, aber blieb für immer im Land der Träume und Schatten, in jener grauenvollen Region, die ich jüngst durchwandert. Und das Licht unseres Zimmers schien hinaus auf das irdische Ziel aller Wanderer aus dieser Region, auf den Hügel über der Asche und dem Staube dessen, der einst hienieden geweiht und ohne den ich nie geworden wäre. Ende des ersten Kapitels Zweites Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel zwei Ich beobachte Die ersten Gegenstände, die bestimmte Umrisse vor mir annehmen, wenn ich weit zurück in die Leere meiner Kindheit blicke, sind meine Mutter mit ihrem schönen Haar und den jugendlichen Formen, Und Pegotti mit überhaupt gar keiner Form und mit so dunklen Augen, dass sie ihre Umgebung im Gesicht dunkel zu machen scheinen, und mit Armen und Backen so rot, dass ich mich stets wunderte, warum die Vögel nicht lieber an ihnen statt an den Äpfeln herumpickten. Ich glaube, mich noch daran zu erinnern zu können, wie die beiden Frauen in kleiner Entfernung voneinander auf dem Boden knieten, und ich unsicher von einer zur anderen wankte. Ich habe noch eine dunkle Erinnerung an Pegottis Zeigefinger, der von der Nadel so rau war wie ein Taschenmuskatnuss-Reibeisen. Das mag Einbildung sein, aber ich glaube, dass das Gedächtnis der meisten Menschen weiter in die Kinderzeit zurückreicht, als man gewöhnlich annimmt. Ebenso glaube ich, dass die Beobachtungsgabe bei vielen kleinen Kindern an Schärfe und Genauigkeit ganz wunderbar ist. Ich glaube sogar, dass man von den meisten Erwachsenen, die in dieser Hinsicht bemerkenswert sind, viel eher sagen könnte, sie hätten diese Fähigkeit nicht verloren, als sie hätten sie erst später erworben. Umso mehr, als solche Menschen überdies eine gewisse Frische und Sanftmut und eine Fähigkeit, sich über irgendetwas zu freuen besitzen, lauter Eigenschaften, die sie ebenfalls aus der Kindheit mit herübergenommen haben. Wenn ich also, wie gesagt, in die Lehre meiner frühesten Jugend zurückblicke, sind die ersten Gegenstände, deren ich mich erinnern kann und die aus dem Wirrwarr der Dinge hervorstechen, meine Mutter und Pegotti. Was weiß ich sonst noch? Wollen mal sehen. Es scheidet sich aus dem Nebel unser Haus in seiner mir in frühester Erinnerung vertrauten Gestalt. Im Erdgeschoss geht Pegottys Küche auf den Hinterhof hinaus. Da sind in der Mitte ein Taubenschlag auf einer Stange, aber ohne Tauben, eine große Hundehütte in einer Ecke, aber kein Hund darin, und eine Anzahl Hühner, die mir erschrecklich groß vorkommen, wenn sie mit drohendem und wildem Wesen herumstolzieren. Ein Hahn fliegt auf einem Pfosten, um zu krähen, und scheint sein Auge ganz besonders auf mich zu richten, wie ich ihn durch das Küchenfenster betrachte, und ich zittere vor Furcht, weil er so böse ist. Von den Gänsen außerhalb der Seitentür, die mir mit lang ausgestreckten Hälsen nachlaufen, wenn ich vorbeigehe, träume ich die ganze Nacht, wie ein Mann, den wilde Tiere umgeben von Löwen träumen würde. Dann ist ein langer Gang da, für mich eine endlose Perspektive, der von Pegottys Küche zum Haupttor führt. Eine dunkle Vorratskammer mündet auf diesen Gang, so recht ein Ort, um des Nachts daran scheu vorbeizulaufen, denn ich weiß nicht, was zwischen diesen Tonnen und Krügen und alten Teekisten stecken mag, wenn sich nicht gerade jemand mit einem brennenden Licht in der Kammer befindet. Eine dumpfige Luft, mit der sich der Geruch von Seife, Mixed Pickles, Pfeffer, Kerzen und Kaffee vermischt, strömt heraus. Dann sind die beiden Wohnzimmer da, das eine, in dem abends meine Mutter, ich und Pegotty sitzen, denn Pegotty leistet uns Gesellschaft, wenn wir allein sind und sie ihre Arbeit gemacht hat, und das Empfangszimmer, wo wir sonntags sitzen, prunkvoll, aber nicht so traulich. Für mich hat dieses Zimmer etwas Schwermütiges, denn Pegotty hat mir erzählt, ich weiß zwar nicht mehr wann, aber es muss lange her sein, als mein Vater begraben wurde, während die Trauergäste darin mit schwarzen Mänteln umhergegangen. Dort liest jeden Sonntagabend meine Mutter Pegotty und mir vor, wie Lazarus von den Toten auferweckt wurde, und ich ängstige mich so sehr darüber, dass sie mich dann aus dem Bette herausnehmen und mir aus dem Schlafzimmerfenster den stillen Kirchhof zeigen müssen, wo die Toten im feuerlichen Mondlicht in ihren Gräbern ruhen. Auf der ganzen Welt, soviel ich weiß, ist nirgends das Gras nur halb so grün wie auf diesem Kirchhof, nirgends sind die Bäume halb so schattig, und nichts ist so still wie die Grabsteine. Die Schafe weiten dort, wenn ich frühmorgens in dem kleinen Bett in den Malkoven hinter meiner Mutter Schlafzimmer kniee und hinausschaue, und ich sehe das rötliche Licht auf die Sonnenuhr scheinen und denke bei mir, freut sich die Sonnenuhr, dass sie die Zeit angeben kann? Dann ist unser Betstuhl in der Kirche da. Was für ein hochrückiger Stuhl! Daneben ist ein Fenster, von dem aus man unser Haus sehen kann. Und oftmals, während des Morgengottesdienstes, blickt Pegotti hinaus, um sich zu vergewissern, ob nicht eingebrochen oder etwas in Brand gesteckt wird. Wenn sie selbst auch ihre Augen umherwandern lässt, so wird sie doch böse, wenn ich dasselbe tue, und winkt mir zu, wenn ich auf dem Sitz stehe, dass ich den Geistlichen anblicken solle. Aber ich kann ihn doch nicht immerforte ansehen, ich kenne ihn doch sowieso auch ohne das weiße Ding, das er umhat, und fürchte immer, er könnte plötzlich wissen wollen, warum ich ihn so anstaune, und vielleicht gar den Gottesdienst unterbrechen, um mich darüber zu befragen. Und was sollte ich dann tun? Es ist etwas Schreckliches zu gähnen, aber irgendetwas muss ich doch machen. Ich blicke meine Mutter an, aber sie tut, als ob sie mich nicht sähe. Ich schaue einen Jungen im Seitenschiff an, er schneidet mir Gesichter. Ich sehe auf die Sonnenstrahlen, die durch die offene Tür hereinfallen, und da erblicke ich ein verwirrtes Schaf, ich meine nicht einen Sünder, sondern einen Hammel, der Miene macht, in die Kirche zu treten. Ich fühle, dass ich nicht länger hinschauen kann, denn ich könnte in Versuche kommen, etwas laut zu sagen, und das würde dann aus mir werden. Ich blicke auf die Gedächtnistafeln an der Wand und versuche, an den verstorbenen Mr. Bodgers zu denken, und welcher Art wohl Mrs. Bodgers Gefühle gewesen sein mögen, als ihr Mann so lange krank lag und die Kunst der Ärzte vergebens war. Ich frage mich, ob sie auch Mr. Cellip vergeblich gerufen haben, und wenn, ob es ihm recht ist, daran jede Woche einmal erinnert zu werden. Ich schaue von Mr. Cellip in seinem Sonntagshalstuch nach der Kanzel hin und denke, was für ein hübscher Spielplatz das sein müsste, und was das für eine feine Festung abgeben würde, wenn ein anderer Junge die Treppen heraufkäme zum Angriff, und man könnte ihm das Samtkissen mit den Trotteln auf den Kopf schmeißen. Und wenn sich nach und nach meine Augen schließen und ich anfangs den Geistlichen in der Hitze noch ein schläfriges Lied singen höre, vernehme ich bald gar nichts mehr. Dann falle ich mit einem Krach vom Sitze und werde mehr Tod als lebendig von Pegotti hinausgetragen. Und dann wieder sehe ich die Außenseite unseres Hauses und die Fensterläden des Schlafzimmers offen stehen, damit die würzige Luft hereinströmen kann, und im Hintergrund des Hauptgartens hängen in den hohen Ulmen die zerzausten Krähennester. Jetzt bin ich in dem Garten hinter dem Hof mit dem leeren Taubenschlag und der Hundehütte, ein wahrer Park für Schmetterlinge, mit seinem hohen Zaun und seiner Tür mit Vorhängeschlössern, und das Obst hängt dick an den Bäumen, reifer und reicher als in irgendeinem anderen Garten, und meine Mutter pflückt die Früchte in ein Körbchen, während ich dabei stehe und heimlich ein paar abgezwickte Stachelbeeren rasch in den Mund stecke und mich bemühe, unbeteiligt auszusehen. Ein starker Wind erhebt sich, und im Handumdrehen ist der Sommer weg. Wir spielen im Winter Zwielicht und tanzen in der Stube herum. Wenn meine Mutter außer Atem ist und im Lehnstuhl ausruht, sehe ich ihr zu, wie sie ihre glänzenden Locken um die Finger wickelt und sich das Leibchen glatt zieht, und niemand weiß so gut wie ich, dass es sich freut, so gut auszusehen und stolz ist, so hübsch zu sein. Das sind so einige von meinen frühesten Eindrücken. Das und ein Gefühl, dass wir beide ein bisschen Angst hatten vor Pegody und uns in den meisten Fällen ihren Anordnungen fügten, gehört zu den ersten Schlüssen, wenn ich so sagen darf, die ich aus dem zog, was ich sah. Pegody und ich saßen eines Abends allein in der Wohnstube vor dem Kamin. Ich hatte Pegody von Krokodilen vorgelesen. Ich muss wohl kaum sehr deutlich gelesen haben, oder die arme Seele muss in tiefen Gedanken gewesen sein, denn ich erinnere mich, als ich fertig war, hatte sie so eine Idee, Krokodile wären eine Art Gemüse. Ich war vom Lesen müde und sehr schläfrig, aber da ich die besondere Erlaubnis bekommen hatte, aufzubleiben, bis meine Mutter von einem Besuch nach Hause käme, wäre ich natürlich lieber auf meinem Posten gestorben, als zu Bett gegangen. Ich war bereits auf einem Stadium von Schläfrigkeit angekommen, wo Pegody mir immer größer und größer zu werden schien. Ich hielt meine Augen mit den beiden Zeigefingern offen und sah sie ununterbrochen an, wie sie auf ihrem Stuhle saß und arbeitete, betrachtete dann das kleine Stückchen Wachslicht, mit dem sie ihren Zwirn wichste, wie alt es aussah, mit seinen Runzeln kreuz und quer, das Hüttchen mit dem Strohdach, worin das Ellenmaß wohnte, das Arbeitskästchen mit dem Schiebedeckel und einer Ansicht von der St. Paulskirche mit einer purpurroten Kuppel, den Messingenen Fingerhut und sie selbst, die mir ungemein schön vorkam. Ich war so müde, dass sie fühlte, ich würde einschlafen, wenn ich nur einen Augenblick meine Augen abwendete. »Pegody«, sagte ich dann plötzlich, »bist du einmal verheiratet gewesen?« »Herr Gott, Master Davy«, erwiderte Pegody, »wie kommst du nur aufs Heiraten?« Sie antwortete so überrascht, dass ich ganz wach wurde. Dann hielt sie inne in ihrer Arbeit und sah mich an, den Faden in seiner ganzen Länge straff gezogen. »Aber du warst doch einmal verheiratet, Pegody«, fragte ich, »du bist doch wunderschön, nicht wahr?« Ich hielt sie allerdings für eine andere Stilart als meine Mutter, aber nach einer anderen Schule von Schönheitsbegriff gesehen, kam sie mir als vollkommenes Muster vor. In unserem Empfangszimmer war ein rotsamtenes Fußbänkchen, auf das meine Mutter einen Blumenstrauß gewalt hatte. Dieser Samt und Pegodys Haut schienen mir ganz gleich. Die Fußbank war glatt und weich und Pegody rau, aber das machte keinen Unterschied. »Ich schön, Davy«, sagte Pegody. »Oh Gott, nein, mein liebes Kind, aber wie kommst du aufs Heiraten?« »Ich weiß nicht.« »Du darfst nicht mehr als einen auf einmal heiraten, nicht wahr, Pegody?« »Gewiss nicht«, sagte Pegody mit größter Entschiedenheit. »Aber wenn du einen Mann heiratest und er stirbt, dann geht's, nicht wahr, Pegody?« »Es geht schon, wenn man will, liebes Kind«, sagte Pegody. »Das ist dann eben meine Sache.« »Aber was ist deine Meinung?« fragte ich. Bei dieser Frage blickte ich sie neugierig an, weil sie mich so seltsam musterte. »Meine Meinung ist«, sagte Pegody, als sie nach kurzem Zögern ihre Augen von mir abgewendet und wieder zu arbeiten begonnen hatte, »dass ich selbst niemals verheiratet gewesen bin, Master Davy, und dass ich auch nicht daran denke. Das ist alles, was ich von der Sache weiß.« »Du bist doch nicht böse, Pegody«, fragte ich, nachdem ich eine Weile still gewesen. Ich glaubte es wirklich, so kurz hatte sie mich abgefertigt, musste aber wohl im Irrtum sein, denn sie legte ihr Strickzeug weg, öffnete ihre Arme, nahm einen lockigen Kopf und drückte mich fest an sich. Dass sie mich derb an sich presste, wusste ich, denn dass sie sehr beleibt war, so pflegten stets, wenn sie angekleidet war, bei jeder kleinen Anstrengung ein paar Knöpfe hinten an ihrem Kleid abzuspringen, und ich erinnere mich, dass zwei Stücken die entgegengesetzte Zimmerecke flogen, als sie mich umarmte. »Nun ließ mir noch etwas von den Korking-Dielen vor«, sagte Pegody, die in diesem Namen noch nicht recht sattelfest war. »Ich habe noch lange nicht genug von ihnen gehört.« Ich konnte nicht begreifen, warum Pegody so wunderliche Augen machte und durchaus wieder von den Krokodilen hören wollte. Mit großem Eifer meinerseits kehrten wir jedoch wieder zu den Ungeheuern zurück und ließen die Sonne ihre Eier im Sande ausbrüten, rissen vor ihnen aus und entrannen ihnen durch plötzliches Umkehren, was sie ihres ungeschlachten Baues wegen nicht so rasch nachmachen konnten, verfolgten sie als Eingeborene ins Wasser und steckten ihnen scharf gespitzte Holzstücke in den Rachen kurz, ließen sie förmlich Spießruten laufen. Ich, wenigstens tat es, hatte aber betreffend Pegody so meine Zweifel, denn ich sah, wie sie sich die ganze Zeit über in Gedanken versunken mit der Nadel in verschiedene Teile ihres Gesichts und ihrer Arme stach. Wir hatten endlich die Krokodile erschöpft und begannen eben mit den Alligatoren, als die Gartenglocke läutete. Wir gingen hinaus und fanden da meine Mutter, die mir ungewöhnlich hübsch vorkam, und bei ihr stand ein Herr mit schönem schwarzem Haar und Packenbart, der schon am letzten Sonntag mit uns aus der Kirche nach Hause gegangen war. Als meine Mutter mich auf der Schwelle in ihre Arme nahm und mich küsste, sagte der Herr, ich sei glücklicher als ein König oder etwas ähnliches. Ich fühle wohl, dass mir mein späteres Verständnis hier zu Hilfe kommt. »Was heißt das?« fragte ich ihn über ihre Schulter hinweg. Er klaffte mich auf den Kopf, aber ich konnte ihn und seine tiefe Stimme nicht leiden und war eifersüchtig, dass seine Hand die meiner Mutter berührte, und ich stieß ihn weg, so gut ich konnte. Aber Davy ermahnte mich meine Mutter. »Der liebe Junge«, sagte der Herr, »ich kann mich über seine Liebe nicht wundern.« Noch nie hatte ich meiner Mutter Gesicht so schön rot gesehen. Sie schallte mich milde aus wegen meiner Unhöflichkeit und sprach, indem sie mich fest an sich drückte, ihren Dank an dem Herrn aus, der so freundlich gewesen, sie nach Hause zu begleiten. Sie reichte ihm ihre Hand hin bei diesen Worten, und als er sie nahm, kam es mir vor, als ob sie mich anblickte. »Jetzt wollen wir uns gute Nacht wünschen, mein hübscher Junge«, sagte der Herr zu mir, als er sein Gesicht, wie ich wohl bemerkte, auf meiner Mutter kleinen Handschuhe neigte. »Gute Nacht«, sagte ich. »Wir müssen noch die besten Freunde von der Welt werden«, lachte der Herr, »gib mir die Hand.« »Meine rechte Hand lag in meiner Mutter linken, und so gab ich ihm die andere.« »Aber das ist ja die falsche, Davy«, sagte er wieder lachend. Meine Mutter zog meine rechte Hand hervor, aber ich war entschlossen, sie ihm nicht zu geben und tat es auch nicht. So reichte ich ihm die andere und erschüttelte sie und sagte, ich sei ein braver Junge, und ging fort.« Und noch jetzt sehe ich ihn, wie er sich im Garten umdrehte und uns einen letzten Blick aus seinen unangenehmen, schwarzen Augen zuwarf, ehe er das Tor schloß. Peggotty, die kein Wort gesprochen und keinen Finger gerührt hatte, schob sofort den Riegel vor, und wir gingen alle in das Wohnzimmer. »Anstatt sich wie gewöhnlich in den Lehnstuhl neben dem Kamin zu setzen, blieb meine Mutter am anderen Ende des Zimmers und sang vor sich hin.« »Hoffe, Sie haben einen angenehmen Abend verlebt, Madame«, sagte Peggotty, die mit einem Leuchter in der Hand steif wie eine Tonne mitten im Zimmer stand. »Danke schön, Peggotty«, erwiderte meine Mutter sehr aufgeräumt, »ich habe einen sehr angenehmen Abend verbracht.« »Eine neue Bekanntschaft ist immer eine angenehme Abwechslung«, bemerkte Peggotty. »Eine sehr angenehme Abwechslung«, erwiderte meine Mutter. Peggotty blieb regungslos in der Mitte des Zimmers stehen, meine Mutter fing wieder zu singen an, und ich schlief ein, wenn auch nicht so fest, dass ich nicht noch hätte Stimmen hören können, ohne aber zu verstehen, was sie sagten. Als ich aus diesem unbehaglichen Schlummer halber wachte, sah ich, dass meine Mutter und Peggotty beide weinten und in großer Aufregung miteinander sprachen. »So einer wie dieser hätte Mr. Copperfield nicht gefallen«, sagte Peggotty. »Das ist meine Meinung, und die beschwör ich.« »Gott im Himmel«, rief meine Mutter, »du wirst mich noch wahnsinnig machen, wurde jemals ein armes Mädchen von seinen Dienstmoden so bißhandelt. Warum füge ich mir das Unrecht zu und nenne mich ein Mädchen? War ich vielleicht niemals verheiratet, Peggotty?« »Gott weiß, dass Sie es waren, Madam«, erwiderte Peggotty. »Wie kannst du es dann wagen«, sagte meine Mutter, »du weißt, ich meine nicht, wie du es wagen kannst, sondern wie du es übers Herz bringen kannst, mich so zu verstimmen und mir so böse Worte zu sagen, wo du doch recht gut weißt, dass ich außer dem Hause nicht einen einzigen guten Freund habe.« »Umso mehr Grund für mich, Ihnen zu sagen, dass es nicht geht«, entgegnete Peggotty, »nein, es geht nicht, nein, um keinen Preis, nein.« Ich dachte schon, Peggotty würde den Leuchter wegwerfen, so energisch schwang sie ihn. »Wie kannst du es nur so aufbauschen«, sagte meine Mutter und fing von neuem an zu weinen, »und so ungerecht sein. Du tust so, als wenn alles schon abgemacht wäre, Peggotty, und ich sage dir doch immer und immer wieder, du grausames Ding, das außer den gewöhnlichsten Höflichkeiten nichts vorgefallen ist. Du sprichst von Bewunderung. Was kann ich dafür, wenn die Leute so albern sind, solchen Gefühlen nachzugeben? Ist das meine Schuld? Was soll ich denn tun?« Da frage ich dich, »willst du vielleicht, dass ich mir die Haare schneide oder das Gesicht schwärzen oder mich durch einen Brandfleck oder heißes Wasser oder sonst etwas Ähnliches verunstalten soll?« »Ich glaube, du wärst imstande.« »Pegotty, ich glaube, du würdest dich sogar darüber freuen.« Pegotty schien sich diese Zumutung sehr zu Herzen zu nehmen, wie mir vorkam. »Und mein lieber Junge«, schrie meine Mutter, »kam zu mir in den Lehnstuhl und liebkoste mich.« »Mein einziger kleiner Davy, lass ich es vielleicht an Liebe für mein Herzblatt fehlen, für den allerbesten kleinen Jungen, den es je gegeben hat.« »Kein Mensch hat das behauptet«, sagte Pegotty. »Ja, du, Pegotty«, gab meine Mutter zurück, »du weißt es ganz gut. Was soll ich denn anderes aus deinen Worten schließen, du unfreundliches Geschöpf, wo du doch recht gut weißt, dass ich mir bloß seinetwegen keinen neuen Sonnenschirm gekauft habe, obwohl der alte Grüne ganz abgeschoben ist und gar keine Franzen mehr hat. »Du weißt es, Pegotty, und kannst es nicht leugnen.« Dann wandte sie sich wieder zärtlich zu mir, legte ihre Wange an meine. »Bin ich dir eine nichtsnutzige Mama, Davy? Bin ich eine hartherzige, grausame, selbstsüchtige, schlechte Mama? Sag ja, mein Kind, und Pegotty wird dich lieben. Und Pegotty's Liebe ist viel besser als meine, Davy. Ich liebe dich gar nicht, nicht wahr?« Darüber fingen wir alle an zu weinen. Ich glaube, ich war der Lauteste von Ihnen, aber ich weiß sicher, wir meinten es alle gleich aufrichtig. Ich war tief unglücklich und habe, fürchte ich, in der ersten Auffallung verletzter Zärtlichkeit Pegotty ein Biest genannt. Ich erinnere mich noch, das ehrliche Geschöpf geriet in die tiefste Betrübnis und musste bei dieser Gelegenheit ganz knopflos geworden sein, denn eine ganze Salve dieser Geschosse flog ab, als sie vor meinem Stuhle niederkniete, um sich mit meiner Mutter und mir zu versöhnen. Wir gingen sehr niedergeschlagen zu Bett. Mein Weinen hielt mich lange wach, und wenn mich ein besonders heftiges Schluchzen in die Höhe riss, sah ich, dass meine Mutter auf dem Bettrand saß und sich über mich beugte. Dann schlubberte ich in ihren Armen fest ein. Ob schon am folgenden Sonntag der Herr wiederkam oder ob ein längerer Zeitraum dazwischen lag, ist mir nicht mehr erinnerlich. In der Zeitrechnung bin ich meiner nicht ganz sicher, aber er war in der Kirche und begleitete uns dann nach Hause. Er trat auch zu uns herein, um ein schönes Geranium anzusehen, das im Fenster stand. Es kam ja nicht so vor, als ob er es besonders beachtete, aber ehe er ging, bat er meine Mutter, ihm eine Blüte davon zu geben. Sie bat ihn, sich selbst eine auszusuchen, aber das wollte er nicht, warum, war mir unbegreiflich. Und so pflückte sie ihm denn eine Blüte und gab sie ihm in die Hand. Er sagte, er werde sich niemals im Leben davon trennen, und ich dachte mir, er müsse sehr dumm sein, weil er nicht wisse, dass die Blätter in ein oder zwei Tagen ausfallen würden. Pegotti fing an, uns abends weniger Gesellschaft zu leisten als früher. Meine Mutter gab ihr in vielen Dingen nach, mehr noch als gewöhnlich, wie es mir schien, und wir blieben alle drei die allerbesten Freunde. Aber doch war es zwischen uns anders geworden. Es war uns nicht mehr so behaglich zumute. Manchmal kam es mir vor, als ob Pegotti nicht recht zufrieden wäre, wenn meine Mutter die schönen Kleider anzog, die sie im Schrank hängen hatte, und so oft die Nachbarn besuchen ging. Aber ich war ganz froh, dass ich mir keine Gedanken darüber zu machen brauchte. Allmählich gewöhnte ich mich daran, den Herrn mit dem schwarzen Backenbart zu sehen. Er gefiel mir nicht besser als am Anfang, und ich fühlte noch immer dieselbe unbestimmte Eifersucht. Aber wenn ich später einem instinktiven, kindlichen Wiederwillen und dem Gedanken im Allgemeinen, dass Pegotti und ich vollkommen ausreichen müssten, um meine Mutter ohne weiteren Beistand glücklich genug machen zu können, noch einen anderen Grund dafür hatte, so war es doch gewiss nicht der, den ich im reifen Alter für meine Abneigung herausgefunden hätte. Nichts derartiges fiel mir ein. Ich konnte wohl stückweise beobachten, aber aus solchen Fäden ein Netz zu machen und darin jemand zu fangen, das ging und geht noch jetzt über mein Können hinaus. An einem Herbstmorgen stand ich mit meiner Mutter in dem Vorgarten, als Mr. Murdstone, ich kannte jetzt seinen Namen, vorbeigeritten kam. Er hielt sein Pferd an, um meine Mutter zu begrüßen, und sagte, er ritte nach Lowestoft, um einige Freunde zu besuchen, die dort eine Yacht hätten, und machte den lustigen Vorschlag, mich vor sich auf den Sattel zu nehmen, wenn ich reiten wollte. Das Wetter war so wunderschön, und das Pferd schnaubte und stampfte so munter vor der Gartentür, dass ich große Lust dazu hatte. Meine Mutter schickte mich daher zu Peggoty hinauf zum Anziehen, und mittlerweile stieg Mr. Murdstone ab und schritt, die Zügel über dem Arm, langsam vor der Rosenhecke auf und ab, während meine Mutter an der inneren Seite neben ihm herging. Ich erinnere mich noch, wie Peggoty und ich aus dem kleinen Fenster hinabsahen, erinnere mich auch noch, wie eifrig meine Mutter und Mr. Murdstone die Rosenhecke zwischen sich zu betrachten schienen, während sie daran entlangschlenderten, und wie Peggoty, die vorher in wahrer Engelslaune gewesen, plötzlich ganz ärgerlich wurde und mein Haar wütend gegen den Strich bürstete. Mr. Murdstone und ich waren bald unterwegs und trabten auf dem grünen Rasen über der Landstraße dahin. Er hielt mich leicht mit einem Arm, und ich glaube nicht, dass ich besonders unruhig war, aber ich konnte mich nicht enthalten, von Zeit zu Zeit den Kopf zu wenden und ihm ins Gesicht zu sehen. Er hatte eine Art seichter, schwarzer Augen, ich finde keinen besseren Ausdruck dafür, die, wenn sie nachsinnen, durch irgendeine sonderbare Lichtbrechung zu schielen scheinen. Verschiedene Male, wenn ich ihn ansah, bemerkte ich das mit einer Art Scheu und hätte gern gewusst, worüber er so tief nachdenke. Sein Haar und sein Bart waren in der Nähe noch schwärzer und dichter als ich geglaubt. Das starke Kinn und die schwarzen Punkte, die von dem sorgfältig rasierten Barte übrig blieben, erinnerten mich an eine Wachsfigur, die vor einem halben Jahr in unserer Gegend gezeigt worden war. Dieses, seine regelmäßigen Augenbrauen und das reiche Weiß, schwarz und braun seines Deins, verwünscht sei sein Dein und verwünscht sein Andenken, machten, dass ich ihn trotz meiner Abneigung für einen schönen Mann hielt. Ich zweifle nicht, dass meine arme liebe Mutter ganz derselben Meinung war. Wir gingen in ein Gasthaus am Meere, wo zwei Herren in einem Zimmer Zigarren rauchten. Jeder von ihnen lag auf mindestens vier Stühlen und hatte eine weite, zottige Jacke an. In einer Ecke lagen auf einem Haufen übereinander Röcke und Bootsmäntel und eine Flagge. Beide Herren richteten sich schwerfällig auf, als wir eintraten und riefen, »Hallo, Möchtung!«, »Murdstone, wir dachten schon, du wärst tot.« »Noch nicht«, sagte Mr. Murdstone. »Was ist das für ein Gelbschnabel?« fragte einer der Gentlemen und fasste mich am Arm. »Das ist Davy«, antwortete Mr. Murdstone. »Was für ein Davy?« fragte der Herr Jones. »Copperfield«, sagte Mr. Murdstone. »Was? »Der himmlischen Mrs. Copperfield Beigabe, der reizenden kleinen Witwe?« »Quinion«, sagte Mr. Murdstone. »Nimm dich in Acht. Man ist schlau.« »Wer denn?« fragte der Gentleman lachend. »Ich blickte rasch auf, denn ich hätte es auch gern gewusst.« »Bloß Brooks von Sheffield«, sagte Mr. Murdstone. »Ich fühlte mich ordentlich erleichtert, dass es bloß Brooks von Sheffield sei, denn anfangs hatte ich wirklich geglaubt, man meine mich.« »Mr. Brooks von Sheffield musste wohl jemand sehr Komisches sein, denn die beiden Gentlemen lachten herzlich, als sein Name fiel, und Mr. Murdstone war auch sehr belustigt.« Nach längerem Lachen sagte der Herr, der Quinion hieß, »und wie ist Mr. Brooks von Sheffield Meinung im Betreff des geplanten Geschäftes?« »Hm, ich weiß nicht, ob Brooks vor der Hand viel davon versteht, entgegnete Mr. Murdstone, aber ich glaube, im Allgemeinen ist er ihm nicht besonders günstig.« Darüber wurde noch viel mehr gelacht, und Mr. Quinion sagte, er wolle nach Sherry klingeln, um auf Brooks Gesundheit zu trinken. Das tat er dann, und als der Wein kam, gab er mir ein wenig davon und ein Biskuit, und bevor ich trank, stand er auf und sagte, »Verwirrung, komme über Brooks von Sheffield.« Der Toast wurde mit großem Beifall und so herzlichem Gelächter aufgenommen, dass ich selbst mitlachen musste, worüber sie dann noch mehr lachten. Kurz, es war sehr lustig. Wir gingen hierauf an den Klippen des Strandes spazieren und setzten uns ins Gras und schauten durch ein Ferndrohr. Ich konnte nicht sehen, als sie es mir vor das Auge hielten, behauptete, aber ich könnte es, und dann gingen wir zurück in das Haus, um zeitig zu Mittag zu essen. Während unseres Spazierganges rauchten die beiden Herren unaufhörlich, was sie, nach dem Geruch ihrer zottigen Röcke zu schließen, wohl seit dem ersten Tage angemacht haben mussten, seit sie sich vom Schneider bekommen hatten. Ich darf nicht vergessen, dass wir auch an Bord der Yacht gingen, wo sie alle drei in die Kajüte hinunterstiegen und sich eifrig mit verschiedenen Papieren beschäftigten. Ich sah sie angestrengt arbeiten, wenn ich durch das offene Lukenfenster hinunterblickte. Die ganze Zeit über ließen sie mich in Gesellschaft eines sehr netten Mannes mit einem großen Kopf voll roter Haare und einem sehr kleinen, lackierten Hut. Er hatte ein bunt gestreiftes Hemd an, mit dem Worte »Feldlerche« in großen Buchstaben quer über der Brust. Ich dachte, es sei sein Name, und er schreibe ihn auf die Brust, weil er auf dem Schiff wohnte und kein Haustor hatte, worauf er ihn hätte anschlagen können. Als ich ihn aber »Mister Feldlerche« nannte, sagte er »Das Schiff« heiße so. Den ganzen Tag über bemerkte ich, dass Mister Murdstone ernster und verschlossener war als die beiden anderen Herren. Diese waren sehr lustig und ungezwungen und scherzten miteinander, aber selten mit ihm. Er kam mir gescheiter und kühler vor als Sie, und Sie mochten ziemlich meiner Meinung sein. Ich bemerkte nämlich, dass Mister Quinian ein oder zweimal, wenn er sprach, Mister Murdstone von der Seite ansau, wie um sich zu überzeugen, ob ihm nicht irgendetwas missfühle, und dass er einmal als Mister Pasnitzsch, der andere Herr, besonders ausgelassen war, diesem auf den Fuß trat, und ihm heimlich mit den Augen zuwinkte, auf Mister Murdstone zu achten, der stumm und verdrossen dasaß. Ich erinnere mich auch nicht, dass Mister Murdstone den ganzen Tag über einmal gelacht hätte, außer über den Sheffield-Witz, den er übrigens selber gemacht hatte. Wir gingen abends zeitig nach Hause. Es war ein sehr schöner Abend, und meine Mutter und Mister Murdstone gingen wieder an der Rosenhecke auf und ab, während ich hineingeschickt wurde, um einen Tee zu trinken. Als er weggegangen war, fragte mich meine Mutter aus über die Tageserlebnisse. Ich erzählte, was sie über sie geäußert hatten, und sie lachte und sagte, es seien unverschämte Burschen, die Unsinn schwatzen. Aber ich merkte ganz gut, dass es ihr gefiel. So genau, wie ich es jetzt weiß. Ich benutzte die Gelegenheit, sie zu fragen, ob sie einen gewissen Brucks aus Sheffield kenne. Sie erwiderte, nein, aber es müsse ein Messer- oder Gabelfabrikant sein. Kann ich von ihrem Gesicht, so sehr es später sich veränderte, so verblüht ich es weiß, sagen, es sei nicht mehr, wenn es hier in diesem Augenblick so deutlich mir vor Augen tritt wie jedes beliebige Gesicht, das auf belebter Straße an mir vorbeigeht? Kann ich von ihrer unschuldvollen, mädchenhaften Schönheit sagen, sie sah verwelkt und dahin, wenn ihr Atem jetzt meine Wange berührt, wie er es an jenem Abend tat? Kann ich sagen, sie habe sich jemals verändert, wenn meine Erinnerungen sie nur mit diesen Zügen ins Leben zurückrufen? Ich schildere sie genauso, wie sie war, als ich nach dieser Unterhaltung zu Bett gegangen und sie zu mir kam, um mir gute Nacht zu sagen. Sie kniete neben meinem Bett nieder, legte ihr Kinn auf ihre Hände und fragte lachend, »Was sagten Sie, David? Sag es noch einmal, ich kann's nicht glauben.« »Der himmlischen«, fing ich an, sie legte mir die Hand auf den Mund, »himmlisch gewiss nicht«, sagte sie lachend, »himmlisch kann es nicht gewesen sein, Davy. Jetzt weiß ich's, dass es nicht wahr ist.« »Doch, der himmlischen Mrs. Copperfield«, wiederholte ich standhaft, »und der reizenden«, »nein, nein, reizend gewiss nicht, nicht reizend«, unterbrach mich meine Mutter und legte mir wieder die Finger auf die Lippen. »Ja, es war so, der reizenden kleinen Witwe.« »Was für närrische, unverschämte Menschen«, rief meine Mutter halb lachend und bedeckte ihr Gesicht, »was für alberne Burschen nicht wahr, mein lieber Davy.« »Jawohl, Mama«, »sagt Pegotti nichts, sie könnte böse werden, ich bin auch sehr böse darüber, aber es ist besser, Pegotti erfährt nichts davon.« »Ich versprach es natürlich, und wir küßten uns noch viele Male, und bald lag ich in festem Schlaf.« Nach der langen, inzwischen vergangenen Zeit kommt es mir jetzt so vor, als ob mir bereits am Tage darauf Pegotti den sonderbaren Vorschlag machte, von dem ich sogleich erzählen will, aber wahrscheinlich lagen zwei Monate dazwischen. Wir saßen wieder eines Abends, als meine Mutter auf Besuch war, in Gesellschaft des Strumpfes, des Ellenmaßes, des Wachsstückchens, des Kassens mit der St. Paulskirche und des Krokodilbuchs beisammen. Pegotti und ich, als sie, nachdem sie mich mehrmals angeblickt und den Mund aufgerissen, als wollte sie sprechen, ich hielt es für bloßes Gähnen, sonst hätte es mich beunruhigt. Endlich mit einschmeichelnder Stimme sagte, »Master Davy, wie wäre es, wenn du mit mir auf vierzehn Tage meinen Bruder Jarmuth besuchtest? Wär das nicht fein?« »Ist dein Bruder ein angenehmer Mann?« fragte ich vorsichtig. »Oh, was für ein angenehmer Mann«, rief Pegotti und streckte die Hände in die Höhe, »und dann ist das Meer da und die Boote und die Schiffe und der Strand und Ham zum Spielen.« Ham war Pegottis Neffe wie bekannt. Ich war ganz aufgeregt über die in Aussicht gestellten Freuden von Jarmuth und erwiderte, dass es freilich herrlich sein müsste, aber was wohl die Mutter dazu sagen würde. »Ich möchte einige Nähe wetten, dass sie uns die Erlaubnis dazu gibt. Wenn du willst, frage ich sie, sobald sie nach Hause kommt. Abgemacht?« »Aber was wird sie anfangen, wenn wir fort sind?« fragte ich und legte meine Ellbogen auf den Tisch, um die Sache gründlich zu besprechen. »Sie kann doch nicht allein bleiben.« Wenn Pegotti ganz plötzlich jetzt nach einem Loche in der Strumpfverse spähte, muss es wahrhaftig ganz klein und des Stopfens nicht wert gewesen sein. »Pegotti, hör doch, sie kann doch nicht allein bleiben.« »Ach Gott, richtig«, sagte Pegotti und sah mich endlich wieder an. »Weißt du es noch nicht?« »Sie geht auf vierzehn Tage zu Besuch, zu Mrs. Graper.« »Mrs. Graper bekommt eine Menge Gäste.« Da die Sache so stand, war ich ganz bereit zur Reise. Größter Ungeduld erwartete ich, bis meine Mutter von Mrs. Graper, unserer Nachbarin, nach Hause kam, um sie zu fragen, ob sie mit dem großen Plane einverstanden sei. Gar nicht so überrascht, wie ich vermutet hatte, ging meine Mutter bereitwillig darauf ein, und die Sache wurde an diesem Abend noch abgemacht und Wohnung und Kost für mich für die vierzehn Tage bezahlt. Der Tag unserer Abreise kam bald heran, er war so nahe angesetzt, dass er selbst für mich bald kam, wo ich doch förmlich vor Erwartung fieberte und immer fürchtete, ein Erdbeben oder ein Feuerspeier, der Berg oder eine andere große Katastrophe könnte alles hinausschieben. »Wir sollten mit einem Fuhrmann reisen, der diesen Morgen nach dem Frühstück aufbrach. Ich würde etwas darum gegeben haben, wenn man mir erlaubt hätte, mich schon über Nacht in den Mantel zu wickeln und mit Hut und Stiefeln schlafen zu dürfen. Es erschüttert mich jetzt noch, wenn ich es so leichtchen erzähle und bedenke, wie ungeduldig ich mich von dem glücklichen Heim wegsehnte, ohne zu ahnen, was ich für immer verließ. Es entsteht eine frohe Erinnerung vor mir, als der Wagen vor der Türe hielt und meine Mutter mich küßte, und ich freue mich, dass ich vor zärtlicher Liebe zu ihr und dem alten Hause, das ich noch nie verlassen, weinen musste, freue mich über die Erinnerung, dass auch meine Mutter weinte und ich ihr Herz an meinem Schlagen fühlte. Und als der Wagen davon fuhr, da kam meine Mutter noch einmal zur Gartentür heraus und ließ halten, um mich noch einmal zu küssen. Ich verweile gern in Gedanken bei der Innigkeit und Liebe, mit der sie mir ins Gesicht blickte und mir noch einen letzten Abschiedskuss gab. Als sie mitten auf der Straße stand und uns nachsah, trat Mr. Murdstone zu ihr und schien ihr Vorstellungen wegen ihrer großen Rührung zu machen. Ich sah um die Wagenblache herum zurück und war noch nicht klar darüber, was ihnen denn eigentlich die ganze Sache anginge. Pegody, die auf der anderen Seite herausschaute, schien nichts weniger als zufrieden zu sein, wie ihr Gesicht verriet, als sie den Kopf wieder zurückzog. Ich saß eine Zeit lang stumm neben ihr, in Träumerei versunken, über die Lösung der Frage, ob ich, ähnlich wie der Däumling im Märchen, wohl imstande sein würde, mit Hilfe ihrer Knöpfe wieder heimzufinden. Ende des zweiten Kapitels Drittes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 3 Eine Veränderung Das Pferd des Fuhrmanns war das faulste Pferd der Welt, kam mir vor. Es trottete mit gesenktem Kopf die Straße entlang, als gefiele es ihm, die Leute, denen es Pakete brachte, möglichst lange warten zu lassen. Ich bildete mir ein, es manchmal deutlich kichern gehört zu haben, aber man sagte mir, es hätte bloß Husten. Der Fuhrmann ließ ebenfalls den Kopf hängen wie sein Gaul und nickte schläfrig beim Kutschieren, die Arme auf das Knie gestützt. Ich sage, Kutschieren, aber es scheint mir, der Wagen wäre ebenso gut ohne ihn nach Jarmuth gekommen, denn das Pferd besorgte es ganz allein, und was die Unterhaltung betrifft, so konnte er nichts als pfeifen. Pegotti hatte einen Korb mit Esswaren auf dem Knie, die reichlich bis London gelenkt hätten. Wir aßen viel und schliefen viel. Pegotti schlief immer mit dem Kinn auf dem Korbhenkel, den sie nie losließ. Ich würde es nie geglaubt haben, wenn ich es nicht selbst gehört hätte, dass ein einziges schutzloses Weib so viel zusammenschnarchen könne. Wir machten Umwege und brachten so lange Zeit damit zu, eine Bettstelle in einem Wirtshaus abzugeben und an verschiedenen Orten vorzusprechen, dass ich ganz müde und sehr froh war, als Jarmuth in Sicht kam. Es sähe schwammig und vollgesogen aus, meinte ich, als ich meine Augen über die große, langweilige Einöde jenseits des Flusses schweifen ließ. Ich konnte mir nicht helfen, aber ich staunte, wie das Geografiebuch behaupten konnte, die Welt sei wirklich so rund, wenn ein Teil derselben so flach war. Dann überlegte ich mir, dass Jarmuth möglicherweise an einem der beiden Pole liegen könnte, und gab mich mit dieser Erklärung zufrieden. Als wir etwas näher kamen und die ganze Landschaft wie eine gerade, niedrige Linie unter dem Himmel liegen sahen, bemerkte ich zu Peggotty, dass ein kleiner Hügel unter dergleichen verschönernd wirken müsste, und dass es hübscher wäre, wenn das Land etwas deutlicher von der See geschieden und die Stadt und die Flue nicht so sehr untereinander gemischt wie Mehl und Wasser sein würden. Aber Peggotty sagte mir mit größerem Nachdruck als gewöhnlich, dass wir die Dinge eben nehmen müssten, wie wir sie fänden, und dass sie ihrerseits stolz sei, ein Hering von Jarmuth zu sein. Als wir in die Straße einbogen und den Fisch, Pech, Werk und Teergeruch eingesogen und die Seeleute umhergehen und die Karren über die Steine schwanken sahen, fühlte ich, dass ich einem so geschäftigen Orte Unrecht getan hatte. Ich gestand es Peggotty ein, die meine Ausdrücke des Entzückens sehr wohlgefällig aufnahm und mir sagte, es sei allgemein bekannt, wahrscheinlich unter denen, die das große Glück haben, geborene Jarmuth-Heringe zu sein, dass Jarmuth überhaupt die schönste Stadt der Erde sei. »Da ist mein Ham«, schrie sie plötzlich auf, »in Gelehrsamkeit aufgewachsen.« »Wirklich«, erwartete Ham uns beim Gasthause, und erkundigte sich nach meinem Befinden wie ein alter Bekannter. »Anfangs schien es mir nicht, als ob ich ihn so gut kenne, wie er mich, weil er seit der Nacht, als ich geboren wurde, nicht in unser Haus gekommen war.« Begreiflicherweise hatte er in dieser Hinsicht einen Vorsprung vor mir, aber unsere Vertraulichkeit wuchs sehr, als er mich auf den Rücken nahm und nach Hause trug. Er war jetzt ein großer, starker Bursche von sechs Fuß Höhe, entsprechender Breite und massiven Schultern, aber mit einem dungen, jungen Gesicht und krausem, hellem Haar, das ihn etwas scharfartig aussehen machte. Sein Anzug bestand aus einer Segeltuchjacke und einem Paar so steifer Hosen, dass sie ganz allein hätten aufrecht stehen können. Dass er einen Hut trüge, hätte niemand zurecht behaupten dürfen. Es schien eher ein altes Haus mit ein wenig Pech darauf zu sein. Heim trug mich auf dem Rücken und unsere kleine Schachtel unter dem Arm, während Pegody einen Handkoffer schleppte. So gingen wir durch schmale Gässchen, die mit Abfall von Zimmerholz und kleinen Sandhäuschen bedeckt waren, an Gasanstalten, Seilerstätten und Werften, wo Schiffe und Boote gebaut, zerlegt, kalfatert und aufgetakelt wurden, an Schmieden und Kalköfen vorbei, bis wir auf die öde Fläche kamen, die ich schon von Weitem gesehen hatte. Da rief him, »Dat's unser Hus, Master Davy!« Ich sah mich nach allen Seiten um und ließ meine Augen über die öde Ebene, über das Meer und den Fluss hinschweifen, aber nirgends konnte ich ein Haus entdecken. Nicht weit von uns, auf einer kleinen Anhöhe, erblickte ich wohl ein schwarzes Boot, eine Art ausgedienter Barke, aus dem ein Stück eisernes Rohr als Schornstein herausragte und sehr gemütlich rauchte, aber sonst war nichts da, was nach einer Wohnung ausgesehen hätte. »Es ist doch nicht das, dort«, fragte ich, »das Ding, das wie ein Schiff aussieht.« »Tiewohl, Master Davy«, antwortete Hamm. »Ich glaube, wenn es Aladins Palast gewesen wäre oder das Ei des Vogels Rock, hätte ich nicht entzückter sein können, als über den romantischen Gedanken hier wohnen zu dürfen. In die Seitenwand war eine köstliche Tür geschnitten, mit einem Dach darüber, und kleine Fenster sahen heraus, aber der wunderbarste Reiz lag für mich darin, »das es ein wirkliches Boot war, das gewiß hundertmal auf dem Wasser geschwommen und niemals dazu bestimmt gewesen war, auf festem Lande zur Wohnung zu dienen.« »Das fesselte mich ganz und gar.« »Wenn es jemals von Anfang an hätte ein Haus sein sollen, würde es mir vielleicht klein oder unbequem oder einsam vorgekommen sein.« So aber erschien es mir vollkommen in jeder Art. Innen war alles außerordentlich reinlich und so hübsch wie möglich. Ein Tisch und eine Schwarzwälder Wanduhr und eine Kommode, und auf der Kommode stand ein Teebrett, darauf war eine Dame mit einem Sonnenschirm gemalt, und neben ihr spazierte ein militärisch aussehendes Kind mit einem Reifen. Das Teebrett wurde durch eine Bibel am Herunterfallen gehindert und hätte, wenn es abgerutscht wäre, eine Menge Tassen und eine Teekanne, die alle um das Buch herumstanden, zerschlagen. An der Wand hingen ein paar roh gemalte Bilder aus der Heiligen Schrift, wie ich sie seitdem nie in Trödelläden sehen kann, ohne dass nicht sofort das ganze Innere des Hauses klar vor meinen Augen steht. Ein roter Abraham, im Begriffe einen blauen Isaac zu opfern, und ein Daniel in gelb unter grüne Löwen geworfen, stachen am meisten hervor. Über dem Kamin Sims hing ein Bild des Lookers Sarah Jane in Sunderland gebaut, mit einem wirklichen kleinen, hölzernen Schiffshinterteil daran, ein Kunstwerk. Das Gemälde und Zimmermanns Arbeit vereinigt zeigte, um mir als eines der neidenswertesten Besitztümer der Welt erschien. Im Deckbalken staken ein paar Haken, deren Bestimmung mir rätselhaft war, und einige Schiffskisten und Koffer standen umher und dienten als Stühle. Dies alles übersah ich auf den ersten Blick, wie es nach meiner Ansicht Kinder zu tun pflegen, dann öffnete Pegotti eine kleine Tür und zeigte mir mein Schlafzimmer. Es war das vollkommenste und wünschenswerteste Schlafzimmer, das ich jemals gesehen habe, im Hinterteil des Schiffes, mit einem kleinen Fenster, da, wo früher das Steuer durchgegangen, mit einem kleinen Spiegel, gerade in der rechten Höhe für mich an die Wand genagelt und mit Austernschalen eingerahmt, einem kleinen Bett und gerade genug Platz davor, um hinaussteigen zu können, und einem Strauß von Seegras in einem blauen Krug auf dem Tisch. Die Wände waren so weißgetünkt wie Milch, die Bettdecke, aus Flecken kunterbunt zusammengesetzt, blendete meine Augen fast durch ihre Farbenpracht. Ganz besonders gefiel mir in diesem herrlichen Hause der Fischgeruch, der so durchdringend war, dass mein Taschentuch, als ich es einmal herauszog, gerade so roch, als ob ein Hummer darin eingewickelt gewesen wäre. Als ich diese Entdeckung Pegotti anvertraute, belehrte sie mich, dass ihr Bruder mit Hummern, Krabben und Krebsen handelte. Später fand ich heraus, dass ein Haufen dieser Geschöpfe in wunderbarer Verknäulung, in der sie nicht wieder losließen, was sie einmal mit ihren Scheren gefasst hatten, draußen in einem kleinen, hölzernen Schuppen, in dem Töpfe und Kessel hingen, aufbewahrt wurden. Eine sehr höfliche Frau mit weißer Schürze, die ich schon draußen in der Türe hatte knicksen sehen, als ich auf Hams Rücken noch eine Viertelmeile vom Hause entfernt war, empfing uns. Desgleichen ein sehr schönes, kleines Mädchen, so kam sie mir wenigstens vor, mit einem Halsband aus blauen Glasperlen. Die Kleine ließ sich nicht küssen, als ich sie dazu aufforderte, sondern rannte fort und versteckte sich. Später, als wir ein prächtiges Mittagessen, bestehend aus gekochten Fischen, geschmolzener Butter und Kartoffeln, sowie einer Hammelrippe für mich, zu uns genommen hatten, kam ein stark behaarter Mann mit sehr gutmütigem Gesicht nach Hause. Er nannte Pegotty Mädchen und gab ihr einen herzhaften Schmatz auf die Wange, woraus sich bei der sonstigen Züchtigkeit ihres Wesens schloß, dass es ihr Bruder sein müsse. Er war es auch und wurde mir als Mr. Pegotty, der Herr des Hauses, vorgestellt. »Freut mich, Sie zu sehen, Sir«, sagte Mr. Pegotty, »werden uns rau finden, aber stets bereit.« Ich dankte ihm und gab zur Antwort, dass ich mich an einem so angenehmen Orte gewiss wohl befinden würde. »Wel geizt du who, Sir«, fragte Mr. Pegotty, plötzlich in seinen Schifferdialekt verfallen, »haben Sie Ihre Mama frisch und munter verlassen?« Ich teilte Mr. Pegotty mit, dass sie so munter und frisch sei, wie ich nur wünschen könnte, und dass sie sich ihm empfehlen ließe, was eine kleine höfliche Lüge meinerseits war. »Ick bin er sehr verbunnen,« antwortete Mr. Pegotty, »wenn seid hierfort ein Tag hutholen könnt, mit der da«, er nickte seiner Schwester zu, »und Hem und Ludemley sind wie stolz ob Ergesellschaft.« Nachdem Mr. Pegotty in so gastfreundlicher Weise die Honneurs seines Hauses gemacht hatte, ging er, mit der Bemerkung, »kaltes Wasser richte gegen Dreck nichts aus«, hinaus, um sich warm zu waschen. Er kehrte bald zurück und sah viel besser aus, aber so gerötet, dass ich mich des Gedankens nicht erwehren konnte, sein Gesicht habe mit den Hummern und Krebsen das gemein, dass es schwarz in das warme Wasser hinein und rot wieder herauskomme. Als nach dem Tee die Tür fest zugemacht war, denn die Nächte waren kalt und neblig, erschien mir das Haus als die prächtigste Unterkunft, die menschliche Einbildungskraft ersinnen kann. Den Wind draußen auf dem Meer brausend zu hören, zu wissen, dass der Nebel sich über die trostlose Ebene ausbreitete, in das Feuer zu sehen und zu denken, dass kein Haus weit und breit außer diesem da sei, und dass dieses eine ein Schiff war, wirkte wie Zauberei. Emily hatte ihre Scheu überwunden und saß neben mir auf der niedrigsten und kleinsten der Schiffskisten, die, gerade groß genug für uns beide, genau in die Ofenecke passte. Mrs. Pegoddy in ihrer weißen Schürze strickte auf der anderen Seite des Feuers. Pegoddy selbst war bei ihrer Arbeit ebenso zu Hause, wie mit der St. Paulskirche und dem Stückchen Wachslicht, als hätte sie nie eine andere Wohnung gekannt. Ham versuchte mit schmutzigen Karten wahrzusagen und prägte jeden Blatt, dass er aufschlug, die fischigen Abdrücke seines Daumens auf. Mr. Pegoddy rauchte seine Pfeife. Ich fühlte die Zeit zu vertraulicher Unterhaltung gekommen. »Mr. Pegoddy, Sir, haben Sie Ihren Sohn Ham genannt, weil er in einer Art Arche wohnt?« Mr. Pegoddy schien das für einen tiefsinnigen Gedanken zu halten und antwortete, »Nein, Sir, ich heben nie keinen Namen nicht geben.« »Wer hat ihm denn diesen Namen gegeben,« verstehe ich, Frage Nummer zwei aus dem Katechismus, Mr. Pegoddy vorliegend. »Nun, Sir, sein Vater hätte ihm den Namen geben,« sagte Mr. Pegoddy. »Ich dachte, Sie wären sein Vater.« »Min Bruder Joe war sein Vater.« »Tot, Mr. Pegoddy?« fragte ich nach einer respektvollen Pause. »Ertrunken«, sagte Mr. Pegoddy. »Ich war sehr erstaunt, dass Mr. Pegoddy nicht Hams Vater war und hätte gern Genaues über seine Verwandtschaft zu den anderen Anwesenden gekannt. Ich brannte so darauf, dass ich beschloss, es herauszukriegen.« »Die kleine Emily«, sagte ich mit einem Blick auf das Mädchen, »Sie ist Ihre Tochter, nicht wahr, Mr. Pegoddy?« »Nein, Sir, mein Schwager Tom war Ihr Vater.« »Ich konnte mich nicht zurückhalten.« »Tot, Mr. Pegoddy?« fragte ich zögernd, wieder nach einer vorsichtigen Pause. »Ertrunken«, sagte Mr. Pegoddy. Ich fühlte die Schwierigkeit der Sachlage, aber es war noch nicht alles ergründet, und so musste ich weiter forschen. »Haben Sie keine Kinder, Mr. Pegoddy?« »Nein, Master«, antwortete er mit kurzem Lachen, »eg bin ein Junggesell.« »Junggesell?« fragte ich, ganz verwundert. »Wer ist denn das, Mr. Pegoddy?« Und ich wies auf die Frau mit der weißen Schürze. »Das ist Mrs. Gummidge.« »Gummidge, Mr. Pegoddy?« Aber hier machte Pegoddy, ich meine meine eigene Pegoddy, so deutliche Gebärden, ich solle nicht weiter fragen, dass ich nichts mehr tun konnte, als die schweigsame Gesellschaft ansehen, bis es Zeit war, zu Bett zu gehen. Dann, in der Zurückgezogenheit meiner eigenen kleinen Kabine teilte sie mir mit, dass Ham und Emily beide Weisen seien, die ihr Bruder in frühester Kindheit zu sich genommen hatte, und dass Mrs. Gummidge die Witwe seines ehemaligen Bootteilhabers sei, der sehr arm gestorben war. Pegoddy selbst sei nur ein armer Mann, aber echt wie Gold und treu wie Stahl. Das waren meiner Kindsfrau eigene Vergleiche. Das Einzige, sagte sie mir, worüber er je heftig werden könnte bis zum Fluchen, wenn man auf sein gutes Herz anspiele. Wenn man nur davon spräche, schlüge er so furchtbar auf den Tisch, er hätte ihn bei einer solchen Gelegenheit oft schon zerbrochen, und schwüre einen entsetzlichen Eid, dass er Gormitt sein wolle, wenn er nicht in die weite Welt ginge, sobald noch jemand davon anfinge. Auf meine Nachfragen stellte sich heraus, dass niemand wusste, was unter diesem schrecklichen Worte Gormitt zu verstehen sei, aber alle stimmten darin überein, dass es ein höchst feierlicher Schwur wäre. Ich war natürlich sehr gerührt von der Gutherzigkeit meines Wirtes und hörte in einer sehr behaglichen Gemütsstimmung, die durch meine Schläfrigkeit noch vermehrt wurde, wie die weibliche Hälfte der Bewohnerschaft in einer zweiten kleinen Kajüte am anderen Ende des Schiffes zu Bett ging und wie er und Ham für sich zwei Hängematten an den früher erwähnten Haken in den Deckenbalken befestigte. Während der Schlaf mich allmählich überwältigte, hörte ich draußen auf dem Meer den Wind so heulen und so gewaltig über die Einöde hinbrausen, dass mich halb im Traum die Furcht überkam, das Meer könnte während der Nacht das Land überfluten. Aber ich beruhigte mich damit, dass ich doch in einem Schiff wohnte und dass Mr. Peggotty keine üble Person an Bord sei, wenn etwas geschehen sollte. Aber es passierte nichts Schlimmeres, als dass der Morgen kam. Sobald seine Strahlen auf den Austernschalenrahmen meines Spiegels warf, war ich aus dem Bette und mit der kleinen Emily draußen am Strand und suchte Muscheln. »Du bist gewiss schon ein vollenderter Seemann«, sagte ich zu Emily. Ich glaubte selbst nicht, was ich sagte, aber ich hielt es für galant, etwas derartiges zu äußern, und ein schimmerndes Segel dicht neben uns spiegelte sich so hübsch in ihrem hellen Auge, dass mir diese Worte gerade einfielen. »Nein«, antwortete Emily und schüttelte den Kopf, »ich habe Angst vor dem Meere.« »Angst«, sagte ich und machte selbst ein kühnes Gesicht und sah mutig auf dem mächtigen Ozean hinaus. »Ich nicht.« »Oh, es ist sehr grausam«, sagte Emily, »ich habe es sehr grausam gesehen gegen unsere Leute. Ich habe gesehen, wie ein Schiff so groß wie unser Haus in lauter Stücke zerbrach.« »Das war doch hoffentlich nicht das Schiff, das...« »In dem Vater ertrank«, fragte Emily. »Nein, das nicht. Das habe ich nicht gesehen.« »Auch ihn nicht?« »Fragte ich.« »Die kleine Emily schüttelte den Kopf.« »Kann mich nicht erinnern.« »Hier lag ein Fall vor, wie der meine.« »Ich erging mich sogleich in Erzählungen, daß auch ich meinen Vater niemals gesehen hätte, und wie meine Mutter und ich stets allein in der größten Zufriedenheit gelebt, die man sich denken könne, und noch so lebten und immer so leben wollten, und das meines Vaters Grab auf dem Kirchhof nicht weit von unserem Hause läge.« »Beschattet von einem Baum, unter dessen Zweigen ich an manchem schönen Morgen dem Gesang der Vögel gelauscht hätte.« »Aber zwischen Emlys Weisenschaft und meiner bestand doch noch ein kleiner Unterschied.« »Sie hatte ihre Mutter vor dem Vater verloren, und ihres Vaters Grab kannte niemand.« »Sie wußte nur, daß er irgendwo in den Tiefen des Meeres ruhte.« »Und dann,« sagte Emly, während sie nach Muscheln und Kieseln ausschaute, »war dein Vater ein Gentleman und deine Mutter eine Lady.« »Mein Vater war nur ein Fischer, und meine Mutter eine Fischerstochter, und mein Onkel Dan ist ein Fischer.« »Dan ist Mr. Peggotty, nicht wahr?«, fragte ich. »Onkel Dan, dort«, antwortete Emly und nickte nach dem Schiffe hin. »Ja, den meine ich. Er muß sehr gut sein, nicht?« »Gut. Wenn ich ja mal eine Lady werden sollte, schenke ich ihm einen himmelblauen Rock mit diamantenen Knöpfen, Nanking-Hosen, eine rote Samtweste, einen Federhut, eine große goldene Uhr, eine silberne Pfeife und einen Koffer voll Geld.« »Ich sagte, ich sei überzeugt, dass Mr. Peggotty alle diese Schätze wohl verdiene. Ich muß gestehen, dass es mir schwer fiel, mir ihn in ruhigem Behagen in dem Anzuge vorzustellen, den seine dankbare kleine Nichte ihm zudachte. Besonders hatte ich so meine Bedenken wegen des Federhuts, aber ich behielte sie Gedanken für mich. Die kleine Emly hatte in ihrer Beschäftigung innegehalten und zum Himmel aufgeblickt bei der Aufzählung aller dieser Gegenstände, als wären sie eine Vision. Dann fingen wir wieder an, Muscheln und Kieseln zu suchen. »Du möchtest wohl gern eine Lady sein?« fragte ich. Emly sah mich an, lachte und nickte. »Ja?« »Das möchte ich wohl gern. Wir würden dann alle vornehme Leute sein, ich und der Onkel und Ham und Mrs. Gummidge. Es wäre uns gleich, wenn es stürmte. Unsertwegen, meine ich. Wegen der armen Fischer wäre es uns nicht gleich. Und wir würden ihnen Geld geben, wenn sie zu Schaden kämen. Das erschien mir als ein befriedigendes und daher durchaus nicht unwahrscheinliches Bild. Ich drückte meine Freude darüber aus, und das ermutigte Emly zu der schüchternen Frage. »Glaubst du jetzt, dass du Angst vor dem Meere hast?« Die See war in diesem Augenblick zu ruhig, um ihr Besorgnis einzuflößen, aber ich bin überzeugt, wenn nur eine mäßig große Welle dahergebraust gekommen wäre, Ich hätte mich bei dem schrecklichen Gedanken an Emlys verdrunkene Verwandten sofort davon gemacht. Für alle Fälle sagte ich Nein und fügte hinzu, »Du scheinst dich auch nicht so sehr davor zu fürchten, wie du sagst.« Sie ging am Rande eines alten, hölzernen Havendamms, daß ich Angst hatte, sie könnte hinunterfallen. »So fürchte ich mich nicht«, sagte sie, »aber ich bleibe wach, wenn es stürmt, und denke mit Zittern und Angst an Onkel Dan und Hem, und immer kommt es mir vor, als ob sie um Hilfe riefen. Deshalb möchte ich gern eine Lady sein. Aber so fürchte ich mich nicht, nicht ein bisschen. Schau mal her«, sie rannte von mir weg und lief einen gekehrten Balken entlang, der ohne Geländer ziemlich hoch über das Meer hinausragte. So deutlich steht der Vorfall noch vor meinem Gedächtnis, dass ich es malen könnte, wäre ich ein Zeichner, wie die kleine Emily ihrem Untergang, so erschien es mir, mit einem weit auf das Meer hinausgerichteten Blick, den ich nie vergessen habe, entgegen eilte. Ihre leichte, kühne, flatternde kleine Gestalt kehrte um und gelangte wieder glücklich bis zu mir, und bald lachte ich über meine Angst und den Schrei, den ich in jedem Falle ganz nutzlos, deswar niemand in der Nähe, ausgestoßen hatte. Oft noch später habe ich darüber nachgesonnen, konnte es nicht vielleicht eine von den uns verborgenen Möglichkeiten gewesen sein, dass der plötzlichen Tollheit des Kindes eine Verlockung zur Gefahr, ein unhörbarer Ruf ihres toten Vaters zugrunde lag, der an jenem Tage barmherzig ihr Leben enden wollte. Es kam einmal eine Zeit, wo ich mich fragte, ob ich damals einen Finger zu ihrer Rettung hätte rühren sollen, wenn sich mir ihr späteres Leben in einem Blick geoffenbart hätte. Es kam einmal eine Zeit, wo ich mir einen Augenblick die Frage vorgelegt habe, würde es nicht besser für die kleine Emily gewesen sein, wenn das Meer sie an diesem Morgen vor meinen Augen verschlungen hätte. Wir schlenderten noch eine Weile spazieren und lasen Dinge auf, die uns merkwürdig vorkamen, und setzten ganz sorgsam ein paar gestrandete Seesterne wieder ins Wasser – ich kenne diese Lebensgewohnheiten der Tiere zu wenig, um zu wissen, ob wir ihnen damit einen Gefallen taten – und kehrten dann nach Mr. Pagottys Wohnung zurück. Unter dem Schatten des Schuppens, wo die Krebse lagen, blieben wir stehen, gaben uns einen unschuldigen Kuss und gingen vor Gesundheit und Freude strahlend hinein zum Frühstück. »Wie zwei Amseln«, sagte Mr. Pagottys, und ich nahm das als Kompliment auf. Natürlich war ich in die kleine Emily verliebt, ich bin überzeugt, ich liebte das Kind so wahrhaftig, so zärtlich und reiner und selbstloser, als man selbst im besten Fall in späteren Zeiten lieben kann. Ich weiß, dass meine Fantasie dies blauäugige Kind mit einem Glorienschein umwob, der einen wahren Engel aus ihm machte. Wenn Emily an einem sonnigen Morgen mit einem paar kleinen Schwingen vor meinen Augen weggeflogen wäre, so glaube ich kaum, dass ich darin etwas Außergewöhnliches gesehen hätte.« Stundenlang gingen wir auf der öden Fläche um Yarmouth in Liebe der Eintracht spazieren. Die Tage eilten an uns vorüber, als ob die Zeit selbst noch ein Kind wäre und immer mit uns spielte. »Ich sagte Emily, dass ich sie anbetete, und wenn sie nicht gestünde, dass sie mich ebenfalls anbetete, so müsste ich mich mit einem Schwert selber töten.« Und sie sagte, sie liebte mich, und ich zweifle nicht, dass es so gewesen war. An Ungleichheit und zu große Jugend oder andere Schwierigkeiten dachten wir nicht, denn über die Zukunft zerbrachen wir uns nicht den Kopf. Wir waren ein Gegenstand der Bewunderung für Mrs. Gummitsch und Peggottie, die sich abends, wenn wir so zärtlich auf der Schiffskiste saßen, zuflüsterten, »Oh Gott, ist das ein hübsches Paar!« Hinter seiner Pfeife hervor lächelte uns Mr. Peggottie an. Ham grinste den ganzen Abend und tat sonst nichts. Ich bemerkte bald, dass sich Mrs. Gummitsch nicht immer so angenehm machte, als man nach den Verhältnissen, unter denen sie bei Mr. Peggottie wohnte, hätte erwarten dürfen. Sie war etwas empfindlicher Natur und jammerte oft mehr, als für die anderen Mitglieder eines so kleinen Haushalts angenehm war. Sie tat mir wohl sehr leid, aber es gab Augenblicke, wo ich dachte, dass es wohl besser wäre, wenn sie sich in ihr eigenes Zimmer zurückziehen wollte, um sich ihrem Schmerz zu überlassen. Mr. Peggottie ging manchmal in ein Wirtshaus, das den Namen »Der gute Vorsatz« führte. Ich merkte es an seiner Abwesenheit bereits am zweiten oder dritten Tag meines Besuchs und daran, dass Mrs. Gummitsch zwischen acht und neun Uhr immer nach der Schwarzwälder Uhr hinauf sah und sagte, er sei dort, und sie habe es bereits am Morgen vorausgesehen. Sie war schon den ganzen Tag sehr trüb gestimmt gewesen und in Tränen ausgebrochen, als der Ofen rauchte. »Ich bin ein armes, verlassenes Wesen«, hatte sie dabei gesagt, »und alles geht mir die Quere.« »Ach, es wird ja bald vorbei sein«, hatte Peggottie, meine nämlich gesagt, »und außerdem ist es dir auch nicht unangenehmer als uns.« »Ich fühle es mehr«, hatte Mrs. Gummitsch geantwortet. Es war ein kalter Tag, und der Wind wehte scharf und heftig. Mrs. Gummitsches Ecke am Ofen schien mir die wärmste und gemütlichste in der Stube zu sein, und ihr Stuhl war sicherlich der bequemste, aber sie befand sich heute nicht wohl darin. Sie jammerte beständig über die Kälte, dass es ihr immer in den Rücken bliese, und endlich vergoss sie Tränen und sagte wieder, sie seien armes, verlassenes Wesen, und alles ginge ihr der Quere. »Es ist recht kalt«, bestätigte Peggottie, »das fühlt gewiss jeder.« »Ich fühle es mehr als andere Leute«, klagte Mrs. Gummitsch. Ebenso war es bei Tisch, wo Mrs. Gummitsch immer unmittelbar nach mir dran kam, weil ich als vornehmer Gast den Vorzug hatte. Die Fische waren klein und mager und die Kartoffeln ein wenig angebrannt. Wir gaben alle zu, dass es nicht besonders angenehm sei, Aber Mrs. Gummitsch sagte, sie fühle es mehr als wir, und weinte wieder und gab ihre frühere Erklärung mit großer Bitterkeit zum Besten. Als Mr. Peggottie gegen neun Uhr nach Hause kam, strickte die unglückliche Mrs. Gummitsch in jämmerlicher Stimmung in ihrer Ecke. Peggottie hatte fröhlich ihre Arbeit getan, haben ein paar weiße Wasserstiefel ausgebessert, und ich hatte ihnen neben Emily sitzend vorgelesen. Mrs. Gummitsch hatte nur zuweilen gesäuft und seit dem Tee die Augen nicht aufgeschlagen. »Nun, dürrlüt«, sagte Mr. Peggottie und setzte sich, »wie geit dat?« Wir alle antworteten freundlich mit Wort und Blick. »Nur, Mrs. Gummitsch schüttelte den Kopf über ihrem Strickstrumpf.« »Wo fehlt's?« fragte Mr. Peggottie. »Kopf hoch, Mutting.« Mrs. Gummitsch aber schien nicht imstande zu sein, sich aufzumuntern. Sie zog ein altes, schwarzseidenes Taschentuch hervor und wischte sich die Augen. Anstatt es jedoch wieder in die Tasche zu stecken, behielt sie es in der Hand und wischte sich nochmals die Augen und legte es neben sich, um es immer bereit zu haben. »Wo fehlt's, Alte?« fragte Peggottie. »Nichts«, antwortete Mrs. Gummitsch. »Du kommst aus dem guten Vorsatz, Dan.« »Nun ja, ich machte einen Abstecher heut Abends in den guten Vorsatz,« sagte Mr. Peggottie. »Es tut mir leid, dass ich dich immer dorthin treibe,« sagte Mrs. Gummitsch. »Treiben, bei mir braucht's kein Treiben,« erwiderte Peggottie lachend, »ich geh nur zu gern hin.« »Sehr gern«, sagte Mrs. Gummitsch, »schüttelte den Kopf und wischte sich die Augen.« »Ja, ja, sehr gern.« »Es tut mir leid, dass ich daran schuld bin.« Mr. Peggottie sagte weiter nichts, sondern bat bloß, Mrs. Gummitsch noch einmal, den Kopf hochzuhalten. »Ich bin nicht, wie ich sein möchte,« sagte Mrs. Gummitsch. »Ich fühle mein Unglück, und das macht mich unangenehm. Ich wollte, es wäre anders, aber ich fühle nun einmal so. Ich wollte, ich könnte es vergessen, aber es geht nicht. Ich mache das ganze Haus ungemütlich.« »Ich habe schon den ganzen Tag lang deiner Schwester das Leben sauer gemacht, und Master Davy dazu.« Ich wurde sofort gerührt und rief in großem Seel in Schmerz ein lautes »Nein, sicher nicht, Mrs. Gummitsch.« »Es ist gar nicht recht vor mir,« fuhr sie fort. »Ich sollte lieber ins Armenhaus gehen und sterben. Wenn mir alles die Quere geht und ich allen der Quere bin, so will ich auch der Quere in meine Heimat gehen. Daniel, besser ginge ich ins Armenhaus und stürbe, dann sei der mich los.« Mit diesen Worten begab sich Mrs. Gummitsch zu Bett. Als sie fort war, sah uns Mr. Pegody, der bei jedem Wort nur die tiefste Teilnahme gezeigt hatte, der Reihe nach an, nickte mit dem Kopf und flüsterte, »Sei, hätt an ihren Ohlen gedacht.« Ich verstand nicht recht, an was für einen alten Mrs. Gummitsch gedacht haben sollte, bis mir Pegody, als sie mich zu Bett brachte, erklärte, dass es der selige Mr. Gummitsch wäre, und dass ihr Bruder es stets bei solchen Gelegenheiten als ausgemachte Wahrheit annehme und es stets einen rührenden Eindruck auf ihn machte. Noch in der Hängematte hörte ich ihn zu Herrn sagen, »Sei, hätt an ihren Ohlen dacht.« Und wann immer sich Mrs. Gummitsch in ähnlicher Stimmung gefand, hatte er für sie immer dieselbe Entschuldigung und immer dasselbe aufrichtige Mitleid. So gingen die vierzehn Tage rasch dahin, ohne andere Veränderung, als den Wechsel von Eppe und Flut, der auch die Stunden, wo Mr. Pegody und Ham gingen und kamen, verschob. Hatte Ham nichts zu tun, begleitete er uns manchmal an den Hafen und zeigte uns die Boote und Schiffe, und ein- oder zweimal ruderte er uns spazieren. Ich weiß nicht, wie es kommt, warum so oft gerade ein unbedeutsames Bild immer an einem Namen am längsten haften bleibt. Nie höre oder lese ich den Namen Yarmouth, ohne an einen gewissen Sonntagmorgen am Strande erinnert zu werden, wo die Glocken in der Kirche läuteten, die kleine Emily sich auf meinen Arm stützte, Ham nachlässig Steine ins Wasser warf, die Sonne draußen über dem Meer mühselig durch den dicken Nebeldrang, und die Schiffe sich uns so undeutlich zeigten, als wären sie ihre eigenen Schatten. Endlich kam der Tag der Heimreise. Die Trennung von Mr. Pegody und Mrs. Gummidge konnte ich noch verwinden, aber der Abschied von der kleinen Emily zerriss mir das Herz. Wir gingen Arm in Arm in das Wirtshaus, wo der Fuhrmann anspannte, und unterwegs versprach ich, ihr zu schreiben. Dieses Versprechen löste ich später mit einem Aufwand von Buchstaben, die größer waren, als die, mit denen man Mietanzeiger zu schreiben pflegt. Wir fühlten uns ganz vernichtet durch den Abschied, und wenn ich je in meinem Leben in meinem Herzen eine unbeschreibliche Leere empfunden habe, so war es an jenem Tag. Die ganze Zeit meines Besuchs über war ich undankbar gegen mein mütterliches Haus gewesen und hatte wenig oder nicht daran gedacht. Aber kaum wendete ich meine Schritte ihm wieder zu, so wies auch schon vorwurfsvoll mein jugendliches Gewissen mit standhaftem Finger dorthin, und ich fühlte trotz der Bangigkeit des Abschieds, dass es meine Heimat und Mutter, meine Trösterin und Freundin war. Je näher wir dem Ziele kamen und je vertrauter mir die Umgebung wurde, desto stärker wuchs meine Sehnsucht, in ihre Arme zu eilen. Peggottie, anstatt diesen Drang zu teilen, suchte ihn, wenn auch sanft, in mir eher zu hemmen, und sah verlegen und verstimmt drein. Trotz der Langsamkeit und Launenhaftigkeit des Pferdes langten wir doch endlich in Krähenhorst Blunderstone an. Ich sehe noch den kalten, grauen Nachmittag mit dem dunklen, regnerischen Himmel vor mir. Die Tür ging auf, und ich erwartete, halb lachend, halb weinend vor Erregung, meine Mutter zu sehen. Aber nicht sie, sondern eine mir fremde Dienerin trat heraus. »Ach, Peggottie«, sagte ich traurig, »ist sie noch nicht wieder zu Hause?« »Ja, ja, Master Davy«, sagte Peggottie, »warte ein bisschen, Master Davy, und ich werde dir etwas sagen.« Teils aus Aufregung, teils aus natürlichem Ungeschick machte Peggottie beim Heraussteigen aus dem Wagen die seltsamsten Manöver, aber ich fühlte mich zu entmutigt und betroffen, um ihr etwas darüber zu sagen. Als sie glücklich draußen war, nahm sie mich bei der Hand, führte mich zu meiner Verwunderung in die Küche und schloss die Tür. Peggottie sagte ich, heftig erschrocken, »was ist denn?« »Du meine Güte, nichts ist, mein lieber Davy«, antwortete sie und setzte eine möglichst heitere Miene auf. »Es ist etwas geschehen, ich weiß es. Wo ist Mama?« »Wo Mama ist, Davy«, wiederholte Peggottie, »ja, warum ist sie uns nicht entgegengekommen, und weshalb sind wir hier hereingegangen?« »Ach, Peggottie«... Meine Augen standen voll Tränen, und mir war zum Umsinken. »Mein Gott, der gute Junge«, rief Peggottie und hielt mich aufrecht, »was ist dir? Sprich, mein Herzblatt!« »Sie ist doch nicht tot, nicht tot, Peggottie.« »Nein«, schrie Peggottie mit erstaunlicher Kraft in der Stimme, und dann setzte sie sich nieder, fing an zu keuchen, und sagte, ich hätte sie fürchterlich erschreckt. Um das wieder gut zu machen, fiel ich ihr um den Hals, stellte mich dann vor sie hin und sah sie mit banger Erwartung an. »Ja, schau, Liebling, ich hätte dir's schon früher sagen sollen, aber ich fand keine Gelegenheit dazu. Ich hätte es längst tun sollen, aber ich konnte mich partout«, das war immer der Stellvertreterin Peggotties Wörter hierfür »durchaus«, »nicht dazu entschließen.« »Weiter«, Peggottie sagte ich, »noch mehr erschreckt als vorher.« »Master Davy«, sagte Peggottie und knüppte ihr Hutband mit zitternden Händen auf, sie war ganz außer Atem, »was meinst du, du hast deinen Papa bekommen.« Ich fuhr zusammen und wurde blass. Ein etwas, ich weiß nicht was, das mit dem Grab auf dem Kirchhof und der Auferstehung der Toten zusammenhing, schien mich wie ein giftiger Hauch zu streifen. »Einen neuen«, sagte Peggottie. »Einen neuen«, wiederholte ich. Peggottie schluckte, als ob ihr etwas Hartes im Halse stecken geblieben wäre, reichte mir die Hand und sagte, »Komm, du musst ihn sehen.« »Ich will ihn nicht sehen.« »Und deine Mama«, ich widerstand nicht länger, und wir gingen sogleich in das Empfangszimmer, wo sie mich verließ. An der einen Seite des Kamins saß meine Mutter, an der andern Mr. Murdstone. Meine Mutter ließ ihre Arbeit sinken und stand rasch auf, aber, wie es mir schien, furchtsam. »Liebe Clara«, sagte Mr. Murdstone, »denke daran, beherrsche dich, immer beherrsche dich.« »Davie, mein Junge, wie geht es dir?« Ich gab ihm die Hand. Nach einem Augenblick der Unentschlossenheit ging ich zu meiner Mutter und küßte sie. Sie küßte mich wieder, klopfte mir sanft auf die Schulter und nahm wieder ihre Arbeit zur Hand. Ich konnte ihn nicht ansehen, ich konnte sie nicht ansehen, ich wusste bestimmt, dass er uns beide ansah, und ich ging ans Fenster und blickte hinaus auf ein paar Staunen, die ihre Köpfe in der Kälte hängen ließen. Sobald ich mich wegdrücken konnte, schlich ich die Treppe hinauf. Mein liebes altes Schlafzimmer war ganz anders geworden, und ich musste weit hinten schlafen. Ich ging wieder hinunter, um irgendetwas zu finden, das sich nicht verändert hatte, so fremd schien mir alles, und trat auf den Hof hinaus. Schnell schreckte ich zurück, denn die leere Hundehütte war jetzt von einem großen Hund bewohnt, der eine tiefe Stimme und schwarze Haare hatte, wie er, und grimmig an seiner Kette rieß, um über mich herzufallen. Ende des dritten Kapitels Viertes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Viertes Kapitel Ich falle in Ungnade Wäre das Zimmer, wo damals mein Bett stand, ein fühlendes Wesen, möchte ich es heute, wer wohl jetzt darin schlafen mag, zum Zeugen anrufen, wie schwer mir das Herz war, als ich eintrat. Wie ich die Treppe hinaufging, hörte ich den Hund hinter mir dreinbellen, und drinnen sah ich die Stube mit ebenso fremden Augen an, wie sie mich. Ich setzte mich hin, die kleinen Hände gefaltet, und dachte nach. Ich dachte an die seltsamsten Dinge, an die Form des Zimmers, an die Sprünge in der Decke, an die Tapeten an den Wänden, an die Rippen und Flecken im Fensterglas, hinter denen sich die Gegenstände draußen verzerrten und verschoben, an den Waschtisch, der auf drei Beinen wackelte, etwas Unzufriedenes hatte und mich an Mrs. Gummitsch erinnerte. Ich weinte die ganze Zeit über, dachte aber keinen Augenblick darüber nach, warum ich weinte. Ich empfand nur das Gefühl der Kälte und Niedergeschlagenheit. In meiner Einsamkeit fing ich an, mir auszumalen, wie schrecklich verliebt ich in die kleine Emily sei, und daß man mich von ihr gerissen habe, während sich hier niemand um mich kümmerte. Das machte mich derart unglücklich, daß ich mich in einen Zipfel der Bettdecke wickelte und mich in Schlaf weinte. Hörte dann jemand sagen, »Hier ist er« und wachte auf mit glühheißem Kopf. Meine Mutter und Pegotty hatten mich aufgesucht, und eine von beiden musste die Worte gesprochen haben. »Devy«, sagte meine Mutter, »was fehlt dir?« Ich fühlte es als etwas sehr Sonderbares, das sie mich noch fragen konnte, und antwortete, »Nichts«. Ich legte mich aufs Gesicht, damit sie meine zitternden Lippen nicht sähe, die ihr besser Auskunft gegeben hätten. »Devy«, sagte meine Mutter, »Devy, mein Kind.« Keine Worte hätten mich mehr rühren können, als dass sie mich ihr Kind nannte. Ich verbarg meine Tränen in den Kissen und drängte meine Mutter weg, als sie meinen Kopf aufheben wollte. »Das ist dein Werk, Pegotty, du grausames Ding«, schrie meine Mutter, »ich zweifle gar nicht daran. Wie kannst du es mit deinem Gewissen vereinbaren, meinen eigenen Jungen gegen mich oder irgendjemand, den ich lieb habe, aufzuhetzen? Was soll das heißen, Pegotty?« Die arme Pegotty erhob Hände und Augen zum Himmel und antwortete nur mit einer Art Paraphrase des Tischgebets, das ich nicht dem Essen herzusagen pflegte, »Gott vergebe Ihnen, Mrs. Copperfield, was Sie in dieser Minute gesagt haben. Mögen Sie es niemals ernstlich bereuen.« »Es ist zum Verrücktwerden«, rief meine Mutter, »noch dazu in meinen Flitterwochen, wo man denken sollte, mein erbitterster Feind müsste erbarmen haben und mir nicht ein bisschen Ruhe und Glück neiden.« Davy, du nichtsnutziger Junge, Pegotty, du wildes Geschöpf, »ach Gott, ach Gott«, rief sie in ihrer kindischen Art, »wie ist die Welt doch widerwärtig, gerade wenn man so viel Angenehmes von ihr erwartet.« Ich fühlte die Berührung einer Hand, der ich sogleich anmerkte, dass sie weder meiner Mutter noch Pegotty gehörte, und sprang rasch aus dem Bett. Es war Mr. Murdstones Hand, der meinen Arm faßte. Ich hörte, wie er sagte, »Was ist das, liebe Clara, hast du vergessen?« »Festigkeit, meine Liebe.« »Es tut mir recht leid, Edward«, sagte meine Mutter, »ich habe mir alle Mühe gegeben, aber mir ist so unbehaglich.« »Wirklich?« antwortete er, »sobald schon.« »Das ist ja recht schlimm, Clara.« »Es ist recht bitter, daß es mich jetzt so treffen muß,« sagte meine Mutter schmollend. »Sehr, sehr bitter, nicht wahr?« Er zog sie an sich, flüsterte ihr etwas ins Ohr und küßte sie. Als ich sah, wie meine Mutter ihren Kopf an seine Schulter lehnte und ihren Arm um seinen Nacken schlang, da begriff ich damals so gut wie jetzt, dass er ihrem weichen Charakter jede beliebige Gestalt geben konnte. »Geh hinunter, meine Liebe«, sagte er, »David und ich wollen auch hinunterkommen.« »Meine Gute«, fuhr er mit einem finstern Gesicht zu Päggotty fort, als er meine Mutter an die Tür begleitet und mit einem Nicken und einem Lächeln verabschiedet hatte, »Sie kennen doch den Namen Ihrer Herrin.« »Sie war lange genug, meine Herrin, Sir«, antwortete Päggotty, »als daß ich ihn nicht kennen sollte.« »Das ist richtig«, antwortete er, »aber mir schien es, wie ich die Treppe heraufkam, als ob Sie sie mit einem Namen anredeten, der nicht der ihrige ist. »Sie wissen doch, daß sie meinen angenommen hat.« »Vergessen Sie das nicht.« Mit einigen besorgten Blicken auf mich knickste Päggotty sich aus dem Zimmer heraus, ohne zu antworten. Sie begriff, daß sie gehen sollte, und fand keinen Vorwand, um da zu bleiben. Als wir beide allein waren, machte er die Türe zu, setzte sich auf einen Stuhl, stellte mich vor sich hin, während er mich noch am Arm festhielt und sah mir unverwandt in die Augen. Ich fühlte meinen Blick fest an ihn gebannt. Wenn ich mir vorstelle, wie wir uns damals Auge in Auge gegenüberstanden, kommt es mir vor, als hörte ich wieder mein Herz schneller und lauter schlagen. »David«, sagte er und presste seine Lippen ganz dünn zusammen, »wenn ich einen eigensinnigen Gaul oder Hund vor mir habe, was glaubst du wohl, tue ich dann mit ihm?« »Ich weiß nicht.« »Ich prügle ihn.« Ich hatte ihm mit einem atemlosen Geflüster geantwortet, aber in meinem Schweigen fühlte ich, daß mein Atem noch kürzer wurde. »Ich haue ihn, daß er sich windet vor Schmerz. Ich sage mir, ich will den Burschen bezwingen, und wenn's ihm alles Blut im Leibe kosten sollte.« »Was hast du im Gesicht?« »Schmutz«, sagte ich. Er wusste so gut wie ich, daß es Tränenspuren waren. Aber wenn er mich zwanzigmal gefragt hätte, jedesmal mit zwanzig Hieben, so glaube ich doch, mein Kinderherz wäre eher gebrochen, ehe ich ihm das eingestanden hätte. »Du bist recht gescheit für dein Alter«, sagte er mit dem ernsten Lächeln, das ihm eigen war, »und ich sehe, du hast mich ganz gut verstanden. Wasche dir das Gesicht und komme mit mir herunter.« Er deutete auf den Waschtisch, der mir wie Mrs. Gummitsch vorkam, und machte eine Bewegung mit dem Kopf, ich solle sofort gehorchen. Ich zweifelte damals nicht, und jetzt noch viel weniger, dass er mich ohne das geringste Erbarmen zu Boden geschlagen haben würde, wenn ich gezögert hätte. »Meine liebe Clara«, sagte er, als er mit mir in das Wohnzimmer trat, immer noch meinen Arm festhaltend, »ich hoffe, du wirst jetzt keinen Verdruss mehr haben. Wir werden unsere jugendlichen Launen schon ablegen und uns bessern.« Gott helfe mir, ich hätte für mein ganzes Leben gebessert werden können, ich wäre ein ganz anderer Mensch geworden, durch ein einziges freundliches Wort damals. Ein Wort der Ermutigung und Erklärung und des Mitgefühls für meine kindliche Unwissenheit, des Willkommens in der Heimat, eine Versicherung, dass das alte mütterliche Haus noch ganz dasselbe sei, hätten mich zu einem gehorsamen Sohn gemacht, anstatt dass ich jetzt gehorsam heuchelte, hätten mich ihn achten gelehrt und anstatt zu hassen. Mir kam es so vor, als ob es meiner Mutter leidtäte, mich so scheu und fremd in Zimmer stehen zu sehen, und dass sie mir mit sorgenvollen Blicken folgte, als ich nach meinem Stuhle schlich. Das Wort aber wurde nicht gesprochen, und die Zeit dazu war vorüber. Wir speisten alle drei allein am Tisch. Er schien meine Mutter sehr gern zu haben, und ich fürchte fast, er war mir deshalb nicht weniger zuwider, und sie war sehr zärtlich zu ihm. Aus seinen Reden merkte ich, dass eine ältere Schwester von ihm ankommen sollte und bei uns bleiben. Ich weiß nicht mehr, ob ich schon damals oder erst später erfuhr, dass er einen Geschäftsanteil an einer Weinhandlung in London besaß, schon von Großvaters Zeiten her, an der seine Schwester in gleicher Weise beteiligt war. Nach dem Essen, als wir vor dem Feuer saßen und ich darüber nachsann, wie ich zu Begotty flüchten könnte, dabei aber nicht den Mut hatte, zu entschlüpfen, fuhr ein Wagen an der Gartentür vor, und er ging hinaus, um den Besuch zu empfangen. Meine Mutter folgte ihm, ich ging schüchtern hinter ihr drein, da drehte sie sich in der Stubentür um, drückte mich im Dunkeln ans Herz wie früher, und flüsterte mir zu, ich solle meinen neuen Vater lieben und ihm gehorsam sein. Sie tat das so hastig und geheimnisvoll, als ob es ein Unrecht wäre, aber mit großer Zärtlichkeit. Dann zog sie mich hinter sich her in den Garten, wo er stand. Dort ließ sie mich wieder los und legte ihren Arm in den Seinen. Miss Murdstone war angekommen, eine finster aussehende Dame, schwarz wie ihr Bruder, dem sie in Gesicht und Stimme sehr glich. Sie hatte starke, buschige Augenbrauen, die über ihrer großen Nase fast zusammenstießen, als wollten sie den Backenbart ersetzen, den ihr Geschlecht ihr versagt hatte. Sie brachte ein paar unnachgiebige schwarze Koffer mit, auf deren Deckeln mit harten Messingnägeln ihr Monogramm stand. Um den Kutscher zu bezahlen, holte sie ihr Geld aus einer harten, stählernen Börse. Sie trug die Börse in einem wahren Kerker von Strickbeutel, der ihr an einer schweren Kette am Arm hing und wie ein Gebiss schloss. Ich hatte bis dahin noch nie eine so durch und durch metallische Dame gesehen wie Miss Murdstone. Sie wurde mit vielen Zeichen des Willkommens in die Stube geführt, und dort erkannte meine Mutter sie in aller Form als neue, nahe Verwandte an. Dann blickte mich Miss Murdstone an und sagte, »Ist das dein Junge, Schwägerin?« Meine Mutter bejahte. »Im Allgemeinen«, sagte Miss Murdstone, »kann ich Jungen nicht leiden.« »Wie geht's dir, Junge?« Unter diesen ermutigenden Umständen antwortete ich, dass es mir gut ginge und ich dasselbe von ihr hoffte, aber mit so wenig Wärme, dass Miss Murdstone mich mit den zwei Worten abfertigte. »Keine Manieren.« Nachdem sie dies mit großer Bestimmtheit ausgesprochen, wünschte sie, auf ihr Zimmer geführt zu werden, das von der Zeit an für mich zu einem Ort des Grauen sonst erfurcht wurde, weil die beiden schwarzen Koffer stets verschlossen dort standen und eine Menge kleiner Stahlfesseln und Kettchen, mit denen sich Miss Murdstone zu Verschönern pflegte, in furchtgebietenden Reihen über dem Spiegel hingen. Soviel ich herausbekommen konnte, war sie in der Absicht gekommen, Gutes zu stiften, und sie trug sich nicht mit dem Gedanken, jemals wieder wegzugehen. Schon am nächsten Morgen fing sie an, meiner Mutter zu helfen, und ging den ganzen Tag in der Vorratskammer aus und ein, um alles zurechtzusetzen und die alte Ordnung umzustürzen. Ihre hervorstechendste Eigenschaft schien mir die zu sein, dass sie mich ständig anwöhnte, die Dienstmädchen hielten irgendwo im Hause einen Mann verborgen. Von diesem Wahnbesessen tauchte sie zu den ungewöhnlichsten Zeiten in den Kohlenkeller und öffnete fast nie die Tür dunkler Schränke, ohne sie zugleich wieder zuzuschlagen, im Glauben, dass sie ihn erwischt hätte. Obgleich durchaus nichts Lustiges sonst an Miss Murdstone war, gliss sie doch in puncto früh aufstehen einer Lerche. Sie war auf den Beinen, wie ich heute noch glaube, um nach dem Mann zu suchen, ehe sich noch irgendetwas im Hause regte. Peckotty huldigte der Ansicht, dass ich stets nur mit einem Auge schliefe. Ich konnte mich diesem Glauben nicht anschließen, seit ich selbst versucht und herausgefunden hatte, dass so etwas nicht möglich ist. Schon am ersten Morgen nach ihrer Ankunft stand sie früh auf und klingelte beim ersten Hahnenschrei. Als meine Mutter zum Frühstück herunterkam, gab ihr Miss Murdstone eine Art Schnabelhieb auf die Wange, das war bei ihr die kussähnliche Bewegung, und sagte, »Nun, liebe Klara, du weißt, ich bin hergekommen, um dir alles abzunehmen. Du bist viel zu hübsch und gedankenlos«, meine Mutter errötete, lachte aber und schien diese Charakterisierung nicht übel zu nehmen, »als dass dir Pflichten auferlegt werden dürfen, die ich erfüllen kann. Wenn du so gut sein willst, mir die Schlüssel zu übergeben, meine Liebe, so will ich alles das in Zukunft selber besorgen.« Von dieser Zeit an behielt Miss Murdstone die Schlüssel den Tag über in ihrem Beutel und die Nacht über unter ihrem Kopfkissen. Meine Mutter hatte nicht mehr damit zu tun als ich selbst. Meine Mutter ließ sich ihre Herrschaft nicht rauben, ohne vorher einen leisen Versuch von Widerstand zu machen. Eines Abends, als Miss Murdstone ihrem Bruder gewisse Haushaltungspläne entwickelt hatte und er seine Zustimmung gab, fing meine Mutter plötzlich an zu weinen und sagte, »Man hätte sie doch wohl auch zu Rate ziehen können.« »Klara«, sagte Mr. Murdstone streng, »Klara, ich bin erstaunt über dich.« »Du hast gut von erstaunt sein, sprechen, Edward«, rief meine Mutter, »und von Festigkeit.« »Aber das würdest du dir auch nicht gefallen lassen.« Festigkeit, muss ich bemerken, war die große Eigenschaft, auf der beide Mr. und Miss Murdstone fußten. Ich weiß nicht, welchen Namen ich damals dafür gewählt hätte, aber ich begriff genau, dass es nur eine andere Bezeichnung für Tyrannei war und für eine gewisse finstere, anmaßende, teuflische Laune, die in den beiden steckte. Das Glaubensbekenntnis würde ich jetzt mich ausdrücken, Mr. Murdstone lautete, »Ich bin fest, niemand soll in der Welt so fest sein wie ich, niemand überhaupt fest, und alles soll sich vor meiner Festigkeit beugen.« Miss Murdstone war die eine Ausnahme, sie durfte fest sein, aber nur aus verwandtschaftlichen Rücksichten und in ihrem untergeordneten und tributpflichtigen Grad. Meine Mutter war die zweite Ausnahme, sie konnte und durfte fest sein und musste es, aber nur im Ertragen der Festigkeit der beiden anderen. »Es ist sehr hart«, sagte meine Mutter, »dass ich in meinem eigenen Haus«, »in meinem eigenen Hause«, wiederholte Mr. Murdstone, »klara«, »in unserem eigenen Hause, meine ich«, stotterte meine Mutter ganz erschrocken, »ich hoffe, du weißt, was ich meine, Edward. »Es ist sehr hart«, »es ist sehr hart«, »dass ich in deinem eigenen Hause nicht ein Wort über häusliche Angelegenheiten sagen darf. Ich habe sicher sehr gut Haus gehalten, ehe wir heirateten. Ich habe Beweise«, setzte sie schluchzend hinzu. »Frag nur Peggott, ob es nicht recht gut ging, als man mir nicht reinredete.« »Edward«, sagte Miss Murdstone, »machen wir der Sache ein Ende. Ich reise morgen ab.« »Jane Murdstone«, donnerte Mr. Murdstone, »wirst du schweigen? Was unterstehst du dich?« Miss Murdstone zog ihr Taschentuch aus dem Kerker und hielt es vor die Augen. »Klara«, fuhr er fort, »setzt es mich in Erstaunen? Ja, ich fand Befriedigung in dem Gedanken, eine unerfahrene und harmlose Person zu heiraten und ihren Charakter zu bilden und ihr etwas von der Festigkeit und Entschiedenheit zu geben, die ihr fehlen. Aber wenn Jane Murdstone so gütig ist, mir darin beizustehen und meinetwegen eine Stellung gleich der einer Haushälterin übernimmt und dafür so schlechten Dank erntet«, »oh, bitte, bitte, Edward«, rief meine Mutter, »sag nicht, dass ich undankbar bin.« »Ich bin sicher nicht undankbar.« »Das hat mir noch niemand gesagt.« »Ich habe viele Fehler, aber nicht diesen.« »Bitte sage das nicht, Liebling.« »Wenn Jane Murdstone«, sage ich, fuhr er fort, nachdem er meine Mutter hatte ausreden lassen, »dafür undank erntet, so fühle ich meine Gefühle erkalten.« »Liebling, bitte, sag das nicht«, flehte meine Mutter kläglich. »O bitte, Edward, ich kann das nicht ertragen.« »Wie auch immer ich sein mag, ich bin nachgiebig und dankbar.« »Ich weiß es, ich bin es, bin nachgiebig und dankbar.« »Ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht gewiss wüsste.« »Frag nur Pegotti.« »Sie wird es gewiss bestätigen.« »Bloße Schwäche fällt bei mir nicht ins Gewicht, Klara«, entgegnete er, »du verschwendest nur deine Worte.« »Komm, lass uns wieder gut sein«, sagte meine Mutter, »ich könnte nicht leben in Kälte und Unfreundlichkeit um mich herum.« »Es tut mir so herzlich leid.« »Ich habe sehr viele Fehler, ich weiß, und es ist gut von dir, Edward, dass du mit einem starken Charakter dir Mühe gibst, mich zu bessern.« »Jane, ich will dir nicht mehr widersprechen.« »Es würde mir das Herz brechen, wenn du nur daran dächtest, uns zu verlassen.« Meine Mutter konnte nicht weitersprechen vor lauter Rührung. »Jane Murdstone«, sagte Mr. Murdstone zu seiner Schwester, »harte Worte sind zwischen uns selten.« »Es ist nicht meine Schuld, dass heute Abend ein so ungewöhnliches Ereignis stattgefunden hat.« »Ich wurde von jemand anders dazu gebracht.« »Aber es ist auch nicht deine Schuld.« »Auch dich hat jemand in eine schiefe Lage gebracht.« »Wir wollen beide trachten, es zu vergessen.« »Und da dies«, fügte er nach diesen großmütigen Worten hinzu, »kein passendes Bild ist für den Knaben, so geh zu Bett, David.« Ich konnte kaum die Tür finden, so voll Tränen standen meine Augen. Ich fühlte meiner Mutter Schmerz so tief mit. Ich schlich hinaus und tappte im Dunkeln die Treppe hinauf in mein Zimmer, ohne nur das Herz zu haben, Begott die gute Nacht zu sagen oder mir eine Kerze von ihr geben zu lassen. Als sie vielleicht eine Stunde später nach mir sah, wachte ich auf, und sie sagte mir, meine Mutter sei sehr betrübt zu Bett gegangen, und Mr. und Miss Mudstone säßen noch unten allein. Am nächsten Morgen ging ich etwas früher als gewöhnlich hinunter und hörte, wie drinnen meine Mutter Miss Mudstone demütigst um Verteilung bat. Die Dame verzieh ihr, und es fand eine vollständige Aussöhnung statt. Nie wieder später hörte ich meine Mutter über irgend etwas eine Meinung äußern, ehe sie sich nicht zuvor an Miss Mudstone gewendet oder in sichere Erfahrung gebracht hatte, was ihre Ansicht sei. Und nie wieder sah ich Miss Mudstone in übler Laune nach dem Beutel greifen, als ob sie die Schlüssel herausnehmen und sie meiner Mutter zurückgeben wollte, ohne dass diese nicht in die schrecklichste Angst geraten wäre. Ich kann mich noch recht gut der finsteren und ernsten Gesichter erinnern, mit denen wir zum Gottesdienst zu gehen pflegten und des veränderten Eindrucks, den die Kirche auf mich machte. Wieder kommt der gefürchtete Sonntag, und ich marschiere zuerst in den alten Beetstuhl wie ein bewachter Sträfling zu einem gefangenen Gottesdienst. Dicht hinter mir folgt Miss Mudstone in einem schwarzen Samtkleid, das aus einem Leichentuch gemacht zu sein scheint. Dann kommt meine Mutter, dann ihr Gatte. Pegotti geht nicht mehr mit wie früher. Wieder höre ich Miss Mudstone die Responsorien murmeln und auf alle drohenden Worte mit grausamen Behagen besonderen Nachdruck legen. Wieder sehe ich ihre dunklen Augen in der Kirche umherschweifen, wenn sie sagt, elende Sünder, als wenn sie die ganze Gemeinde in diesem Namen einschließen wollte. Wieder werfe ich verstohlene Blicke auf meine Mutter, die ihre Lippen schüchtern, flüsternd bewegt, während das Summen der beiden in ihren Ohren brummt wie fernes Donnergrollen. Dann überkommt mich eine plötzliche Furcht, ob nicht vielleicht Mr. und Miss Mudstone recht haben und unser guter Pfarrer Unrecht und dass alle Engel im Himmel Racheengel sein könnten. Wenn ich einen Finger rühre oder ein Muskel meines Gesichts schlaff wird, stößt mich Miss Mudstone mit ihrem Gebetbuch, das mich die Seite schmerzt. Und auf dem Heimweg bemerke ich, wie die Nachbarn mich und meine Mutter ansehen und uns nachblicken und miteinander flüstern. Und wie die drei Arm in Arm gehen und ich allein hinter ihnen drein, folge ich diesen Blicken und frage mich, ob meiner Muttergang wirklich nicht mehr so leicht ist und ob das heitere Glück ihrer Schönheit nicht schon ganz trüb geworden. Ich frage mich, ob die Nachbarn wohl auch daran denken, wie wir beide früher nach Hause gingen, und ich zerbreche mir den Kopf darüber den ganzen langsam sich hinschleppenden trüben Tag. Von Zeit zu Zeit war die Rede davon gewesen, mich in eine Kostschule zu schicken. Mr. und Miss Mudstone hatten es angeregt und meine Mutter hatte natürlich beigestimmt. Nichtsdestoweniger kam es vorläufig noch nicht dazu. Vorläufig hatte ich zu Hause Lehrstunden. Werde ich diesen Unterricht wohl je vergessen? Dem Namen nach stand ihm meine Mutter vor, in Wirklichkeit aber Mr. Mudstone und seine Schwester, die immer zugegen waren und darin eine günstige Gelegenheit sahen, meiner Mutter Lektionen in der Festigkeit zu erteilen, die unser beider Lebne vergiftete. Ich glaube, nur das war der Grund, weshalb ich vorläufig zu Hause behalten wurde. Ich hatte gut und willig gelernt, als meine Mutter und ich noch allein miteinander lebten. Ich kann mich noch undeutlich erinnern, wie ich auf ihrem Schoß das Alphabet lernte. Noch heute, wenn ich auf die fetten schwarzen Buchstaben in einer Fibel sehe, tritt mir die verwirrende Neuheit ihrer Gestalten und die behäbige Gemütlichkeit des O, Q und S ganz so vor die Augen wie damals. Aber sie erinnern mich an kein Gefühl des Widerwillens oder des Ekels. Im Gegenteil, es ist mir, als ob ich auf einem Blumenpfad bis zum Krokodilbuch gewandelt sei und als ob mich die sanfte Weise und Stimme meiner Mutter auf dem ganzen Wege gestärkt hätten. Aber der feierliche Unterricht, der später kam, steht vor mir wie der Tod meines Seelenfriedens, wie eine tägliche, jämmerliche Plage und kummervolles Elend. Die Lektionen waren sehr lang, sehr zahlreich, sehr schwer, einige vollkommen unverständlich für mich, und verwirrten mich meistens ebenso sehr wie vermutlich meine Mutter. Ich will einmal in der Erinnerung so einen Morgen durchgehen. Ich trete nach dem Frühstück mit meinen Büchern, einem Schreibheft und einer Schiefertafel ein. Meine Mutter sitzt an ihrem Schreibtisch und ist bereit für mich, aber nicht halb so bereit wie Mr. Murdstone in seinem Lehnstuhl am Fenster, wenn er auch vorgibt, ein Buch zu lesen, oder wie Miss Murdstone, die in der Nähe meiner Mutter sitzt und Stahlperlen aufreiht. Der bloße Anblick der beiden wirkt auf mich, dass ich merke, wie die Worte, die ich mir mit so unendlicher Mühe eingeprägt habe, mir alle entfallen und gehen, ich weiß nicht wohin. Nebenbei gesagt, möchte ich übrigens wirklich gerne wissen, wo sie eigentlich hingehen. Ich reiche das erste Buch meiner Mutter. Es ist eine Grammatik, vielleicht ein Geschichts- oder Geografiebuch. Ich werfe noch einen letzten Blick auf die Seite wie ein Ertrinkender, während ich ihr das Buch hinhalte und fange an, im Galopp aufzusagen, um fertig zu werden, solange ich noch alles frisch im Kopf habe. Ich stocke bei einem Wort. Mr. Murdstone blickt auf. Ich werde rot, werfe ein halbes Dutzend Worte verwirrt durcheinander und bleibe stecken. Ich fühle, meine Mutter würde mir das Buch zeigen, wenn sie es wagte, aber sie wagt es nicht und sagt sanft, »Oh, Davy, Davy«. »Clara«, sagt Mr. Murdstone, »sei fest mit dem Jungen, sag nicht, Davy, Davy, das ist kindisch. Entweder kann er seine Lektion oder er kann sie nicht.« »Er kann sie nicht«, fällt Miss Murdstone mit grauen, erregendem Nachdruck ein. »Ich fürchte wirklich, er kann sie nicht«, sagt meine Mutter. »Nun dann, Clara, erwidert Miss Murdstone, solltest du ihm das Buch zurückgeben und ihm das sagen.« »Ja, gewiss«, stimmte meine Mutter bei, »das wollte ich tun, liebe Jane.« »Also, Davy, versuch es noch einmal und mach es gut.« »Ich gehorche dem ersten Teil der Ermahnung und versuche es noch einmal. Mit dem zweiten Teil bin ich nicht so glücklich, denn ich mache es sehr schlecht. Ich bleibe stecken, früher noch als vorhin, an einer Stelle, die ich eben noch gut kannte, und halte inne, um nachzudenken. Aber ich kann nicht an die Aufgabe denken, ich muss daran denken, wie viel Ellen Spitzen auf Miss Murdstones Haube sein mögen, oder was Mr. Murdstones Schlafrock gekostet, oder an andere alberne Dinge, die mich nichts angehen. »Mr. Murdstone macht die ungeduldige Bewegung, die ich schon lange erwartet habe. Miss Murdstone tut dasselbe.« Meine Mutter blickt unterwürfig nach ihnen hin, klappt das Buch zu und legt es beiseite als einen Rückstand, der nachgeholt werden muss, wenn die anderen Aufgaben beendet sind. Bald liegt ein ganzer Stoß solcher Rückstände da und wächst an wie eine Lawine. Je höher er wird, um so vernagelter werde ich. Der Fall ist so hoffnungslos, dass ich das Gefühl habe, in einem tiefen Sumpf von Unsinn herumzuwarten und jeden Gedanken, wieder herauszukommen, aufgebe und mich meinem Schicksal überlasse. Die verzweifelte Angst, mit der meine Mutter und ich einander ansehen, ist wirklich trübsinnig. Aber der Hauptschlag kommt, wenn meine Mutter sich unbeobachtet glaubt und mir das Stichwort durch eine Bewegung der Lippen zu verraten sucht. In diesem Augenblick sagt Miss Murdstone, die bloß darauf gewartet hat mit tiefer, warnerter Stimme, »Klara«. Meine Mutter fährt zusammen, wechselt die Farbe und lächelt schüchtern. Mr. Murdstone steht von seinem Stuhle auf, wirft mir das Buch an den Kopf oder schlägt es mir um die Ohren und schiebt mich bei den Schultern zur Tür hinaus. Wenn die Stunden aus sind, kommt erst das Schlimmste in Gestalt eines entsetzlichen Rechenexempels. Das ist für mich besonders erfunden und wird mir durch Mr. Murdstone mündlich überliefert. Es fängt an, wenn ich in einen Käseladen gehe und kaufe 5000 doppelte Glosterkäse zu vier und einem halben Penny, augenblicklich zahlbar, Miss Murdstones Züge werden überglücklich bei Zerwendung, und so weiter und so weiter. Bis Mittag brüte ich über diesen Käsen ohne Resultat oder Erleuchtung, und wenn ich dann durch Abwischen der mit schiefer beschmutzen Finger an meinem schweißtrefenden Gesicht einen Mulatten aus mir gemacht habe, So bekomme ich ein Stückchen Brot ohne Butter zu meinen Käsen und bin für den Abend in Ungnade gefallen. Nach so vielen Jahren scheint es mir, als ob meine unglücklichen Studien immer denselben Verlauf genommen hätten. Ich wäre sehr gut vorwärtsgekommen ohne die Murdstones. Aber ihr Anfluss auf mich war wie der bannende Blick, den zwei Schlangen auf einen armen kleinen Vogel richten. Selbst wenn ich ziemlich gut durch die Morgenarbeiten kam, hatte ich nicht viel mehr gewonnen als die freie Zeit des Mittagessens, denn Miss Murdstone konnte mich nie unbeschäftigt sehen, Und wenn ich unvorsichtigerweise merken ließ, dass ich gerade nichts zu tun hatte, so lenkte sie ihres Bruders Aufmerksamkeit auf mich, indem sie sagte, »Liebe Klara, es geht nichts über die Arbeit. Gib deinem Jungen etwas auf.« Und das hatte stets zur Folge, dass sie sofort über eine neue Arbeit geduckt wurde. Von Zerstreuungen mit anderen Kindern meines Alters war kaum die Rede, denn im finstern Puritanismus der Murdstones erschienen alle Kinder wie eine Brut kleiner Fippern, als ob niemals ein Kind in die Mitte der Jünger gestellt worden wäre. Die natürliche Folge dieser vielleicht sechs Monate oder noch länger fortgesetzten Behandlungsweise war, dass ich ganz stumpf, verstockt und schwer von begriffen wurde. Nicht wenig trug dazu bei, dass ich mich täglich mehr meiner Mutter entfremdete. Ich glaube, wenn mir nicht ein glücklicher Umstand geholfen hätte, ich wäre blödsinnig geworden. Und das war folgender. Mein Vater hatte eine kleine Büchersammlung in einer Dachstube neben meinem Schlafraum, um die sich niemand kümmerte, hinterlassen. Aus diesem gesegneten kleinen Stübchen kamen Roderick Rendon, Peregrine Pickle, Hanfrey Klinkold, Tom Jones, der Landprediger von Wakefield, Don Quixote, Schillblass und Robinson Crusoe, eine glorreiche Schar zu mir, um mir Gesellschaft zu leisten. Sie erhielten meine Fantasie lebendig und meine Hoffnung auf etwas über diesen Ort und diese Zeit hinaus. Sie und Tausend und eine Nacht und die persischen Märchen brachten mir keinen Schaden, denn was in einigen von ihnen Schädliches sein mochte, war für mich nicht da, ich verstand nichts davon. Es ist mir unbegreiflich, woher ich inmitten meines Hockens und Brütens über schwierigere Themen die Zeit nahm, alle diese Bücher zu lesen. Es ist mir jetzt wunderbar, wie es für mich in meinen kleinen und doch so großen Leiden tröstlich sein konnte, dass ich die Rollen meiner Lieblingscharaktere in diesen Geschichten auf mich übertrug und Mr. und Miss Murdstone mit allen Schlechten bedachte. Eine ganze Woche lang war ich Tom Jones in Kindergestalt, die Rolle Roderick Rantoms habe ich wohl einen Monat lang gespielt. Ich fraß förmlich ein paar Bände Reisebeschreibungen, ich weiß nicht mehr welche, und tagelang bin ich in der oberen Region des Hauses heimlich herumgestreift, bewaffnet mit dem Mittelstück eines alten Stiefelholzes, als Kapitän so und so von der königlich-britischen Flotte, der von Wilden bedroht war und sein Leben so teuer wie möglich verkaufen wollte. Niemals verlor der Kapitän seine Würde, wenn ihm die lateinische Grammatik um die Ohren geschlagen wurde. Ich litt wohl darunter, der Kapitän aber blieb Kapitän und ein Held trotz aller Grammatiken, aller lebenden und toten Sprachen. Das bildete meinen einzigen und beständigen Trost. Wenn ich daran denke, steht mir ein Sommerabend vor Augen, wo die Kinder draußen auf dem Kirchhof spielten, und ich auf dem Bette saß und auf Tod und Leben drauf loslas. Jede Scheune in der Nachbarschaft, jeder Stein in der Kirche, jeder Fußbreit des Friedhofs standen in meiner Seele in Verbindung mit diesen Büchern und vertraten die Stelle eines in ihnen berühmt gewordenen Ortes. Ich habe gesehen, wie Tom Pipes den Kirchturm hinaufkletterte, habe Strape mit dem Schnapsack auf dem Rücken beobachtet, wie er an der Gitterpforte am Zaun ausruhte, und ich weiß, dass Commodore Trunnion seine Clubsitzung mit Mr. Pickle in der Gaststube unserer kleinen Dorf-Schenke abhielt. So war ich damals geartet, als das Ereignis eintrat, von dem ich jetzt berichten will. Eines Morgens, als ich mit meinen Büchern in das Wohnzimmer trat, bemerkte ich, dass meine Mutter sehr ängstlich aussah und Miss Mudstone sehr fest, während Mr. Mudstone etwas um das untere Ende seines Rohrstocks wickelte. Es war ein geschmeidiges und schächtiges Rohr, das er in der Hand wippte und durch die Luft sausen ließ, als ich hereinkam. »Ich sage dir doch, Clara«, bemerkte Mr. Mudstone, »ich selbst bin oft durchgehauen worden.« »Gewiss, selbstverständlich«, sagte Miss Mudstone. »Gewiss, liebe Jane«, stammelte meine Mutter demütig, »aber... aber meinst du, dass es Edward gut getan hat?« »Glaubst du, dass es Edward geschadet hat, Clara«, fragte Mr. Mudstone ernst. »Das ist der springende Punkt«, sagte seine Schwester. »Gewiss, liebe Jane«, weiter sagte meine Mutter nichts mehr. »Mich beschlich das Gefühl, dass ich das Zwiegespräch auf mich bezöge.« Und ich suchte und begegnete Mr. Mudstones Blick. »Nun, David«, sagte er, und sein Auge blitzte, »du musst dich heute viel mehr in Acht nehmen als gewöhnlich.« Er hieb weiter mit dem Rohr durch die Luft, und nachdem er diese Vorbereitung beendigt hatte, legte er es mit ausdrucksvollem Blick neben sich hin und nahm ein Buch zur Hand. Nur für den Beginn war dies eine gute Auffrischung meiner Geistesgegenwart. Dann fühlte ich, wie die Morte mir beim Aufsagen entschwanden, nicht einzeln oder zeilenweise, sondern gleich ganze Seitenlang. Ich versuchte, meine Gedanken wieder einzufangen, aber es war, als ob sie die Schlittschuhe anhätten und mit unaufhaltsamer Geschwindigkeit wegglitten. Wir fingen schlecht an und fuhren noch schlechter fort. Ich war hereingekommen mit dem Bewusstsein, dass ich mich heute sogar auszeichnen würde, denn ich glaubte, recht gut vorbereitet zu sein, aber es stellte sich als vollständiger Irrtum heraus. Ein Buch nach dem anderen vermehrte den Haufen der Rückstände, und Miss Murdstone wandte die ganze Zeit über den Blick nicht von uns. Und als wir endlich zu den 5000 Käsen kamen, er machte an diesem Tage Rohrstöcke daraus, fing meine Mutter zu weinen an. »Clara«, sagte Miss Murdstone mit warmer Stimme, »ich fühle mich nicht ganz wohl, meine liebe Jane, glaube ich«, sagte meine Mutter. Ich sah Mr. Murdstone feierlich seiner Schwester zuwinken, als er aufstamm, das Rohr nahm und sagte, »Nun, Jane, wir können kaum erwarten, dass Clara mit unerschütterlicher Festigkeit den Ärger und die Qual trägt, die Davey, die er heute verursacht hat. Das würde stoisch sein. Clara hat sich sehr gefestigt und ist viel stärker geworden, aber wir können kaum so viel von ihr erwarten. David, wir wollen jetzt beide hinaufgehen.« Als er mich aus der Tür zog, rannte meine Mutter auf uns zu. Miss Murdstone sagte, »Clara, bist du denn ganz närrisch?« und trat dazwischen. Ich sah, wie sich meine Mutter die Ohren zuhielt und hörte sie weinen. Er führte mich in mein Zimmer, langsam und feierlich. Ich weiß bestimmt, es machte ihm Freude, die Exekution so förmlich zu gestalten, und als wir oben angekommen waren, klemmte er plötzlich meinen Kopf unter seinen Arm. »Mr. Murdstone, so«, schrie ich auf. »Oh, bitte schlagen Sie mich nicht. Ich habe mir solche Mühe beim Lernen gegeben, Sir, aber ich kann es nicht aufsagen, wenn Sie und Miss Murdstone dabei sind. Ich kann es wirklich nicht.« »Kannst du wirklich nicht, David?« fragte er. »Wir wollen's mal versuchen.« Er hielt meinen Kopf fest wie in einem Schraubstock, aber ich entwand mich doch noch, es gelang mir, ihn einen Augenblick aufzuhalten. Nur einen Augenblick, denn gleich darauf versetzte er mir einen heftigen Schlag. In demselben Augenblick erhaschte ich seine Hand mit meinem Mund und biss sie durch und durch. Es zuckt mir jetzt noch in den Zähnen, wenn ich daran denke. Er schlug mich dann, als ob er mich totpeitschen wollte. Durch all den Lärm, den wir machten, hörte ich die anderen die Treppe heraufrennen und aufschreien. Ich hörte meine Mutter aufschreien. Dann war er fort, und die Tür war von außen verschlossen. Und ich lag fieberheiß und zerrissen und wund auf dem Boden und raste in ohnmächtiger Wut. Ich weiß mich gut zu erinnern, welch unnatürliche Stille im ganzen Hause herrschte, als ich wieder ruhig wurde. Ich kann mich gut entsinnen, als Schmerz und Leidenschaft sich legten, wie schlecht ich mir vorkam. Ich saß lange Zeit lauschend da, aber es war kein Laut zu vernehmen. Ich raffte mich vom Boden auf und sah mein Gesicht im Spiegel so verschwollen und entstellt, dass ich mich entsetzte. Die Striemen waren wund und hart, und ich musste aufschreien, wenn ich mich rührte. Aber sie waren nichts gegen mein Schuldbewusstsein. Es lastete schwer auf meiner Brust, wie wenn ich der schlimmste Verbrecher gewesen wäre. Es fing an zu dunkeln, und ich machte das Fenster zu. Ich hatte die ganze Zeit über mit dem Kopf auf dem Fensterbrett gelegen und abwechselnd geweint, halb geschlafen oder gedankenlos hinausgesehen, als ich der Schlüssel herumdrehte und Miss Murdstone mit Brot, Fleisch und Milch hereintrat. Ohne ein Wort zu sprechen, setzte sie es auf den Tisch und starrte mich währenddessen ununterbrochen mit größter Festigkeit an, entfernte sich dann und schloss die Türe hinter sich zu. Noch lange saß ich im Dunkeln da und grübelte, ob sonst noch jemand kommen werde. Als das für diesen Abend unwahrscheinlich wurde, zog ich mich aus und ging zu Bett und fing an, mich furchtsam zu fragen, was jetzt wohl mit mir geschehen würde. War es ein Verbrechen, das ich begangen hatte? Würde man mich verhaften und ins Gefängnis stecken, mich am Ende gar hängen? Ich werde nie das Erwachen am nächsten Morgen vergessen. Im ersten Augenblick froh und heiter war ich plötzlich durch die erwachende Erinnerung wie niedergeschmettert. Miss Murdstone erschien wieder, ehe ich mich erhob, sagte mir mit kurzen Worten, dass ich eine halbe Stunde, aber nicht länger spazieren gehen dürfte und verschwand. Sie ließ diesmal die Tür offen, damit ich von der Erlaubnis Gebrauch machen könnte. Ich tat es, und jeden folgenden Morgen meiner Gefangenschaft die fünf Tage dauerte. Wenn ich meine Mutter allein hätte sehen können, wäre ich vor ihr auf die Knie gefallen und hätte sie um Verzeihung gebeten, aber ich bekam niemanden zu Gesicht, außer Miss Murdstone. Eine Ausnahme bildete nur die Zeit des Abendgebets in der Wohnstube. Dorthin führte mich Miss Murdstone, und ich musste wie ein junger Sträfling an der Tür stehen bleiben, während alle ihre Plätze einnahmen, und ehe sie sich erhoben, führte ich meine Kerkermeisterin mit großer Feierlichkeit wieder ins Gefängnis. Ich bemerkte, dass meine Mutter, am allerweitesten von mir entfernt, ihr Gesicht von mir abgewandt hielt, und dass Mr. Murdstone's Hand mit einem großen, leinenden Tuch verbunden war. Wie entsetzlich lang mir diese fünf Tage wurden, kann ich nicht beschreiben. Sie nehmen in meiner Erinnerung den Raum von Jahren ein, die Spannung, mit der ich allen Vorkommnissen im Hause lauschte, das Klingeln, das Öffnen und Schließen von Türen, das Murmeln von Stimmen, die Schritte auf den Treppen, das Lachen, Pfeifen und Singen draußen, das mir in meiner Einsamkeit und Verstoßenheit furchtbarer erschien als alles andere, das ungewisse Schleichen der Stunden, besonders des Nachts, wenn ich in dem Glauben aufwachte, es sei schon morgen, während die Familie noch nicht zu Bett gegangen war, und ich noch die ganze lange Nacht vor mir hatte, die quälenden Träume mit ihrem Albtrücken, die Wiederkehr von morgen, Mittag, Nachmittag und Abend, wo die Jungen draußen auf dem Kirchhof spielten, und ich sie vom Hintergrund des Zimmers aus beobachtete, weil ich mich schämte, mich wie ein Gefangener am Fenster zu zeigen, das fremdartige Gefühl, dass ich mich nie sprechen hörte, die flüchtigen Pausen schnell entschwinden der Erleichterung, die mit dem Essen und Trinken kam und wieder ging, der Regen eines Abends mit seinem frischen Duft, wie er immer dichter und dichter wurde zwischen mir und der Kirche, bis er und die hereinbrechende Nacht mich in einer Fensternis von Frucht und Reue zur Sticken drohten, alles das scheint Jahre statt Tage gedauert zu haben, so lebendig und tief hat es sich mir eingeprägt. In der letzten Nacht meiner Haft wachte ich auf und hörte meinen Namen flüstern. Ich richtete mich im Bette auf, breitete meine Arme im Dunkeln aus und fragte, »Bist du's, Pegotti?« Es kam nicht sogleich eine Antwort, aber nicht lange darauf hörte ich wieder meinen Namen in einem so geheimnisvollen und schaurigen Ton, dass ich vor Schrecken wahrscheinlich ohnmächtig geworden wäre, hätte ich nicht plötzlich begriffen, dass er durch das Schlüsselloch kommen müsse. Ich tappte mich zur Tür und legte den Mund an das Schlüsselloch und flüsterte. »Bist du's, liebe Pegotti?« »Ja, mein einziger lieber Davy. Sei so leise wie eine Maus, sonst hört uns die Katze.« Ich verstand sogleich, dass miß Murdstone gemeint war und fühlte die Notwendigkeit der Vorsicht, denn ihr Zimmer stieß dicht an meines. »Was macht Mama, liebe Pegotti? Ist sie sehr böse auf mich?« Ich konnte hören, dass Pegotti leise vor der Tür weinte, wie ich, ehe sie antworten konnte. »Nein, nicht sehr.« »Was wird mit mir geschehen, liebe Pegotti? Weißt du es?« »Schule. Bei London«, war Pegottis Antwort. Sie musste es noch einmal wiederholen, denn sie hatte es das erste Mal in meinen Hals hineingesprochen, weil ich vergaß, den Mund vom Schlüsselloch wegzunehmen und das Ohr daran zu legen. Ihre Worte kitzelten mich sehr, aber verstehen konnte ich sie nicht. »Wann, Pegotti?« »Morgen.« »Hat deshalb miß Murdstone meine Kleider aus der Kommode genommen?« »Ja«, sagte Pegotti, »Koffer.« »Werde ich Mama nicht wiedersehen?« »Ja«, sagte Pegotti, »morgen früh.« Dann legte sie ihre Lippen dicht an das Schloß und sprach die folgenden Worte so gefühlvoll und innig, wie sie wohl nie durch ein Schlüsselloch mitgeteilt worden sind, und stieß jeden Satz abgebrochen mit einem krampfhaften kleinen Ruck hervor. »Lieber Davy, wenn ich jetzt nicht mehr so ganz herzlich mit dir bin wie früher, so ist's nicht, weil ich dich nicht sehe und noch mehr liebe, mein liebes Herzensbüppchen, sondern bloß, weil ich glaube, es ist besser für dich und für jemand anderes. »Davy, mein Liebling, hörst du mich? Kannst du hören?« »Ja«, »Pegotti«, schluchzte ich.« »Du mein Herzenskind«, flüsterte Pegotti mit unendlichem Mitleid. »Ich will dir nur sagen, du darfst mich niemals vergessen.« »Auch ich will dich niemals vergessen.« »Aber ich will deine Mama, Davy, so in Acht nehmen, wie ich dich in Acht genommen habe.« »Und ich werde sie nie verlassen.« »Der Tag wird noch kommen, wo sie gern ihren armen Kopf ihrer dummen, mürrischen, alten Pegotti wieder auf den Arm legen wird.« »Ich werde dir schreiben, Liebling, wenn ich auch kein Gelehrter bin, und ich will, ich will...« Pegotti fing an, das Schlüsselloch zu küssen, das sie mich nicht küssen konnte. »Ich danke dir, meine liebe Pegotti«, sagte ich. »Ich danke, danke dir. Willst du mir nur eins versprechen, Pegotti?« »Wirst du, Mr. Pegotti und der kleinen Emily und Mrs. Gummidge und Ham sagen, dass ich nicht so schlecht bin, wie sie vielleicht denken, und dass ich sie alle von Herzen grüßen lasse, besonders die kleine Emily? Willst du so gut sein, Pegotti?« »Die gute Seele versprach mir's, und wir küßten beide das Schlüsselloch mit der größten Zärtlichkeit. Ich streichelte es mit der Hand, entsinne ich mich noch, als ob es ihr ehrliches Gesicht gewesen wäre, und trennten uns. Seit dieser Nacht wuchs in mir ein Gefühl für Pegotti, das ich nicht recht beschreiben kann. Sie ersetzte mir nicht meine Mutter, niemand hätte das können, aber sie fühlte eine Leere in meinem Herzen aus, die sich über ihr schloss, und ich fühlte etwas für sie, was ich nie für ein anderes menschliches Wesen empfunden habe. Es mischte sich ein Gefühl des Komischen wohl unter meine Zärtlichkeit, und dennoch kann ich mir nicht vorstellen, wie ich den Schmerz ertragen hätte, wenn sie gestorben wäre. Frühmorgens erschien Miss Murdstone wie gewöhnlich und sagte mir, dass ich in die Schule geschickt würde, was mich durchaus nicht so überraschte, wie sie wohl angenommen hatte. Sie sagte mir auch, dass ich hinunterkommen sollte in die Wohnstube zum Frühstück. Dort fand ich meine Mutter sehr blass und mit roten Augen. Ich lief ihr in die Arme und bat sie aus tiefbewegter Seele um Verzeihung. »O Davy«, sagte sie, »dass du jemandem wehtun konntest, den ich liebe. Versuche, dich zu bessern, bete darum, dass du besser werdest. Ich verzeihe dir. Aber ich bin voll Kummer, Davy, dass du ein so böses Herz hast.« Sie hatten ihr eingeredet, dass ich ein verworfenes Geschöpf wäre, und das schmerzte sie mehr als mein Fortgehen. Auf mich machte es einen tiefen Eindruck. Ich versuchte, mein Abschiedsfrühstück zu essen, aber die Tränen tröpfelten auf mein Butterbrot und in meinen Tee. Ich sah, wie meine Mutter mich von Zeit zu Zeit anblickte und dann auf Miss Mudstone sah und die Augen niederstug oder wegschaute. »Ist Master Copperfields Koffer da?«, fragte Miss Mudstone, als draußen der Wagen vorfuhr. Ich sah mich nach Pegotti um, aber weder sie noch Mr. Mudstone erschien. Mein alter Bekannter, der Fuhrmann, stand an der Tür, nahm den Koffer und hob ihn auf den Wagen. »Klara«, sagte Miss Mudstone in warnendem Ton. »Ich bin bereit, liebe Jane«, sagte meine Mutter. »Leb wohl, Davy. Du gehst zu deinem eigenen Besten. Leb wohl, mein Kind. Du wirst in den Feiertagen nach Hause kommen und ein besserer Junge sein.« »Klara«, wiederholte Miss Mudstone. »Gewiss, meine liebe Jane«, antwortete meine Mutter und hielt meine Hand noch immer fest. »Ich verzeihe dir, mein lieber Junge. Gott segne dich.« »Klara«, wiederholte Miss Mudstone. »Sie hatte die Güte, mich zum Wagen zu führen und mir unterwegs zu sagen, sie hoffe, ich würde in mich gehen, ehe es ein schlimmes Ende mit mir nähme. Und dann stieg ich in den Wagen, und das faule Pferd trottete mit mir davon.« Ende des vierten Kapitels Fünftes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünftes Kapitel Man schickt mich fort Wir waren kaum eine Viertelstunde gefahren, und mein Taschentuch war ganz durchnäßt, als der Kutscher plötzlich anhielt. Als ich hinaussah, brach zu meinem Erstaunen Pegotti aus einer Hecke hervor und kletterte in den Wagen. Sie schloss mich in die Arme und presste mich derartig an ihren Schnürleib, das mir die Nase weh tat. Nicht ein einziges Wort sprach Pegotti. Sie ließ mich mit dem einen Arm los, griff bis an den Ellbogen in ihren Rock und holte ein paar in Papier gewickelte Kuchen hervor, die sie mir in die Tasche stopfte. Einen Geldbeutel drückte sie mir in die Hand, sie sprach dabei kein Wort. Sie presste mich noch ein letztes Mal an ihren Schnürleib, stieg aus und lief davon, wie ich glaube und stets geglaubt habe, ohne einen einzigen Knopf an ihrem Kleid. Ich hob einen der vielen, die herumrollten, auf und bewahrte ihn lange Zeit als ein teures Andenken. Der Fuhrmann sah mich fragend an, ob sie zurückkäme. Ich schüttelte den Kopf und sagte, ich dächte nicht. »Also, los«, rief er seinem faulen Pferde zu, dass ich daraufhin in Bewegung setzte. Da ich mich ordentlich ausgeweint hatte, fing ich jetzt an zu überlegen, dass Tränen doch nichts nützten, umso mehr, als wir der Roderick Randon noch jener Kapitän der englischen Flotte jemals in schwierigen Lagen geweint hätten, soviel ich mich entsinnen konnte. Als der Fuhrmann mich so gefasst sah, schlug er mir vor, mein Taschentuch zum trocknen dem Pferd auf den Rücken zu legen. Ich dankte ihm und gab es ihm, und merkwürdig klein sah es aus, als es dort lag. Ich hatte jetzt Muße, die Börse zu untersuchen. Es war ein steifer Lederbeutel mit einem Schloß, und darin befanden sich drei glänzende Schillinge, die Peggottie mit Putzpulver poliert hatte, damit es mich noch mehr freuen sollte. Aber sein kostbarster Inhalt bestand aus zwei halben Kronen in einem Stück Papier, worauf mit meiner Mutter Handschrift stand, für Davy, mit herzlichem Gruß. Ich war davon so gerührt, dass ich den Fuhrmann bat, mir mein Taschentuch wieder hereinzureichen, aber er meinte, es ginge wohl auch so, und so wischte ich meine Augen mit dem Rockherrmann und bezwang mich. Es gelang mir, wenn mich auch noch hier und da das Schluchzen zerriss. Nach einer Weile Trottes fragte ich den Fuhrmann, ob er die ganze Reise mache. »Welche Reise?« fragte er. »Dahin«, sagte ich. »Wo? Dahin?« fragte der Fuhrmann. »Nun, bei London«, sagte ich. »Das Pferd«, sagte der Fuhrmann und schlenkerte mit dem Zügel, statt hinzudeuten, »wäre toter als Schweinefleisch, ehe wir noch halb hinkämen.« »Sie fahren also nur bis Yarmouth?« fragte ich. »Stimmt«, sagte der Fuhrmann, »dort bringe ich sie zur Postkutsche, und die bringt sie nach, wo's eben ist.« Da das für den Fuhrmann, der Mr. Barkis hieß, bei seinem phlegmatischen und wenig gesprächigen Temperament eine sehr lange Rede war, bot ich ihm als Zeichen meiner Erkenntlichkeit einen Kuchen an, den er auf einen Bissen verschlang, gerade wie ein Elefant, und der auf sein breites Gesicht nicht mehr Eindruck machte, als er auf das eines Elefanten gemacht hätte. »Hat sie den gebacken?«, fragte Mr. Barkis, der immer vorwärtsgepackt auf seinem Sitze hockte, auf jedes Knie einen Arm gestützt. »Peggotty, meinen Sie?« »Hm«, sagte Mr. Barkis, »sie.« »Ja, sie backt alle unsere Kuchen und kocht für uns.« »Wahrhaftig.« Er spitzte den Mund, als wolle er pfeifen, aber er pfiff nicht. Er saß da und zielte nach den Ohren des Pferdes, als sähe er dort etwas ganz Besonderes. So saß er geraume Zeit. Endlich sagte er, »Keine Schätze?« »Sagten Sie Plätzchen, Mr. Barkis?« »Ich dachte, er wollte noch etwas zu essen haben und hätte auf diese Art Erfrischung angespielt.« »Schätze«, sagte Mr. Barkis, »Schätze, niemand geht mit ihr?« »Mit Pegotti.« »Hm, mit ihr?« »Oh nein, sie hat niemals einen Schatz gehabt.« »Wahrhaftig.« Wieder spitzte er den Mund zum Pfeifen, aber wieder pfiff er nicht, sondern zielte nach den Ohren des Pferdes. »Sie macht also die Apfeltorten und besorgt die Küche, was?« fragte er nach einer langen Pause des Nachdenkens. »Ich bejahte.« »Gut, ich will Ihnen was sagen.« »Schreiben Sie ihr vielleicht?« »Ich schreibe jedenfalls an Sie.« »Hm«, sagte er und wandte mir langsam seine Augen zu. »Gut, wenn Sie ihr schreiben, sagen Sie ihr, dass Barkis will.« »Ja?« »Das Barkis will?« »Fragte ich unschuldig.« »Ist das alles?« »Jawohl«, sagte er nachdenklich. »Jawohl.« »Barkis will.« »Aber Sie sind doch morgen wieder zurück in Blunderstone, Mr. Barkis«, sagte ich, und meine Stimme bebte ein wenig bei dem Gedanken, dass ich dann so weit fort sein würde und könnten Ihre Botschaft doch selber viel besser ausrichten.« Da er aber diesen Vorschlag mit einem Ruck seines Kopfes zurückwies und seinen ersten Wunsch mit tiefem Ernst wiederholte, »Barkis will«, übernahm ich freiwillig den Auftrag. Später nachmittags, während wir im Gasthofen Yarmus auf die Postkutsche warteten, ließ ich mir einen Bogen Papier und ein Tintenfass bringen und schrieb folgenden Brief an Pegotty. »Meine liebe Pegotty, ich bin hier glücklich angekommen.« »Barkis will.« »Viele herzliche Grüße an Mama.« »Dein getreuer Davy« »Nachschrift« »Es ist mir nochmals aufgetragen worden.« »Barkis will.« »Als ich Mr. Barkis noch im Wagen mein Versprechen gegeben hatte,« »fiel er wieder in sein tiefes Schweigen, und ich, ganz ermattet von den letzten Ereignissen, legte mich auf einen Sack im Wagen und schlief ein.« »Ich schlief gesund, bis wir in Yarmus ankamen, das mir von dem Gasthaus auf, vor dem wir hielten, so neu und seltsam vorkam, dass sich sogleich die stille Hoffnung aufgab, hier jemand von Mr. Pegotys Familie oder vielleicht gar die kleine Emily selbst zu treffen.« Die Postkutsche stand über und über glänzend im Hofe, aber noch waren keine Pferde vorgespannt, und sie sah in diesem Zustande aus, als wäre nichts Unwahrscheinlicher, als daß sie je nach London fahren könnte. Ich fragte mich, was wohl aus meinem Koffer werden sollte, den Mr. Barkis auf das Pflaster gesetzt hatte, und aus mir, als eine Frau aus einem Bogenfenster, an dem Geflügel und Fleischstücke aufgehangen waren, heraussah und fragte, »Ist das der junge Herr aus Blunderstone?« »Ja, Madame«, sagte ich. »Wie heißen Sie?«, fragte die Frau. »Copperfield, Madame«, sagte ich. »Stimmt nicht, für Copperfield ist nichts bestellt.« »Vielleicht für Murdstone«, sagte ich. »Wenn Sie Master Murdstone sind, warum sagen Sie da zuerst einen anderen Namen?« Ich erklärte ihr den Zusammenhang, worauf sie eine Glocke zog und rief, »William, bring ihn ins Frühstückszimmer.« Aus der Küche am anderen Ende des Hofes kam ein Kellner herausgerannt und schien sehr erstaunt, als er bloß mich sah. Es war ein sehr geräumiges Zimmer mit verschiedenen großen Landkarten an den Wänden. Ich setzte mich scheu mit der Mütze in der Hand auf die Ecke des Stuhles, der der Tür am nächsten stand, und als der Kellner für mich einen Tisch deckte, musste ich ganz rot vor Bescheidenheit geworden sein. Er brachte mir einige Koteletts mit Gemüse und nahm den Deckel in so heftiger Weise herunter, dass ich glaubte, ich hätte ihn irgendwie beleidigt. Aber ich beruhigte mich wieder, als er mir den Stuhl an den Tisch schob und sehr lautselig sagte, »Nun, sechs Fuß hoch, kommen Sie her.« Ich dankte ihm und setzte mich an den Tisch, fand es aber sehr schwer, mit Messer und Gabel zu hantieren, ohne mich zu bespritzen. Währenddessen stand er mir gegenüber und wandte kein Auge von mir und machte mich immer schrecklich erröten, wenn ich seinem Blicke begegnete. Nachdem er mir bis zum zweiten Koteletts zugesehen, sagte er, »Es ist auch eine halbe Pinte Ale für Sie bestellt. Wollen Sie sie jetzt haben?« Ich dankte und sagte, »Ja.« Hierauf goß er das Bier aus einem Krug in ein großes Glas und hielt es gegen das Licht. »Meiner Seele«, sagte er, »Es scheint eine ganze, ganze Menge, was?« »Ja, es scheint eine ganze Menge«, antwortete ich lächelnd, denn ich war ganz entzückt, dass er zu mir so freundlich war. Er war ein Mann mit zwinkernden Augen und sinnigem Gesicht, und das Haar stand ihm zu Berge. Wie er den Arm in die Seite gestemmt hatte und das Glas gegen das Licht hielt, sah er jedoch ganz gemütlich aus. »Gestern war ein Gentleman hier«, fing er wieder an, »ein großer, starker Gentleman, der hieß Oberniedersäger.« »Kennen Sie ihn vielleicht?« »Nein«, sagte ich, »ich glaube nicht.« »Kurze Hosen und Gamaschen, breitkrempigen Hut, schäckiges Halstuch«, sagte der Kellner. »Nein«, sagte ich gedrückt, »ich habe nicht das Vergnügen.« »Er kehrte hier ein«, sagte der Kellner und sah immer noch durch das Glas, bestellte auch Ale, trotzdem ich ihm abriet, »trank es und war tot auf der Stelle.« »War zu alt für ihn.« »Es sollte nicht ausgeschenkt werden.« »Das ist die Sache.« Der tragische Vorfall machte mich ganz bestürzt, und ich sagte, »ich würde ein Glas Wasser vorziehen.« »Ja, sehen Sie«, sagte der Kellner, immer noch mit einem Auge durch das Glas spähend, das andere hatte er zugemacht, »unsere Leute sehen's nicht gern, wenn etwas bestellt wird und stehen bleibt, nehmen's übel.« »Aber ich will's trinken, wenn Sie erlauben, bin dran gewöhnt, und die Gewohnheit kann alles.« »Ich glaube nicht, dass es mir schadet, wenn ich den Kopf zurücklege und es rasch hinuntergieße.« »Was?« »Ich erwiderte, ich wäre ihm sehr verpflichtet, wenn er es tränke und es ihm nicht schaden würde, sonst aber möge er es ja nicht tun.« Als er den Kopf zurücklegte und es rasch hinuntergoss, erfasste mich eine schreckliche Angst, er könnte das Schicksal des bedauernswerten Mr. Oberniedersäger teilen und tot zu Boden fallen. Aber es tat ihm nichts. Im Gegenteil, es schien ihn nur erfrischt zu haben. »Was haben wir denn da?« »Sagte er und fuhr dann mit einer Gabel in meine Schüssel. »Doch nicht Koteletts?« »Koteletts«, sagte ich. »Gott bewahre«, rief er aus. »Ich wusste gar nicht, dass es Koteletts sind. Ein Koteletts ist das Beste gegen Bier. Ist das ein Glück, was?« Damit nahm er ein Koteletts, den Knochen in die eine Hand und eine Kartoffel in die andere, und verschlang beide zu meiner größten Befriedigung mit außerordentlichem Appetit. Dann nahm er noch ein Koteletts und noch eine Kartoffel und noch ein Koteletts und noch eine Kartoffel. Hierauf brachte er mir einen Pudding, setzte ihn auf den Tisch und schien ein paar Augenblicke in Gedanken zu versinken. »Wie ist die Pastete?« fragte er, wie er seinem Traum erwachend. »Es ist ein Pudding«, gab ich zur Antwort. »Pudding«, rief er aus, »Gott bewahre«, »wirklich«. »Und genauer hinblickend, es ist doch nicht etwa Blätterpudding?« »Ja, es ist Blätterpudding«. »Was?« »Blätterpudding«, sagte er und nahm einen Esslöffel. »Das ist ja mein Lieblingspudding. Ist das nicht ein Glück? Komm, Kleiner, wolle mal sehen, wer das meiste kriegt.« Er bekam wirklich das meiste. Er bat mich mehr als einmal, ich möchte mich doch dazu halten, aber das Missverhältnis seines Esslöffels zu meinem Teelöffel, seiner Fertigkeit zu meiner, seines Appetits zu meinem Appetit bewirkten, dass ich schon bei den ersten Bissen weit zurückblieb und keine Aussicht mehr hatte, ihn wieder einzuholen. Ich glaube, ich habe niemals jemanden einen Pudding mit so viel Genuss essen sehen, und er lachte, als er fertig war, als ob seine Freude noch fortdauerte. Da er so freundlich und so gefällig war, bat ich ihn um Feder, Tinte und Papier, um an Pegotti zu schreiben. Er brachte es nicht nur sogleich, sondern war auch so freundlich, mir über die Achsel zu sehen, während ich schrieb. Als ich fertig war, fragte er mich, wo ich zur Schule ginge. Ich sagte, »Bei London«, denn ich wusste weiter nichts. »Gott bewahre«, sagte er und schaute sehr traurig drein, »das tut mir leid.« »Warum?«, fragte ich ihn. »Ach, mein Gott«, sagte er und schüttelte den Kopf, »das ist die Schule, wo Sie dem Jungen die Rippen zerbrachen. Zwei Rippen. Es war ein kleiner Junge. Er war etwa...« »Warten Sie mal, wie alt sind Sie ungefähr?« »Ich sagte ihm, zwischen acht und neun Jahre.« »Das ist gerade sein Alter.« »Er war acht Jahre und sechs Monate, als Sie ihm die erste Rippe brachen, acht Jahre und acht Monate alt, als Sie ihm die zweite Rippe brachen.« »Und dann war es aus mit ihm.« Ich konnte weder mir noch dem Kellner verhehlen, »das das ein recht unangenehmer Vorfall sei« und forschte, wodurch es denn geschehen wäre. Seine Antwort klang durchaus nicht ermutigend für mich, denn sie bestand aus zwei schrecklichen Worten, »durch Strixe«. Das Blasen des Posthorns auf dem Hof veranlasste mich, aufzustehen und mit einem aus Stolz und Ängstlichkeit gemischten Gefühl im Besitz einer Börse zu sein, fragte ich, ob noch etwas zu bezahlen wäre. »Ein Bogen Briefpapier«, sagte er. »Haben Sie schon einmal einen Bogen Briefpapier gekauft?« »Ich konnte mich nicht erinnern.« »Ist sehr teuer, von wegen die Steuer«, sagte er. »Drei Pents.« »So werden wir hier besteuert, sonst weiter nichts. Bloß der Kellner noch. Die Tinte kostet nichts, bei der setze ich zu.« »Was möchten Sie?« »Was soll ich?« »Wie viel hätte ich?« »Was gibt man wohl dem Kellner, bitte?« Stammete ich und wurde rot. »Wenn ich keine Familie besäße und die Familie nicht die Pocken hätte,« sagte der Kellner, »würde ich nicht sechs Pents nehmen. »Wenn ich keinen alten Vater nicht hätte und keine lübliche Schwester«, »hier wurde der Kenner sehr aufgeregt,« »möchte ich keinen Pfennig nicht nehmen.« »Wenn ich eine gute Stelle hier hätte und gut behandelt würde, würde ich selbst Trinkgeld geben, anstatt eins zu nehmen.« »Aber ich lebe von Abfall und schlafe auf Kohlen.« »Hier brach er in Tränen aus.« Mich ergriff seine unglückliche Lage sehr, und ich fühlte, dass ein Trinkgeld von weniger als neun Pents seine wahre Brutalität und Herzenshärte wäre. Daher gab ich ihm einen meiner drei blanken Schillinge, den er mit großer Demut und Ehrerbietung entgegennahm und gleich darauf mit dem Daumennagel auf seine Echtheit untersuchte. Ich geriet einigermaßen in Verlegenheit, als ich beim Einsteigen in die Postkutze bemerkte, dass ich im Verdacht stand, das ganze Mittagessen allein aufgegessen zu haben. Ich hörte nämlich die Frau aus dem Bogenfenster sagen, »Nehmen Sie das Kind in Acht, Georg, sonst platzt es.« Und die Dienstmädchen kamen heraus, staunten mich an und bekicherten mich wie ein junges Naturwunder. Mein unglücklicher Freund, der Kellner, der sich von seiner Betrübnis vollständig erholt hatte, teilte, ohne im geringsten Verlegen zu scheinen, die allgemeine Verwunderung. Wenn ich einigermaßen Verdacht gegen ihn faßte, so entstand es wahrscheinlich dadurch. Aber ich glaube, dass ich bei meiner jugendlichen Adlosigkeit und der natürlichen Achtung, die ein Kind vor höherem Alter hat, selbst damals kein ernstes Misstrauen gegen ihn hegte. Immerhin ärgerte ich mich ein bisschen, dass ich so, ohne es zu verdienen, zur Zielscheibe des Spottes zwischen dem Postillon und dem Schaffner wurde. Sie sagten, dass die Kutsche hinten zu schwer würde, wenn ich dort säße, und es wäre vorteilhafter, wenn ich in der Gepäckabteilung reiste. Als die Fabel von meiner Mappe dingt oder den Außenpassagieren ruchbar wurde, machten auch sie ihre Späße über mich und fragten mich, ob in der Schule für mich zwei oder für drei Brüder bezahlt würde, ob ein besonderer Kontrakt abgeschlossen worden sei, oder ob ich wie jeder andere bezahlte, und noch dergleichen vergnügliche Fragen mehr. Aber das Schlimmste an der Sache war, dass ich wusste, ich würde mich schämen, bei der nächsten Haltestelle etwas zu essen, und dass ich mit dem sehr knappen Mittagessen im Magen die ganze Nacht würde hungern müssen, zumal ich in der Eile meine Kuchen im Gasthaus vergessen hatte. Meine Befürchtungen trafen ein, als wir abends an einem neuen Wirtshaus anhielten, konnte ich es nicht über mich bringen, am Nachtessen teilzunehmen, obgleich ich großen Appetit hatte, sondern setzte mich an den Kamin und sagte, ich esse nichts. Aber auch das rettete mich nicht vor Späßen, denn ein heiserer Herr mit einem rohen Gesicht, der unterwegs die ganze Zeit über aus einer Butterbrotschachtel gegessen hatte, außer wenn er gerade aus einer Flasche trank, verglich mich mit einer Riesenschlange, die auf einmal so viel verschlingt, dass es lange Zeit vorhält. Bei diesen Worten machte er einen heftigen Angriff auf das gekochte Rindfleisch. Wir waren um drei Uhr nachmittags von Yarmouth abgefahren und sollten in London um acht Uhr am nächsten Morgen ankommen. Es war Hochsommerwetter und ein sehr schöner Abend. Als wir durch ein Dorf fuhren, malte ich mir aus, wie die Häuser wohl innen aussehen und was für Leute drin wohnten. Und als die Jungen hinter uns herliefen und sich eine Strecke weit an den Wagen klammerten, hätte ich sie gerne gefragt, ob wohl ihre Väter noch lebten und sie zu Hause glücklich wären. Viel ging mir im Kopf herum und nicht am wenigsten die Schule, in die ich eintreten sollte. Von Zeit zu Zeit dachte ich auch an die Heimat und an Pegotty und trachtete, mir meine Empfindungen vorzustellen, ehe ich noch Mr. Murdstone gebissen hatte. Ich kam damit nicht zurecht. Es schien mir seitdem eine Ewigkeit vergangen zu sein. Die Nacht war nicht so schön wie der Abend, es wurde kühl, und da man mich zwischen zwei Herren, den mit dem rohen Gesicht und einen anderen, gesetzt hatte, damit ich nicht herunterfühle, so erstickten mich die beiden fast, wenn sie einschliefen und mich ganz zudeckten. Sie quetschten mich manchmal so sehr, dass ich mich nicht mehr helfen konnte und rufen musste »Ach, bitte, bitte«, was ihnen gar nicht angenehm war, weil es sie aufweckte. Mir gegenüber saß eine ältliche Dame in einem großen Pelzmantel, die im Finstern wie ein Heuschober aussah. Diese Dame hatte einen Korb bei sich und wusste lange Zeit nichts damit anzufangen, bis sie herausfand, dass er wegen meiner kurzen Beine unter meinen Sitz gehöre. Er belästigte mich so sehr, dass ich ganz unglücklich darüber war, aber wenn ich mich nur ein bisschen rührte und das Glas, das im Korb lag, klappern machte, stieß sie mich heftig mit dem Fuß und sagte »So sitz doch still. Deine Knochen sind jung genug«, sollte ich meinen. Endlich ging die Sonne auf, und jetzt fingen meine Gefährten an, ruhiger zu schlafen. Von den Schwierigkeiten, unter denen sie sich die ganze Nacht mit schrecklichem Ächzen und Schnarchen hindurchgekämpft hatten, kann man sich keinen Begriff machen. Als die Sonne höher stieg, wurde er schlafleiser, und endlich wachte einer nach dem anderen auf. Ich musste mich sehr wundern, dass niemand eingestehen wollte, er hätte geschlafen, sondern mit größter Entrüstung diesen Vorwurf zurückwies. Ich kann es noch heute nicht begreifen, weshalb wir von allen menschlichen Schwächen, die am wenigsten zugeben wollen, in einem Wagen eingeschlafen zu sein. Wie wunderbar kam mir London vor, als ich es in der Entfernung erblickte, mir vorstellte, dass Abenteuer wie die meiner Lieblingshelden dort täglich vorkämen, und mir dunkel ausmalte, dass es reicher an Wundern und Verbrechern sein müsste, als jeder andere Ort der Welt. Wir näherten uns der Stadt allmählich und lagten zur richtigen Zeit an einem Gasthaus in Whitechapel an, von dem ich nicht mehr weiß, ob es der blaue Ochse oder der blaue Eber war, irgendetwas Blaues war es, und sein Abbild war auf die Rückseite der Kutsche gemalt. Als der Schaffner herunterstieg, fiel sein Blick auf mich, und er fragte zum Fenster des Einschreibebüros hinein, »Wartet hier jemand auf einen Knaben namens Murdstone aus Blunderstone in Suffolk?« Niemand antwortete. »Bitte, Sir, versuchen Sie es mit Copperfield«, sagte ich, und sah ratlos hinab. »Wartet hier jemand auf einen Knaben namens Murdstone aus Blunderstone in Suffolk, der sich aber zu dem Namen Copperfield bekennt und abgeholt werden soll? fragte der Schaffner. »Hä da, ist niemand da?« »Nein, es war niemand da.« Ich sah mich ängstlich um, aber auf niemand der Umstehenden machte die Nachfrage den geringsten Eindruck, außer höchstens auf den einäugigen Mann in Gamaschen, der den Rat gab, mir ein Messinghalsband anzulegen und mich im Stalle anzubinden. Man brachte eine Leiter, und ich stieg erst nach der Dame hinunter, die einem Heuschober ähnlich sah, da ich mich nicht zu rühren wagte, bis sie ihren Korb weggenommen hatte. Der Wagen war jetzt leer von Reisenden, die Gepäckstücke waren bald heruntergeholt, die Pferde ausgespannt, und die Kutsche wurde von ein paar Hausknechten zur Seite geschoben. Noch immer erschien niemand, um den staubbedeckten Knaben aus Blunderstone ins Suffer Cup zu holen. Noch verlassener als Robinson, dem wenigstens niemand zusah, als er einsam war, begab ich mich in die Schreibstube, verfügte mich auf die Einladung des Kommi hinter den Ladentisch und setzte mich auf die Gepäckwaage. Während ich hier saß und Pakete und Kisten und Bücher musterte und den Stallgeruch atmete, begann eine Prozession der beängstigendsten Betrachtungen in meiner Seele. Was, wenn mich niemand abholen würde? Wie lange würden sie mich dann hier behalten? Wie lange würden meine sieben Schillinge reichen? Müsste ich des Nachts mit dem anderen Gepäck in einem der hölzernen Fächer schlafen und mich am Morgen unter dem Brunnen im Hofe waschen? Oder würde man mich jede Nacht hinausjagen und dürfte ich erst am nächsten Morgen bei der Eröffnung des Büros wiederkommen, bis man mich abholte? Was, wenn es gar kein Irrtum wäre, und Mr. Muldstone hätte sich bloß den Plan ausgedacht, um mich auf die Art loszuwerden? Was sollte ich dann tun? Wenn sie mich auch da ließen, bis meine sieben Schillinge zu Ende sein würden, konnte ich doch nicht hoffen, bleiben zu dürfen, wenn ich anfinge zu verhungern. Das wäre doch den Kunden unbequem gewesen und hätte den blauen Sohn so Begräbniskosten verursacht, und wenn ich gleich ginge, um zu Fuß nach Hause zurückzukehren, hätte ich den Weg finden können, Vorausgesetzt, dass mich dort überhaupt jemand außer Pegotti vielleicht aufgenommen hätte. Wenn ich zu der ersten besten Behörde ging und mich als Soldat und Matrose anböte, würden sie wahrscheinlich einen so kleinen Jungen wie mich nicht nehmen. Solche und hundert andere Gedanken machten, dass mir der Kopf glühte und ich vor Angst und Sorge ganz schwindelig wurde. Als ich auf dem Höhepunkt meines Fiebers angelangt war, trat ein Mann ein und sagte etwas leise zu dem Kommi. Dieser schob mich von der Waage und sah zu dem Manne hin, als ob ich gewogen, gekauft, abgeliefert und bezahlt wäre. Als ich Hand in Hand mit dem neuen Bekannten das Büro verließ, warf ich einen verstohlenen Blick auf ihn. Er war ein hagerer, bleicher, junger Mann mit hohlen Wangen und einem Kinn, das fast schon schwarz aussah wie Mr. Murdstones Kinn, aber damit hörte die Ähnlichkeit auf, denn sein Backenbart war abrasiert und das Haar fuchsig und trocken, statt glänzend schwarz. Er trug einen schwarzen Anzug, der auch fuchsig und trocken und an Armen und Beinen etwas zu kurz war. Außerdem hat er ein weißes, nicht besonders reines Tuch um den Hals. Ich nahm nicht an, dass dieses Halstuch die einzige Wäsche ausmachte, die er trug. Jedenfalls konnte ich sonst keine bemerken. »Du bist der neue Junge?« »Ja, Sir«, gab ich zur Antwort. »Ich bin einer der Lehrer von Salemhaus«, sagte er. »Ich verbeugte mich und fühlte mich sehr eingeschüchtert. Ich schämte mich so sehr, von etwas so Alltäglichem wie meinem Koffer einem Gelehrten und Lehrer von Salemhaus gegenüber zu sprechen, dass wir schon eine Strecke weit gegangen waren, als ich ihn daran erinnerte. Wir kehrten auf meine demütige Vorstellung hin, dass mir der Koffer vielleicht später nützlich sein möchte, um, und er sagte dem Kommi, dass der Fuhrmann alles nachmittags abholen werde. »Erlauben Sie, Sir«, fragte ich nach einer Weile, »ist es weit?« »Es ist nicht weit von Blackheath«, sagte er. »Ist das weit, Sir?« »Ein hübsches Stück. Wir werden mit der Post fahren. Es sind so sechs Meilen.« Ich war so müde und matt, dass noch sechs Meilen aushalten zu müssen mir unerträglich schien. Ich fasste mir ein Herz und gestand, dass ich seit gestern Mittag nichts gegessen hatte. Ich würde ihm sehr dankbar sein, wenn er mir erlauben wollte, dass ich mir etwas zu essen kaufte. Er schien sich darüber sehr zu wundern. Ich sehe ihn noch stillstehen und mich ansehen. Und nachdem er einen Augenblick überlegt hatte, sagte er, er wollte eine alte Frau, die nicht weit weg wohnte, aufsuchen, und das Beste werde sein, wenn ich unterwegs Brot oder was ich sonst brauchte kaufte und bei ihr, wo wir Milch bekommen könnten, frühstückte. Wir traten also in einen Bäckerladen, und nachdem ich nacheinander fast alles, was schwer verdaulich war, hatte kaufen wollen und er mir abgeraten, entschieden wir uns endlich für einen netten kleinen Leib Schwarzbrot, der drei Pens kostete. Dann kauften wir bei einem Höckler ein Ei und eine Schnitte Schinken, und da mir von meinem zweiten Schilling noch recht viel Kleingeld übrig blieb, kam mir London als ein sehr billiger Ort vor. Mit unseren Einkäufen fertig, gingen wir durch entsetzlichen Lärm und großes Getöse, das meinen Kopf unbeschreiblich verwirrte, über eine Brücke, und ich glaube, er nannte sie Londonbrücke, und ich war halb eingeschlafen, als wir bei dem Hause der alten Frau anlangten, das zu einem Teil eines armen Asils gehörte, wie ich aus einer Überschrift auf der Tür entnahm, die besagte, dass es für fünfundzwanzig arme Frauen eingerichtet war. Der Schulmeister von Salimhaus öffnete eine der kleinen schwarzen Türen, die alle ganz gleich aussahen, und neben denen sich ein paar kleine Fenster aus geritten Blas befanden, und wir traten in das Häuschen einer dieser armen Personen, die gerade ein Feuer anblies, um einen kleinen Napf zum Kochen zu bringen. Als die Alte den Schullehrer eintreten sah, ließ sie den Blasebalg sinken und sagte etwas, was wie »Mein Charlie« klang. Als sie dann auch mich bemerkte, rieb sie sich die Hände und knickste verlegen ein wenig. »Kannst du diesem jungen Herrn vielleicht sein Frühstück kochen?« fragte der Schulmeister von Salimhaus. »Ob ich kann? Natürlich kann ich.« »Wie geht's, Mrs. Phibitson?« fragte der Schullehrer, und sah eine andere alte Frau an, »die in einem großen Stuhl beim Ofen saß und in so vielen Kleidern versteckt war, dass ich bis heute noch froh bin, mich nicht irrtümlich auf sie gesetzt zu haben.« »Ach, jämmerlich«, sagte die erste alte Frau, »sie hat heute ihren ganz schlechten Tag. Wenn das Feuer zufällig ausginge, glaube ich wirklich, sie würde auch ausgehen und nicht mehr zu sich kommen.« »Als sie Mrs. Phibitson ansahen, folgte ich ihrem Beispiel. Obgleich es ein warmer Tag war, schien diese Frau doch an nichts anderes als das Feuer zu denken. Ich glaube, sie gönnte selbst dem Napf sein Plätzchen nicht, und vermute, sie nahm es mir sehr übel, dass die Pfanne durch das Kochen meines Frühstücks noch länger in Anspruch genommen werden sollte. Ich sah nämlich mit meinen eigenen müden Augen, wie sie mir während des Kochens mit der Faust drohte, als einmal niemand Acht gab. Der Sonnenschein strömte zu dem kleinen Fenster herein, aber sie saß mit Stuhl und Rücken dagegen und schützte das Feuer, als wolle sie es eifersüchtig warm halten, anstatt dass es sie warm hielt, und bewachte es aufs Armwöhnlichste. Als die Vorbereitungen für mein Frühstück beendet waren und das Feuer frei wurde, freute sie sich so außerordentlich, dass sie laut auflachte, wie ich gestehen muss, sehr unmelodisch. Ich setzte mich nieder zu meinem Schwarzbrot, dem Ei und dem Schinken und einem Napf mit Milch und hatte ein köstliches Mahl. Während ich noch in vollem Genusse schwelgte, sagte die erste Alte zu dem Schullehrer, »Hast du deine Flöte bei dir?« »Ja«, antwortete er, »mach einen Blaser darauf«, sagte die alte Frau schmeicheln, »bitte.« Daraufhin fasste der Lehrer mit seiner Hand unter seine Rockschöße und brachte eine Flöte in drei Stücken hervor, die er zusammenschraubte, worauf er zu blasen begann. Nach langen Jahren der Überlegung muss ich doch immer noch bei der Meinung beharren, dass es niemals einen Menschen auf der Welt gegeben haben kann, der schlechter blies. Er brachte die gräßlichsten Töne hervor, die ich jemals auf natürliche oder künstliche Weise hatte erzeugen können. Ich weiß nicht, was es für Melodien waren, wenn es überhaupt Melodien waren, was ich sehr bezweifle, aber auf mich übten sie die Wirkung aus, dass mir plötzlich alle meine Sorgen wieder einfielen und ich kaum meine Tränen zurückhalten konnte. Dann raubten sie mir den Appetit, und schließlich machten sie mich so schläfrig, dass ich meine Augen nicht mehr offen halten konnte. Ich habe jetzt noch einen Drang zu nicken, wenn ich daran denke, und wieder steigt das kleine Stübchen vor mir auf, mit dem offenen Wandschrank in der Ecke, den Stühlen mit den hohen Lehnen, der kleinen Winkeltreppe, die in die obere Stube führte, und den drei Pfauenfedern über dem Kamin Sims. Gleich, als ich eingetreten war, hätte ich gerne gewusst, was sich wohl der Pfau gedacht haben würde, wenn er geahnt hätte, was aus seinem Federschmuck noch einmal werden sollte. Das Bild verschwimmt langsam im Nebel, und ich nicke und schlafe. Die Flöte wird unhörbar, und ich höre stattdessen die Räder der Postkutsche und bin wieder auf Reisen. Der Wagen stößt, ich wache mit einem Ruck auf, und die Flöte ist wieder da, und der Schulmeister von Salemhaus sitzt mit verschlungenen Beinen da und bläst kläglich, während die alte Frau verzückt vor sich hinschaut. Sie zergeht wieder in Nebel, und er zergeht, und alles zergeht. Es ist keine Flöte mehr da, kein Salemhaus, kein David Copperfield, sondern nichts als tiefer, fester Schlaf. Ich träumte, kam mir vor, dass die alte Frau in ihrer Verzückung immer näher und näher zu ihm gekommen sei, dicht hinter seinem Stuhl und den Arm zärtlich um seinen Hals schlänge, was dem Flöteblasen für einen Augenblick ein Ende machte. In dieser Pause hörte ich in einem Zustand von Halbschlaf die alte Frau, Mrs. Fibbitzen, Frage, ob es nicht köstlich sei, worauf Mrs. Fibbitzen antwortete, »Ei, ja« und dem Feuer zu nickte, indem sie wahrscheinlich die Entstehung der Musik zuschrieb. Ich muss ziemlich lange geschlafen haben. Der Schulmeister von Salemhaus schraubte schließlich seine Flöte wieder in drei Stücke auseinander, steckte sie wieder ein und führte mich fort. Der Omnibus stand nicht weit, und wir stiegen auf das Dach. Ich war fest eingeschlafen, als wir unterwegs einmal anhielten und man mich innen sitzen ließ, weil es keine Passagiere mehr drin waren. Endlich fuhr der Wagen unter einem grünen Laubdach im Schritt einen steilen Hügel hinan, dann hielt er, und wir befanden uns am Ziel. Wenige Schritte brachten den Schulmeister und mich an das Salemhaus, das, von einer hohen Ziegelmauer umgeben, sehr öde aussah. Über der Tür hing ein Brett mit der Inschrift Salemhaus, und durch ein Gitterfenster in der Tür musterte uns, nachdem wir geklingelt hatten, ein mürrisches Gesicht, das, wie ich nach dem Öffnen der Tür sah, einen dicken Mann mit einem Stiermacken, einem hölzernen Bein, hervorstehenden Schläfen und gleichmäßig um den ganzen Kopf verschnittenen Haaren gehörte. »Der neue Junge«, sagte der Lehrer. Der Mann mit dem Holzbein musterte mich von oben bis unten, wozu er sehr lange brauchte, schloss die Türe hinter uns und zog den Schlüssel ab. Wir gingen unter ein paar großen Bäumen auf das Haus zu, als er den Schulmeister zurückrief. »Hallo!« Wir sahen uns um, und der Mann stand in der Tür des Pförtnerhauses und hielt ein paar Stiefel in der Hand. »He!« Der Schuhflicker war da und sagte, er könne sie nicht mehr flicken. Er sagte, es wäre kein Stück mehr ganz. Er möchte gerne wissen, was sie eigentlich wollten. Mit diesen Worten war für die Stiefel Mr. Mel, so hieß der Lehrer, vor die Füße, und dieser hob sie auf und betrachtete sie mit betrübtem Blick, als wir weitergingen. Ich bemerkte jetzt zum ersten Mal, dass seine Schuhe sich in einem sehr schlechten Zustand befanden und dass an einer Stelle der Strumpf hervorlugte wie eine Knospe. Saal im Haus. Ein viereckiges Gebäude aus roten Ziegeln mit einem Flügel auf jeder Seite sah öde und leer aus. Überall war es so totenstill, dass ich zu Mr. Mel sagte, »Die Schüler seien wohl ausgegangen.« Er schien sich zu wundern, dass ich nicht wusste, dass jetzt in den Ferien alle Schüler nach Hause gereist wären. Mr. Creakle, der Eigentümer, so wie Mrs. und Miss Creakle befänden sich im Seebad, und man habe mich zur Strafe für meine Missetat während der Ferien hierher geschickt. Die Schulstube erschien mir als der ungemütlichste und traurigste Ort, der mir jemals vorgekommen. Ein langes Zimmer mit drei langen Reihen Pulten und sechs Reihen Bänken und rundherum Haken zum Aufhängen der Hüte und Schiefertafeln. Ausgerissene Blätter aus alten Schreib- und Lehrbüchern lagen auf dem schmutzigen Boden verstreut. Einige Käferhäuschen aus demselben Material lagen auf den Pulten, zwei elende kleine weiße Mäuse mit roten Augen, von ihren Besitzern zurückgelassen, liefen in ihren kleinen Käfigen hin und her und schnupperten in den Ecken nach Nahrung herum. Ein Vogel in einem Bauer hüpfte traurig auf und nieder, sang und zwitscherte aber nicht. Das ganze Zimmer durchdrang ein merkwürdiger, dumpfer Geruch wie von schimmligem Tuch, faulen Äpfeln und modrigen Büchern. Wenn das Haus von Anfang an dachlos gewesen wäre und der Himmel hätte das ganze Jahr hindurch Tinte geregnet, gehagelt, geschneit und gestürmt, hätte die Stube nicht verspritzter sein können. Mr. Mell hatte mich allein gelassen, während er seine unflickbaren Stiefel hinauftrug, und ich ging unterdessen leise an das andere Ende des Zimmers. Als ich an den Tisch des Lehrers kam, fand ich einen Pappendeckel mit der schön geschriebenen Inschrift »Acht geben«, »Er beißt«. Ich kletterte unverzüglich auf das Pult hinauf, denn ich fürchtete, es sei unten ein großer Hund versteckt. So vorsichtig ich mich auch umsah, konnte ich doch nichts entdecken. Ich blickte noch immer mit ängstlichen Augen umher, als Mr. Mell zurückkam und mich fragte, was ich da oben mache. »Ich bitte um Verzeihung, Sir. Ich suche den Hund.« »Hund«, fragte er, »welchen Hund?« »Es ist kein Hund da, Sir.« »Was für ein Hund denn?« »Vor dem man sich in Acht nehmen soll, weil er beißt.« »Nein, Copperfield«, sagte der Lehrer ernst, »das ist kein Hund, das ist ein Knabe.« »Ich habe den Befehl, Copperfield, diesen Zettel auf deinem Rücken zu befestigen. Es tut mir leid, dass ich so mit dir anfangen muss, aber ich muss es tun.« Damit zog er mich vom Pult herunter und band mir das zu diesem Zweck sinnreich vorbereitete Plakat wie einen Tornister auf den Rücken, und von nun an hatte ich den Trost, es, wo ich ging, mit mir herumtragen zu müssen. Was ich unter diesem Plakat zu leiden hatte, kann sich niemand vorstellen. Ob mich jemand sehen konnte oder nicht, immer bildete ich mir ein, jeder müsste es lesen. Es war mir keine Erleichterung, wenn ich mich umdrehte und niemand da war. Ich konnte den Gedanken nie loswerden, immer jemand hinter meinem Rücken stehen zu wissen. Der grausame Mensch mit dem Holzbein vermehrte noch meine Leiden. Er hatte zu befehlen, und wenn er sah, dass ich mich an einen Baum oder an eine Wand oder an das Haus lehnte, brüllte er mir aus seinem Häuschen zu. »Eda, Copperfield, lass nur das Ehrenzeichen sehen, oder ich zeig dich an.« Der Spielplatz war ein kahler, mit Sand bestreuter Hof vor den Fenstern der Küche und Gesindestube, und ich wusste, dass die Dienerschaft, der Fleischer und der Bäcker den Zettel lasen, mit einem Wort, wer früh, wenn ich auf dem Spielplatz sein musste, im Hause kam oder ging, musste lesen, dass man sich vor mir in Acht zu nehmen hätte, weil ich bisse. Ich fing mich vor mir selbst zu fürchten an, wie vor einem wilden Jungen, der wirklich beißt. Auf dem Spielplatz war eine alte Tür, bedeckt von Namen, die die Schulknaben dort eingeschnitten hatten. In meiner Furcht vor dem Ende der Ferien und der Rückkunft der Schüler konnte ich keinen Namen lesen, ohne mich zu fragen, in welchem Tone wird der oder jener sagen, Acht geben er beißt. Da war besonders einer, Jay Steerforth, der seinen Namen sehr oft und sehr tief eingeschnitten hatte, und der, wie ich mir vorstellte, das Plakat mit sehr lauter Stimme vorlesen und mich immer an den Haaren zupfen würde. Dann ein anderer, Tommy Trattles, von dem ich fürchtete, er werde Späße treiben und sich stellen, als ob er sich entsetzlich vor mir fürchtete. Von einem dritten, George Stempel, glaubte ich, er werde die Inschrift singen. Ich, das kleine, eingeschüchterte Geschöpf, hatte so oft die Tür angesehen, bis die Träger aller dieser Namen, wie mir Mr. Mell sagte, waren fünfundvierzig Schüler da, mich auf allgemeinen Beschluss in Verruf zu tun schienen, wobei jeder in seiner eigenen Weise ausrief, Acht geben er beißt. Ebenso verhielt es sich mit den Plätzen vor dem Pulte und den Bänken, ebenso mit den Reihen verlassener Bettstellen, wenn ich aus meinem Lager heraus seinen Blick auf sie warf. Ich erinnere mich, dass ich eine Nacht nach der anderen träumte, ich sei wieder bei meiner Mutter, wie früher, oder auf Besuch bei Mr. Peggoty, oder reise als Außenpassagier mit der Postkutsche, oder speise wieder mit meinem unglücklichen Freunde, dem Kellner, und überall wunderten sich die Leute, wenn sie bemerkten, dass ich nichts anhatte als mein kleines Nachthemd und das Plakat auf dem Rücken. In der Einförmigkeit meines Lebens und in beständiger Furcht vor dem Schulbeginn bereitete es mir unerträgliche Leiden. Ich hatte jeden Tag lange Lektionen bei Mr. Mell, da aber Mr. und Miss Murdstone nicht anwesend waren, kam ich gut weg. Vorher und nachher musste ich spazieren gehen, überwacht von dem Mann mit dem Holzbein. Wie lebhaft ich mich an die Feuchtigkeit rings ums Haus erinnere, an die grünen, zersprungenen Steine im Hof, das alte, lecke Wasserfass und die verwaschenen Stämme der düstern Bäume, die mehr als andere Gewächse im Regen getröpfelt und weniger in der Sonne geblüht zu haben schienen. Um ein Uhr aßen wir zu Mittag, Mr. Mell und ich, an dem oberen Ende eines langen, kahlen Esszimmers, das voll war von hölzernen Tischen und stark nach Fettroch. Dann arbeiteten wir wieder bis zum Tee, den Mr. Mell aus einer blauen Tasse und ich aus einem Zinntopf tranken. Den ganzen Tag lang bis abends sieben oder acht war Mr. Mell angestrengt an seinem besonderen Pult im Schulzimmer mit Feder, Tinte, Lineal, Büchern und Schreibpapier beschäftigt. Er zog die Rechnungen aus für das vergangene halbe Jahr. Wenn er seine Sachen für die Nacht aufgeräumt hatte, zog er seine Flöte hervor und blies, bis ich glaubte, er müsste allmählich sein ganzes Ich am oberen Ende hineingeblasen und sich durch die Klappen verflüchtigt haben. Ich stellte mir mein eigenes kleines Ich vor, wie ich in dem schwacherhaltenen Zimmer den Kopf in die Hand gestützt sitze und der kläglichen Musik Mr. Mells zuhöre und die Aufgaben für den nächsten Tag lerne. Ich sehe mich, wie ich die Bücher weggelegt habe und immer noch den kläglichen Melodien Mr. Mells lausche, und ich höre darin, was mir früher das mütterliche Haus war, höre den Wind wehen über die Dünen von Jarmes und fühle mich bedrückt und einsam. Ich sehe, wie ich zu Bette gehe in dem ungastlichen Zimmer und mich auf das Bett setze und mich mit Tränen nach einem tröstenden Wort von Pegotti sehne. Ich sehe mich, wie ich früh die Treppe herunterkomme und durch ein Gangfenster auf dem Dache eines Häuschens draußen die große Schulglocke betrachte, mit einer Wetterfahne darüber, und wie ich mich vor der Zeit fürchte, wo sie J. Steerforth und die Übrigen zur Arbeit rufen wird, was an Schrecklichkeit nur von dem Zeitpunkt übertroffen wird, wo der Mann mit dem Holzbein das rostige Tor aufschließen und den furchtbaren Mr. Creakle einlassen wird. Ich glaube nicht, dass ich in meiner Fantasie mir gefährlich vorkam, aber ich trug doch die Warnung auf dem Rücken. Mr. Mell sprach niemals viel mit mir, aber er war niemals rauh gegen mich. Ich glaube, wir leisteten einander gute Gesellschaft, auch ohne miteinander zu sprechen. Manchmal redete er mit sich selbst, lachte vor sich hin, ballte die Faust, knirschte mit den Zähnen und raufte sich die Haare in gar nicht so schildernder Weise. Er hatte nun einmal diese Eigentümlichkeiten. Erst flößten sie mir vor Stein, aber bald gewöhnte ich mich daran. Ende des fünften Kapitels Sechstes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Kapitel Ich erweitere den Kreis meiner Bekanntschaft So hatte ich ungefähr einen Monat gelebt, als der Mann mit dem hölzernen Bein mit dem Besen und dem Wassereimer herumzuhumpeln begann, Woraus ich schloss, dass man sich auf den Empfang Mr. Crickles und der Schüler vorbereitete. Ich hatte mich nicht geirrt. Es dauerte nicht lange, so kam der Besen in die Schulstube und verdrängte Mr. Mell und mich. Ein paar Tage lang mussten wir uns im ganzen Haus herumdrücken und waren beständig zwei oder drei Mädchen, die ich vorher nie gesehen hatte, im Wege und fortwährend so in Staub gehüllt, dass ich immerfort niesen musste, als ob Salimhaus eine einzige große Schnupftabaksdose gewesen wäre. Eines Tages sagte mir Mr. Mell, dass Mr. Crickle abends ankommen werde. Nach dem Tee hörte ich, dass er da war. Vor dem Schlafengehen holte mich der Mann mit dem hölzernen Bein zu ihm. Mr. Crickles Teil des Hauses sah viel angenehmer aus als der unsere, hatte einen kleinen Garten, der sich sehr hübsch ausnahm, verglichen mit dem staubigen Spielplatz, der so sehr eine Wüste in Miniatur war, dass ich bloß ein Kamel oder ein Dromedar darin hätte wohlfühlen können. Ich getraute mich kaum, alles das anzublicken, als ich zittern hindurchging. Ich war so verschüchtert, dass ich kaum Mrs. Crickle oder Miss Crickle bemerkte, oder überhaupt etwas anderes sah als Mr. Crickle, einen dicken Herrn mit einer mächtigen Uhrkette und Berlocks daran, der in einem Lehnstuhl saß und Glas und Flasche neben sich stehen hatte. »So«, sagte Mr. Crickle, »das ist also der junge Herr, den die Zähne abgefeilt werden müssen. Drehen um«, »drehen«, »drehen um«. Der Mann mit dem hölzernen Bein drehte mich um und zeigte das Plakat. Dann, als Mr. Crickle es gelesen, drehte er ihm wieder mein Gesicht zu und stellte mich neben ihn. Mr. Crickles Gesicht glühte förmlich, und seine kleinen Augen lagen tief im Kopf. Er hatte dicke Adern auf der Stirn, eine kleine Nase, ein großes Kinn, eine Glatze und ein spärliches, feucht aussehendes Haar, das anfing, grau zu werden und so von den Schläfen nach oben gebürstet war, dass sich die Enden auf dem Scheitel begegneten. Was mir am meisten auffiel, war, dass er mit flüsternder Stimme sprach. Die Anstrengung, die ihn das kostete, oder das Bewusstsein, nicht lauter reden zu können, machten sein zorniges Gesicht noch zorniger und die dicken Ader noch dicker beim Sprechen, so dass ich mich nicht wundere, wenn dieser Zug seines Äußern am lebendigsten in meiner Erinnerung fortlebt. »Was ist von dem Knaben zu melden?« fragte er. »Es liegt noch nichts gegen ihn vor«, erwiderte der Mann mit dem Stelzfuß. »Es hat sich noch keine Gelegenheit ergeben.« Mr. Creakle schien enttäuscht zu sein, Mrs. und Miss Creakle hingegen, die ich jetzt zum ersten Mal ansah, und die beide hager und dünn waren, durchaus nicht. »Komm her«, sagte Mr. Creakle und winkte mir. »Komm her«, sagte der Mann mit dem Stelzfuß und wiederholte die Gebärde. »Ich habe das Glück, deinen Stiefvater zu kennen«, flüsterte Mr. Creakle und nahm mich beim Ohr. »Er ist ein würdiger Mann und ein Mann von starkem Charakter. Er kennt mich, und ich kenne ihn. Kennst du mich auch, hä?« Und er zwickte mich mit grausamer Scherzhaftigkeit ins Ohr. »Noch nicht, Sir«, sagte ich, vor Schmerzen zurückweichend. »Noch nicht, hä?« wiederholte Mr. Creakle. »Aber du wirst es bald, hä?« »Wirst bald«, wiederholte der Mann mit dem Stelzfuß. Ich fand später heraus, dass er mit seiner starken Stimme als Mr. Creakles Sprachrohr den Knaben gegenüber auftrat. Ich war verschüchtert und sagte, »Ich hoffte es, wenn er erlaubte.« Mir war die ganze Zeit über, als ob mein Ohr in Flammen stünde, so fest hatte er mich gekniffen. »Ich will dir es sagen, was ich bin«, flüsterte Mr. Creakle, und knifft mich noch einmal zum Abschied, dass mir das Wasser in die Augen trat. »Ich bin ein Eisenschädel.« »Ein Eisenschädel«, sagte der Mann mit dem hölzernen Wein. »Wenn ich sage, ich will etwas tun, so tue ich es, und wenn ich sage, es soll etwas geschehen, so muss es geschehen.« »Soll etwas geschehen, so muss es geschehen«, wiederholte der Mann mit dem Stelzfuß. »Ich bin ein unbeugsamer Charakter, das bin ich. Ich tue meine Pflicht, die tue ich immer. Mein eigen Fleisch und Blut«, er sah bei diesen Worten Mrs. Creakle an, »ist nicht mehr mein Fleisch und Blut, wenn es sich mir widersetzt. Ich verstoße es.« »Ist der Kerl wieder dagewesen?« fragte er dann den Mann mit dem hölzernen Bein. »Nein«, war die Antwort. »Nein«, sagte Mr. Creakle, »er weiß, warum. Er kennt mich. Er soll sich vor mir hüten, und ich sage, er soll sich vor mir hüten.« »O Mr. Creakle« schlug mit der Faust auf den Tisch und sah Mrs. Creakle an. »Denn er kennt mich. Jetzt hast du angefangen, mich auch kennenzulernen, junger Freund. Du kannst gehen. Führ ihn fort.« Ich war sehr froh, gehen zu dürfen, denn Mrs. und Miss Creakle wischten sich beide die Augen, und ich fühlte mich ihretwegen noch unbehaglicher als meinetwegen, aber ich hatte eine Bitte auf dem Herzen, die mich so drückte, dass sie herausmusste, obgleich ich mich selbst über meinen Mut wunderte. »Verzeihen Sie, Sir«, Mr. Creakle flüsterte, »ha, was ist das?« und bohrte seine Augen in meine, als ob er mich verbrennen wollte. »Verzeihen Sie, Sir«, stotterte ich, »wenn Sie mir erlauben wollten, Sir. Ich bereue doch so sehr, was ich getan habe, den Zettel mit der Schrift abzulegen, ehe die Knaben zurückkommen.« Ob Mr. Creakle ernst machte oder nur so tat, um mich zu erschrecken, weiß ich nicht. Aber er sprang mit solcher Heftigkeit von seinem Stuhle auf, dass ich eilig retirierte, ohne die Begleitung des Mannes mit dem Stelzfuß abzuwarten und erst wieder in meinem Schlafzimmer Haltmachte. Als sie mich nicht verfolgt sah, ging ich zu Bett und lag zitternd und bebend ein paar Stunden da. Am nächsten Morgen kehrte Mr. Sharp zurück. Mr. Sharp war erster Lehrer und stand über Mr. Mel. Mr. Mel aß mit den Schülern, er hingegen an Mr. Creakles Tisch. Er war ein schmächtiger, zart aussehender Mann mit einer großen Nase und einer Art, den Kopf auf der Seite zu tragen, als ob er ihm ein wenig zu schwer wäre. Sein Haar war sehr weich und gelockt. Der erste Schüler, der zurückkam, sagte, es wäre eine Perücke, eine Abgelegte, ehe er es nannte, und Mr. Sharp ginge jeden Samstagnachmittag aus, um sie sich brennen zu lassen. Es war niemand anders als Tommy Treadles, der mir dies verriet. Er war der erste Kneipe, der zurückkehrte. Er stellte sich mir mit den Worten vor, sein Name stünde in der rechten Ecke des Tors auf dem obersten Querbalken. Treadles, fragte ich, worauf Tommy erwiderte, derselbe. Und dann forderte er von mir volle Auskunft über mich und meine Familie. Ein Glück für mich, dass Treadles zuerst zurückgekommen war. Ihm machte das Plakat so viel Spaß, dass er mich aus einer großen Verlegenheit rettete, indem er mich jedem einzelnen Jungen mit den Worten vorstellte, »Schau her, das ist ein Jux!« Ein weiteres Glück war, dass der größte Teil der Schüler sehr niedergeschlagen zurückkehrte und sich auf meine Kosten nicht so viel Späße erlaubte, als ich gefürchtet hatte. Einige tanzten allerdings um mich herum wie wilde Indianer, die meisten konnten der Versuchung nicht widerstehen, zu tun, als ob ich ein Hund wäre, und mich zu streicheln und zu besänftigen, damit ich nicht bisse, und zu sagen, »schön legen« und mich »Schnapsel« zu nennen. Das war natürlich unter so viel Fremden unangenehm und kostete mich manche Träne, aber im Großen Ganzen lief es viel besser ab, als ich mir vorgestellt hatte. In aller Form in die Schule aufgenommen, galt ich jedoch nicht eher, als bis Jay Steerforth ankam. Vor diesem Knaben, der für ungemein gelehrt, galt und sehr hübsch aussah und mindestens ein halbes Dutzend Jahre älter war als ich, führte man mich wie vor einen Richter. Unter einem Schutzdach auf dem Spielplatz befragte er mich über die Einzelheit meiner Strafe und geruhte, seine Meinung dahin auszusprechen, dass das eine Affenschande sei und ein Riesenjux. Wofür ich ihm für alle Zeit dankbar blieb. »Wie viel Geld hast du mit Copperfield?« fragte er, als er nachher mit mir beiseite ging und die Angelegenheit mit besagten Ausdrücken erledigt hatte. Ich sagte ihm, ich hätte sieben Schillinge. »Es ist besser, du gibst sie mir zum Aufheben. Übrigens kannst du das tun, wenn du willst. Du brauchst es auch nicht zu tun, wenn du nicht willst. Ich beeilte mich, seinem freundlichen Wink zu folgen, öffnete Pegottys Börse und schüttete sie in seine Hand aus. »Willst du jetzt davon etwas ausgeben?« fragte er mich. »Nein, ich danke«, entgegnete ich. »Du kannst, wenn du Lust hast. Du brauchst es nur zu sagen.« »Nein, ich danke«, wiederholte ich. »Vielleicht möchtest du ein paar Schillinge an eine Flasche Johannisbeerwein wenden,« meinte Steerforth. »Du gehörst doch zu meinem Schlafraum nicht.« Es war mir vorher nichts dergleichen eingefallen, aber ich sagte, »Ja, das möchte ich.« »Sehr gut«, sagte Steerforth. »Und einen Schilling für Leicht in Mandelkuchen.« »Ja, auch das.« »Und einen Schilling für Biskuits und einen für Obst, nicht wahr«, sagte Steerforth. »Kopperfield, du machst dich.« Ich lächelte, weil er lachte, aber innerlich fühlte ich mich doch ein wenig beunruhigt. »Gut«, sagte Steerforth, »Wir müssen sehen, dass es recht lang reicht.« »Nur darauf kommt's an.« »Ich will alles tun, was in meiner Macht steht. Übrigens kann ich ausgehen, wann ich will und werde den Plutter schon hereinschmuggeln.« Mit diesen Worten steckte er das Geld in die Tasche und sagte mir gütig, ich solle mich nicht grämen, er werde schon alles in die Hand nehmen. Und er hielt Wort. Innerlich kam es mir wie ein Unrecht vor, dass ich meiner Mutter beide halbe Kronen so unnütz verschwendete. Das Stück Papier aber, in dem das Geld eingewickelt gewesen, bewahrte ich auf wie einen kostbaren Schatz. Als wir zu Bette gingen, wickelte er aus, was er für die ganzen sieben Schillinge gekauft hatte, und legte es im Mondschein auf das Bett und sagte. »So, kleiner Copperfield, ein königliches Mahl hast du bekommen.« Solange er anwesend war, konnte ich bei meinem Alter nicht daran denken, die Honours des Festes zu machen, bei dem bloßen Gedanken daran zitterte mir die Hand. Ich bat ihn, den Vorsitz zu übernehmen, und da die anderen Schüler im Schlafzimmer meinen Wunsch unterstützten, gab er nach und nahm auf meinem Kopfkissen Platz. Er teilte die Lebensmittel aus, ich muss sagen, vollkommen unparteiisch, und ließ den Johannisbeerwein in einem kleinen Glase ohne Fuß, das ihm gehörte, herumgehen. Ich saß zu seiner Linken, und die übrigen hatten sich auf den nächsten Betten und auf dem Fußboden um uns herum gruppiert. Wir saßen da zusammen und sprachen flüsternd miteinander, oder besser gesagt, die anderen sprachen, und ich hörte ehrerbietig zu. Das Mondlicht fiel ins Zimmer und malte ein bleiches Fenster auf den Fußboden, die meisten von uns saßen im Dunkeln, nur Steerforth tauchte zuweilen ein Zündhölzchen in die Phosphorbüchse, wenn er etwas auf dem Tische suchen wollte, was jedes Mal einen blauen Schein über uns ergoss, der gleich wieder erlosch. Ein Gefühl des Geheimnisvollen, hervorgerufen durch die Dunkelheit, die Heimlichkeit des Gelages und den flüsternden Ton, in dem sich alle unterhielten, beschleicht mich wieder, und ich höre allen zu mit einem dunklen Gefühl der Ehefurcht und des Grauens, das mich froh sein lässt, dass sie alle so nahe sind. Und wenn ich auch tue, als lache ich, so klopft mir doch das Herz, wenn Trettl sein Gespenst in der Ecke zu sehen behauptet. Ich höre allerlei Geschichten über die Schule und was mit ihr zusammenhängt, höre, dass Mr. Crickle nicht ohne Grund ein Eis in Schädel zu sein behauptet, dass er der strengste aller Lehrer sei und jeden Tag schonungslos und unbarmherzig über die Knaben herfalle und um sich schlüge, dass er weiter nichts könne als die Kunst des Prügelns und, wie Stierforce sagte, unwissender sei als der letzte in der Schule und vor vielen, vielen Jahren ein kleiner Hopfenhändler in einem Marktflecken gewesen sei und das Schullehrergeschäft erst angefangen habe, als er in Hopfen bankrott gemacht und Mrs. Crickles Vermögen verbraucht habe. Ich erfuhr noch vielerlei der Art und staunte, dass sie so viel wußten. Ich hörte, dass der Mann mit dem Stelzfuß, der Tongay hieß, ein hartherziger Barbar, früher auch im Hopfengeschäft gewesen und mit Mr. Crickle zum Schulfach übergegangen sei, weil er das Bein in Mr. Crickles Dienst gebrochen und mancherlei schmutzige Geschäfte für ihn verrichtet hatte und um alle seine Geheimnisse wüsste, hörte, dass Tongay mit Ausnahme Mr. Crickles die ganze Anstalt, Schullehrer und Knaben als seine natürlichen Feinde betrachtete und dass es die einzige Freude seines Lebens sei, mürrisch und boshaft zu sein. Ich hörte, dass Mrs. Crickle einen Sohn habe, den Tongay nicht hatte ausstehen können und der einmal als Unterlehrer in der Schule seinem Vater Vorstellungen über die zu grausame Züchtigung eines Knaben gemacht und gegen die Art, wie Crickle seine Gattin behandelte, protestiert hätte. Ich hörte, dass Mr. Crickle ihn deswegen verstoßen hätte und dass Mrs. und Miss Crickle darüber sehr bekümmert seien. Das Wunderbarste aber war, dass ein Knabe in der Schule sei, an den Mr. Crickles niemals wagte, die Hand anzulegen, nämlich Jay Steerforth. Steerforth selbst bestätigte das und sagte, er möchte es gerne mal sehen, wenn Crickle so was probieren wollte. Als ein kleiner, schüchterner Junge fragte, was er in so einem Fall denn tun würde, brannte er ein Zündholz an, wie um einen hellen Schein über seine Antwort zu verbreiten, und sagte, er würde ihn zuerst einmal mit der schweren Tintenflasche, die ihm auf dem Kamin stand, zu Boden schlagen. Eine Zeit lang saßen wir dann atemlos im Dunkeln da. Ich vernahm, dass Mr. Schaap und Mr. Merl vermutlich beides sehr schlecht bezahlt würden und dass, wenn warmes und kaltes Fleisch auf Mr. Crickles Tafel stünde, man beim Mittagessen von Mr. Schaap stets erwartete, er werde Kaltes vorziehen, was wiederum von Steerforth, der allein an der Tafel des Vorstehers aß, bestätigt wurde. Ich vernahm, dass Mr. Schaap seine Perücke nicht genau passe und dass er damit gar nicht so groß zu tun, aufzudrehen, wie einer es nannte, brauchte, da man ganz deutlich sehen könne, wie sein rotes Haar darunter hervorschaue. Ich hörte ferner, dass ein Schüler, der Sohn eines Kohlenhändlers, da wäre im Gegenrechnung für bezogene Kohlen und dass man ihn deshalb Wechsel oder Tauschgeschäft, welche Bezeichnung aus dem Arithmetikbuch stammte, benannte. Ich hörte, dass das Tischbier, eine an den Eltern verübte Räuberei und der Pudding eine Unverschämtheit wäre. Ich hörte, dass man in der Schule allgemein annehme, Miss Crickles sei verliebt in Steerforth. Und wenn ich im Dunkeln saß und an seine gewinnende Stimme, sein feines Gesicht, die ungezwungenen Manieren und sein lockiges Haar dachte, hielt ich es für sehr wahrscheinlich. Ich erfuhr, dass Mr. Mell kein übler Mensch wäre, aber keinen Sixpence besäße, um sich etwas leisten zu können, und dass die alte Mrs. Mell, seine Mutter, so arm sei wie Hiob. Ich musste an mein damaliges Frühstück denken und an das, was wie mein Charlie geklungen hatte, aber ich schwieg darüber mäuschenstill. Die Erzählung dieser und vieler anderer Sachen dauerte viel länger als das Festmahl. Der größere Teil der Gäste ging schlafen, als das Essen und Trinken vorbei war, und wir, die wir halb entkleidet in flüsterndem Gespräch noch aufblieben, verfügten uns endlich auch ins Bett. »Gute Nacht, kleiner Copperfield, ich werde dich unter meinen Schutz nehmen.« »Sie sind sehr freundlich«, erwiderte ich dankbar, »ich bin Ihnen außerordentlich verpflichtet.« »Du hast wohl keine Schwester?«, fragte dann Steerforth gähnend. »Nein«, antwortete ich. »Das ist schade«, meinte Steerforth. »Wenn du eine hättest, müsste es ein kleines, schüchternes, hübsches Mädchen mit hellen Augen sein, glaube ich. Ich müsste sie kennenlernen.« »Gute Nacht, kleiner Copperfield.« »Gute Nacht, Sir«, antwortete ich. Ich musste sehr viel an ihn denken, als ich dann im Bette lag, und richtete mich manchmal auf, um ihn anzusehen, wie er im Mondschein da lag, das schöne Gesicht aufwärts gewendet und den Kopf auf dem Arme ruhend. Meine Gedanken beschäftigten sich so viel mit ihm, weil er in meinen Augen eine Person von großer Macht bedeutete. Keine ungewisse Zukunft umschimmerte ihn trüb im Mondlicht, und keine dunkle Spur hinterließen seine Tritte in dem Garten, in dem zu wandeln ich die ganze Nacht träumte. Ende des sechsten Kapitels Siebtes Kapitel Mein erstes Semester in Salemhaus Die Schule fing am nächsten Morgen allen Ernstes an. Es machte einen tiefen Eindruck auf mich, wie der laute Lärm in der Klasse plötzlich zur toten Stille wurde, als Mr. Creakle nach dem Frühstück eintrat, in der Tür stehen blieb und sich umsah, wie der Riese im Märchenbuch, wenn er seine Gefangenen betrachtet. Tom Gay stand dicht neben Mr. Creakle. Ich dachte mir, er hat doch gar keine Ursache, so grimmig Ruhe zu rufen. Alle Schüler saßen sowieso stumm und regungslos da. Jetzt sah man Mr. Creakle sprechen, und Tom Gay wiederholte laut seine Worte. Also, ihr Jungen, es ist ein neues Semester angegangen. Nehmt euch in Acht in diesem neuen Semester. Zeit bei der Hand bei euren Aufgaben, rat ich euch, denn ich werde rasch bei der Hand mit den Strafen sein. Ich werde nicht nachgeben. Es wird euch nichts nützen, wenn ihr euch reibt. Ihr werdet die Striemen nicht wegtreiben, die ich euch versetzen werde. Jetzt macht euch an die Arbeit, jeder Einzelne. Als diese schreckliche Eingangsrede vorüber und Tom Gay wieder hinausgehumpelt war, kam Mr. Creakle an meine Bank und sagte mir, dass, wenn ich auch gut beißen könne, er darin noch viel berühmter sei. Er zeigte mir dabei das spanische Rohr und fragte mich, was das wohl für ein Zahn wäre. Ist es ein Schaufahrzahn? Ist es ein Doppelzahn? Hat er eine gute Schneide? Weißt er, weißt er, weißt er wirklich? Bei jeder dieser Fragen versetzte er mir einen Hieb, dass ich mich wand und bald in Salemhaus mündig gesprochen war, wie Steerforth es nannte, auch sehr bald in Tränen schwamm. Nicht etwa, dass diese Behandlung eine besondere Auszeichnung bedeutet hätte, im Gegenteil. Bei der großen Mehrzahl der Knaben, besonders bei den Kleinen, machte sich Mr. Creakle auf dieselbe Art bemerkbar, wenn er die Runde im Zimmer machte. Die halbe Klasse weinte und krümmte sich vor Schmerzen, ehe das Tagewerk begann. Wie viel Unglückliche noch dazu kamen, bevor die Stunde zu Ende ging, getraue ich mich gar nicht anzugeben, um nichts der Übertreibung beschuldigt zu werden. Ich glaube, es kann nie einen Menschen gegeben haben, den sein Beruf mehr freute als Mr. Creakle. Seine Wonne, die Jungen schlagen zu können, kam der Befriedigung nagenden Hungers gleich. Ich bin fest überzeugt, dass er sich pauspäckigen Jungen gegenüber nicht halten konnte, dass darin für ihn etwas von starker Anziehungskraft lag und ihm keine Ruhe ließ, bis er nicht den Betreffenden für den Tag gezeichnet hatte. Ich war selbst pauspäckig und musste es wissen. Wenn ich jetzt an diesen Menschen denke, walt mein Blut und alles empört mich umso mehr, weil ich jetzt weiß, dass er noch dazu ein unfähiger Schuft war und kein größeres Recht auf den Vertrauensposten, den er bekleidete, hatte, als auf dem Posten eines ersten Admirals oder eines Feldmarschalls, nur hätte er dort wahrscheinlich weniger Unheil angerichtet. Wie demütig wir elenden kleinen Hasenfüße gegen ihn, diesen erbarmungslosen Götzen, waren! In welchem Licht erscheint mir jetzt dieser Stapel laufend Leben angesichts solcher Demut und Untertänigkeit vor einem Mann von solchem Unwert. Hier sitze ich wieder auf der Bank und beobachte sein Auge, voll Unterwürfigkeit beobachte ich ihn, wie er ein Rechenbuch für ein anderes Opfer liniert, das mit dem Lineal eben eins auf die Hand bekommen hat und die Schwiele mit dem Taschentuch reibt. Ich hätte voll auf zu tun. Ich beobachte sein Auge jedoch nicht, weil ich müßig bin, sondern weil es mich unnatürlich anzieht, mich mit dem schrecklichen Wunsch erfüllt, zu erraten, was er in der nächsten Minute tun wird. Ob er wohl über mich herfallen wird oder über einen anderen? Eine Reihe kleiner Jungen hinter mir beobachtet ihn mit demselben Interesse. Ich glaube, er weiß es und verstellt sich nur. Er schneidet furchtbare Grimassen, während er das Rechenbuch liniert, und jetzt wirft er einen Seitenblick auf uns und wir alle lassen den Blick auf die Bücher sinken und fangen an zu zittern. Einen Augenblick später starren wir ihn schon wieder an. Ein Unglücklicher, der seine Aufgabe schlecht gemacht hat, wird herausgerufen, er stammelt Entschuldigungen und verspricht, es morgen besser zu machen. Mr. Krügel reißt einen Witz, ehe er ihn prügelt. Und wir lachen darüber. Wir elenden, kleinen Hunde lachen darüber, mit aschfahlen Gesichtern und Herzen, die uns in die Hosen gefallen sind. Hier sitze ich wieder in der Bank an einem schläfrigen Sommernachmittag. Ein Surren und Summen rings um mich her, als seien die Jungen lauter große Fliegen. Ein dumpfer Druck lastet nach dem lauen, fetten Mittagessen auf mir, und mein Kopf ist so schwer wie Blei. Ich würde eine Welt darum geben, wenn ich schlafen dürfte. Mein Auge ist auf Mr. Krügel gerichtet, und ich blinzle ihn an wie eine junge Eule. Der Schlaf überwältigt mich eine Minute, er verschwimmt vor meinen Augen, wie er die Rechenhefte liniert. Leise schleicht er sich hinter mich, und ich erwache mit einem roten Striemen auf dem Rücken wieder zu klarer Wahrnehmung. Dann bin ich auf dem Spielplatz, wo mein Auge immer noch von ihm gebannt ist, obgleich ich ihn nicht sehen kann. Das Fenster, nicht weit von dem Orte, wo er zu Mittag ist, vertritt ihn, und ich beobachte es immer an seiner Stadt. Wenn sein Gesicht dahinter erscheint, nimmt das meine einen flehendlichen und unterwürfigen Ausdruck an. Wenn er durch die Scheiben herunter sieht, bricht auch der Verwegenste, nur Steerforth ausgenommen, mitten in einem Ruf oder Schrei ab und wird nachdenklich. Einmal wirft Treadles, der größte Pechvogel von der Welt, zufällig das Fenster mit einem Ball ein. Noch jetzt überläuft es mich eiskalt, wie ich es geschehen sehe, und begreife, dass der Ball Mr. Kriekels geheiligtes Haupt getroffen hat. Armer Treadles. In seinem engen, himmelblauen Anzug, der seine Arme und Beine wie Würste oder Teigrollen erscheinen ließ, war er der lustigste und zugleich unglücklichste unter den Schülern. Er wurde immer mit dem spanischen Rohr gehauen, ich glaube, jeden Tag im ganzen Semester, mit Ausnahme eines Montags, wo er nur mit dem Lineal eins überweite Hände bekam. Und immer stand er im Begriff, deshalb an seinen Onkel zu schreiben, und immer unterließ er es wieder. Wenn er den Kopf eine Weile auf das Pult gelegt hatte, wurde er wieder lustig, fing an zu lachen und zeichnete auf seine schiefer Taufel Gerippe, ehe noch seine Augen ganz trocken waren. Ich konnte mir lange Zeit nicht erklären, welchen Trost Treadles im Zeichen dieser Gerippe finden mochte und sah in ihm eine Art Einsiedler, der sich durch solche Symbole der Sterblichkeit vor Augen halten will, dass auch Prügel nicht ewig dauern können. Aber jetzt, glaube ich, er zeichnete sie nur, weil sie so leicht waren und er ihnen keine Gesichter zu machen brauchte. Treadles war sehr ehrenhaft und betrachtete es als eine heilige Pflicht der Schüler, einander beizustehen. Er hatte oft darunter zu leiden und besonders einmal, als Stierford während des Gottesdienstes gelacht hatte und der Kirchendiener glaubte, es wäre Treadles gewesen und diesen hinausführte. Ich sehe ihn jetzt noch vor mir, wie er von dem Diener gepackt hinausging, verabscheut von der ganzen Gemeinde. Er verriet nie den eigentlichen Täter, obgleich er den ganzen nächsten Tag dafür büßen mußte und so lang eingesperrt war, dass er einen ganzen Kirchhof voll Gerippen in seinem lateinischen Wörterbuch mit herausbrachte. Dann bekam er aber auch seinen Lohn. Stierford nämlich sagte, in Treadles sei auch keine Spur von einem Mucker und wir alle fühlten, dass das das höchste Lob bedeutete, das es geben konnte. Ich für meinen Teil hätte viel erdulden mögen, um solchen Lohn zu verdienen, obgleich ich lange nicht so tapfer war wie Treadles und nicht annähernd so alt. Stierford arm in arm mit Miss Creakle in die Kirche gehen zu sehen, war für mich ein überwältigender Anblick. Ich konnte Miss Creakle der kleinen Emily hinsichtlich Schönheit nicht an die Seite stellen, ich liebte sie nicht, ich wagte es nicht. Aber sie erschien mir als eine junge Dame von ungewöhnlichen Reizen und von unübertrefflicher Eleganz. Wenn Stierforth ihr in weißen Hosen den Sonnenschirm trug, war ich stolz, ihn zu kennen und glaubte, dass sie nicht anders konnte, als ihn von ganzem Herzen anzubeten. Mr. Sharp und Mr. Merl waren wohl in meinen Augen alle beide sehr beachtenswerte Persönlichkeiten, aber gegen Stierforth verbleichten sie wie Sterne gegenüber der Sonne. Stierforth blieb mein Beschützer und erwies sich mir als ein sehr nützlicher Freund, da niemand einen Knaben, der in seiner Gunststand etwas zu tun wagte. Er konnte mich gegen Mr. Creakle nicht schützen, oder wenigstens tat er es nicht, aber wenn mich Mr. Creakle noch härter als gewöhnlich gestraft hatte, sagte er mir stets, es fehlte mir ein wenig von seinem Mute und dass er an meiner Stelle es sich nicht hätte gefallen lassen. Damit wollte er mich trösten, und ich fand das sehr freundlich von ihm. Einen einzigen Vorteil nur hatte Mr. Creakles Strenge, das Plakat auf meinem Rücken war ihm im Wege, wenn er mir im Vorbeigehen eins versetzen wollte. Aus diesem Grunde wurde es entfernt, und ich sah es nie wieder. Ein Zufall befestigte das vertrauliche Verhältnis zwischen Stierforth und mir in einer Weise, die mich mit Befriedigung und Stolz erfüllte, wenn es auch mancherlei Beschwerlichkeit mit sich brachte. Als er mir nämlich einmal die Ehre erwies, auf dem Spielplatz mit mir zu sprechen, geschah es, dass ich die Bemerkung wagte, irgendjemand oder etwas passe auf Peregrine Pickle. Er sagte nichts, aber als wir zu Bett gingen, fragte er mich, ob ich das Buch besäße. Ich sagte nein und erzählte ihm, wieso ich es gelesen und erwähnte auch die anderen Bücher. Und erinnerst du dich noch auf alles? fragte Stierforth. Oh ja, gab ich zur Antwort. Ich hätte ein gutes Gedächtnis und glaubte noch, alles fast auswendig zu wissen. Ich will dir etwas sagen, kleiner Copperfield, meinte Stierforth daraufhin. Du kannst sie mir erzählen. Ich mag abends sowieso nicht so bald zu Bett gehen und wache gewöhnlich zu früh auf. Wir wollen sie alle nacheinander durchgehen. Wir werden regelmäßige arabische Nächte einführen. Ich fühlte mich außerordentlich geschmeichelt, und wir fingen noch am selben Abend an. Welche Sünde nicht im Verlauf meiner Erzählungen an meinen Lieblingsdichtern beging, weiß ich nicht mehr. Aber ich hatte einen unerschütterlichen Glauben an sie und eine einfache Art zu erzählen, und damit kamen wir recht weit. Die Kehrseite der Medaillie war nur, dass ich mich abends oft schläfrig oder verstimmt und nicht aufgelegt fühlte, die Geschichte fortzusetzen, und dann kostete es ein schweres Stück Arbeit. Aber es musste geschehen. Stierforths Erwartung zu täuschen oder ihm die Freude zu verderben, ging natürlich nicht an. Auch früh, wenn ich gern noch eine Stunde geschlummert hätte, war es recht fad, wie die sultanin'sche Herazade aufweckt und zum Erzählen einer langen Geschichte gezwungen zu werden, ehe die große Schulglocke läutete. Aber Stierforth bestand darauf, und da er mir dafür bei meinen Rechenaufgaben und Aufsetzen half, wenn sie zu schwer waren, verlor ich nichts bei dem Geschäft. Ich muss gerecht sein. Es bewegte mich kein selbstsüchtiges Motiv und auch nicht Furcht vor ihm. Ich bewunderte und liebte ihn. Sein Beifall war mir genug. Stierforth konnte auch fürsorglich für mich sein und bewies das bei einer Gelegenheit auf so halsstarrige Art, dass er dem armen Trädels und den übrigen damit Tantalusqualen bereitete. Peggottis versprochener, kostbarer Brief kam an, ehe noch einige Wochen des Semesters verstrichen waren, und mit ihm ein Kuchen in einem wahren Nest von Orangen und zwei Flaschen Obstwein dabei. Diese Schätze legte ich pflichtgemäß dir vorst zu Füßen und bat ihn, sie zu verteilen. »Ich will dir was sagen«, »kleiner Copperfield«, meinte er, »der Wein wird aufgehoben, um dir die Zunge anzufeuchten, wenn du Geschichten erzählst.« Ich wurde rot und bat ihn bescheiden, doch nicht daran zu denken. Aber er meinte, ich würde manchmal etwas heiser, und jeder Tropfen müsse für mich bleiben. Also schloß er den Wein in seinen Koffer und labte mich mit ihm vermittels einer im Kork angebrachten Federspule, wenn ich seiner Meinung nach einer Erfrischung bedurfte. Zuweilen war er so gütig und preßte Pomeranzensaft hinein. Um den Saft zu verbessern, rührte Ingwer hinein oder löste ein Pfefferminzzeltchen darin auf. Obwohl ich nicht behaupten kann, dass das Getränk dadurch wesentlich besser wurde, oder abends vor dem Anschlafen und früh nüchtern Genossen besonders magenstärkend gewesen wäre, trank ich es doch dankbar und war gerührt von Steerfors Aufmerksamkeit. Wir hatten wohl wochenlang mit Peregrine Pickle und mehrere Monate mit den anderen Geschichten zugebracht. Mangel an Stoff trat nie ein, und der Wein hielt fast so lange an wie der Stoff. Der arme Treadles, ich kann nie an diesen Jungen denken, ohne Tränen in den Augen und zugleich eine komische Neigung zu lachen. Treadles wirkte gewöhnlich verstärkend wie ein Chor und tat bei den lustigen Stellen, als ob er sie vor Heiterkeit nicht lassen könnte, und bei den Beunruhigenden, als ob er ganz vor Angst verginge. Das brachte mich manchmal ganz aus der Fassung. Es machte ihm einen Hauptspaß, mit den Zähnen zu klappern, sobald in den Abenteuern des Schilblas von Alguazil die Rede war, und ich erinnere mich, dass der Arme, als Schilblas dem Räuberhauptmann in Madrid begegnete, die Rolle des tödlich Entsetzten so lebhaft spielte, dass ihn Mr. Crickle, der auf den Gängen herumlauerte, hörte und wegen Störung im Schlafzimmer am anderen Morgen ordentlich durchwichste. Was an Neigung zum Romantischen und Träumerischen in mir lag, wurde durch dieses Erzählen im Dunkeln sehr gestärkt, und in dieser Hinsicht mag es nicht besonders von Vorteil für mich gewesen sein. Aber das Gefühl, dass ich im Schlafsaal wie eine Art Spielzeug behandelt wurde, und das Bewusstsein, auch bei den anderen Knaben meiner Fähigkeiten wegen ein gewisses Ansehen zu genießen, trotzdem ich der Jüngste war, muterte mich sehr auf. »In einer Schule, die von bloßer Grausamkeit beherrscht wird, wird nie viel gelernt, ob ihr jetzt ein Dummkopf vorsteht oder nicht.« »Ich glaube, unsere Schüler waren so unwissend wie nur möglich. Sie wurden viel zu sehr gepeinigt und herumgestoßen, um etwas lernen zu können. Es hatte für sie keinen Zweck, sich zu bemühen, in einem Leben voll beständiger Qual und Mühsal. Aber mein bisschen Eitelkeit und Steerforth Hilfe trieben mich an und machten mich, wenn es mir auch keine Strafen ersparte, zu einer Ausnahme unter den übrigen, indem ich wenigstens einige brausamen Kenntnisse auflas. Mr. Mel, an den ich mit Dankbarkeit zurückdenke, legte stets eine gewisse Teilnahme für mich an den Tag und half mir darin sehr. Es schmerzte mich immer, dass Steerforth ihn mit Geringschätzung behandelte und selten eine Gelegenheit versäumte, ihn zu verletzen. Dies beunruhigte mich eine Zeit lang umso mehr, als ich Steerforth, dem ich ein Geheimnis ebenso wenig vorenthalten konnte wie einen Kuchen oder sonst etwas Greifbares, von den beiden alten Frauen erzählt hatte, zu denen mich Mr. Mel mitgenommen. Immer fürchtete ich, Steerforth würde es verraten und ihn damit verhöhnen. Als ich an jenem Morgen mein Frühstück in dem Asyl gegessen und im Schatten der Pfauenfedern und bei dem Ton der Flöte eingeschlafen war, hätte wohl keiner der damals Anwesenden geahnt, welche Folgen der Besuch einer so unbedeutenden Person wie ich noch einmal haben würde. Leider hatte er ganz unvorhergesehene Folgen, und zwar in ihrer Art recht ärzte. Eines Tages nämlich, als Mr. Krekel wegen Unpestlichkeit das Zimmer hütete, was natürlich die lebhafteste Freude über die ganze Schule verbreitete, herrschte in der Morgenstunde viel Lärm. Alle benahmen sich so übermütig, dass kaum mit ihnen auszukommen war. Selbst dass der gefürchtete Tongay mit seinem Holzbein zwei- oder dreimal hereingestellt kam und die Namen der ärgsten Übeltäter aufschrieb, machte es keinen Eindruck. Alle wussten, sie würden morgen sowieso gestraft, mochten sie tun oder lassen, was sie wollten, und hielten es deshalb für das Gescheiteste, sich wenigstens der Gegenwart möglichst zu freuen. Es war eigentlich ein halber Feiertag, nämlich Samstag, aber da der Lärm auf dem Spielplatz Mr. Krekel möglicherweise hätte stören können und das Wetter zum Ausgehen nicht günstig schien, mussten wir nachmittags bei einigen leichteren Aufgaben in der Klasse bleiben. Es war der Tag in der Woche, an dem Mr. Schaub sich die Perücke kräuseln ließ und daher fiel auf Mr. Merl, das Amt Schule zu halten. Wenn ich die Vorstellung von einem Stier oder einem Bären mit einer so sanften Person wie Mr. Merl überhaupt in Verbindung bringen könnte, so an diesem Nachmittag, als das Lärm an seine höchste Spitze erreichte und nur unter dem Bilde eines dieser Tiere, wenn es von tausend Hunden angefallen wird. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er den Kopf auf seine knochige Hand stützt und über das Buch auf seinem Pult geneigt, sich vergeblich bemüht, mitten unter einem Lärm, der den Sprecher des Unterhauses schwindlig gemacht haben würde, seine anstrengende Arbeit fortzusetzen. Die Jungen haschten sich zwischen den Bänken, sie lachten, tanzten, heulten, scharrten mit den Füßen, andere sprangen um Mr. Merl herum, grunzten, schnitten Gesichter, äfften ihn nach, hinter dem Rücken und vor seinen Augen, verspotteten seine Armut, seine Stiefel, seinen Rock, seine Mutter, kurz alles, was ihm gehörte und was sie hätten achten sollen. »Ruhe«, schrie Mr. Merl, plötzlich aufspringend und mit dem Buch auf das Pult schlagend, »was soll das heißen? Es ist nicht auszuhalten. Es ist zum Verrücktwerden. Wie könnt ihr mir das antun, Jungen?« Er schlug mit meinem Buch auf das Pult, und wie ich so neben ihm stehend seinem Auge, das im Zimmer umherschweifte, folgte, sah ich, wie sie alle schwiegen, einige aus plötzlicher Überraschung, manche halb aus Angst, manche vielleicht aus Reue. Steerforths Platz war am unteren Ende der Schulstube. Er hatte sich mit dem Rücken an die Wand gelehnt, die Hände in den Taschen und sah Mr. Merl an, die Lippen zum Pfeifen gespitzt. »Ruhe, Mr. Steerforth«, sagte Mr. Merl. »Selbst Ruhe«, sagte Steerforth und wurde rot. »Mit wem sprechen Sie eigentlich?« »Setzen Sie sich«, sagte Mr. Merl. »Setzen Sie sich selber«, sagte Steerforth, »und kümmern Sie sich um Ihre Sachen.« Man hörte ein Kichern und einige Beifallsrufe, aber Mr. Merl war so bleich, dass es fast augenblicklich wieder still wurde, und ein Junge, der hinter ihn gesprungen war, um wieder Mr. Merls Mutternacht zu äffen, besann sich anders und gab vor, er möchte eine Feder geschnitten haben. »Wenn Sie vielleicht glauben, Steerforth«, sagte Mr. Merl, »es wäre mir nicht bekannt, welche Macht hier über jedes Gemüt ausüben können«, er legte seine Hand vielleicht, ohne es zu wissen, was er tat, auf meinem Kopf, oder ich hätte nicht bemerkt, wie Sie vor wenigen Minuten Ihre jüngeren Mitschüler in jeder Weise aufreizten, mich zu beschimpfen, so irren Sie sich. »Ich gebe mir überhaupt nicht Mühe, an Sie zu denken«, sagte Steerforth, kaltblütig, »also irre ich mich zufällig gar nicht. Und wenn Sie Ihre Stellung als Günstling hier missbrauchen, Sir«, fuhr Mr. Merl mit bebenden Lippen fort, um einen anständigen Menschen zu beleidigen. »Einen? Einen was? Wo ist er?«, fragte Steerforth. Hier rief jemand, »Pfui, Steerforth, das ist gemein.« Es war Treadles, den Mr. Merl augenblicklich zurecht wies, indem er ihm befahl, den Mund zu halten. »Jemanden zu beleidigen, der nicht glücklich im Leben ist und Ihnen nie das Geringste getan hat und zugleich die vielen Gründe können, die Sie veranlassen sollten, es nicht zu tun, Gründe, die zu kennen, Sie alt und klug genug sind«, sagte Mr. Merl, »und seine Lippen zitterten immer mehr, so begehen Sie damit eine niedrige und gemeine Handlung. Sie können sich jetzt setzen oder stehen bleiben, wie Sie wollen.« Weiter, Copperfield »Kleiner Copperfield«, sagte Steerforth und kam ans Pult, »warte einen Augenblick.« »Ich will Ihnen was sagen, Mr. Merl, ein für allemal. Wenn Sie sich die Freiheit nehmen, mich niedrig oder gemein zu nennen oder einen ähnlichen Ausdruck zu gebrauchen, so sind Sie ein unverschämter Bettler.« »Sie sind überhaupt ein Bettler, das wissen Sie ja. Aber wenn Sie das tun, so sind Sie ein unverschämter Bettler.« Es war mir nicht klar, ob er nach Mr. Merl oder Mr. Merl nach ihm schlagen wollte oder ob auf einer der beiden Seiten überhaupt eine solche Absicht vorhanden war. Ich sah die ganze Klasse wie versteinert dasitzen und Mr. Kriekel plötzlich in unserer Mitte erscheinen und John Gay neben ihm unter der Tür Mrs. und Miss Kriekel mit scheuen und erschrockenen Gesichtern. Mr. Merl, die Ellbogen auf das Pult und das Gesicht in die Hände gelegt, saß einige Augenblicke regungslos da. Mr. Merl, sagte Mr. Kriekel, den Schullehrer am Arm fassend und schüttelnd, und sein Flüstern war diesmal so laut, dass John Gay die Worte nicht zu wiederholen brauchte. »Sie haben sich doch nicht etwa vergessen?« »Nein, Sir, nein«, erwiderte der Lehrer, wieder sein Gesicht zeigend und sich die Hände reibend. Er schüttelte in großer Aufregung den Kopf. »Nein, Sir, nein.« »Ich habe mich nicht vergessen.« »Ich habe mich nicht vergessen.« »Ich...« 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 »Ich wünschte, Sie hätten etwas früher an mich gedacht, Mr. Kriekel.« »Es...« »Es wäre gütiger gewesen und gerechter, Sir.« »Es hätte mir etwas erspart, Sir.« Mr. Kriekel sah streng auf Mr. Merl, legte seine Hand auf Tongays Schulter, stieg auf eine Bank und setzte sich auf das Pult. Nachdem er von diesem Throne noch eine Weile Mr. Merl, der noch immer in größter Aufregung den Kopf schüttelte und sich die Hände rieb, streng angesehen hatte, wandte er sich zu Steerforth und sagte...« »Nun, Sir, da er sich nicht herablässt es mir so sagen, was ist also?« Steerforth wich der Frage eine Weile aus. Er sah seinen Gegner mit zornigem und wildem Gesichte an und blieb stumm. Selbst damals konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, wie nobel sein Aussicht war und wie gewöhnlich und dürftig sich Mr. Merl gegen ihn ausnahm. »Was hat er eigentlich gemeint, als er von Günstlingen sprach?« sagte Steerforth endlich. »Günstlinge«, wiederholte Mr. Kriekel, und die Adern auf seiner Stimme schwollend plötzlich an, »wer hat von Günstlingen gesprochen?« »Er«, sagte Steerforth. »Bitte, was haben Sie damit gemeint, Sir?« fragte Mr. Kriekel und wandte sich voll Zorn an seinen Unterlehrer. »Ich meinte, was ich sagte, Mr. Kriekel«, erwiderte der Gefragte ruhig, »dass kein Schüler das Recht hat, seine Günstlingsstellung zu benutzen, um mich zu erniedrigen.« »Sie zu erniedrigen?« »Ausgezeichnet.« »Aber Sie werden mir gestatten, zu fragen, Mr. Dingsda?« Und Mr. Kriekel verschränkte seine Arme mit dem Rohrstock auf der Brust und zog seine Brauen so zusammen, dass seine Augen fast verschwanden, ob Sie, als Sie von Günstlingen sprachen, mir damit die gehörige Achtung bezeigt haben?« »Mir, Sir?« fragte Mr. Kriekel und schnellte plötzlich mit dem Kopfgegel Mr. Mell vor und zog ihn wieder zurück. »Mir, dem Prinzipal dieser Anstalt und Ihrem Brotherm.« »Ich gebe gern zu, dass es unüberlegt war«, sagte Mr. Mell, »ich würde es nicht getan haben, wenn ich bei kaltem Blute gewesen wäre.« »Hier fiel Steerforth ein«, »und dann sagte er, ich wäre niedrig und gemein, und dann habe ich ihn einen Bettler genannt. Wenn ich bei kaltem Blute gewesen wäre, hätte ich vielleicht keinen Bettler genannt, aber ich tat es und nehme die Folgen auf mich.« Ohne wahrscheinlich zu überlegen, ob ihn überhaupt Folgen treffen könnten, erglühte ich förmlich bei dieser mutigen Rede. Sie machte auch auf die Jungen Eindruck, und es entstand eine leise Unruhe unter ihnen, wenn auch keiner ein Wort sprach. »Ich bin erstaunt, Steerforth, obgleich Ihre Aufrichtigkeit Ihnen Ehre macht«, sagte Mr. Kriekel, »ja gewiss, Ihnen Ehre macht.« »Ich bin erstaunt, Steerforth, ich muss schon sagen, dass Sie solch eine Bezeichnung für eine Person brauchten, die in Salemhaus angestellt ist und bezahlt wird, Sir.« »Steerforth lachte kurz auf.« »Das ist keine Antwort, Sir«, sagte Mr. Kriekel, »auf meine Bemerkung, ich erwarte mehr von Ihnen, Steerforth.« »Wenn Mr. Merle in meinen Augen gegenüber dem hübschen Knaben schon abstach, wäre es ganz unmöglich gewesen, zu sagen, was Mr. Kriekel für einen Eindruck machte.« »Er soll es ableugnen«, sagte Steerforth. »Ableugnen, dass er ein Bettler ist, Steerforth, aber wo bettelt er denn?« »Wenn er nicht selbst ein Bettler ist, so ist es seine nächste Verwandte«, sagte Steerforth. »Das kommt doch auf dasselbe heraus.« Er sah mich an, und Mr. Merles Hand klopfte mir sanft auf die Schulter. Ich blickte auf, schamröte im Gesicht und Reue im Herzen. Aber Mr. Merles Augen ruhten auf Steerforth. Er fuhr fort, mich freundlich auf die Schulter zu klopfen, aber er blickte Steerforth an. »Dass Sie eine Rechtfertigung von mir verlangen, Mr. Kriekel, sagte Steerforth, und ich sagen soll, was ich meine, so sage ich, dass seine Mutter von Almosen in einem Armenhaus lebt.« Immer noch sah ihn Mr. Merle an und klopfte mir immer noch freundlich auf die Schulter. Leise sagte er dann vor sich hin, »Ja, das habe ich mir gedacht.« Mr. Kriekel wandte sich an den Unterlehrer mit strengem Stirnrunzeln und erkünstelter Höflichkeit. »Nun, Sie hören, was dieser Herr sagt, Mr. Merle. Haben Sie die Güte, seine Aussage vor der ganzen Schule gefälligst zu berichtigen?« »Er hat vollständig Recht, Sir«, antwortete Mr. Merle inmitten der tiefsten Stille. »Was er gesagt hat, ist wahr.« »Wollen Sie dann so gut sein und öffentlich erklären,« sagte Mr. Kriekel, legte den Kopf auf die Seite und rollte mit den Augen, »ob ich bis diesen Augenblick etwas davon in Erfahrung gebracht habe.« »Ich glaube nicht direkt«, erwiderte Mr. Merle. »Sie wissen, dass es nicht der Fall war,« sagte Mr. Kriekel, »oder wissen Sie es nicht, Mensch?« »Ich nehme an, dass Sie wohl niemals meine Verhältnisse für sehr gut gehalten haben,« antwortete der Unterlehrer. »Sie wissen doch, wie meine Lage hier ist und immer war.« »Ich nehme an,« sagte Mr. Kriekel, »und seine Adern wurden noch dicker,«, »dass Sie wohl überhaupt in einer falschen Stellung hier gewesen sind und diese Anstalt vermutlich für eine Armenschule gehalten haben,«, »Mr. Merle, wir werden uns trennen, und je eher, desto besser.« »Es ist keine Zeit besser als die Gegenwärtige,« erwiderte Mr. Merle und stand auf. »Für Sie, ja«, sagte Mr. Kriekel. »Ich nehme Abschied von Ihnen, Mr. Kriekel, und von Euch allen,« sagte Mr. Merle, saß ich im Zimmer um und klopfte mir wieder sanft auf die Schulter. »James Dearforth, der beste Wunsch, den ich Ihnen hinterlassen kann, ist, dass Sie sich eines Tages schämen mögen über das, was Sie heute getan haben. Heute möchte ich Ihnen lieber alles andere sehen als einen Freund oder sonst jemand, für den ich ein Interesse fühle.« Noch einmal legte er die Hand auf meine Schulter, dann nahm er seine Flöte und ein paar Bücher aus dem Pult, ließ den Schlüssel stecken für seinen Nachfolger und verließ die Klasse, seinen ganzen Besitz unter dem Arm. Mr. Kriekel hielt dann noch unter Tongays Assistenz eine Rede, in der er Steerforth dankte, dass er, wenn auch vielleicht ein wenig zu warm, das Ansehen von Salem House und seine Unabhängigkeit verteidigt hatte. Er wandte sich durch, bis zu den Punkten, wo er Steerforth die Hand schüttelte, während wir dreimal hoch riefen, ich weiß nicht mehr für wen, aber ich glaube für Steerforth. Wenigstens rief ich mit, obwohl ich sehr niedergeschlagen war. Dann wichste Mr. Kriekel den kleinen Tommy Trattles durch, weil er über Mr. Mells fortgehen geweint hatte, statt in das Hoch einzustimmen, und kehrte weder zu seinem Sofa oder seinem Bett oder, wo er sonst hergekommen, zurück. Wir waren uns jetzt selbst überlassen und sahen einander ratlos an. Ich empfand so viel Gewissensbisse und Reue über das Geschehene, dass nur die Furcht, Steerforth, der mich oft ansah, möchte es für unfreundschaftlich oder, besser gesagt, für pflichtwidrig halten, wenn ich weinte, meine Tränen zurückhielt. Er war sehr böse auf Trattles und sagte, es freue ihn, dass er es gekriegt habe. Der arme Trattles, der schon wieder über das Stadium hinaus war, wo er den Kopf auf das Pult zu legen pflegte und seinem Verdruss wieder mit einem Haufen Gerippe Luft machte, sagte, es sei ihm ganz Wurst. Aber Mr. Mell sei ein Unrecht geschehen. »Wer hat ihm denn Unrecht getan, du Mädchen?« fragte Steerforth. »Wer denn sonst als du?« »Was habe ich denn getan?« fragte Steerforth. »Was du getan hast,« gab Trattles zur Antwort, »du hast seine Gefühle verletzt und ihn um seine Stelle gebracht.« »Seine Gefühle«, wiederholtes Steerforth verächtlich, »seine Gefühle werden sich schon wieder erholen, darauf will ich wetten.« »Seine Gefühle sind nicht wie deine, Fräulein Trattles.« »Und was seine Stelle betrifft, die so glänzend war, was?« »So werde ich doch natürlich nach Hause schreiben und dafür sorgen, dass er Geld bekommt.« »Und kam dieser Vorsatz Steerforth, dessen Mutter eine reiche Witwe ihm in allem nachgab, sehr hochherzig vor.« Wir freuten uns alle, dass Steerforth beschämt war und hoben Steerforth in den Himmel, besonders als er uns gnädigst erklärte, dass er alles nur unsretwegen getan und uns durch sein selbstloses Benehmen einen Riesendienst erwiesen hätte. Aber ich muss gestehen, als ich abends im Dunkeln eine Geschichte erzählte, schien mir Mr. Merls Flöte mehr als einmal traurig in den Ohren zu klingen, und als endlich Steerforth schlief und ich in meinem Bette lag, machte mich der Gedanke, die Flöte werde jetzt woanders gespielt, ganz elend. Ich vergaß Mr. Merl bald über der Bewunderung Steerforths, der in leichter, dilettanten Art und ohne Buch, den er schien alles auswendig zu wissen, einige der Lehrstunden übernahm, bis der neue Lehrer erschien. Dieser kam aus einer Lateinschule und speiste, bevor er sein Amt antrat, bei dem Direktor, um Steerforth vorgestellt zu werden. Steerforth fand großen Gefallen an ihm und nannte ihn eine Leuchte. Wenn ich auch nicht begriff, was für ein gelehrten Titel das wäre, brachte ich ihm doch große Ehrfurcht entgegen und zweifelte nicht im Geringsten an seinen großartigen Kenntnissen, obwohl er sich nie solche Mühe mit mir gab wie Mr. Merl. Aber ich war ja auch gar nicht zu rechnen. Noch ein ungewöhnliches Ereignis in diesem Semester machte einen tiefen Eindruck auf mich, der noch immer fortlebt, aus verschiedenen Gründen fortlebt. Eines Nachmittags, als wir alle in einem Zustand ärgster Verwirrung und Angst waren, weil Mr. Crickle so früchterlich um sich schlug, kam Tongay herein und rief laut, »Besuch für Copperfield!« Mr. Crickle wechselte mit ihm ein paar Worte über den Rang des Besuchs und das Zimmer, in das man die Gäste weisen sollte, und sagte dann zu mir, »ich war wie üblich aufgestanden und ganz verblüfft vor Erstaunen. Ich sollte die Hintertreppe hinaufgehen und einen reinen Kragen anziehen, ehe ich ins Speisezimmer ginge.« Ich gehorchte in einer Aufregung, wie ich sie noch gar nicht gekannt hatte, und als ich an die Tür des Besuchszimmers kam und der Gedanke in mir aufblitzte, »es könnte vielleicht meine Mutter sein«, Bis dahin hatte ich nur an Mr. und Miss Murdstone gedacht, ließ ich die Klinke wieder los und blieb stehen, und holte tief Atem, bevor ich eintrat. Zuerst sah ich niemand. Aber da ich ein Hindernis an der Tür fühlte, blickte ich dahinter und erkannte zu meinem Erstaunen »Mr. Peggotty und Ham«, die mit ihren Hüten in der Hand vor mir knicksten und einander an die Wand drückten. Ich musste lachen, aber mehr aus Freude, sie zu sehen, als über ihren Anblick. Wir schüttelten uns herzlich die Hände, und ich lachte und lachte, bis ich mein Taschentuch herausziehen und mir die Augen wischen musste. Mr. Peggotty, der während des ganzen Besuchs kein einziges Mal den Mund zumachte, legte große Teilnahme an den Tag, als er das sah und gab Ham einen Rippenstoß, damit der etwas sagen sollte. »Alveto Lussig, Maser Davy«, fragte Ham mit seinem gewohnten Grinsen, »watsün sei Grotworren?« »Bin ich gewachsen?«, fragte ich und trocknete mir die Augen. Ich weinte über nichts Besonderes, nur das Wiedersehen mit den alten Freunden entlockte mir Tränen. »Grotworren, Maser Davy«, »ob hei Grotworren ist«, sagte Ham, »ob hei Grotworren ist«, wiederholte Mr. Peggotty. Sie lachten einander an, bis ich mitlachen musste, und dann lachten wir alle drei, bis mir wieder die Tränen kamen. »Wissen Sie, wie es Mama geht, Mr. Peggotty«, fragte ich, »und meiner lieben, lieben alten Peggotty?« »Ungemein«, sagte Mr. Peggotty, »und der kleinen Emily und Mrs. Gummitsch.« »Ungemein«, sagte Mr. Peggotty. Es trat eine große Pause ein. Um sie zu beenden, holte Mr. Peggotty zwei ungeheure Hummern, eine riesige Krabbe und einen großen Segelleinwandbeutel voll Krevetten aus seinen Taschen und häufte sie auf Ham's Armen auf. »Weil Sie das gerne haben, wissen Sie«, sagte er, »haben wir uns die Freiheit genommen, und die alte hat sie gekocht. »Mrs. Gummitsch hat sie gekocht.« »Jawohl«, fügte er langsam hinzu, wie mir schien, weil er von nichts anderem zu reden wusste. »Wahrhaftig, Mrs. Gummitsch hat sie gekocht.« Ich drückte ihm einen Dank aus, und Mr. Peggotty fuhr fort, Ham hilfesuchend anblickend, der die Krebse angrinste, ohne einen Versuch zu machen, ihn zu unterstützen. »Wir kamen mit Flut und günstigen Wind in eh'n von uns Jarmuthsboten nach Gravesend. Min' Schwester hätt mich den Namen von dem Ort her schreben, und schreft, wenn ich nach Gravesend komme, soll ich heröverkommen und nach Master Davy fragen, und jem'n schön Gruß von ihr bringen und Gutes wünschen und säcken, das sei ungemein gut geht.« »Lüt emly soll an Min' Schwester schrieben, wenn ich weder do husbün, dat ich sehen hev und dat sie wohl sün, und so wahret den ganz lustigen Rundgang.« Ich musste erst ein wenig nachdenken, was Mr. Peggotty sagen wollte, dann dankte ich ihm herzlich und sagte, rot werdend, wie ich fühlte, »die kleine Emily werde sich wohl auch verändert haben, seit wir zusammen Muscheln und Kiesel am Strande gesucht hatten.« »Iss in Grot dierenwohren, säis«, sagte Mr. Peggotty, »fragen Sie ihn«, er meinte Hamm, der wonne strahlend über seinem Grovettenbeutel nickte und seine freudige Zustimmung ausdrückte. »Er seud'n Gesicht«, sagte Mr. Peggotty, »und sein eigenes glänzte wie ein Licht.« »Die Gelehrsamkeit«, sagte M. »Er Handschrift«, sagte Mr. Peggotty, »schwarz wie Kohle und so grott, von Wieden zu sehen.« Es war wirklich eine Lust, welche Begeisterung über Mr. Peggotty kam, wenn er an seinen kleinen Liebling dachte. Er steht wieder vor mir mit seinem wetterharten, haarigen Gesicht, strahlend vor freudiger Liebe und Stolz, dass es sich gar nicht beschreiben lässt. Seine ehrlichen Augen leuchteten auf und glänzten, als ob etwas Schimmerndes ihre Tiefen aufrührte. Seine breite Brust hob sich vor Entzücken, seine großen, starken Hände ballten sich unwillkürlich bei seinem Ernst zusammen, und er gab dem, was er sprach, Nachdruck durch Bewegungen seines Arms, der mir dem Knirps wie ein Schmiedehammer vorkam. »Hämm«, meinte es ebenso ernsthaft, »ich glaube, sie würden noch mehr von ihr erzählt haben, wenn sie nicht durch das unvermutete Erscheinen Steerforths in Verlegenheit geraten wären.« Als mich dieser in einer Ecke mit zwei Fremden sprechen sah, brach er das Lied ab, das er eben laut sang, und sagte, »ich wusste nicht, dass du hier bist, kleiner Copperfield.« Es war nicht das gewöhnliche Besuchszimmer, und er wollte vorbeigehen. Ich weiß nicht, ob es der Stolz war, einen Freund wie Steerforth zu besitzen, oder der Wunsch, ihm zu erklären, wie ich zu solchen Bekannten wie Mr. Peggoty käme, was mich veranlaßte, ihn herbeizurufen. »Bitte, Steerforth«, sagte ich, »hier sind zwei Schiffer aus Yarmouth, so gute, liebe Leute, Verwandte meiner alten Kindsfrau, die von Gravesend gekommen sind, um mich zu besuchen.« »Oh, oh«, sagte Steerforth und drehte sich um, »freut mich, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen?« Es lag etwas Ungezwungenes in seinem Wesen, etwas Frisches, Munteres, aber gar nichts Anmaßendes, das immer bestrickend auf alle wirkte. Immer noch kommt es mir vor, als ob seine Haltung, seine Lebhaftigkeit, seine gewinnende Stimme, sein hübsches Gesicht und eine gewisse, ihm innewohnende Anziehungskraft einen Zauber ausübten, dem nur wenige widerstehen konnten. Es entging mir nicht, wie sehr er Ihnen gefiel und wie sich ihm im Augenblick Ihre Herzen erschlossen. »Sie müssen auch zu Hause sagen, Mr. Pagotty, dass Mr. Seerforth sehr freundlich zu mir ist und dass ich ohne ihn gar nicht wüsste, was anfangen.« »Unsinn«, lachte Steerforth, »so etwas dürfen Sie Ihnen dort nicht sagen.« »Und wenn Steerforth einmal nach Norfolk oder Suffolk kommt, Mr. Pagotty«, sagte ich, »und ich bin auch dort, so bringe ich ihn ganz gewiß mit nach Yarmouth, um ihm ihr Haus zu zeigen.« »Du hast noch nie so ein Haus gesehen, Steerforth, es ist aus einem Schiff gemacht.« »Aus einem Schiff, wahrhaftig«, sagte Steerforth, »das ist das richtige Haus für so einen tüchtigen Schiffer.« »Jawohl, Sir, ist es auch«, sagte Ham grinsend. »Haben recht, junger Gentleman.« »Maser Davy, der Gentleman hat recht.« »Fixer Schipper«, »jawohl«. »Dat is hay.« Mr. Pagotty fühlte sich nicht weniger geschmeichelt als sein Neffe, wenn ihm auch seine Bescheidenheit verbot, ein persönliches Kompliment so laut auf sich zu beziehen. »Wol, Sir«, sagte er mit einem Katzenbuckel und in sich hinein lachend und die Zipfel seines Taschentuchs verlegen in die Weste stopfend, »scheuen Dank, Sir, scheuen Dank.« »Ich dauer meine Schuldigkeit an Bord.« »Auch der Beste kann nicht mehr, Mr. Pagotty«, sagte Steerforth, der sofort den Namen aufgefasst hatte. »Wette, Sie tun's auch«, sagte Pagotty und schüttelte Steerforth die Hand, »un tun's gehörig, ganz gehörig.« »Scheuen Dank, Sir, dank Ihnen, Sir, dass Sie mich so fründlich aufgenommen heven.« »Ig bin schlecht und recht, Sir«, »heist, hoffe, bin recht.« »Verstehen Sie?« »An mein Haus ist noch fällt zu sehen, aber Sie seien willkommen, wenn Sie einmal mit Master Davy kommen.« »Ig bin wie ein paar Güt, dat bin ich«, sagte Pagotty. »Er meinte damit wahrscheinlich eine Schnecke und spielte auf seine Langsamkeit im Fortgehen an, denn er hatte nach jedem Satz versucht, fortzugehen, war aber immer wieder umgekehrt.« »Ever isseg sei beid adjus und wünsch sei viel glück«, »Hamm«, wiederholte diesen Gefühlsausbruch, und wir schieden von beiden auf das Herzlichste. »Ich fühlte mich an diesem Abend so versucht, Stierford von der hübschen kleinen Emily zu erzählen, aber ich fürchtete, von ihm ausgelacht zu werden.« Ich erinnere mich, »ich erinnere mich, dass ich viel und unruhig über Mr. Pagottys Wort nachdachte, dass sie ein großes Mädchen geworden sei«, verwarf aber diesen Gedanken später als Unsinn. Wir schleppten die Krebse, »dat tüch«, wie Pagottys bescheiden benannt hatte, unbemerkt in unser Zimmer und hielten an diesem Abend ein großes Festessen. Treadles kam dabei nicht gut weg, er war ein zu großer Pechvogel, als dass er sich eines Essens, das jedem anderen Menschen bekam, lange hätte erfreuen können. Es wurde ihm in der Nacht schlecht, ganz miserabel schlecht, nach der Krabbe, und nachdem er schwarze Tropfen und blaue Pillen in einer Menge geschluckt hatte, das Dembel, dessen Vater Arzt war, meinte, es wäre genug, um eines Pferdes Gesundheit zu untergraben, er wurde durchgehauen und bekam sechs Kapitel aus dem griechischen Testament auf, weil er sich zu beichten weigerte. Den Rest des Semesters füllt ein Schwall von Erinnerungen aus an die ewigen Plagen und Mühseligkeiten unseres täglichen Lebens, an den schwindenden Sommer und den Wechsel der Jahreszeiten, an die kühlen Morgen, wenn man uns aus den Betten läutete, und den kalten, kalten Geruch der dunklen Nächte, wenn wir wieder ins Bett mussten, an die schlecht beleuchtete, schlecht geheizte Abendschulstube und die Morgenklasse, die weiter nichts war als eine große Frostelmaschine, an die Abwechslung zwischen gekochtem Rindfleisch und Rinderbraten, gekochtem Hammelfleisch und Hammelbraten, an Butterbrote, Schulbücher mit Eselsohren, zerbrochene Schiefertafeln, Schreibhefte mit Tränenflecken, an spanische Ohr- und Linealhiebe, Ohrenbeutel, regnerische Sonntage, Talgpuddings und die schmutzige Tintenatmosphäre, die alles umgibt. Ich erinnere mich noch so recht an die ferne Hoffnung auf die Feiertage, die in all der langen Zeit wie der einzig feste Punkt erschien, ein Punkt, der sich uns immer mehr näherte und beständig größer wurde, wie wir zuerst Monate, dann Wochen, dann nur mehr Tage zählten, wie ich dann anfing zu fürchten, dass ich nicht würde nach Hause reisen dürfen, indessen, wie Stierforth herausbrachte, schon zu Hause angemeldet war, und dann von dunklen Ahnungen gequält wurde, ich könnte inzwischen das Bein brechen. Wie endlich der Tag der Abreise näher kam, von der zweitnächsten Woche auf die nächste, dann auf die gegenwärtige, auf übermorgen, morgen, heute, heute Abend, wo ich in der Postkutsche in Jarmuth sitze und nach Hause fahre. Ich schlummere meilenweise in der Kutsche und habe einen zusammenhängenden Traum von allen diesen Dingen, aber wenn ich manchmal aufwache, ist die Gegend draußen vor dem Fenster nicht der Spielplatz von Salemhaus, und was in meine Ohren ruft, ist nicht Mr. Kriekel, der eben Trettels prügelt, sondern der Kutscher, der die Pferde antreibt. Ende des siebten Kapitels Achtes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Achtes Kapitel Meine Ferien, ein glücklicher Nachmittag Als wir kurz vor Tagesanbruch vor dem Gasthof hielten, aber nicht vor dem, wo mein Freund der Kellner diente, wies man mir ein kleines, hübsches Schlafzimmer zu, über dessen Türe Delphin stand. Ich fror sehr, trotz des heißen Tees, den sie mir unten vor einem großen Feuer eingeschenkt hatten, und legte mich gern in das Bett des Delphins, wickelte mich in die Bettdecke des Delphins und schlief ein. Mr. Barkis, der Fuhrmann, sollte mich morgen früh um neun Uhr abholen. Ich stand um acht Uhr auf, ein wenig verschlafen nach dem kurzen Schlummer, und wartete auf ihn noch lange vor der Zeit. Er nahm mich auf, als ob seit unserem letzten Zusammensein nicht fünf Minuten verstrichen wären und ich bloß in den Gasthof gegangen sei, um Kleingeld einzuwechseln. Sobald ich und mein Koffer im Wagen waren und er seinen Platz eingenommen hatte, setzte sich das faule Pferd in seinen gewohnten Trott. »Sie sehen sehr gut aus, Mr. Barkis«, fing ich an. Mr. Barkis rieb sich seine Backen mit dem Ärmel und sah dann hin, als ob er darauf die Blüte seines Gesichts abgefärbt zu sehen erwartete. Weiter gab er kein Zeichen der Anerkennung meines Kompliments von sich. »Ich habe Ihren Auftrag ausgerichtet, Mr. Barkis«, sagte ich, »und an Peggottie geschrieben.« »Hm«, meinte Mr. Barkis. Er schien verdrießlich zu sein und antwortete sehr kurz. »War's nicht richtig, Mr. Barkis?«, fragte ich nach einigem Zögern. »Nun, nein«, sagte Barkis. »Falsch ausgerichtet?« »Ausgerichtet war's schon gut«, sagte Mr. Barkis, »aber dann war's aus.« Da ich nicht verstand, was er meinte, wiederholte ich fragend, »dann war's aus, Mr. Barkis.« »Wurde nichts daraus«, erklärte er und blickte mich von der Seite an. »Keine Antwort.« »Sie erwarteten also eine Antwort, Mr. Barkis«, sagte ich und riss die Augen auf, denn das kam mir ganz überraschend. »Wenn ein Mensch sagt, er will«, sagte Mr. Barkis und wendete seine Augen langsam wieder auf mich, »heißt's doch so viel, wie man wartet auf Antwort.« »Wirklich, Mr. Barkis?« »Wirklich«, sagte Mr. Barkis und zielte mit den Augen nach den Pferdeohren. Der Mensch wartet immer noch auf die Antwort. »Haben Sie ihr das gesagt, Mr. Barkis?« »Wenn«, brummte Mr. Barkis und dachte darüber nach, »hab mich noch nicht entschlossen, sprach noch keine sechs Worte mit dir. Kann's ihr nicht sagen.« »Soll ich's ihr vielleicht sagen, Mr. Barkis?« fragte ich schüchtern. »Könntens schon, wenn Sie wollten«, sagte Mr. Barkis wieder mit einem langsamen Blick zu mir. »Dass Barkis auf Antwort wartet.« »Hin, wie ist doch der Name?« »Ihr Name?« »Hm«, sagte Mr. Barkis mit einem Kopfnicken. »Peggottie.« »Taufname?« »Vorname?« fragte Mr. Barkis. »Nein, das ist nicht Ihr Taufname. Ihr Vorname ist Clara.« »So«, sagte Mr. Barkis. Meine Antwort schien ihn außerordentlich stark zum Nachdenken anzuregen, denn er saß lange grübelnd da und pfiff innerlich. »Hm«, fing er endlich wieder an. »Sagen Sie, Peggottie, Barkis wartet.« »Und sagt Sie, worauf?« »Sagen Sie, auf Antwort.« »Sagt Sie, worauf?« »Sagen Sie, Barkis will.« Diese außerordentlich knappe Erklärung begleitete Mr. Barkis mit einem freundschaftlichen Rippenstoß, das mir die Seite weh tat. Darauf hockte er wieder wie gewöhnlich ruhig auf seinem Platz und blieb in dieser Stellung, bis er eine halbe Stunde später ein Stück Kreide aus der Tasche holte und innen an die Wagendecke schrieb. »Klara Peggottie«, offenbar als Privatnotiz. Was für ein seltsames Gefühl, sich der Heimat zu nähern, die einem fremd geworden ist. Jeder Gegenstand, den man erblickt, erinnert einen an das alte liebe Vaterhaus. Es kam mir alles wie ein Traum vor, den ich nie wieder träumen könnte. Die Tage, wo meine Mutter, ich und Peggottie einander alles waren und noch niemand sich zwischen uns gedrängt hatte, erstanden unterwegs vor meinen Augen mit so traurigen Erinnerungen, dass ich am liebsten umgekehrt wäre und in Stierforsgesellschaft vergessen hätte. Aber ich war jetzt angekommen und stand bald vor unserem Hause, wo die kahlen, alten Ulmen ihre vielen Hände in die kalte Winterluft hinausstreckten und Fetzen von den alten Krähennestern vom Winde fortgeweht wurden. Der Vormann lud meinen Koffer an der Gartentür ab und verließ mich. Ich ging den Fußsteig nach dem Hause zu, sah nach den Fenstern und fürchtete jeden Augenblick, Mr. oder Miss Murdstone zu erblicken. Es zeigte sich jedoch kein Gesicht, und ich trat leise und schüchtern ein. Gott weiß, aus wie früher Kindheit die Erinnerungen stammen musste, die beim Klang der Stimme meiner Mutter wieder wach wurde, als ich den Fuß in den Flur setzte. Sie sang leise. Ich glaube, ich muss in ihren Armen gelegen und sie so singen hören haben, als ich noch ein Säugling war. Das Lied kam mir neu und doch so alt vor, dass es mein Herz zum Überströmen erfüllte. Es war mir wie ein alter Freund, der nach langer Abwesenheit zurückkehrt. Aus der Weise, wie meine Mutter das Lied sang, schloss ich, dass sie allein sei, und ich trat leise ins Zimmer. Sie saß beim Feuer und zeugte ein Kind, dessen winzige Händchen an ihrem Halse ruhten. Ihre Augen hingen an seinem Gesicht, und sie sang ihm etwas vor. Ich sah sofort, dass sie allein war. Ich sprach sie an, sie fuhr auf und stieß einen Schrei aus, aber als sie mich erkannte, nannte sie mich ihren lieben Davy, ihr geliebtes Kind, kam ihr entgegen, kniete vor mir nieder und küßte mich und legte meinen Kopf an ihre Brust, neben das kleine Wesen, das sich an sie klammerte, und legte seine Händchen an meine Lippen. Ich wollte, ich wäre gestorben, mit diesem Gefühl im Herzen. Ich hätte besser für den Himmel gepasst als jemals später. »Es ist dein Brüderchen«, sagte meine Mutter und liebkoste mich. »Davy, mein hübscher Junge, mein armes Kind.« Dann küßte sie mich immer mehr und mehr und umschlang meinen Nacken. Dann kam Peggottie hereingelaufen, warf sich auf dem Boden neben uns hin und war eine Viertelstunde lang halb von Sinnen. Man hatte mich nicht so zeitig erwartet, und der Fuhrmann war früher angekommen als gewöhnlich. Mr. und Miss Mudstone befanden sich in der Nachbarschaft auf Besuch und würden, erfuhr ich, nicht vor Abend zurückkommen. Das hatte ich nicht zu hoffen gewagt. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir drei würden wieder einmal ungestört beisammen sein können, und für dies eine Mal waren für mich die alten vergangenen Zeiten zurückgekehrt. Wir speisten zusammen beim Kamin. Peggottie wollte uns bedienen, aber meine Mutter litt es nicht, und sie musste sich mit zum Tisch setzen. Ich hatte meinen alten Teller wieder mit einem braunen Kriegsschiff unter vollen Segeln darauf, den Peggottie sorgfältig aufgehoben und für hundert Pfund nicht zerbrochen hätte, wie sie sagte. Ich hatte meinen alten Trinkbecher mit dem Namen David darauf und mein altes Besteck, das noch immer stumpf war. Als wir bei Tische saßen, hielt ich es für den geeignetsten Moment, Mr. Barkis Auftrag auszurichten. Ehe ich damit zu Ende kam, fing Peggottie an zu lachen und hielt die Schürze vors Gesicht. »Peggottie«, sagte meine Mutter, »was gibt's denn?« Peggottie lachte nur noch mehr und hielt ihre Schürze noch fester vors Gesicht, als meine Mutter sie wegziehen wollte. Sie saß da, wie mit dem Kopf in einem Sack. »Was hast du denn, du dummes Ding?« fragte meine Mutter lachend. »Ach, der alberne Mensch!« »Er will mich heiraten.« »Wäre das nicht eine ganz gute Partie für dich?« fragte meine Mutter. »Ach, ich weiß nicht«, sagte Peggottie. »Fragen Sie mich nicht. Ich möchte ihn nicht haben, und wenn er von Gold wäre. Ich will überhaupt niemand haben.« »Also, warum sagst du sie ihm nicht, du kindisches Ding?« »Ihm sagen«, meinte Peggottie und sah unter ihrer Schürze hervor. »Er hat noch nie ein Wort davon erwähnt. Er weiß ganz gut, warum. Wenn er sich's unterstehen würde, würde ich ihm eine Ohrfeige geben.« Ihr Gesicht war röter, als ich es je gesehen hatte. Sie deckte es gleich wieder zu und brach in ein heftiges Lachen aus, und nachdem sich dieser Anfall zwei- oder dreimal wiederholt hatte, aß sie ruhig weiter. Ich bemerkte, dass meine Mutter wohl lächelte, wenn Peggottie sie ansah, aber immer ernster und nachdenklicher wurde. Mir war gleich aufgefallen, wie sehr sie sich verändert hatte. Ihr Gesicht war noch immer sehr hübsch, aber es schien allzu zart und sehr vergrämt. Ihre Hand war so weiß und dünn, dass sie mir fast durchsichtig vorkam. Aber jetzt trat noch eine andere Veränderung dazu, wie mir auffiel. Sie schien nämlich sehr beklommen und aufgeregt. Endlich legte sie ihre Hand liebevoll auf die ihrer alten Dienerin und sagte, »Liebe Peggottie, du verheiratest dich jetzt nicht?« »Ich, maam«, erwiderte Peggottie und sah sie mit großen Augen an, »Gott bewahre, nein!« »Jetzt noch nicht«, bat meine Mutter zärtlich. »Nie«, rief Peggottie aus. Meine Mutter ergriff ihre Hand und sagte, »Verlaß mich nicht, Peggottie. Bleibe bei mir, es wird vielleicht nicht mehr lange nötig sein. Was sollte ich ohne dich anfangen?« »Ich dich verlassen, Herzblatt«, rief Peggottie, »nicht um den ganzen Erdball und seine Frau. Wer hat das nur in das kleine, törichte Köpfchen gesetzt?« Peggottie war aus alter Zeit her gewohnt, mit meiner Mutter manchmal wie mit einem Kind zu sprechen. Meine Mutter gab ihr keine Antwort, außer einem einfachen Dank dir. »Ich sie verlassen, das möchte ich sehen. Peggottie von ihnen fortgehen, da möchte ich sie mir beim Kragen nehmen. Nein, nein«, und Peggottie schüttelte den Kopf und verschränkte die Arme. »Peggottie nicht, mein Schatz.« »Freilich sind ein paar Katzen da, die sich darüber freuen würden, aber sie sollen sich nicht freuen, sie sollen sich nur ärgern. Ich bleibe bei ihnen, bis ich ein altes, buckliges Weib bin, und wenn ich zu taub und zu lahm und zu blind bin und eine Mummelkreischen ohne Zähne, so gehe ich zu meinem Davy und bitte ihn, mich aufzunehmen.« »Und ich, Peggottie«, sagte ich, »ich werde froh sein, wenn du kommst und werde dich empfangen wie eine Königin.« »Gott segne das gute Herz«, rief Peggottie, »ich weiß es ja, und sie küßte mich schon im Voraus in dankbarer Erkenntlichkeit für meine künftige Gastfreundschaft.« Dann deckte sie sich wieder das Gesicht mit der Schürze zu und lachte noch einmal über Mr. Barkis, nahm dann das Baby aus der Wiege und schaukelte es, räumte den Mittagstisch ab und kam in einer anderen Haube herein mit ihrem Arbeitskästchen, dem Ellenmaus und dem Stückchen Wachslicht, ganz wie ehemals. »Wir saßen beim Kamin und unterhielten uns köstlich.« Ich erzählte ihnen von Mr. Creakles Strenge, und sie bedauerten mich sehr. Ich erzählte ihnen, was für ein famoser Bursche Steerforth sei und wie er mich in Schutz nehme, und Peggottie sagte, sie würde zwanzig Meilen weit gehen, um ihn zu sehen. Ich nahm den Säugling, als er wieder aufwachte, auf meine Arme und wiegte ihn zärtlich. Als er wieder schlief, setzte ich mich dicht neben meine Mutter, wie ehemals, und schlang die Arme um ihren Leib, legte meine kleine rote Wange auf ihre Schulter und fühlte wieder ihr schönes Haar mich umwehen wie ein Engelsfittich und war sehr glücklich. Während ich so dasaß und ins Feuer blickte und allerhand Bilder in den glühenden Kohnen sahe, kam es mir fast vor, als wäre ich niemals von zu Hause weg gewesen, und Mr. und Miss Murdstone erschienen mir, wie Gestalten, die verschwinden müssten, wenn das Feuer ausginge, und von allen meinen Erinnerungen sei nichts wahr und wirklich außer meiner Mutter, Peggottie und mir selbst. Peggottie stopfte, solange sie noch sehen konnte, und saß dann da, den Strumpf wie einen Handschuh über die linke Hand gezogen und die Nadel in der anderen, bereit, sofort wieder anzufangen, sobald Licht kommen würde. Ich kann mir nicht erklären, wessen Strümpfe Peggottie eigentlich immer flickte und woher diese Unmassen von notleidenden Strümpfen nur kamen. Ich möchte gerne wissen, sagte Peggottie, über die manchmal ein Anfall seltsamen Wissensdurst des ganz unerwartete Dinge betreffen kam, was aus Davies Großtante geworden ist. Gott, Peggottie, bemerkte meine Mutter, und erwachte wie aus einem Traum, was du für dümmes Zeug redest. Nun ja, aber ich möchte es doch gerne wissen, maam, sagte Peggottie. Wie kann dir nur so jemand in den Kopf kommen? Kannst du dir niemand anders aussuchen? Ich weiß nicht, wie's kommt, meinte Peggottie. Es liegt wahrscheinlich an meiner Einfältigkeit. Aber mein Kopf kann sich die Leute nicht aussuchen. Sie kommen und gehen, sie kommen nicht oder bleiben, gerade wie's ihnen gefällt. Ich möchte wirklich gerne wissen, was aus ihr geworden ist. Wie albern du bist, Peggottie, man sollte wirklich meinen, du wünschtest wieder einen Besuch von ihr. Gott sei vor, rief Peggottie. Also sprich nicht von solchen lästigen Dingen, sagte meine Mutter. Miss Betsy sitzt gewiss in ihrem Häuschen am Meer und geht gar nicht aus. Jedenfalls wird sie uns schwerlich noch einmal heimsuchen. Nein, gab Peggottie nachdenklich zu, nein, das ist nicht wahrscheinlich. Ich möchte nur wissen, ob sie Davy etwas vermacht, wenn sie stirbt. Ach Gott im Himmel, Peggottie, rief meine Mutter, was du für ein einfältiges Frauenzimmer bist, du weißt doch selbst, wie übel sie es nahm, dass das liebe Kind geboren wurde. Aber vielleicht würde sie ihm es jetzt verzeihen, bemerkte Peggottie. Warum sollte sie es ihm gerade jetzt verzeihen, fragte meine Mutter ein wenig gereizt. Nun, weil er jetzt einen Bruder bekommen hat, meinte Peggottie. Meine Mutter fing sofort an zu weinen und jammerte, dass Peggottie so etwas sagen könnte. Als ob das kleine Wesen in der Wiege dir oder sonst jemand etwas zu Leide getan hätte, du eifersüchtiges Ding. Geh, heirate doch Mr. Bark ist den Fuhrmann. Warum tust du es denn nicht? Ich würde Miss Mudstone glücklich machen, wenn ich's täte. Was für einen schlechten Charakter du hast, Peggottie, antwortete meine Mutter. Du bist auf Miss Mudstone so eifersüchtig, wie es ein so albernes Ding nur sein kann. Du willst wohl selbst die Schlüssel haben und alles herausgeben, nicht wahr? Es würde mich nicht wundern, wenn es so wäre. Du weißt doch, dass sie es nur aus Güte und mit der besten Absicht tut. Das weißt du, Peggottie. Weißt es recht gut? Peggottie brummte etwas vor sich hin, das so klang wie »Zum Teufel mit den besten Absichten«. »Ich weiß schon, was du meinst, du verrücktes Frauenzimmer. Ich durchschaue dich vollkommen, Peggottie. Du weißt, dass ich es tue und wundere mich nur, dass du nicht feuerrot dabei wirst. Aber nehmen wir eins nach dem anderen vor. Zuerst Miss Mudstone. Diesmal sollst du mir nicht entschlüpfen. Hast du nicht oft genug von ihr gehört, dass sie denkt, ich sei zu gedankenlos und zu... zu... hübsch«, ergänzte Peggottie. »Nun, meinetwegen«, gab meine Mutter lächelnd zu. »Und wenn sie töricht genug ist, das zu sagen, kann man sie doch deswegen nicht tadeln.« »Das tut doch niemand«, knurrte Peggottie. »Nun, das will ich auch meinen«, entgegnete meine Mutter, »hast du nicht immer und immer von ihr gehört, dass sie mir deshalb viele Arbeiter sparen will, für die sie mich für ungeeignet hält, und ich mich auch. Du weißt, wie sie früh und spät auf den Beinen ist und beständig auf- und abläuft. Und macht sie nicht jede Arbeit, kriecht in allen Winkeln, in Kohlenkellern und Speisekammern umher, was doch nicht angenehm ist. »Und willst du durch die Blume zu verstehen geben, dass darin etwas anderes als Aufopferung läge?« »Ich gebe überhaupt nichts, durch die Blume zu verstehen«, sagte Peggottie. »Du tust es doch, Peggottie«, entgegnete meine Mutter, »du tust nie etwas anderes. »Außer deine Arbeit, du sprichst immer durch die Blume, du schwelgst darin, und wenn du von Mr. Mudstones guten Absichten sprichst, von denen habe ich noch nie gesprochen«, unterbrach Peggottie. »Nein«, Peggottie erwiderte meine Mutter, »aber du spielst auf sie an, das ist doch, was ich sage. Das ist das Allerschlimmste an dir. Du willst durch die Blume sprechen. Ich habe dir eben gesagt, dass ich dich durchschaue, und du siehst, es ist so. Wenn du von Mr. Mudstones guten Absichten sprichst und sie zu unterschätzen vorgibst, das kann übrigens nicht dein Ernst sein, Peggottie, so musst du doch ebenso wie ich einsehen, wie förderlich sie sind. Wenn er manchmal barsch gegen irgendjemand ist, Peggottie, du weißt natürlich, und ich hoffe, und auch Davey weiß es, dass ich nicht von Anwesenden spreche, so geschieht es nur, weil er überzeugt ist, dass es zum Besten des Betreffenden ist. Er liebt natürlich den Betreffenden meinetwegen und handelt lediglich zu seinem Besten. Er kann das eben besser beurteilen als ich, denn ich weiß recht gut, dass ich ein schwaches, leichtsinniges, kindisches Geschöpf bin, während er ein fester, ernster Mann ist. Und er hat sehr viel mit mir auszustehen, fuhr meine Mutter fort, und die Tränen, die ihrem liebebedürftigen Herzen entsprangen, rannen ihr die Wangen herab. Ich muss ihm sehr dankbar und selbst in meinen Gedanken sehr unterwürfig sein. Und wenn ich es nicht bin, Peggottie, so quält mich das, und ich verurteile mich selbst und mache mir Vorwürfe über mein schlechtes Herz und weiß nicht, was ich anfangen soll. Peggottie saß da, das Kinn auf die mit dem Strumpf überzogene Faust gestützt und blickte stumm ins Feuer. Also, liebe Peggottie, sagte meine Mutter mit plötzlich ganz verändertem Ton, seien wir wieder gut, denn ich könnte es nicht aushalten. Ich weiß ja, du bist meine treueste Freundin, wenn ich auf der Welt überhaupt noch eine andere habe. Wenn ich dich ein einfältiges oder albernes Ding nannte, Peggottie, wollte ich damit nur sagen, dass du meine treueste Freundin bist und warst schon von jenem Abend an, als Mr. Copperfield mich zuerst hierher brachte und du mir an der Gartentüre entgegenkamst. Peggottie ließ mit der Antwort nicht auf sich warten und besiegelte den Vertrag, indem sie mich mit einer ihrer kräftigsten Umarmungen beglückte. Ich glaube, ich hatte damals schon eine leise Ahnung von dem wahren Sinn dieser Unterhaltung. Heute weiß ich ganz genau, dass die gute Person das Gespräch nur veranlasste, um meiner Mutter durch kleine Widersprüche eine gewisse Erleichterung zu verschaffen. Die Wirkung war sichtlich, denn wie ich mich noch erinnere, schien meine Mutter den ganzen übrigen Tag viel heiterer und Peggottie brauchte sie nicht mehr so sorgenvoll anzusehen. Nachdem wir Tee getrunken, das Feuer geschürt und die Kerzen geputzt hatten, las ich Peggottie zur Erinnerung an alte Zeit ein Kapitel aus dem Krokodilbuch vor, sie hatte es aus der Tasche gezogen, ob sie es immer darin getragen hatte, Und dann sprachen wir von Salemhaus, was mich wieder aufs Tierfort brachte, mein Lieblingsthema. Wir fühlten uns alle sehr glücklich, und dieser Abend, der letzte in seiner Art, und bestimmt, diesen Band meines Lebens für immer zu schließen, wird nie aus meinem Gedächtnis entschwinden. Es war fast zehn Uhr, als wir draußen einen Wagen halten hörten. Wir standen alle auf, und meine Mutter sagte hastig, Mr. und Miss Mudstone sähen es gerne, wenn junge Leute früh zu Bett gingen, und es sei schon spät. Ich küsste sie und ging sogleich mit meiner Kerze hinauf. Mir war, als ob mit den beiden ein erkaltender Lufthauchen das Haus käme, und das alte, heimische, traute Gefühl wie eine Feder davon bliese. Ich fühlte mich sehr unbehaglich am nächsten Morgen, als ich zum Frühstück hinuntergehen musste, hatte ich doch Mr. Mudstone seit jenem Tag, als ich das große Verbrechen an ihm begangen, nicht weiter gesehen. Aber einmal musste es geschehen, und ich erreichte die Stubentür, nachdem ich zwei bis dreimal auf den Fußspitzen wieder umgekehrt war. Endlich trat ich ins Zimmer. Er stand mit dem Rücken zum Kamin, während Miss Mudstone den Tee bereitete. Er sah mich durchdringend an, als ich eintrat, gab aber kein Erkennungszeichen von sich. Nach einigen Augenblücken der Verwirrung ging ich auf ihn zu und sagte, »Ich bitte Sie um Verzeihung, Sir. Was ich getan habe, tut mir außerordentlich leid, und ich hoffe, dass Sie es mir vergeben.« »Es freut mich, dass es dir leid tut, David«, antwortete er. »Die Hand, die er mir reichte, war die, die ich gebissen hatte. Ich konnte mir nicht helfen, ich musste die rote Narbe eine Zeit lang ansehen. Aber sie war nicht so rot wie ich, als ich seinem falschen Blick begegnete.« »Wie befinden Sie sich, Madame?« sagte ich zu Miss Mudstone. »Ach, mein Gott«, seufzte Miss Mudstone und reichte mir den Teelöffel statt ihres Fingers. »Wie lang dauern die Ferien?« »Einen Monat, Madame.« »Von wann an?« »Von heute an, Madame.« »Na«, sagte Miss Mudstone, »das wäre ja schon ein Tag weniger.« Sie führte in dieser Art einen Ferienkalender und strich an jedem Morgen einen Tag. Anfangs schnitt sie ein betrübtes Gesicht, solange sie noch nicht beim Zehnten war, aber ihre Mienen hältten sich auf, als die zweistelligen Zahlen erreicht waren, und wurden um so heiterer, je näher das Ende heranrückte. Schon am ersten Tage hatte ich das Unglück, sie in einen Zustand größer Aufregung zu versetzen, trotzdem sie solchen Schwächen sonst nicht unterworfen war. Ich kam nämlich in das Zimmer, wo sie und meine Mutter saßen, und da der Säugling, der erst ein paar Wochen alt auf meiner Mutter Schoß lag, nahm ich ihn höchst sorgsam in meine Arme. Plötzlich stieß Miss Mudstone einen solchen Schrei aus, dass ich ihn fast hätte fallen lassen. »Liebe Jane«, fuhr meine Mutter auf, »Gott im Himmel, Clara, siehst du nicht«, rief Miss Mudstone. »Was denn, liebe Jane?«, fragte meine Mutter, »wo denn?« »Er hat es«, rief Miss Mudstone, »der Junge hat das Baby.« Sie brach fast zusammen vor Entsetzen, richtete sich aber wieder auf, um auf mich loszustürzen, um mir das Kind zu entreißen. Dann wurde ihr so schlecht, dass man ihr Kirschbrandwein geben musste. Als sie sich wieder erholt hatte, untersagte sie mir auf das Feierlichste, mein Brüderchen jemals wieder, unter welchem Vorwand immer, anzurühren, und meine Mutter bestätigte demütig das Verbot, trotzdem sie mir anderer Meinung schien, und sagte, »Du hast gewiss recht, liebe Jane.« Wiederum bei einer Gelegenheit, als wir beisammensaßen, war das Baby, ich hatte es lieb, meiner Mutter wegen, wieder die unschuldige Ursache, die Miss Mudstone in heftigste Erregung versetzte. Meine Mutter sagte nämlich, nachdem sie die Augen des Säuglings in ihrem Schoße lange betrachtet hatte, »Davy, komme mal her und lass mich deine Augen sehen.« Ich bemerkte, wie Miss Mudstone ihre Stahlperlen hinlegte. »Also, ich erkläre«, sagte meine Mutter sanft, »dass sie vollkommen gleich sind. Ich glaube, es sind meine Augen. Sie haben dieselbe Farbe wie meine. Sie sind einander wunderbar gleich.« »Wovon sprichst du, Clara?« fragte Miss Mudstone. »Liebe Jane«, stammete meine Mutter bestürzt durch den herben Ton dieser Frage, »ich finde, dass das Baby und Davy ganz dieselben Augen haben.« »Clara«, sagte Miss Mudstone und stand zornig auf, »manchmal bist du ganz verrückt.« »Aber, liebe Jane«, demonstrierte meine Mutter, »vollständig verrückt«, sagte Miss Mudstone, »wie könntest du sonst meines Bruders Kind mit deinem Jungen vergleichen? Sie sind einander gar nicht ähnlich, sie sind einander vollständig unähnlich, unähnlich in jeder Hinsicht. Ich hoffe, sie werden es immer bleiben. Ich kann solche Vergleiche nicht ruhig mit anhören.« David stolzierte sich hinaus und pfefferte die Tür hinter sich zu. Mit einem Wort, ich stand mit Miss Mudstone nicht auf gutem Fuß, überhaupt mit niemandem, nicht einmal mit mir selbst. Die mich lieb hatten, durfte es nicht zeigen, und die mich nicht leiden konnten, zeigten es so deutlich, dass ich mich von dem immerwährenden Bewusstsein, duckmäuserisch, ungeschickt und nürrisch zu erscheinen, nicht befreien konnte. Ich fühlte, dass ich ihnen so zur Last fiel, wie sie mir. Wenn ich in das Zimmer kam, wo sie gerade saßen und miteinander sprachen, und meine Mutter schien heiter zu sein, umwölkte sich sofort ihr Gesicht. War Mr. Mudstone in seiner besten Laune, so kam ich als Störenfried. Und Miss Mudstones Schlechteste steigerte ich noch. Ich bemerkte ganz gut, dass meine Mutter immer das Opfer war. Sie fürchtete, sich mit mir zu sprechen oder freundlich mit mir zu sein, um sich dadurch nicht einen Verweis zuzuziehen. Hauptsächlich aber nicht ihretwegen, sondern um mich bangte sie. Und ängstlich bewachte sie die Blicke der Mudstones, wenn ich mich nur rührte. Deshalb beschloss ich, allen möglichst aus dem Wege zu gehen, und saß manche kalte Winterstunde in meinem einsamen Schlafzimmer und brütete, in meinen kleinen Überrock gehüllt, über einem Buch. Des Abends leistete ich zuweilen Begotte in der Küchegesellschaft. Dort fühlte ich mich wohl und brauchte mich nicht zu genieren. Aber das fand im Wohnzimmer keine Billigung. Die dort herrschende Quälerlaune machte all dem bald ein Ende. Man hielt mich immer noch für ein unentbehrliches Hilfsmittel zur Erziehung meiner armen Mutter und konnte meine Anwesenheit nicht missen. »David«, sagte Mr. Mudstone eines Tages nach dem Abendessen, als ich mich wieder drücken wollte, »ich bemerke zu meinem Leidwesen, dass du mürrischer Gemütsart bist.« »Mürrisch wie ein Bär«, sagte Miss Mudstone. Ich blieb stehen und ließ den Kopf hängen. »Ein mürrischer und verstockter Charakter, David«, sagte Mr. Mudstone, »ist das Allerschlimmste.« »Und der Junge ist das Verstockteste, was ich jemals gesehen habe«, bemerkte seine Schwester. »Ich glaube, selbst du, liebe Clara, musst es bemerken.« »Ich bitte um Entschuldigung, liebe Jane«, sagte meine Mutter, »aber bist du auch wirklich sicher«, »du wirst es gewiß entschuldigen, liebe Jane, »bist du sicher, dass du Davy verstehst?« »Ich müsste mich wirklich schämen, Clara, wenn ich den oder jeden anderen Knaben nicht verstünde«, antwortete Miss Mudstone. »Ich behaupte gewiss, nicht sehr tief zu sein, aber auf gesundem Menschenverstand kann ich doch Anspruch machen.« »Gewiss, liebe Jane«, antwortete meine Mutter, »bist du von sehr starkem Verstande.« »O Gott, nein, bitte«, »sagt das nicht, Clara«, unterbrach Miss Mudstone ärgerlich. »Aber ich weiß, dass es der Fall ist«, fing meine Mutter wieder an, »und jeder weiß es. Ich selbst habe so mancherlei großen Nutzen davon, oder sollte es wenigstens haben, dass niemand mehr davon überzeugt sein kann als ich, und deshalb äußere ich meine Meinung auch nur sehr schüchtern, meine liebe Jane. Ich versichere es dir.« »Also gut, ich verstehe den Jungen nicht, Clara«, sagte Miss Mudstone und ordnete die kleinen Fesseln an ihren Handgelenken. »Gut, wenn du willst, ich verstehe ihn also gar nicht. Er ist viel zu tief für mich.« »Aber vielleicht ist der Scharfblick meines Bruders doch dringend genug, Einsicht in diesen Charakter zu gewinnen.« »Und ich glaube, mein Bruder sprach gerade über dieses Thema, als wir ihn unschicklicherweise unterbrachen.« »Ich glaube, Clara«, fiel Mr. Mudstone mit ernster Bassstimme ein, »es gibt bessere und unbefangenere Richter in dieser Frage als du bist.« »Edward«, antwortete meine Mutter unterwürfig, »du bist natürlich in allen Fragen ein besserer Richter als ich und auch als Jane. Ich sagte nur, »du sagtest nur etwas Schwaches und Unüberlegtes«, antwortete er, »tu es nicht wieder, liebe Clara, und halte dich besser im Zaun.« »Ich habe zu meinem Leidwesen bemerkt«, »David«, nahm Mr. Mudstone seine Rede wieder auf, »daß du von verstockter Gemütsart bist. Ich werde nicht ruhig zusehen, ohne nicht den Versuch zu machen, dich zu bessern. Du musst dich anstrengen, anders zu werden, David. Wir müssen uns bemühen, dich anders zu machen.« »Ich bitte um Entschuldigung, Sir«, stotterte ich, »ich glaube, nicht verstockt gewesen zu sein seit meiner Rückkehr.« »Nimm deine Zuflucht nicht zur Lüge«, herrschte er mich so wild an, dass meine Mutter unwillkürlich ihre zitternde Hand ausstreckte, um mich zu schützen. »Du ziehst dich in deiner Verstocktheit auf dein eigenes Zimmer zurück. Du bleibst in deinem Zimmer, wenn du hier sein solltest. Ich sage es dir jetzt ein für allemal, dass ich dich hier und nicht dort zu sehen wünsche. Ferner, dass ich gehorsam von dir verlange. Du kennst mich, David. Ich will es.« Miss Mudstone lachte spitzig auf. »Ich will ein achtungsvolles, gehorsames und bereitwilliges Benehmen gegen mich, gegen Jane Mudstone und gegen deine Mutter sehen. Ich will nicht haben, dass ein Kind nach seinem Belieben dieses Zimmer scheut, als sei es verpestet. Setz dich.« Er befahl mir wie einem Hund, und ich gehorchte wie ein Hund. »Noch eins«, sagte er. »Ich bemerke, dass du einen Hang zu niedriger und gemeiner Gesellschaft zeigst. Du hast nicht mit Dienstboten umzugehen. In der Küche wirst du von den vielen Dingen, die dir noch fehlen, nichts lernen. Von dem Weib, das dir Vorschub leistet, schweige ich. Da du selbst, Clara«, erwandte sich etwas leiser zu meiner Mutter, »aus alterer Erinnerung und langer Gewohnheit in Bezug auf sie eine Schwäche an den Tag legst, die noch nicht überwunden ist.« »Eine ganz unerklärliche Verblendung«, rief Miss Mudstone. »Ich sage also«, fuhr er wieder zu mir gewendet fort, »dass ich es mißbillige, wenn du eine Gesellschaft wie Frau Peggott die vorziehst, und dass du sie daher aufzugeben hast. Jetzt verstehst du mich, David, und kennst die Folgen, die dir blühen, wenn du mir nicht wortwörtlich gehorchst.« Ich zog mich also nicht mehr auf mein Zimmer zurück, suchte nicht mehr meine Zuflucht bei Peggott und saß traurig Tag für Tag in der Wohnstube und sehnte mich nach der Nacht und dem Schlafengehen. Unter welch peinlichem Zwang ich zu leiden, wenn ich in derselben Stellung stundenlang dasitzen musste und aus Angst nicht Arm oder Fuß rührte, damit ich Miss Mudstone immerwährend über mein unruhiges Wesen klagte. Ich sah vor mich hin, um nicht einem Blick der Abneigung oder des Forschens zu begegnen und neuen Stoff zur Beschwerde zu geben. Welch unerträgliche Langeweile, dem Ticken der Uhr zuzuhören, zu sehen, wie Miss Mudstone die kleinen glänzenden Stahlperlen aufreite, sich den Kopf zu zerbrechen, ob sie wohl jemals heiraten würde, und wenn, was für einen unglücklichen Wohl, die Furchen im Kamin zu zählen und dann mit den Augen durch die labyrinthischen Verschlingungen der Tampete hinauf zur Decke zu schweifen. Wie einsam waren meine Spaziergänge durch die schmutzigen Gassen bei dem schlechten Winterwetter. Ich schleppte das Bild des Wohnzimmers mit Mr. und Miss Mudstone darin in meinem Innern überall hin und mit mir herum. Eine ungeheure Last, die ich da trug, ein Alpdruck bei Tage, den ich nicht zu verscheuchen vermochte, ein Gewicht auf meinem Geist, das mich stumpf machte. Wie vielmal saß ich am Speisetisch stumm und verlegen da, immer mit dem Gefühl, dass sein Besteck zu viel da sei, und zwar das meine, ein Magen zu viel, nämlich der meine, ein Teller und ein Stuhl zu viel, und zwar der meine, und eine Person zu viel, nämlich ich. Was waren das für Abende, wenn die Kerzen kamen und ich mich beschäftigen musste, weil ich nicht wagte, ein unterhaltendes Buch zu lesen, mich über einen hartköpfigen und noch hartherzigeren arithmetischen Leitfaden hermachte. Maß- und Gewichtstabellen passten sich Melodien an wie »Rule Britannia« und »Weg mit den Grillen und Sorgen« und gingen mir durch ein Ohr herein und aus dem anderen wieder hinaus. Oft konnte ich das Gähnen nicht verbeißen und nickte trotz aller Vorsicht ein. Wie erschreckt fuhr ich dann aus dem heimlichen Schlummer wieder auf. Nur selten versuchte ich schüchterne Bemerkungen und erhielt niemals eine Antwort. Wie sehr kam ich mir wie eine Null vor, die niemand beachtete und die durch jedem im Weg stand, und immer war es mir eine Art Trost, wenn mir Miss Mötzde und beim ersten Schlag neun Uhr befahl, zu Bett zu gehen. So schleppten sich die Ferien hin bis zu dem Morgen, wo Miss Mötzde und sagte »Heute ist der letzte Tag um«, und mir für die Ferien die letzte Tasse Tee gab. Der Abschied fiel mir nicht schwer. Ich war in einen Zustand von Stumpfheit verfallen, aus dem mir nur die Hoffnung auf Steerforth ein wenig heraushalf, wenn auch Mr. Creakle hinter ihm dreute. Wieder erschien Mr. Barkis an der Gartentür, und wieder sprach Miss Mötzde und so warnende Stimme »Clara«, als sich meine Mutter über mich beugte, um ihr Lebewohl zu sagen. Ich küßte meine Mutter und mein kleines Brüderchen und war sehr traurig. Nicht so sehr die Umarmung, die inbrünstiger war, als sie sein durfte, lebt in meiner Erinnerung fort als das, was jetzt folgte. Ich saß schon im Wagen, als meine Mutter mich noch einmal rief. Ich sah hinaus, und sie stand in der Gartentür allein und hielt den Säugling empor, um ihn mir zu zeigen. Die Luft war kalt und still, und kein Haar auf ihrem Haupte, keine Falte ihres Kleides regte sich, als sie mich beredet ansah und ihr Kind in die Höhe hielt. So verlor ich sie. So sah ich sie später in meinen Träumen in der Schule, eine stumme Gestalt vor meinem Bett, immer mit demselben beredeten Gesicht und dem Säugling in den Armen. Ende des achten Kapitels Neuntes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Neuntes Kapitel Ein denkwürdiger Geburtstag Ich übergehe alles, was sich in der Schule abspielte bis zu meinem Geburtstag im März. Außer, dass Deerforth noch bewunderungswürdiger war als je, ist mir nichts im Gedächtnis geblieben. Er sollte am Ende des Semesters austreten und kam mir lebhafter und selbstständiger vor als je und daher noch gewinnender. Sonst weiß ich nichts mehr. Das große Ereignis, das diese Zeit für mich auszeichnet, scheint alle kleinen Erinnerungen verschlungen zu haben und allein übrig geblieben zu sein. Wie klar ich mich an den Tag erinnere. Ich rieche den Nebel, der das Haus umdunkelt, sehe die Gegenstände draußen wie gespenstige Schatten hindurchschimmern, ich fühle mein bereiftes Haar sich kalt und feucht an meine Wange kleben, ich blicke in die dämmerhafte Perspektive der Schulstube hinab, wo hie und da ein flackerndes Licht, das drübe Zwielicht erleuchtet, und der Atem der Schüler sich dampfend in die kalte Luft erhebt, wenn sie sich auf die Finger blasen, mit den Füßen auf dem Flur stampfend. Wir waren nach dem Frühstück eben vom Spielplatz hereingekommen, als Mr. Sharp eintrat und sagte, David Copperfield soll zum Direktor kommen. Ich erwartete ein Geburtstagsgeschenk von Pegotty, und mein Gesicht heiterte sich auf. Einige Jungen um mich herum mahnten mich, ihrer bei der Verteilung der guten Dinge nicht zu vergessen, als ich sehr vergnügt von meinem Platze aufsprang. »Eil dich nicht, David«, sagte Mr. Sharp, »du hast Zeit genug, mein Kind. Eil dich nicht.« Der warme Ton, mit dem er sprach, hätte mir auffallen müssen, aber ich achtete nicht darauf. Ich eilte in das Wohnzimmer und sah dort Mr. Kriegel beim Frühstückssitzen, Rohstock und eine Zeitung neben sich. Er hielt einen offenen Brief in der Hand. Ein Geburtstagskorb war nicht da. »David Copperfield«, sagte Mrs. Kriegel und führte mich zum Sofa und setzte sich neben mich. »Ich habe etwas Besonderes mit dir zu reden. Ich habe dir etwas mitzuteilen, mein Kind.« Mr. Kriegel, zu dem ich natürlich hinschielte, schüttelte nur den Kopf, ohne mich anzusehen, und verschluckte einen Seufzer mit einem großen Stück Butterbrot. »Du bist noch zu jung, um zu wissen, wie die Welt sich mit jedem Tag verändert,« sagte Mrs. Kriegel, »und wie die Menschen dahin gehen. Aber wir alle müssen daran glauben, David, manche von uns in der Jugend, manche im Alter, manche haben es das ganze Leben vor Augen.« Ich sah sie mit Spannung an. Befanden sich alle wohl, als du nach den Ferien von zu Hause wegreistest, fragte Mrs. Kriegel nach einer Pause, »war deine Mama wohl?« Ich zitterte, ohne recht zu wissen, warum, sah sie noch immer mit großem Ernst an, konnte aber nicht antworten. Sie fuhr fort. »Weil ich dir zu meinem größten Kummer sagen muß, dass deine Mutter sehr krank ist, wie ich heute Morgen erfuhr.« Ein Nebel bildete sich zwischen Mrs. Kriegel und mir, und ihre Gestalt schien einen Augenblick zu schwanken. Dann stürzten mir die brennenden Tränen aus den Augen, und ich sah sie wieder deutlich neben mir sitzen. »Sie ist sehr gefährlich krank.« Jetzt wusste ich alles. Sie ist gestorben. Sie hätte es nicht auszusprechen brauchen. Ich hatte bereits einen verzweifelten Schmerzensschrei ausgestoßen und begriff, dass ich eine Weise war in der weiten Welt. Mrs. Kriegel benahm sich sehr gütig zu mir. Sie behielt mich den ganzen Tag bei sich im Zimmer und ließ mich nur manchmal allein. Und ich weinte, bis ich vor Erschöpfung einschlief und wachte auf und jammerte wieder. Als ich nicht mehr weinen konnte, fing ich an zu grübeln. Da wurde mir die Brust noch enger, und mein Gram schwoll zu einem dumpfen Schmerz an, für den es keine Linderung gab. Und doch flatterten meine Gedanken herum und blieben nicht fest an dem Unglückhaften, das mich niederdrückte. Ich dachte an unser Haus, wie es nun verschlossen und öde wäre. Ich dachte an das kleine Kindchen, das, wie Mrs. Kriegel sagte, seit einiger Zeit hinsiechte und, wie man fürchte, wohl auch sterben würde. Ich dachte an meines Vaters Grab auf dem Kirchhof neben unserem Hause und dass meine Mutter jetzt auch bald unter dem mir so bekannten Baume ruhen werde. Ich stellte mich auf den Stuhl, als man mich allein gelassen und blickte in den Spiegel, um zu sehen, wie rot meine Augen und bekümmert meine Züge seien. Ich fragte mich nach einigen Stunden, ob meine Tränen wirklich versiegt wären, wie es der Fall zu sein schien. Das schmerzte mich außer meinem Verlust am meisten, wenn ich an das Nachhausegehen dachte. Sollte ich doch dem Leichenbegräbnis beiwohnen. Dann hatte ich die Empfindung, als ob mich etwas vor den übrigen Knaben auszeichne und dass ich in meiner Betrübnis eine wichtige Person sei. Wenn jemals ein Kind einen aufrichtigen Schmerz fühlte, so war ich es, aber ich erinnere mich, dass diese Wichtigkeit mir eine Art Trost gewährte, als ich nachmittags während der Schulstunden allein auf dem Spielplatz herumging. Wenn die Schüler aus dem Fenster nach mir herunterblickten, fühlte ich mich ausgezeichnet und sah noch kramvoller drein und ging langsamer. Als die Schule aus war und sie herauskamen und mich anredeten, rechnete ich es mir wie Güte an, dass ich mich nicht stolz gegen sie benahm und sie alle ebenso sehr beachtete wie früher. Ich sollte am nächsten Abend nach Hause fahren, aber nicht mit der Nachtpost, sondern mit der gewöhnlichen Postkutsche, die man den Landwagen nannte, weil sie meist von Bauern benutzt wurde, die nur kurze Strecken reisten. Das Geschichtenerzählen unterblieb für diesen Abend, und Trettels bestand darauf, mir sein Kissen zu leihen. Ich begriff nicht, was es mir helfen sollte, aber der arme Kerl hatte sonst nichts herzugeben, außer einem Bogen Papier voll gerippen, der mir zum Abschied als Tröster für meinen Schmerz und zum Wiederherstellen meines Seelenfriedens schenkte. Ich verließ Saleh im Haus nachmittags und ahnte nicht, dass ich nicht wieder zurückkehren sollte. Wir fuhren die ganze Nacht hindurch sehr langsam und erreichten Jarmoth erst um zehn Uhr morgens. Ich schaute nach Mr. Barkis aus, aber er war nicht da, und an seiner Stelle erschien am Kutschenfenster ein dicker, kurzatmiger, fröhlich aussehender, kleiner, alter Mann in schwarzem Anzug, mit fadenscheinigen schwarzen Schleifen an den Kniehosen und einem breitkrempigen Hut und sagte »Master Copperfield«, »ja, Sir«, »wenn Sie mit mir kommen wollen, junger Herr«, und er öffnete die Tür, »so werde ich das Vergnügen haben, Sie heimzubringen.« Ich gab ihm eine Hand und hätte gern gewußt, wer er wäre. Dann gingen wir in einen Laden in einer engen Gasse, über dem geschrieben stand, »Omer«, »Tuchhändler«, »Schneider«, »Hutmacher«, »Leichenbesorger« und so weiter. Es war ein kleiner, dumpfer Laden, voll von fertigen und halbfertigen Kleidern aller Art, am Fenster hingen Filzhüte und Mützen. Wir traten in ein kleines Stübchen hinten, wo drei junge Mädchen eine große Menge schwarzen Stoffes verarbeiteten, der über den ganzen Tisch ausgebreitet war, während kleine Schnitzel davon auf dem ganzen Fußboden verstreut lagen. Es brannte ein starkes Feuer im Ofen, und ein erstickernder Gerucht von warmem, schwarzem Krepp erfüllte die Luft. Die drei Mädchen, die sehr munter und fleißig zu sein schienen, hoben einen Augenblick ihre Köpfe und nähten dann weiter. Gleichzeitig tönte aus einem Arbeitsschuppen auf dem kleinen Hof vor dem Fenster ein taktmäßiges Hämmern herein. »Ratatat, ratatat, ratatat, ratatat«, ohne Unterbrechung. »Nun«, sagte mein Führer zu einem der drei Mädchen, »wie weit bist du, Minnie?« »Wir werden schon rechtzeitig zum Anprobieren fertig sein«, antwortete die Gefragte munter, ohne aufzublicken. »Hab keine Angst, Vater.« Mr. Omer nahm den breitkrempigen Hut ab, setzte sich nieder und keuchte. Er war so dick, dass er einige Zeit brauchte, ehe er sagen konnte, »da bin ich froh.« »Vater«, sagte Minnie lustig, »du wirst dick wie eine Robbe.« »Ich weiß auch nicht, wie's kommt, aber es ist so.« »Du bist zu bequem, dass siehst du's, du nimmst die Dinge zu leicht.« »Es hat keinen Zweck, sie anders zu nehmen, mein Herz«, meinte Mr. Omer. »Nein, wahrhaftig nicht«, gab seine Tochter zur Antwort, »wir sind alle fröhlich hier, Gott sei Dank, nicht wahr, Vater?« »Hoffentlich, mein Kind. Da ich jetzt wieder Luft gekriegt habe, will ich diesem jungen Gelehrten Maß nehmen. Wollen Sie so gut sein und mit mir in den Laden kommen, Master Copperfield?« Ich ging vor Mr. Omer her, nachdem er mir ein Stück Tuch gezeigt hatte, das, wie er sagte, extra superfein sei und für alles andere als für Trauer um Eltern zu fein wäre, nahm er mehr Maß und schrieb es in sein Buch. Während er die Zahlen notierte, wies er auf sein Warenlager und auf gewisse Moden, die eben aufgekommen, und andere, die wieder abgekommen waren. »Und dabei verlieren wir oft viel Geld«, sagte er, »die Moden sind wie die Menschen, sie kommen und gehen, und niemand weiß, wann, warum und wieso. »Meiner Meinung nach ist alles wie das Leben, wenn man es von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet.« Mir war viel zu kummervoll zumute, als dass ich mich auf das Gespräch, das wohl auch unter andern Umständen über mein Begriffsvermögen gegangen wäre, hätte einlassen können. Mr. Omer führte mich wieder keuchend zurück in die Stube. Dann rief er eine kleine Treppe hinab, »Bring den Tee herauf und Butterbrot«, was nach einiger Zeit, währenddessen ich mich umgeschaut und nachgegrübelt, dem Nähen in der Stube zugesehen und dem Hämmern im Hof draußen zugehört hatte, auf einem Präsentierbrett erschien und für mich bestimmt war. »Ich kenne Sie schon lange, mein junger Freund«, sagte Mr. Omer, während er mir beim Frühstück zusah, von dem ich nur wenig genießen konnte, weil mir die schwarze Umgebung jeden Appetit benahm. »Wirklich, Sir?« »Seit Sie auf der Welt sind, fast noch länger. Ich kannte doch Ihren Vater. Er war fünf Fuß, neuneinhalb Zoll hoch und liegt fünfundzwanzig Fuß tief in der Erde.« »Ratatatat, ratatat, ratatat«, klang es draußen im Hofe. »Er liegt fünfundzwanzig Fuß in der Erde«, sagte Mr. Omer, aufgeräumt. »Entweder auf sein oder auf ihr Verlangen, ich weiß es nicht mehr genau.« »Wissen Sie, was mein kleiner Bruder macht, Sir?«, fragte ich. Mr. Omer schüttelte den Kopf. »Ratatatat, ratatatat, ratatatat«. »Er liegt in seiner Mutter Armen«, sagte er endlich. »Ach, armer kleiner Junge, ist er tot?« »Grämen Sie sich nicht mehr, als Sie müssen«, sagte Mr. Omer. »Das Kind ist tot.« Meine Wunde brach von neuem auf. Ich schob das kaum berührte Frühstück zurück, stand auf und legte den Kopf auf den anderen Tisch in einer Ecke des kleinen Zimmers. Minnie räumte hastig auf, damit ich die Trauersachen nicht mit meinen Tränen benetze. Sie schien ein hübsches, gutherziges Mädchen zu sein und strich mir mit sanfter, freundlicher Hand das Haar aus dem Gesicht, aber sehr heiter, weil sie fast mit ihrer Arbeit fertig war und so ganz anders als ich. Jetzt hörte das Hämmern auf, und ein junger, hübscher Bursche kam über den Hof ins Zimmer. Er hatte einen Hammer in der Hand und den Mund voll kleiner Nägel, die er herausnehmen musste, ehe er reden konnte. »Nun, Joram«, sagte Mr. Omer, »bist du auch fertig?« »All right«, sagte Joram, »fertig, Sir.« Minnie wurde ein wenig rot, und die anderen beiden Mädchen lächelten. »Du hast also gestern bei Licht gearbeitet, was?« »Als ich im Club war, nicht wahr?« fragte Mr. Omer und kniff ein Auge zu. »Ja«, nickte Joram, »dass sie sagten, wir sollten einen kleinen Ausflug machen und zusammen hinüberfahren, wenn wir fertig würden, Minnie und ich und sie?« »Ach so, ich dachte schon, du wolltest mich ganz weglassen«, sagte Mr. Omer und lachte, bis er husten musste. »Dass sie so gut waren, das zu fragen«, fuhr der junge Mann fort, »hab ich mich eben ordentlich dazu gehalten.« »Wollen Sie sich's einmal ansehen?« »Ja«, sagte Mr. Omer und stand auf. »Master«, unterwandte sich an mich, »wollen Sie vielleicht Ihrer...« »Nein, Vater«, unterbrach ihn Minnie. »Ich dachte, es wäre ihm angenehm«, sagte Mr. Omer, »aber du hast ganz recht, mein Schatz.« »Ich weiß nicht, wieso ich erriet, dass er sich meiner lieben Mutter Sarg ansehen wollte.« »Ich hatte noch nie einen Zimmern hören, aber ich begriff langsam, was das Hämmern von vorhin bedeutete, und als der junge Mann wieder eintrat, wusste ich ganz bestimmt, woran er gearbeitet hatte.« Da die Arbeit jetzt fertig war, bürsteten die beiden anderen Mädchen die Schnitzel und Fäden von ihren Kleidern und gingen in den Laden hinaus, um aufzuräumen und auf Kunden zu warten. Minnie blieb zurück, um die fertig gewordene Arbeit zusammenzufalten und in zwei Körbe zu packen. Sie kniete dabei und summte ein munteres Lied. Joram, in dem ich ohne Mühe ihren Geliebten erkannte, kam herein und raubte ihr einen Kuss und sagte, »Ihr Vater sei nach dem Wagen gegangen, und er müsse sich auch reisefertig machen.« Dann ging er wieder hinaus, und sie steckte einen Fingerhut und eine Schere in die Tasche und eine Nadel mit schwarzem Zwirn in ihrem Brustlatz und machte sich dann schön vor einem kleinen Spiegel hinter der Tür, in dem ich ein fröhliches Gesicht sehen konnte. Alles dies bemerkte ich, während ich an dem Tisch in einer Ecke saß, den Kopf in die Hand gestützt, im Geiste ganz anderswo. Der Wagen fuhr bald vor, und nachdem man zuerst die Körbe und dann mich hineingehoben, stiegen die drei anderen ein. Ich erinnere mich, es war halb ein Korb, halb ein Möbelwagen, dunkel angestrichen und von einem Rappen mit langem Schweif gezogen. Ich glaube, ich habe niemals eine so seltsame Empfindung gehabt wie auf dieser Fahrt, wenn ich mir vor Augen hielt, woran sie gearbeitet hatten und wie sie sich jetzt über die Reise freuten. Ich hegte keinen Groll gegen sie, scheute mich vor ihnen wie vor Wesen, die keine Gemeinschaft mit mir hatten, sie waren alle bester Laune. Der Alte saß auf dem Kutschbock, und die beiden jungen Leute saßen hinter ihm, und wenn er etwas sagte, beugten sie sich links und rechts von seinem pausbäckigen Gesicht vor und kümmerten sich sehr um ihn. Sie würden wohl auch mit mir gesprochen haben, wenn ich mich nicht scheu in eine Ecke zurückgezogen hätte, ganz entsetzt über ihre Liebelei und ihre Fröhlichkeit, die zwar nicht lärmend war, mich aber doch in eine Art Staunen versetzte, dass der Himmel keine Strafe für ihre Herzenshärte herabsandte. Wenn sie anhielten, um das Pferd zu füttern und selbst aßen und tranken und sich vergnügten, konnte ich nichts anrühren und blieb nüchtern. Als wir unser Haus erreichten, schlüpfte ich so schnell wie möglich hinaus aus dem Wagen, um nicht in ihrer Gesellschaft vor diese geweihten Fenster treten zu müssen, die mich anblickten wie geschlossene Augen, die einst hell geglänzt. Ach, wie wenig Ursache hatte ich zu sorgen, daß ich keine Tränen mehr haben würde, als ich die Fenster meiner Mutter sah und hinter ihnen das Zimmer, das in besseren Zeiten auch das meine gewesen war. Ich lag in Peggottys Armen, ehe ich noch zur Tür kam, und sie brachte mich in das Haus. Ihr Schmerz brach heftig aus, als sie mich erblickte, aber bald bezwang sie sich und sprach flüstern und ging auf den Zehen, wie um die Tote nicht zu stören. Sie war seit langem nicht ins Bett gekommen, sie wachte jetzt noch jede Nacht. Solange ihr armer, süßer Liebling über der Erde weilte, sagte sie, wollte sie ihn nicht verlassen. Mr. Murdstone nahm keine Notiz von mir, als ich in die Wohnstube trat. Er saß in seinem Lehnstuhl neben dem Kamin und weinte still vor sich hin. Miss Murdstone, die emsig an dem mit Briefen und Papieren bedeckten Tische schrieb, reichte mir ihre eisigen Fingernägel und fragte mich mit kaltem Flüstern, ob mir die Trauerkleider angemessen worden wären. Ich sagte, »Ja.« »Und hast du deine Wäsche mitgebracht?« »Ja, Madame. Ich habe alle meine Kleider mitgenommen.« Das war der ganze Trost, den sie mir in ihrer Festigkeit spendete. Ich glaube, dass sie ein besonderes Vergnügen daran fand, ihre sogenannte Selbstbeherrschung, Festigkeit und Charakterstärke und das ganze übrige höllische Repertoire ihrer unliebenswürdigen Eigenschaften bei dieser Gelegenheit zu offenbaren. Besonders stolz schien sie auf ihre Geschäftskenntnis zu sein und bewies sie, indem sie alles zu Papier brachte und sich von nichts rühren ließ. Den ganzen Tag und noch den nächsten Morgen bis zum Abend saß sie an diesem Schreibtisch, kratzte unbeirrt mit einer harten Feder, sprach zu jedermann mit dem gleichen teilnahmslosen Geflüster, und kein Muskel ihres Gesichts und kein Ton ihrer Stimme bilderten sich einen Augenblick. Ihr Bruder nahm manchmal ein Buch vor, aber las nicht darin. Eine ganze Stunde lang wendete er kein Blatt um, legte es dann wieder hin und ging im Zimmer auf und ab. Ich saß meist da mit gefalteten Händen, beobachtete ihn stundenlang und zählte seine Schritte. Er sprach sehr selten mit seiner Schwester und nie mit mir. Er schien außer den Uhren das einzig ruhelose Wesen in dem ganzen toten stillen Hause zu sein. In diesen Tagen vor dem Begräbnis bekam ich Pegotti nur selten zu Gesicht. Bloß, wenn ich die Treppe hinauf und hinunterging, fand ich sie immer in unmittelbarer Nähe des Zimmers, wo meine Mutter und ihr Kind lagen. Und jeden Abend kam sie an mein Bett und blieb bei mir, bis ich einschlief. Ein oder zwei Tage vor dem Leichenbegräbnis nahm sie mich mit in das Zimmer. Ich erinnere mich nur noch, dass unter einem weißen Laken auf dem Bett, das wundervoll rein und frisch aussah, die Verkörperung der feierlichen Stille, die im Hause herrschte, zu liegen schien, und dass ich, als sie das Tuch sanft wegziehen wollte, schrie »Nein, nein« und ihre Hand zurückhielt. Wenn das Begräbnis gestern gewesen wäre, könnte ich mich seiner nicht besser erinnern. Das Aussehen des Besuchszimmers, als ich hereintrat, der schnelle Schein des Feuers, der glänzende Wein in den Karaffen, die Muster der Gläser und Teller, der schwache, süße Duft der Kuchen, der Geruch von Miss Murdstones Kleid und unseren Trauerkleidern, alles steht wieder vor mir. Mr. Chilip ist anwesend und spricht mich an. »Und wie geht's denn, Master David?« fragte er freundlich. »Ich kann ihm doch nicht sagen, gut. Ich gebe ihm meine Hand und er hält sie fest.« »Mein Gott«, und er lächelt schüchtern, und etwas glänzt in seinen Augen. »Unsere kleinen Freunde wachsen in die Höhe um uns her. Wir verlieren sie fast aus den Augen, maam.« Das sagte er zu Miss Murdstone, bekommt aber keine Antwort. »Wir haben große Fortschritte gemacht, maam.« Miss Murdstone antwortet mit einem Stirn runzelnden und einem steifen Knicks. Mr. Chilip geht verschüchtert in eine Ecke und zieht mich zu sich und tut den Mund nicht mehr auf. »Ich bemerke das, weil ich alles bemerke, was geschieht. Nicht, weil ich meinetwegen Acht gebe oder es seit meiner Ankunft getan hätte.« »Und jetzt fängt die Totenglocke zu läuten an, und Mr. Omer und ein anderer Mann kommen und ordnen uns.« Wie mir Päggotty vor langer Zeit erzählt hat, haben sich die Leidtragenden, die schon meinen Vater zum Grabe folgten, in demselben Zimmer geordnet. »Der Leichenzug besteht aus Mr. Murdstone, Mr. Graper, Mr. Chilip und mir.« »Wie wir zur Tür herausdrehen, sind die Träger mit ihrer Bürde schon im Garten und schreiten vor uns her den Steig entlang an den Ulmen vorbei und durch das Gartentor zum Friedhof, wo ich so manchen Sommermorgen die Vögel habe, singen hört.« »Wir stehen um das Grab herum.« »Der Tag scheint mehr anders als jeder andere Tag, und das Licht hat seine Farbe verloren.« »Dann herrscht die feierliche Stille, die wir herausgetragen haben mit dem, was jetzt in der Erde ruht.« »Wir stehen entblößten Hauptes da, und ich höre die Stimme des Geistlichen hier im Freien, so fern und doch so deutlich klingen.« »Ich bin die Auferstehung und das Leben«, spricht der Herr. »Dann höre ich schluchzen. Ich stehe gesondert von den Übrigen und sehe die gute und treue Dienerin, die ich von allen Menschen auf Erde am meisten liebe und zu der, wie mein kindliches Herz fest überzeugt ist, der Herr eines Tages sagen wird, »Du hast wohlgetan.« »Es sind viele bekannte Gesichter da in der kleinen Menge, die ich von der Kirche her kenne, Gesichter, die meine Mutter noch kannten, als sie in ihrer Jugendblüte in das Dorf gekommen war. Ich kümmere mich nicht um sie, ich kümmere mich nur um meinen Schmerz, und doch sehe ich sie und kenne sie alle und sehe selbst weit im Hintergrund Minnie zuschauen und auf ihren Schatz blicken, der in meiner Nähe steht. Es ist vorbei, und das Grab ist zugeschüttet, und wir wenden uns wieder heimwärts. Vor uns steht unser Haus, so schmuck und unverändert, so fest verknüpft in meiner Seele mit dem Jugendbild derer, die nicht mehr ist. All mein Schmerz ist nichts gegen den, den ich jetzt fühle, aber sie führen mich fort, und Mr. Chilip redet mir zu, und wie wir daheim sind, benetzt er meine Lippen mit Fasser, und als ich ihn um Erlaubnis bitte, auf mein Zimmer gehen zu dürfen, entlässt er mich mit der Zärtlichkeit einer Frau. Alles das kommt mir vor, als wäre es gestern geschehen. Ereignisse einer späteren Zeit sind fortgeweht, an jene Küste, wo alles Vergessene dir einst wiederkommt, doch dieses ragt vor mir wie ein hoher Fels im weiten Meer. Ich wusste, dass Pegody in mein Zimmer kommen würde. Die Sabbatstille tat uns beiden wohl. Sie setzte sich neben mich auf mein kleines Bett, nahm meine Hand, drückte sich von Zeit zu Zeit an ihre Lippen und streichelte sie, wie sie wohl mein kleines Brüderchen gestreichelt haben mochte, und erzählte mir in ihrer schlichten Art, wie alles gekommen war. Sie fühlte sich seit langer Zeit gar nicht mehr recht wohl, sagte Pegody. Sie fühlte sich nicht glücklich. Als das Kleine zur Welt kam, dachte ich, es würde mit ihr besser werden, aber sie war angegriffener als je und schwand dahin mit jedem Tag. Vor der Geburt des Kindes pflegte sie viel, allein zu sitzen, und dann weinte sie. Aber später sang sie ihm vor, so leise, dass ich manchmal dachte, es sei wie eine Stimme in der Luft, die langsam verklingt. Ich glaube, sie wurde in der letzten Zeit immer verschüchterter und furchtsamer, und ein hartes Wort war für sie ein Schlag. Aber gegen mich blieb sie immer die gleiche. Sie wurde nie anders gegen ihre einfaltige Pegody, mein süßes Mädel. Hier hielt Pegody inne und klopfte mir ein Weilchen sanft die Hand. Das letzte Mal, wo sie ganz wieder schien wie früher, war an jenem Abend, wo du nach Hause kamst, mein Liebling. Und am Tag, als du fortgingst, sagte sie zu mir, »Ich werde meinen Herzensliebling nie mehr wiedersehen.« Eine Stimme sagt es mir, »und ich weiß, dass sie die Wahrheit spricht.« Sie versuchte dann, heiter zu erscheinen, und manchmal, wenn sie zu hören bekam, sie wäre gedankenlos und leichtsinnig, tat sie so, als ob sie's wäre. Aber es war schon alles vorbei. Sie sagte ihrem Manne nichts, bis eines Abends, kaum eine Woche, ehe sie starb, da sagte sie zu ihm, »Ich glaube, ich sterbe bald.« »Jetzt hab ich vom Herzen herunter, Pegody,« sagte sie dann zu mir, als ich sie an diesem Abend zu Bett brachte. »Es wird ihm in den wenigen Tagen, die ich noch zu leben habe, deutlicher und deutlicher werden, dem Armen. Und dann ist's vorbei. Ich bin sehr müde. Wenn es nur Schlaf ist, so bleibe bei mir sitzen und verlass mich nicht. Gott segne meine beiden Kinder. Gott beschütze und behüte meinen vaterlosen Jungen.« »Seitdem habe ich sie nicht mehr verlassen«, sagte Pegody. Sie sprach oft mit den beiden da unten, denn sie liebte sie. Sie konnte nicht anders. Sie musste jeden lieben, der in ihrer Nähe war. Aber wenn sie von ihrem Bette weggegangen waren, da musste ich kommen, als ob nur Ruhe sein könnte, wo Pegody war. Und nie konnte sie anders einschlafen. Am letzten Abend küsste sie mich und sagte, »Wenn das Baby mit mir sterben sollte, Pegody, so sollen sie es mir in die Arme legen und uns zusammen begraben. Und mein lieber Sohn soll zu meinem Grabe gehen, sagte sie, erzähle ihm, dass ich ihn, als ich hier lag, nicht einmal, sondern tausendmal gesegnet habe.« Wieder folgte eine Pause des Schweigens und Pegody klopfte mir wieder sanft die Hand. Es war schon spät in der Nacht, da verlangte sie zu trinken, und als sie getrunken hatte, da lächelte sie mich so geduldig und lieb und schön an. Der Tag brach an, und die Sonne ging eben auf, als sie mir erzählte, wie gütig und rücksichtsvoll Mr. Copperfield immer gegen sie gewesen war, wie er mit ihr Geduld gehabt und ihr immer, wenn sie an sich selbst zweifelte, versichert hatte, dass ein Herz voll Liebe besser und stärker sei als alle Weisheit und dass ihn ihre Liebe glücklich mache. »Liebe Pegody«, sagte sie dann, »lege mich näher an dich heran.« So schwach war sie schon. »Lege deinen lieben Arm unter meinen Kopf und wende mein Gesicht dir zu, denn deine Züge gehen immer weiter von mir weg, und ich will dir so nahe sein.« Ich tat, wie sie verlangte, und, ach, Davy, die Zeit war gekommen, wo das wahr wurde, was ich dir einmal gesagt habe. Sie war froh, ihren armen Kopf auf den Arm ihrer einfältigen, mürrischen, alten Pegody legen zu können. Sie starb wie ein Kind, das einschläft. So endigte Pegody's Erzählung. Von dem Augenblick an, wo ich den Tod meiner Mutter erfuhr, war das Bild, das ich mir von ihr zuletzt machte, verschwunden. Von dem Augenblick an erinnerte ich mich ihrer bloß als der jungen Mutter meiner frühesten Kindheit, die ihre glänzenden Locken, um ihre Finger zu wickeln, und im Zwielicht mit mir im Zimmer herumzutanzen pflegte. Mit ihrem Tode schwebte ihr Bild zurück in ihre ruhige, ungestörte Jugendzeit, und alles Übrige war ausgelöscht. Die Mutter, die im Grabe ruht, ist die Mutter meiner Kindheit, das kleine Wesen in ihren Armen ist, wie ich einst gewesen war, und liegt an ihrem Busen eingelullt auf ewig. Ende des neunten Kapitels Zehntes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zehntes Kapitel Ich werde vernachlässigt, und man bringt mich unter. Das Erste, was Miss Mudstone am Tag nach dem Begräbnis tat, war, dass sie Peggoty für den kommenden Monat kündigte. So sehr Peggoty eine solche Stelle missfallen musste, so hätte sie sie doch um meinetwillen jeder anderen auf der Welt vorgezogen. Was mich betraf und meine Zukunft fiel kein Wort, und es geschah auch nichts. Sie wären wahrscheinlich froh gewesen, wenn sie mir auch hätten monatlich kündigen können. Ich faßte mir einmal ein Herz und fragte Miss Mudstone, wann ich wieder in die Schule gehen werde, und sie antwortete, wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Weiter erfuhr ich nichts. Ich hätte nur zu gerne gewusst, was man mit mir vorhabe, aber weder Peggoty noch ich konnten das Geringste herausbekommen. Meine Lage hatte sich, was die Gegenwart betrifft, zwar viel angenehmer gestaltet, würde mir aber, wenn ich die Folgen hätte gehörig ermessen können, für die Zukunft viel Sorgen gemacht haben. Der mir früher auferlegte Zwang hatte ganz aufgehört. Miss Mudstone zwang ich nicht mehr wie früher, meinen langweiligen Posten in der Wohnstube beizubehalten, und wies mich mehr als einmal mit finsterem Blick aus dem Zimmer. Ich durfte ruhig mit Peggoty verkehren, wenn ich nur nicht Mr. Mudstone vor die Augen kam. Anfangs fürchtete ich, er oder seine Schwester würden mich wieder zu unterrichten anfangen, aber ich fand bald, dass meine Besorgnis unbegründet war, und ich weiter nichts als Vernachlässigung zu gewärtigen hatte. Diese Entdeckung verursachte mir damals nicht viel Schmerz. Noch immer ganz betäubt von dem Tod meiner Mutter war mir alles andere recht gleichgültig. Wohl dachte ich mir zuweilen, ob ich nicht zu einem schäbigen, mürrischen Mann, der im Dorfe sein Leben im Nichtstun verlungern würde, heranwachsen müsste, wenn ich sogar keinen Unterricht mehr empfinge. Ich weiß noch, ich habe einmal überlegt, ob ich nicht wie der Held eines Romans davonlaufen sollte, um mein Glück zu machen, aber alles das waren Träume am helllichten Tag, die an der Wand meines Zimmers vorüberschwebten und nur die leere Wand zurückließen. »Peggottie«, sagte ich, gedankenvoll flüsternd eines Abends, als ich meine Hände am Herdfall erwärmte, »Mr. Mordstone hat mich noch weniger gern als früher. Er hat mich nie gern gehabt, aber jetzt möchte er mich am liebsten gar nicht mehr sehen.« »Vielleicht hat er Kummer«, sagte Peggottie und strich mir die Haare glatt. »Ich bin gewiss auch voll Trauer, Peggottie«, erwiderte ich, »wenn es nur sein Gram wäre, würde ich weiter nichts darüber nachdenken. Aber das ist's nicht, oh nein, so ist's nicht.« »Woher weißt du denn das?« fragte Peggottie nach einer Pause. »Oh, Kummer ist es nicht. Jetzt, wo er mit seiner Schwester am Kamin sitzt, hat er wohl Kummer. Aber wenn ich hineinginge, Peggottie, würde er sogleich anders werden.« »Wie denn?« fragte Peggottie. »Zornig«, antwortete ich und machte unwillkürlich sein Stirnrunzel nach. »Wenn es nur Gram wäre, würde er mich doch nicht so ansehen. Ich grimme mich auch, aber das macht mich nur freundlicher gegen andere.« Peggottie sagte nichts mehr darauf und ich wärmte meine Hände stumm wie sie. »David«, sagte sie endlich, »ja, Peggottie?« Ich habe alles Mögliche versucht, mein liebes Kind hier in Blunderstone einen passenden Dienst zu bekommen, aber ich konnte keinen finden.« »Und was gedenkst du zu tun, Peggottie?« Und ich sah sie forschend an. »Willst du fortgehen und dein Glück andernwärts versuchen?« »Ich werde wohl nach Yarmouth gehen müssen,« sagte Peggottie. »Du hättest noch weiter fortgehen und so gut wie verloren für mich sein können,« sagte ich ein wenig erleichtert. »So kann ich dort nicht am Ende der Welt, nicht wahr?« »Ganz im Gegenteil, so Gott will,« rief Peggottie mit großer Lebhaftigkeit, »solang du hier bist, mein Herzblatt, komme ich dich jede Woche besuchen, jede Woche einmal, solange ich lebe.« Dies Versprechen nahm mir einen Stein vom Herzen. Aber Peggottie fuhr fort. »Schau mal, Davy, ich gehe 14 Tage zu meinem Bruder auf Besuch, um mich ein bisschen umzusehen und wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Da habe ich mir gedacht, da sie dich hier sowieso nicht brauchen können, lassen sie dich vielleicht mit mir gehen.« Jedenfalls war dieser Plan das Einzige, was mich in dieser damaligen Gemütsstimmung irgendwie aufhellen konnte. Der Gedanke, wieder auf diesen ehrlichen Gesichtern einen Willkommensgruß lesen zu können, wieder den Frieden des stillen Sonntagmorgens zu genießen, wenn die Glocken läuten, die Schiffe schattengleich aus dem Nebel brechen, wieder Steine ins Wasser werfen zu können, mit der kleinen Emily herum zu streifen, ihr meine Leiden zu erzählen und als Saubermittel dagegen in den Muscheln und Kieseln am Strande zu finden, erfüllte mein Herz mit besänftigender Ruhe. Freilich wurde sie schon im nächsten Augenblick von dem Gedanken zerstört, dass Miss Murdstone schwerlich einwilligen werde. Aber noch während wir sprachen, kam Miss Murdstone plötzlich heraus, um etwas aus der Vorratskammer zu holen, und Pegotti brachte die Angelegenheit mit einer Kühnheit, die mich in Erstaunen versetzte, sogleich zur Sprache. Der Junge wird dort herumlungern, sagte Miss Murdstone und späte in einen Krug mit Essiggurken und nichts tun ist die Wurzel alles bösen. Aber freilich, hier wird er auch nichts tun und anderer wird's auch nicht. Pegotti hatte eine heftige Antwort auf der Zunge, aber sie schluckte sie herunter um meinetwillen und schwieg. Meinte Miss Murdstone dann und späte immer noch in den Essiggurkug, es ist wichtiger als alles andere, es ist sogar von außerordentlicher Wichtigkeit, dass mein Bruder nicht gestört und belästigt wird. Es ist wohl am besten, ich willige ein. Ich bedankte mich bei ihr, ohne meine Freude zu verraten, damit sie nicht etwa ihre Erlaubnis zurückzöge, und mir kam das sehr klug vor, als sie mich jetzt wieder mit einem so sauren Gesicht ansah, als hätte sie mit ihren schwarzen Augen den ganzen Inhalt des Essiggruks ausgesogen. Die Erlaubnis war gegeben und wurde auch nicht zurückgezogen und als der Monat um war, standen Pegotty und ich zur Abfahrt bereit. Mr. Barkis kam ins Haus, um Pegotys Koffer abzuholen. Soviel ich weiß, hatte er noch nie die Schwelle der Gartentür überschritten, aber bei dieser Gelegenheit kam er bis ins Haus. Und als er den größten Koffer auf seine Schulter und lud und hinausging, warf er mir einen so vielsagenden Blick zu, wie es sein Gesicht überhaupt vermochte. Pegotty war natürlich sehr betrübt über ihren Abschied von dem Ort, wo sie so lange Jahre mit meiner Mutter und mir zugebracht hatte. Sie war schon in aller Früh auf dem Kirchhof gewesen, und als sie im Wagen saß, hielt sie sich das Taschentuch vor die Augen. Solange sie so blieb, gab Mr. Parkes kein Lebenszeichen von sich. Er saß auf seinem gewohnten Platz und in seiner bekannten Haltung wie eine große ausgestopfte Puppe. Aber als sie das Taschentuch einsteckte und mit mir zu sprechen anfing, nickte er mehrere Male und grinste. Ich hatte keine Ahnung, was er damit sagen wollte. »Es ist ein schöner Tag, Mr. Barkis, begann ich aus purer Höflichkeit. Nicht schlecht, meinte Mr. Barkis, der gewöhnlich seine Worte sehr abwog und seine Meinung nie offen heraussagte. Peggotty hat sich schon wieder ganz erholt, Mr. Barkis, bemerkte ich. So, hm? sagte Mr. Barkis. Nachdem er mit schlauer Miene nachgedacht hatte, sah er Peggotty an und sagte, »Ist sie nun schon hübsch behaglich?« Peggotty lachte bejahend. »Aber wirklich und wahrhaftig? verstehen Sie, wirklich?« brummte Mr. Barkis und rutschte auf der Bank näher an sie heran und gab ihr einen Stoß mit dem Ellbogen. »Wirklich?« »Wirklich und wahrhaftig?« »Ganz behaglich?« »Wirklich?« »Hä?« Bei jeder dieser Fragen rutschte Mr. Barkis näher zu ihr und gab ihr jedesmal einen Stoß mit dem Ellbogen, bis wir zuletzt alle in der linken Ecke des Wagens eingeklemmt saßen und ich kaum mehr atmen konnte. Peggotty machte ihn darauf aufmerksam, worauf er sogleich etwas Platz machte und nach und nach wieder zurückkehrte. Ich sah ihm an, dass er zu glauben schien, er sei auf ein prächtiges Mittel verfallen, sich ohne viel Worte angenehm, fein und deutlich auszudrücken. Eine Zeit lang lachte er vor sich hin. Dann wandte er sich wieder langsam nach Peggotty um und wiederholte »Also wirklich behaglich?« und fing das alte Manöver wieder an, bis ich abermals keinen Atem bekam. Nicht lange darauf wiederholte sich dasselbe noch einmal mit denselben Folgen, dann stand ich immer auf, wenn ich ihn anrücken sah und tat, als ob ich mir die Gegend ansähe und kam dabei viel besser weg. Er war so höflich, nur unsertwegen an einem Wirtshaus anzuhalten und uns mit Hammelbraten und Bier zu bewirten. Aber selbst einmal, als Peggotty gerade trank, bekam er einen seiner alten Anfälle und brachte sie fast zum Ersticken. Je mehr wir uns unserem Reiseziel näherten, desto mehr musste er aufpassen und desto weniger Zeit fand er für Galanterien. Und als wir erst auf dem Pflaster von Yarmouth durcheinander geschüttelt wurden, bot sich gar keine Gelegenheit mehr. Mr. Peggotty und Hamm erwarteten uns auf dem alten Platze. Sie empfingen mich und Peggotty in herzlicher Weise und schüttelten Mr. Barkis die Hand, der mit weit zurückgeschobenem Hut, ein verschämtes Lächeln auf den Zügen und weit ausgespreizten Beinen einen möglichst dummen Eindruck zu erwecken, bemüht war. Jeder von den beiden Fischern nahm einen von Peggotty's Koffern, und wir wollten eben fortgehen, als mir Mr. Barkis feierlich mit dem Zeigefinger winkte, mit ihm unter einen Torweg zu treten. Also, brummte er dann, alles in Ordnung. Ich sah ihn an und antwortete mit einem Versuch, ein möglichst gescheites Gesicht zu machen. Oh, oh! Damals war's noch nicht abgemacht, fuhr er mit vertraulichem Nicken fort. Alles in Ordnung. Wieder antwortete ich, oh! Sie wissen, wer wollte? Er, Barkis, aber nur Barkis. Ich nickte zustimmend. Alles in Ordnung, sagte Mr. Barkis wieder und schüttelte mir die Hand. Wir sind Freunde, sie haben's in Ordnung gebracht. Alles in Ordnung. In seinem Bestreben, besonders klar zu sein, wurde mir Mr. Barkis immer rätselhafter. Ich hätte ihm eine Stunde ins Gesicht sehen können, ohne von ihm mehr zu erfahren, als von dem Zifferblatt einer Uhr, die stillsteht. Endlich rief mich Pegotti weg. Und der Witt fragte sie mich, was er gesagt habe, und ich wiederholte seine Worte, alles in Ordnung. Ist das eine Unverschämtheit, sagte sie, aber es macht nichts. Lieber Davy, was meinst du wohl, wenn ich mich verheiratete? Nun, du würdest mich doch ebenso lieb haben, wie jetzt, Pegotti. erwiderte ich nach einigem Nachdenken. Zum größten Erstaunen der vorübergehenden uns der beiden Pegottis vor uns blieb die gute Seele stehen und umarmte mich unter vielen Beteuerungen ihrer unwandelbaren Liebe. Sag mir also, was du meinst, mein Liebling, fragte sie, als sie damit fertig war und wir unseren Weg fortsetzen. Wenn du dich mit Mr. Barkis verheiratest, Pegotti. Ja? Ich glaube, es wäre sehr gut, dann hättest du immer das Pferd und den Wagen umsonst und könntest mich immer besuchen kommen. Was das Kind gescheit ist, rief Pegotti. Da das habe ich doch immer den ganzen Monat lang gedacht. Ja, mein Goldkind, ich wäre viel unabhängiger, siehst du, und es würde sich mir in meinem eigenen Hause viel leichter arbeiten als anderswo. Ich weiß gar nicht, ob ich mich zum Dienstmädchen bei Fremden jetzt noch eigne, und ich wäre immer in der Nähe der Ruhestätte meines schönen Lieblings, fügte sie nachdenklich hinzu. Ich könnte sie sehen, wann ich wollte. Und wenn ich mich einmal zur Ruhe lege, wär's nicht weit von meinem lieben Mädel. Wir schwiegen beide eine Weile. Aber ich würde nicht ein einziges Mal wieder daran denken, sagte Pegotti fröhlich, wenn mein Davy irgend etwas dagegen hätte, und wenn ich auch dreißigmal dreißig in der Kirche gefragt würde und den Ring mein Lebtag in der Tasche herumtragen müsste. Schau mich an, Pegotti erwiderte ich, und sieh selbst, ob ich mich nicht wirklich von ganzer Seele darüber freue. Liebes Herz, sagte Pegotti und rückte mich an sich, ich habe Tag und Nacht darüber nachgedacht und in dieser Weise und ich glaube in der Rechten, aber ich will es mir noch einmal überlegen und mit meinem Bruder darüber sprechen und unterdessen wollen wir die Sache für uns behalten. Barkis ist ein einfacher guter Kerl und wenn ich meine Pflicht an seiner Seite tue, glaube ich, wäre es meine Schuld, wenn ich nicht, wenn ich mich nicht behaglich fände, sagte Pegotti und lachte herzlich. Über diesen Ausspruch von Mr. Barkis mussten wir immer wieder lachen, und wir waren sehr heiterer Laune, als Mr. Pegottis Häuschen in Sicht kam. Es sah genauso aus wie früher, nur schien es in meinen Augen jetzt ein wenig kleiner zu sein. Mrs. Gummitsch wartete in der Tür, als ob sie seit damals immer noch dort stünde. Innen war alles unverändert bis zum Seegras hinab in den blauen Krug in meinem Schlafzimmer. Ich ging in den Seitenschuppen, um mich ein wenig umzusehen, und wieder war ein verworrener Haufen von Hummern, Krabben und Krebsen da, alle von demselben Verlangen, die ganze Welt zu zwicken, beseelt. Aber keine kleine Emily war zu sehen, und so fragte ich Mr. Pegotti nach ihr. »Ist in der Schule, Sir«, sagte Mr. Pegotti und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann sah er nach der Wand Uhr. »Kommt all in zwanzig oder dreißig Minuten. Wir vermissen sie alle, ach Gott!« Mrs. Gummitsch seufzte. »Kopf hoch, Mähchen«, mahnte Mr. Pegotti. »Ach«, Mrs. Gummitsch, »Ich bin ein einsam verlassenes Geschöpf, und sie war die Einzige, die mich nicht die Quere ging.« Sie schüttelte Tränen den augensten Kopf und blies das Feuer an. Mr. Pegotti sah uns an, während sie so beschäftigt war, und flüsterte leise unter seiner Hand hervor, »de Olsch«. Daraus schloss ich ganz richtig, dass seit meinem letzten Besuch in Mrs. Gummits Gemütszustand keine wesentliche Veränderung eingetreten sein konnte. Alles war so reizvoll wie früher, aber dennoch machte es einen ganz anderen Eindruck auf mich. Ich fühlte mich fast ein wenig enttäuscht. Vielleicht trug die Abwesenheit der kleinen Emily die Schuld. Da ich wusste, welchen Weg sie kommen musste, ging ich ihr entgegen. Es dauerte auch nicht lange, da tauchte in der Fernäne Gestalt auf und ich erkannte bald Emily, die immer noch ein kleines Geschöpfchen war, trotzdem sie gewachsen schien. Aber als sie näher kam und ich sah, wie ihre blauen Augen noch blauer und ihr Gesicht mit den Grübchen noch heiterer, hübscher und schelmischer geworden, überkam mich ein ganz seltsames Gefühl und ich tat, als ob ich sie nicht kennte und ging vorbei, als ob ich weit draußen in der Ferne etwas erblickte. Ich habe dergleichen, mir scheint, auch später noch im Leben getan. Die kleine Emily kümmerte sich gar nicht um mich, sie sah mich recht gut, anstatt sich aber umzudrehen und mich zu rufen, rief sie lachend fort. Das zwang mich ihr nachzurennen, aber sie lief so schnell, dass ich sie erst knapp vor dem Häuschen einholen konnte. Ach so, du bist's. Aber du wusstest doch, wer sie ist, Emily, sagte ich. Und du vielleicht nicht? Ich wollte sie küssen, aber sie hielt sich die Hand auf ihre Kirschen Lippen und sagte, sie sei kein kleines Kind mehr, lief ins Haus und lachte noch viel mehr. Es schien ihr Spaß zu machen, mich zu necken, eine Veränderung, über die ich mich sehr wunderte. Der Teetisch war gedeckt und unser kleiner Koffer stand auf dem alten Fleck. Aber anstatt sich neben mich zu setzen, leistete sie der alten, brummigen Mrs. Gummidge die Gesellschaft und als Mr. Pegotti nach dem Grund fragte, bedeckte sie sich das Gesicht mit den Haaren und wollte nicht aufhören zu lachen. »Dat isse, dat isse«, rief Hamm, »Marser Davis wohl, dat isse«, und er saß da und lachte sie lange an mit seinem brennroten Gesicht, auf dem sich Bewunderung und Entzücken spiegelten. Die kleine Emily wurde in jeder Hinsicht verzogen und von niemand mehr als von Mr. Pegotti, dem sie alles abschmeicheln konnte, wenn sie nur zu ihm ging und ihre Wangen an seinen struppigen Seemannsbart legte. So schien es mir wenigstens, als ich es sah, und ich gab Mr. Pegotti vollkommen recht. Sie war so zärtlich und herzig und dabei so neckisch und schüchtern zugleich, dass sie mich mehr gefangen nahm als je. Sie war auch sehr weichherzig, denn als wir nach dem Tee um den Ofen saßen und Mr. Pegotti eine Andeutung über den Verlust, den ich erlitten hatte, fallen ließ, traten ihr die Tränen in die Augen und sie sah mich über den Tisch hinüber so freundlich an, dass ich ihr sehr dankbar war. Ja, sagte Mr. Pegotti, indem er ihre Locken wie Wasser durch seine Finger laufen ließ. »Hier ist auch eine Weise, Sir. Und hier?« und erklopfte Ham mit dem Handrücken auf die Brust. »Hier ist noch einer, wenn man sie ihm auch nicht anmerkt.« »Wenn ich sie zum Vormund hätte, Mr. Pegotti,« sagte ich, »würd ich's wohl auch nicht sehr fühlen.« »Schau in Sekt, Maser Davy. Woll«, schrie Ham entzückt. »Hurra!« »Schau in Sekt, Maser Davy. Woll«. »Hört, hört!« Und er gab den Schlag mit dem Handrücken zurück, und die kleine Emily stand auf und küsste Mr. Pegotti. »Und was macht Ihr Freund, Sir?« fragte mich Mr. Pegotti. »Steerforth.« »Woll«, 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 rief Mr. Pegotti und wandte sich zu Ham, »ich wußte, sein Name hätt mit unserm Beruf zu tun.« »Du heißt Rutherford, Sekt«, bemerkte Ham lachend. »Jawohl«, antwortete Mr. Pegotti, »und du stürst mit dem Ruder nech? Des nech viel anders.« »Wie geht's ihm, Sir?« »Als ich fortging, sehr gut, Mr. Pegotti.« »Das ist ein Freund«, sagte Mr. Pegotti und reckte seinen Arm mit der Pfeife in die Höhe. »Das ist ein Freund, wenn Sie von Freunden sprechen. Gott soll mich nicht leben lassen, wenn's nicht ne Freude ist, den anzusehen.« »Er ist sehr hübsch, nicht wahr?« sagte ich, und mein Herz schlug höher bei dem Lobe. »Hübsch«, rief Mr. Pegotti, »Er steht vor einem wie, wie, na, wie soll ich nur sagen, wie er vor einem steht?« »Er ist so keck.« »Und so ist auch sein ganzer Charakter«, sagte ich, »er ist mutig wie ein Löwe, und Sie können sich gar nicht vorstellen, Mr. Pegotti, wie freimütig er ist.« »Und ich vermute«, sagte Mr. Pegotti und sah mich durch den Rauch seiner Pfeife hindurch an, »dass er in der Buchgelehrsamkeit höher im Wind liegt als alle anderen.« »Ja«, sagte ich, »freudig, er weiß alles, er ist erstaunlich gescheit.« »Das sind Freund«, murmelte Mr. Pegotti mit ernstem Wegen des Kopfes. »Alles geht ihm spielend von der Hand«, sagte ich, »er kann seine Aufgabe, wenn er auch nur einen Blick darauf wirft. Er ist der beste Cricketer, den ich kenne. Beim Damenbrett gibt er Ihnen so viele Steine vor, wie Sie wollen, und schlägt Sie mühelos.« Mr. Pegotti nickte wieder mit dem Kopf, als wollte er sagen, »selbstverständlich.« »Und ein Redner ist er«, fuhr ich vor, »dass er jeden überzeugen kann, Sir, und gar erst ihn singen zu hören.« Mr. Pegotti nickte wieder mit dem Kopf, als wollte er sagen, »ich zweifle keinen Augenblick daran.« »Und dann ist er ein so feiner, prächtiger, nobler Bursche«, sagte ich, ganz hingerissen von meinem Lieblingsthema, »dass es kaum möglich ist, ihn so zu loben, wie er es verdient.« »Ich kann ihm nie genug dankbar sein für die Hochherzigkeit, mit der er mich, der ich viel jünger bin und in der Schule weit unter ihm saß, beschützte.« Mitten in meinem Eifer fielen meinen Augen auf die kleine Emily, die mit angehaltenem Atem über den Tisch gebeugt dasaß und mit größter Aufmerksamkeit zuhörte. Ihre blauen Augen glänzten wie Edelsteine, und das Blut stieg ihr in die Wangen. Sie sah so wunderbar ernst und hübsch aus, dass sich erstaunt abbrach, und alle schauten sie daraufhin an und lachten. »Emily geht's wie mir«, sagte Pegotti, »sie möchte ihn sehen.« Emily war ganz verlegen geworden, weil wir sie alle ansahen, er rötete noch mehr und schlug die Augen nieder. Als sie wieder aufsah und bemerkte, dass wir noch immer keinen Blick von ihr wenden konnten, wurde sie ganz verwirrt, lieb fort und blieb weg, bis es fast Schlafenszeit war. Ich legte mich in das alte kleine Bett im Hintersteven des Bootes und erwünschte ich klagend über die Dünen wie einstmals. Ich konnte mir nicht helfen, es schien mehr als Klage herum die, die dahin gegangen. Ich musste an die Wellen des Schicksals denken, die, seitdem ich dieses Heulen zuletzt vernommen, mein glückliches Heim weggespült hatten. Kein Gedanke kam mir mehr wie damals, dass der Ozean draußen über seine Ufer treten könnte und unser Boot fortschwemmen. Ich erinnere mich noch, wie Wind und Wogen allmählich schwächer in meinen Ohren klangen, als ich meinem Abendgebet den Satz hinzufügte, »Gott möchte mich groß werden lassen, damit ich die kleine Emily heiraten könne.« Dann sank ich verliebt in Schlummer. Die Tage vergingen so schnell wie früher, doch nur selten mehr konnte ich mit der kleinen Emily am Strande spazieren gehen, sie musste Aufgaben lernen und nähen und konnte einen großen Teil des Tages nicht zu Hause sein. Aber auch ohne dies wären diese alten Wanderungen nicht mehr so wie früher gewesen, so wild und voll kindischer Launen Emily war, so war sie doch schon viel mehr Jungfrau, als ich glaubte. Sie schien in mehr als einem Jahr viel älter geworden zu sein als ich. Sie hatte mich gern, aber sie lachte mich aus und quälte mich, nahm einen anderen Weg, wenn ich sie abholen ging und empfing mich lachend an der Tür, wenn ich dann verstimmt heimkam. Meine besten Zeiten waren, wenn sie vor der Tür stillsitzen musste und arbeitete, während ich ihr auf der Schwelle vorlas. Es kommt mir jetzt so vor, als ob ich niemals wieder so viel Sonnenschein erlebt hätte wie an jenen schönen April-Nachmittagen, niemals mehr eine so sonnige kleine Gestalt gesehen, als damals an der Tür des alten Schiffes, niemals mehr einen solchen Himmel, solches Wasser und so herrliche Schiffe in die goldig flimmernde Luft hinaussegeln. Schon am ersten Abend nach unserer Ankunft erschien Mr. Barkis mit einem sehr einfältigen Gesicht und sehr linkischer Haltung und mit einer Anzahl Orangen in einem Schnupftuch. Da er nichts über dieses Bündel fallen gelassen, glaubten wir, er habe es wahrscheinlich vergessen, als er wegging, bis Ham, der ihm nacheilte, mit der Nachricht zurückkam, es sei für Pegotti bestimmt. Von jenem Tag an erschien Barkis pünktlich um dieselbe Stunde jeden Abend und immer mit einem kleinen Bündel, von dem er nie sprach und das er regelmäßig hinter die Tür stellte und dort liegen ließ. Diese Liebesgaben waren von der verschiedensten und exzentrischsten Art. Einmal ein paar Schweinsfüße, dann ein ungeheures Nadelkissen, ein halber Eimer Äpfel, ein paar Jet-Ohrringe, ein Bündel spanische Zwiebeln, ein Dominospiel, ein Kanarienvogel samt Käfig oder eine gepökelte Schweinskeule. Auch seine Liebeswerbung war ganz eigentümlicher Art. Er sprach selten ein Wort und konnte stundenlang in derselben Stellung wie im Wagen beim Feuer sitzen und Pegotti anglotzen. Eines Abends machte er, wahrscheinlich von Liebe begeistert, einen Vorstoß auf das Wachslicht, mit dem sie immer ihren Faden wichste, steckte es in die Westentasche und nahm es mit. Von da an bereitete es ihm ein Hauptvergnügen, den Stumpf, wenn er gebraucht wurde, aus der Tasche zu holen, was nicht ganz leicht war, da er unter dessen Halbgeschmolzen regelmäßig am Taschenfutter festklebte. Er schien sich bei uns sehr wohl zu fühlen, aber durchaus nicht veranlasst zu sehen, irgendetwas zu sprechen. Selbst wenn er Pegotti auf der Ebene spazieren führte, machte er sich keine Sorgen darüber. Er fragte sie nur zuweilen, ob sie sich behaglich fühle, und Pegotti hielt sich dann, wenn er fortgegangen, die Schürze vors Gesicht und konnte halbe Stunden lang lachen. Auch wir freuten uns alle mehr oder weniger, ausgenommen höchstens die unglückliche Mrs. Gummidge, deren Brautstand von ganz ähnlicher Art gewesen sein musste, dass sie sich immer an den Alten erinnerte. Als meine Besuchszeit ihrem Ende entgegenging, hieß es eines Tages, dass Pegotti und Mr. Barkis einen Festausflug machen wollten und Emily und ich sie begleiten sollten. In Erwartung des großen Vergnügens, Emily einen ganzen Tag für mich zu haben, konnte ich die Nacht vorher schon kaum schlafen. In aller Frühe waren wir auf den Beinen, und während wir noch beim Frühstück saßen, wurde Mr. Barkis in der Ferne sichtbar, eine Kutsche auf den Gegenstand seiner Neigung zulenkend. Pegotti trug wie gewöhnlich ihre sauberstille Trauerkleidung, Aber Mr. Barkis strahlte in einem neuen, blauen Rock, den der Schneider so reichlich angemessen, dass die Ärmel im kältesten Winter Handschuhe überflüssig gemacht hätten, während der Kragen so hoch war, dass Barkis Haare auf dem Hinterkopf wegstanden. Die blanken Knöpfe waren von der größten Gattung. Ausgestattet mit hellen Beinkleidern und einer gelben Weste schien mir Mr. Barkis ein Wunder von Vornehmheit zu sein. Als wir alle reisefertig vor der Tür standen, bemerkte ich, dass Mr. Pegotti mit einem alten Schuh bewaffnet war, der als Glückszeichen hinter uns hergeworfen werden sollte, und dass Mr. Pegotti ihn, Mrs. Gummidge, zu diesem Zweck hinhielt. »Nein, lieber soll es jemand anders tun, Daniel«, wehrte Mrs. Gummidge ab. »Ich bin ein einsames, verlassenes Geschöpf, und alles, was mich ans Gegenteil erinnert, geht mich der Quere.« »Komm, Alte«, rief Mr. Pegotti, »nimm's nur und wirf ihn.« »Nein, Daniel«, wehrte Mrs. Gummidge ab und schüttelte tränenden Auges das Haupt. »Wenn ich weniger fühlte, könnte ich mehr tun.« »Du fühlst nicht wie ich, Daniel.« »Die Sachen gehen dich nicht in die Quere und du ihnen nicht.« »Es ist besser, du tust's selber.« Aber hier rief Pegotti, die in großer Eilfertigkeit von einem zum anderen gegangen war und alle geküßt hatte, aus dem Wagen heraus, daß Mrs. Gummidge es unbedingt tun müsste. So tat es denn Mrs. Gummidge und warf auch leider zugleich einen traurigen Schatten auf den festlichen Charakter unseres Ausflugs. indem sie in Tränen ausbrach und ganz gebrochen Hemm mit den Worten in die Arme sank, daß sie aller Welt eine Last sei und am besten auf der Stelle ins Armenhaus ginge. Schade nur, daß Hemm es nicht zur Ausführung brachte. Nun ging es weiter auf unserem Festpfad, und das Erste, was wir taten, war, daß wir vor einer Kirche anhielten, wo Mr. Barkis das Pferd an einen Gitterband und mit Pegotti hineinging, während Emily und ich allein zurückblieben. Ich benutzte diese Gelegenheit, meinen Arm um Emilys Taille zu legen und ihr vorzuschlagen, da ich ja bald fortmüsse, wollten wir uns recht gut sein und uns den ganzen Tag so glücklich wie möglich gestalten. Da die kleine Emily zustimmte und mir erlaubte, sie zu küssen, kam ich ganz aus der Fassung. Ich sagte ihr, ich könnte nie eine andere lieben und wäre bereit, jeden umzubringen, der sich um sie zu bewerben wagte. Wie sich die kleine, lustige Emily darüber lustig machte, mit einer Miene, als sei sie unendlich viel gescheiter und älter als ich. Sie sagte, die kleine Hexe, ich sei ein kinderscher Junge und lachte dann so entzückend, daß ich den Schmerz über die demütigende Benennung über der bloßen Freude, sie ansehen zu dürfen, vergaß. Mr. Barkis und Pegotty blieben ziemlich lang in der Kirche, kamen aber endlich wieder heraus. Dann fuhren wir hinaus aufs Land. Unterwegs wendete sich Mr. Barkis nach mir um und sagte, indem er listig ein Auge zukniff, »Was für Namen habe ich in den Wagen geschrieben?« »Klara Päggotty«, antwortete ich, »Was für Namen müßte ich jetzt anschreiben, wenn ein Dach da wäre?« »Nicht wieder Klara Päggotty«, fragte ich. »Klara Päggotty Barkis«, erwiderte er und brach in ein Gelächter aus, das die ganze Schäse wackelte. Kurz, sie waren verheiratet und waren zu keinem anderen Zweck in die Kirche gegangen. Päggotty hatte gewünscht, daß es in aller Stille geschehe und hatte keine Zeugen zu der Feierlichkeit eingeladen. Sie wurde etwas verlegen, als Mr. Barkis mit dieser Mitteilung herausplatzte und konnte mich nicht genug umarmen, um mir ihre unveränderte Liebe zu zeigen. Bald darauf beruhigte sie sich wieder und sagte, sie sei froh, daß alles vorbei wäre. Wir hielten dann an einem kleinen Wirtshaus, wo wir erwartet wurden und ein sehr gutes Mittagessen einnahmen und den Tag sehr angenehm zubrachten. Wenn Päggotty täglich einmal in den letzten zehn Jahren geheiratet haben würde, hätte sie nicht unbefangener sein können. Sie war ganz wie sonst und machte mit der kleinen Emily und mir vor dem Tee einen kleinen Spaziergang, während Mr. Barkis philosophisch seine Pfeife rauchte, offenbar damit beschäftigt, sich sein künftiges Glück auszumalen. Das schien seinen Appetit anzuregen, denn ich erinnere mich genau, daß er zum Tee noch eine ziemliche Menge kaltem Schinken zu sich nahm, trotzdem er schon zu Mittag ziemlich viel Schweinebraten und Gemüse gegessen und dann mit ein oder zwei jungen Hühnern noch nachgeholfen hatte. Ich habe seitdem oft daran denken müssen, was für eine seltsame, unschuldige und ungebräuchliche Hochzeit das damals war. Bald nach Dunkelwerden stiegen wir wieder in den Wagen und fuhren gemütlich zurück und betrachteten die Sterne und sprachen über sie. Ich führte hauptsächlich die Konversation und klärte Mr. Barkis Geist in ganz erstaunlicher Weise auf. Er hätte wahrscheinlich alles geglaubt, was ihm zu erzählen mir eingefallen wäre, denn er empfand die größte Hochachtung vor meiner Gescheitheit und sagte seiner Frau, ich sei der reinste Roßhus. Damit meinte er ein Wunderkind. Als wir das Thema Sterne erschöpft hatten, oder besser gesagt, als ich die geistigen Fähigkeiten Mr. Barkis erschöpft hatte, nahmen die kleine Emily und ich ein altes Umschlagtuch als gemeinsamen Mantel und blieben so während der ganzen Rückfahrt sitzen. Ach, wie sehr ich sie liebte! Welche Seligkeit, dachte ich, wenn wir verheiratet wären und hinaus in die weite Welt gehen könnten, um unter den Bäumen und in den Feldern zu leben, wenn wir niemals älter und klüger zu werden brauchten, immer Kinder Hand in Hand im Sonnenschein über blumige Wiesen wandeln und abends im Schlummer der Unschuld und des Friedens das Haupt auf weiches Moos legen dürften, Welche Seligkeit, der einst von den Vögeln des Himmels begraben zu werden, wenn wir stürben! Solche Traumbilder, lichtstrahlend wie unsere Unschuld, unerreichbar wie die Sterne über unseren Häuptern, gaukelte mir mein Geist vor den ganzen Weg. Es freut mich, dass zwei schon unschuldige Herzen wie Emily und ich Pegottys Hochzeit verschönten. Wir kamen noch beizeiten zu dem alten Boot, dort nahmen Mr. und Mrs. Barkis Abschied von uns und fuhren gemächlich nach Hause in ihr eigenes Heim. Da fühlte ich das erste Mal, dass ich Pegottys verloren hatte. Unter jedem anderen Dache als hier, wo ich die kleine Emily bei mir wusste, wäre ich mit blutendem Herzen zu Bett gegangen. Mr. Pegottys und Ham sahen mir an, worunter ich litt, hielten ein Abendessen bereit und setzten ihre gastlichsten Gesichter auf, um mir meine traurigen Gedanken zu vertreiben. Die kleine Emily saß neben mir auf dem Koffer, das erste Mal, seit ich hier weilte, und es war ein wundervoller Schluss für einen herrlichen Tag. Diese Nacht war Flut, und bald, nachdem wir uns schlafen gelegt, fuhren Mr. Pegottys und Ham zum Fischen aus. Ich fühlte mich sehr geschmeichelt, in dem einsamen Haus als Beschützer Emleys und Mrs. Gummages zurückgelassen zu sein, und wünschte mir nur, dass ein Löwe oder eine Schlange oder ein anderes bösartiges Ungeheuer uns überfallen möchte, damit ich es vernichten und mich mit Ruhm bedecken könnte. Aber da nichts dieser Art auf den Dünen von Jarmers herumstreifte, ließ ich mir, um diesem Mangel abzuhelfen, bis zum Morgen von Drachen träumen. Am Morgen kam Pegottys und rief mich wie gewöhnlich ans Fenster, als ob Mr. Barkis, der Vormann, von Anbeginn nur ein Traum gewesen wäre. Nach dem Frühstück nahm sie mich zu sich nach Hause. Sie bewohnten ein wunderschönes kleines Heim. Von allen Möbeln darin machte mir ein alter Schreibtisch aus dunklem Holz im Empfangszimmer, dessen Deckel aufgeschlagen ein Pult bildete, worauf eine große Quartausgabe von Fox' Buch der Märtyrer lag, den tiefsten Eindruck. Als Wohnstube diente eine mit Siegelsteinen gepflasterte Küche. Das kostbare Buch, von dem ich keine Silbe mehr weiß, entdeckte und studierte ich sogleich. Nie wieder später besuchte ich das Haus, ohne auf das Pult zu klettern und es zu verschlingen. Am meisten erbauten mich die vielen Bilder, die alle Arten von Martern darstellten. Die Märtyrer und Pegottys Haus sind seitdem in meiner Seele unzertrennlich miteinander verknüpft. Ich nahm an diesem Tage von Mr. Pegotty und Ham und der kleinen Emily Abschied und schlief in der Nacht bei Pegotty in einem Dachstübchen. Das Krokodilbuch lag in einem Fach zu Haupten des Bettes, das immer mein Zimmer sein und immer für mich hergerichtet bleiben sollte. »Solange ich lebe, lieber Davy, und unter diesem Dach wohne«, sagte Pegotty, »sollst du dieses Zimmer vorfinden, als ob ich dich jede Minute erwartete. Ich will es jeden Tag bereithalten, wie dein früheres, altes, kleines Zimmer, und wenn du selbst nach China gingst, soll es die ganze Zeit, wo du abwesend bist, auf dich warten.« Ich fühlte von ganzem Herzen die Wahrheit aus diesen Worten meiner lieben alten Kindsfrau heraus und dankte ihr, so gut ich vermochte. Es fiel nicht sehr überschwänglich aus, denn sie gab mir ihre Versicherung, die Hände um meinen Hals gelegt, erst an dem Morgen, als ich mit ihr und Mr. Barkis nach Hause fuhr. Sie verließ mich am Gartentor in Blunderstone. Es war ein bedrückender Anblick für mich, den Wagen mit Pegotty fortfahren zu sehen, während ich unter den alten Ulmen vor dem Hause stand, in dem kein Blick von Liebe oder Zuneigung mehr auf mir ruhen wollte. Von diesem Zeitpunkt an verfiel ich einen Zustand des Verlassenseins, auf den ich ohne Ergriffenheit nicht zurückblicken kann. Gänzlich vernachlässigt, ohne Gesellschaft vom Knaben meines Alters, war ich ohne jede Aufgabe, allein gelassen mit meinen eigenen trüben Gedanken, die selbst jetzt noch, wo ich dies schreibe, ihren Schatten auf das Papier zu werfen scheinen. Was würde ich darum gegeben haben, wenn man mich wieder in eine Schule geschickt hätte, und wäre sie noch so streng gewesen, mich auch nur das Geringste gelehrt hätte? Keine Hoffnung lag vor mir. Man konnte mich nicht leiden, sah hartnäckig und mürrisch an mir vorbei. Ich glaube, Mr. Murdstone besaß damals wenig Mittel, aber das tut wenig zur Sache. Er konnte mich nicht ausstehen, und ich glaube, er wollte meine Ansprüche an ihn vergessen, indem er mich vernachlässigte. Ich wurde nicht täglich misshandelt, man schlug mich nicht und tadelte mich nicht, aber das Unrecht, das ich litt, war ohne Unterbrechung und wurde mir in systematischer, leidenschaftsloser Weise zugefügt. Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat wurde ich kalt vernachlässigt. Was sie wohl mit mir angefangen hätten, wenn ich krank geworden wäre, ob mich jemand gepflegt hätte, oder ob sie mich in meinem einsamen Zimmer einfach hätten verschmachten lassen. Wenn Mr. und Miss Murdstone zu Hause waren, nahm ich meine Mahlzeit mit ihnen ein. In ihrer Abwesenheit aß und trank ich allein. Zu allen Zeiten trieb ich mich unbeachtet im Hause und in der Nähe herum. Sie gaben nur eifersüchtig acht, daß ich mit niemand Freundschaft schlösse, wahrscheinlich, damit ich mich nicht beklagen könne. Wohl aus demselben Grunde war es mir fast nie erlaubt, mit Mr. Chillip einen Nachmittag zu verleben, trotzdem er mich sehr oft einlud. Nur selten durfte ich ihn besuchen. Ebenso selten die ihnen so verhasste Pegody. Ihrem Versprechen getreu kam die gute Seele einmal in der Woche zu mir, oder wir trafen uns in der Nähe, und nie kam sie mit leeren Händen. Aber wie viele, viele Male täuschte ich mich bitter in der Hoffnung, Erlaubnis zu bekommen, sie in ihrer Wohnung besuchen zu dürfen. Hier und da wurde es mir gestattet, Und bei einer solchen Gelegenheit brachte ich heraus, dass Mr. Barkis eigentlich ein Geizhals, oder wie sie es nannte, ein bisschen knickerig war, und viel Geld in einem Koffer unter seinem Bette versteckt hielt, der angeblich voll Kleider und Hosen sein sollte. Mit solcher Zähigkeit verbarg Barkis seine Schätze, dass auch die kleinste Summe nur durch List aus ihm herausgelockt werden konnte. Pegody musste jedes Mal eine wahre Pulververschwörung anzetteln, um samstags ihr Haushaltungsgeld zu bekommen. Während dieser langen Zeit fühlte ich allmählich jede Hoffnung schwinden und empfand die vollständige Vernachlässigung so tief, dass ich ohne meine alten Bücher ganz und gar elend gewesen wäre. Sie bildeten meinen einzigen Trost, und ich war ihnen so treu wie sie mir, und ich las sie, ich weiß nicht mehr, wie viele Male durch. Ich komme jetzt zu einem Zeitabschnitt meines Lebens, den ich nie vergessen kann und dessen Erinnerung mir oft ungerufen, wie ein Gespenst erschienen ist und glückliche Zeiten getrübt hat. Ich schlenderte wie gewöhnlich eines Tages zwecklos und träumerisch wie immer umher, da stieß ich um eine Ecke biegend, unvermutet auf Mr. Murdstone, der sich in Begleitung eines Herrn befand. Ich wollte mich verlegen vorbeidrücken, als der Herr rief. »Hallo, Brooks!« »Nein, Sir, David Copperfield«, sagte ich. »Sei still, du bist Brooks von Sheffield«, sagte der Herr. »Das ist dein Name.« Bei diesen Worten sah ich mir den Gentleman genau an und erkannte in ihm, der damals bei meinem und Mr. Murdstones Besuch in Lowestoft so gelacht hatte. »Und was machst du und wo gehst du in die Schule, Brooks?« fragte Mr. Quinian. Er legte mir die Hand auf die Schulter und zog mich mit. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte und blickte fragend auf Mr. Murdstone. »Er ist jetzt zu Hause«, sagte Mr. Murdstone, »er geht überhaupt nicht in die Schule. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Es ist ein schwieriger Fall.« Sein alter, falscher Blick ruhte eine Weile auf mir, dann runzelte er die Augen und wandte sich mit Widerwillen von mir ab. »Hm«, sagte Mr. Quinian und sah uns beide an. »Schönes Wetter.« Eine Pause trat ein, und ich überlegte, wie ich mich am besten von ihm losmachen könnte und meines Weges gehen, als er sagte, »ich glaube, du bist doch ein ziemlich flinker Bursche, was, Brooks?« »Ja, er ist flink genug«, sagte Mr. Murdstone ungeduldig. »Lass ihn doch gehen. Er wird es nicht dankwissen, dass du ihn festhältst.« Auf seinen Wink ließ mich Mr. Quinian los, und ich beeilte mich, wegzukommen. Als ich mich im Garten umdrehte, sah ich, dass Mr. Murdstone, am Kirchhof stehen geblieben, mit Mr. Quinian unterhandelte. Sie sahen mir beide nach, und ich merkte, dass sie von mir sprachen. Mr. Quinian blieb die Nacht über bei uns. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen wollte ich eben das Zimmer verlassen, als mich Mr. Murdstone zurückrief. Er ging dann freilich an den Schreibtisch seiner Schwester. Mr. Quinian schaute, die Hände in den Taschen, zum Fenster hinaus, und ich stand da und sah von einem zum anderen. »David«, begann Mr. Murdstone, »für die Jugend ist dies eine Welt der Tat, aber keine zum Brüten und Faulenzen.« »Wie du es machst«, fügte seine Schwester hinzu, »Jane Murdstone überlaßt das gefälligst mir.« »Also, ich sage dir, David, für die Jugend ist dies eine Welt der Tat und nicht ein Feld zum Brüten und Faulenzen, ganz besonders nicht für einen Jungen von deinem Charakter, der der Zucht bedarf und dem man den größten Dienst leistet, wenn man ihn zwingt, die Wege der arbeitenden Welt zu betreten, um ihn zu ducken und zu brechen.« »Mit trotz ist hier nichts auszurichten«, warf seine Schwester dazwischen. »Dein trotz muß gebrochen werden.« »Er soll und muß gebrochen werden.« Mr. Murdstone warf ihr einen halbabweisenden, halb billigenden Blick zu und fuhr fort. »Ich glaube, du weißt, David, daß ich nicht reich bin. Jedenfalls weißt du's jetzt. Du hast eine beachtenswerte Erziehung genossen. Erziehung kostet Geld. Aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, würde ich es doch für vorteilhaft halten, dich nicht mehr in die Schule zu schicken. Was vor dir liegt, ist der Kampf mit der Welt, und je eher du damit anfängst, um so besser.« »Ich glaube, daß ich ihn in meiner eigenen armseligen Art wohl schon lange begonnen hatte.« »Du hast wohl schon von dem Contoir gehört«, fuhr Mr. Murdstone fort. »Vom Contoir, Sir?« »Von Murdstone und Grinsby Weinhandlung.« »Ich muss vermutlich ein verwirrtes Gesicht gemacht haben, denn er sagte ungeduldig.« »Das Contoir, das Geschäft, der Keller, das Lager, kurz und gut.« »Ich glaube, ich habe davon gehört, Sir, aber ich weiß nicht mehr, wann.« »Das ist schließlich gleichgültig«, antwortete er, »Mr. Quinion führt das Geschäft.« Ich blickte den Gentleman, der immer noch aus dem Fenster schaute, ehrerbietig an. »Mr. Quinion meint, daß er noch ein paar Jungen beschäftigen kann und keinen Grund sieht, warum er dich nicht auch unter denselben Bedingungen anstellen sollte.« »Wenn Mr. Brooks schon sonst keine andern Aussichten hat, Murdstone ließ Mr. Quinion halblaut fallen und sah sich nach uns um.« »Ohne zu beachten, was er sagte, fuhr Mr. Murdstone ungeduldig, fast ärgerlich fort.« »Die Bedingungen sind, daß du so viel verdienst, daß du Essen und Trinken und Taschengeld hast.« »Deine Wohnung, die ich dir aussuchen werde, bezahle ich, ebenso die Wäsche.« »Die ich aussuchen werde, sagte miß Murdstone.« »Für deine Kleider wird auch gesorgt werden, da du für die erste Zeit sie dir nicht selbst wirst beschaffen können.« »Du gehst also jetzt mit Mr. Quinion nach London, David, um ein Leben auf eigene Rechnung zu beginnen.« »Kurz, du bist versorgt«, bemerkte miß Murdstone, »und wirst gefällig deine Pflicht tun.« »Ich verstand ganz gut, daß man mich nur loswerden wollte, weiß aber nicht mehr recht, ob ich mich darüber freute oder traurig war. Ich glaube, ich fühlte mich so verwirrt, daß ich zwischen beiden Empfindungen hin und her schwankte. Es blieb auch nicht viel Zeit, mir darüber klar zu werden, da Mr. Quinion am nächsten Morgen abreisen sollte.« Ich sehe mich an jenem Morgen in einem alten, abgetragenen, weißen Hut mit einem schwarzen Trauerflor, in einer schwarzen Jacke und ein paar harten, steifen Manchester-Hosen, die miß Murdstone vermutlich als die beste Rüstung im Kampfe mit der Welt, den ich jetzt beginnen sollte, ausgesucht hatte. In diesem Aufzuge, alle meine Habseligkeiten in einem kleinen Koffer, ganz allein, einsam und verlassen, wie Mrs. Gummidge gesagt hätte, saß ich auf dem Wagen, der Mr. Quinion zur Londoner Post nach Jamers brachte. Kleiner und kleiner wurden das Haus und die Kirche in der Ferne, das Grab unter dem Baum verschwand hinter den Häusern. Dann sehe ich den Kirchturm nicht über meinen alten Spielplatz mehr ragen, und der Himmel ist öde und leer. Ende des zehnten Kapitels Elftes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Elftes Kapitel Ich beginne ein Leben auf eigene Faust und finde keinen Gefallen daran. Ich kenne die Welt jetzt gut genug, um mich fast über nichts mehr zu wundern, aber dennoch muss ich heute selbst noch staunen, wie man mich damals in einem solchen Alter derart leichtfertig hinausstoßen konnte. Dass ich niemand eines Kindes von so vortrefflichen Fähigkeiten mit so großer Beobachtungsgabe, so schnell von Begriffen, lernbegierig, körperlich und geistig so leicht verletzbar, wie ich annahm, klingt fast wunderbar. Aber niemand tat es, und so wurde ich in meinem zehnten Jahr ein kleiner Laufbursche bei Murdstone und Grimby. Murdstone und Grimbys Magazin lag am Wasser unten in Blackfriars. Neubauten haben die Gegend verändert, aber damals war es das letzte Haus einer engen Straße, die sich zum Fluß hinschlängelte, am Ende mit ein paar Stufen, wo ein Boot anlegte. Es war ein baufälliges, altes Haus mit einem eigenen Ladeplatz, der während der Flut im Wasser und während der Eppe im Schlamm stand und von Ratten wimmelte. Die getäfelten Zimmer, schwarz von Schmutz und Rauch von hundert Jahren wohl, die verfaulten Fußböden und Stiegen, das Quieken und Pfeifen der alten Ratten im Keller, der Schmutz und die Fäulnis des Ortes, alles das steht jetzt noch so deutlich vor meinen Augen, wie beim ersten Mal, als ich an Mr. Quinions Hand zitternd eintrat. Murdstone und Grimby hatte mit allen möglichen Bevölkerungsschichten zu tun. Das Hauptgeschäft bestand darin, gewisse Lastschifte mit Wein und Brandwein zu versorgen. Ich weiß nicht mehr, was es für Lastschiffe waren, aber einige derselben fuhren nach Ost- und Westindien. Eine große Menge leerer Flaschen bildete eine Begleiterscheinung dieser Geschäftstätigkeit, und eine Anzahl Männer und Knaben mussten diese Flaschen gegen das Licht halten, die Beschädigten weglegen und die übrigen ausspülen. Wenn die leeren Flaschen zu Ende gingen, mussten die Gefüllten mit Zetteln beklebt, zugekorkt, versiegelt und in Kisten gepackt werden. Das war auch meine Beschäftigung. Wir waren unser drei oder vier Knaben. Mein Platz befand sich in einer Ecke des Lagerhauses, wo Mr. Quinion mich sehen konnte, wenn er sich auf das unterste Querholz seines Stuhls im Contoir aufstellte und über das Pult hinweg zum Fenster hinausblickte. Am ersten Morgen meiner so aussichtsvoll anhebenden Lebensbahn wurde der Älteste der angestellten Knaben herbeigerufen, um er meine Arbeit zu zeigen. Er hieß Mick Walker und trug eine zerrissene Schürze und eine Mütze aus Papier. Sein Vater war, wie er mir sagte, Schutenführer und ging mit schwarzem Samtbarett im jährlichen Festzuge des Lord Mayor. Unser Vorarbeiter, ebenfalls ein Knabe, wurde mir unter dem sonderbaren Namen Mehlkartoffel vorgestellt. Wie ich später herausfand, war der Jüngling nicht auf diesen Namen getauft, sondern hatte ihn wegen seiner blassen, mehligen Gesichtsfarbe bekommen. Er hieß auch kurz Mählich, und sein Vater war Temseschiffer und außerdem Feuerwehrmann in einem großen Theater, wo Mählichs kleine Schwester Kobolde in Pantomimen spielte. Worte können meine geheime Seelenqual nicht beschreiben, als ich zu dieser Gesellschaft herabsank, die sie jetzt tägliche Umgebung mit meiner glücklichen Kindheit verglich, nicht zu reden von dem Umgang mit Steerfors, Treggles und den anderen Knaben und alle meine Hoffnungen zu einem angesehenen, gebildeten Menschen heranzuwachsen vernichtet fand. Unbeschreiblich war meine Hoffnungslosigkeit, die Scham über meine Lage, das Elend in meinem jungen Herzen, von Tag zu Tag mehr und mehr vergessen zu müssen, was ich gelernt, gedacht und mir ausgemalt hatte. So oft Mick Walker an diesem Vormittag fortging, mischten sich meine Tränen mit dem Wasser, in dem ich die Flaschen spülte, und ich schluchzte, als ob mir das Herz brechen wollte. Die Contour-Glocke zeigte halb eins, und alles machte sich zum Mittagessen bereit, als Mr. Quinion ans Fenster klopfte und mich hereinrief. Ich gehorchte und fand darin einen starken Mann von mittleren Jahren in einem braunen Überzieher, mit schwarzen Hosen und Schuhen, mit einem Kahlkopf, der so glatt war wie ein Ei, und einem vollen, breiten Gesicht. Seine Kleider waren schäbig, dafür hatte er einen ungeheuren Hemdkragen. Er trug einen ehemals glänzend gewesenen Stock mit ein paar großen, abgegriffenen, schwarzen Quasten und an der Brust eine Lorniette, diese, wie ich später herausfand, bloß als Schmuck, den er sah selten hindurch und konnte nichts erkennen, wenn er sie vors Auge hielt. »Das ist er«, sagte Mr. Quinion und deutete auf mich. »Also, das ist Master Copperfield«, sagte der Fremde mit einer gewissen affektierten Herablassung in Stimme und Benehmen und einer vornehm Tuerei, die mir außerordentlich imponierte. »Sie befinden sich doch wohl, Sir«, ich sagte außerordentlich und hoffte das Gleiche von ihm. Mir war entsetzlich zumute, weiß der Himmel, aber es lag nicht in meiner Natur zu klagen. »Dem Himmel sei Dank«, sagte der Fremde, »mir geht es recht gut. Ich habe einen Brief von Mr. Mudstone empfangen, in dem ich ersucht werde, in einem Zimmer im Hintertrakte meines Hauses, das augenblicklich leer steht und...« »und«, platzte er plötzlich in einem Anfall von Vertraulichkeit lächelnd heraus, »als Schlafstube vermietet werden soll, den jungen Anfänger aufzunehmen, den ich jetzt das Vergnügen habe, zu...« Er schwenkte die Hand und steckte das Kinn in den Hemdkragen. »Das ist Mr. Micawber«, sagte Mr. Quinion zu mir. »Hm«, sagte der Fremde. »Das ist mein Name.« »Mr. Micawber«, sagte Mr. Quinion, »ist Mr. Mudstone bekannt? Er sammelt Aufträge für uns, das heißt, wenn er welche bekommen kann. Er erhielt von Mr. Mudstone wegen deiner Wohnung einen Brief und wird dich zu sich nehmen.« »Meine Adresse ist Windsor Terrace, City Road. »Kurz«, sagte Mr. »Kurz«, sagte Mr. Micawber in derselben vornehmen Weise wie zu Beginn und dann plötzlich in vertraulichen Ton umschlagend, »Kurz, ich wohne dort.« »Ich stehe unter dem Eindruck«, fuhr er fort, »dass ihre Wanderungen in dieser Metropole bisher wohl noch nicht so ausgedehnt gewesen sein können, dass es ihnen nicht einigermaßen Schwierigkeiten bereiten dürfte, in die Verborgenheiten des modernen Babylon bis in die Richtung der City Road vorzudringen.« »Kurz«, er verfiel wieder in die Vertraulichkeit, »dass sie sich verlaufen könnten. Ich werde so frei sein, sie diesen Abend abzuholen und in die Kenntnis des kürzesten Weges einzuweihen.« Ich dankte von ganzem Herzen, denn es war freundlich von Mr. Micawber, dass er sich erbot, so viel Mühe auf sich zu nehmen. »Zu welcher Stunde soll ich?« fragte Mr. Micawber. »Gegen acht«, sagte Mr. Quinian. »Gegen acht«, wiederholte Mr. Micawber. »Ich erlaube mir, Ihnen einen guten Tag zu wünschen, Mr. Quinian, ich will nicht länger stören.« Damit setzte er seinen Hut auf und ging hinaus, den Stock unter dem Arm kerzengerade, und begann ein Liedchen zu pfeifen, als er das Kontoar hinter sich hatte. Mr. Quinian engagierte mich so dann in aller Form für das Lagerhaus von Murdstone und Grinby als Bursche für alles, mit einem Salär von, ich weiß nicht mehr, sechs oder sieben Schillingen wöchentlich. Er bezahlte mir eine Woche voraus, aus seiner Tasche, glaube ich, und ich gab davon mehlig sechs Pens, damit er abends meinen Koffer nach der Windsor-Terrasse bringe, der, wenn auch noch so klein, dennoch für meine Kraft zu schwer war. Weitere sechs Pens zahlte ich für mein Mittagessen, das aus einer Fleischpastete und einem Schluck Brunnen Wasser bestand, und verbrachte die freie Mittagsstunde auf der Straße herumschlendernd. Abends, zur festgesetzten Zeit, erschien Mr. Micauber wieder. Ich wusch mir seinetwegen Hände und Gesicht, und wir gingen nach unserer Wohnung. Mr. Micauber machte mich auf die Straßennamen und die Merkmale der Eckhauser aufmerksam, damit ich am anderen Morgen den Weg wieder zurückfinden könnte. In seinem Hause in der Windsor-Terrasse, das auch so auf äußern Schein hielt und dabei ebenso schäbig war wie er selbst, stellte er mich Mrs. Micauber vor, einer mageren, verwelkten Dame, die nicht mehr jung mit einem Kind an der Brust in der Wohnung im Parterre saß. Der erste Stock war überhaupt nicht möbliert, und die Rollos waren herabgelassen, um die Nachbarn zu täuschen. Der Säugling gehörte zu einem Zwillingspaar, und während meiner ganzen Bekanntschaft mit der Familie sah ich niemals die Mutter ohne einen der beiden an der Brust. Einer von beiden hatte immer Hunger. Noch zwei andere Kinder waren da, Master Micauber ungefähr vier Jahre und Miss Micauber etwa drei alt. Dazu kam noch ein junges, dunkelhäutiges Dienstmädchen, das beständig schnaufte und, wie sie es nannte, ein Weißling, aus dem benachbarten St. Lukas' Armenhause stammte. Mein Zimmer sah unter dem Dache nach dem Hofe hinaus, war klein, mit einem weiß-blauen Semmelmuster bemalt und sehr dürftig möbliert. »Ich hätte nie gedacht«, sagte Mrs. Micauber, als sie mit den beiden Zwillingen hinaufging, um mir das Zimmer zu zeigen und sich niedersetzte, um Atem zu schöpfen. »Ich hätte nie geglaubt, ehe ich heiratete und noch bei Papa und Mama lebte, dass ich noch einmal an fremde Leute würde vermieten müssen. Aber da Mr. Micauber momentan in Verlegenheit ist, müssen alle selbstsüchtigen Bedenken fallen.« Ich sagte »Jawohl, Madame.« »Mr. Micaubers Bedrängnisse sind augenblicklich fast erdrückender Art«, fuhr Mrs. Micauber fort, und ob es möglich sein wird, ihn hindurchzubringen, weiß ich nicht. Als ich noch zu Hause bei Papa und Mama lebte, hätte ich Papas Lieblingsausdruck »Experientia docent« kaum so verstanden, wie ich es jetzt tue. Ich weiß nicht recht, ob sie mir sagte, dass Mr. Micauber Marinebeamter gewesen war, oder ob ich es mir bloß einbildete. Augenblicklich war er eine Art Platzreisender für verschiedene Häuser, machte aber wenig oder gar keine Geschäfte. »Wenn Mr. Micaubers Gläubiger nicht warten wollen«, sagte Mrs. Micauber, »müssen sie selbst die Folgen tragen. Je eher sie es zu einem Ende bringen, desto besser. Blut lässt sich aus keinem Stein pressen, und noch weniger kann Mr. Micauber jetzt etwas auf Abschlag zahlen, die Gerichtskosten gar nicht zu erwähnen.« Ich weiß nicht, ob sie meine frühreife Selbstständigkeit über mein Alter irre machte, oder ob die Angelegenheit sie derart erfüllte, dass sie sogar den beiden Zwillingen erzählt haben würde, wenn niemand anderes da gewesen wäre. Jedenfalls schlug sie diese Tonart an und redete darin weiter, solange ich sie kannte. »Die arme Mrs. Micauber. Sie habe sich keine Mühe verdrießen lassen«, sagte sie, »und daran zweifle ich nicht. Die Haustüre war halb verdeckt von einer großen Messingplatte mit der Aufschrift »Mrs. Micaubers Erziehungsheim für junge Damen«. Aber ich erfuhr nie, dass eine junge Dame Unterricht genommen hätte oder angemeldet worden wäre. Die einzigen Besucher, die ich sah, waren Gläubiger. Sie pflegten den ganzen Tag zu kommen, und einige von ihnen benahmen sich furchtbar wild. Ein Mann mit einem schmutzigen Gesicht, ich glaube, er war Schuster, klemmte sich jeden Morgen schon um sieben Uhr früh zur Haustür herein und rief die Treppe hinauf, Mr. Micauber zu, »no, Sie sind noch nicht fort, ich weiß schon. Werden Sie endlich zahlen? Verstecken Sie sich nicht, das ist gemein. Ich möchte nicht so gemein sein, wenn ich Sie wäre. Zahlen Sie endlich, ja? Werden Sie nicht endlich zahlen, was? No?« Da er nie eine Antwort bekam, pflegte er sich in seiner Wut zu Worten wie Schwindler und Räuber zu versteigen, und als auch das nie half, lief er zuweilen sogar auf die Straße hinaus und brüllte zu den Fenstern des zweiten Stocks hinauf, wo sich Mr. Micauber aufhielt, wie er wusste. Bei solcher Gelegenheit pflegte Mr. Micauber vor Ärger, außer sich zu geraten und Todesgedanken zu bekommen, und es kam manchmal so weit, dass er, wie mir das Schreien seiner Frau stets verriet, mit dem Rasiermesser eine Bewegung nach seinem Halse machte. Eine halbe Stunde später putzte er sich jedoch wieder mit großer Sorgfalt die Schuhe und ging pfeifend mit vornehmerer Miene aus als je. Mrs. Mrs. Micauber war ähnlich elastischer Natur. Ich habe sie bei der Präsentierung der königlichen Steuertaxe um drei Uhr in Ohnmachtfallen sehen, und schon um vier Uhr verzehrte sie Lammkotteletts und Warmbier, was von der Merleus, der im Leihhaus versetzend, zwei Teelöffel angeschafft worden war. Einmal, als eben eine Exekution vollstreckt wurde und ich zufällig um sechs Uhr nach Hause kam, lag sie mit zerzaustem Haar, selbstverständlich mit einem Zwilling, ohnmächtig neben dem Kamin. Aber nie habe ich sie lustiger gesehen als noch am selben Abend bei einem Kottelet am Herdfeuer, wo sie mir Geschichten von Papa und Mama und ihren Gesellschaften erzählte. In diesem Hause und in dieser Familie verbrachte ich meine freie Zeit. Mein Frühstück aus einem Pennybrot und einem Schluck Milch bestehend verschaffte ich mir selbst. Ein zweites Brot und ein Käserest waren für mich in einem besonderen Fach eines Schrankes aufgehoben, wenn ich abends nach Hause kam. Das machte ein Loch in die sechs oder sieben Schillinge, und ich war den ganzen Tag über im Magazin und musste mich eine volle Woche von dem Gelde erhalten. Von Montagfrüh bis Samstagabend hatte ich weder Rat, Ermutigung, Trost, Beistand oder Unterstützung von irgendjemand, so wahr mir Gott helfe. Ich war so jung und so kindisch und so wenig geeignet, wie hätte es auch anders sein können, die ganze Sorge für meine Existenz zu tragen, dass ich oft früh, wenn ich zu Mottstern und Grinby ging, der Versuchung nicht widerstehen konnte und mir die zum halben Preis im Fenster des Bäckers ausgestellten altbackenen Pasteten kaufte und dafür das Geld ausgab, das für mein Mittagessen bestimmt war. Wenn ich einmal regelrecht zu Mittag speiste, kaufte ich mir eine Roulade und ein Pennybrot oder eine Portion rotes Rindfleisch für vier Pens oder eine Portion Käse und Brot und ein Glas Bier in einem elenden Wirtshaus, unserem Geschäft gegenüber, das der Löwe hieß. Einmal, ich erinnere mich noch, trug ich mein Brot, das ich von zu Hause mitgenommen hatte, im Papier gewickelt wie ein Buch unter dem Arm und ging in eines der bekannteren Speisehäuser hinter Drury Lane und bestellte mir eine kleine Portion Rindsbraten. Was sich der Kellner beim Anblick der seltsamen kleinen Erscheinung, die ganz allein hereintrat, dachte, weiß ich nicht, aber er starrte mich an während des ganzen Essens und rief auch den anderen Kellner herbei. Ich gab einen halben Penny Trinkgeld und wünschte, er hätte ihn nicht genommen. Wir hatten eine halbe Stunde zur Pause frei. Wenn ich Geld besaß, kaufte ich mir eine halbe Pinte zusammengegossenen Kaffee und ein Stück Butterbrot. Wenn ich keins hatte, betrachtete ich mir eine Wildbrät-Handlung in Fleet Street oder lief bis Covent Garden Market und starrte die Ananasse an. Mein Lieblingsspaziergang erstreckte sich bis in die Nähe des Adelphitheaters, weil es mit seinen dunklen Bogen ein so geheimnisvoller Ort war. Ich sehe mich noch, wie ich eines Abends aus einem dieser Bogen hervorkam und vor mir dicht am Fluss ein kleines Wirtshaus erblickte mit einem freien Platz davor, wo ein paar Kohlenträger tanzten. Ich setzte mich auf eine Bank und sah ihnen zu. Ich möchte wissen, was sie wohl von mir gedacht haben. Ich war noch so sehr Kind und so klein, dass, wenn ich in ein fremdes Wirtshaus trat und ein Glas Ale oder Porter verlangte, man es mir kaum zu geben wagte. Ich weiß noch, wie ich an einem warmen Abend, der an den Ausschank eines Bierhauses trat und zu dem Wirte sagte, »Was kostet ein Glas vom besten, aber vom allerbesten Ale?« Es war eine besonders festliche Gelegenheit, vielleicht mein Geburtstag. »Zweinhalben Penny«, sagte der Wirt, »kostet das echte Stunning Ale?« »Also«, sagte ich und legte das Geld hin, »geben Sie mir ein Glas mit recht viel Schaum.« Der Wirt sah mich über den Schenktisch vom Kopf bis zu den Füßen mit erstauntem Lächeln an. Anstatt aber das Bier einzuschenken, beugte er sich hinter den Verschlag und sagte etwas zu seiner Frau. Diese trat mit einer Arbeit in der Hand hervor und gesellte sich zu ihm, um mich ebenfalls zu betrachten. Ich sehe uns drei noch, der Wirtin hemmt Ärmel und lehnt am Fensterrahmen. Seine Frau blickt über die kleine Halbtür, und ich schaue außerhalb der Scheidewand verwirrt zu ihnen auf. Sie fragen mich allerlei aus, wie ich hieße, wie alt ich wäre, wo ich wohnte, was ich für eine Beschäftigung hätte und wie ich dazu gekommen. Auf alles erfand ich mir, um niemand zu kompromittieren, passende Antworten. Sie gaben mir das Ale, wie ich vermute, war es nicht das Echte, und die Frau des Wirtes öffnete den Schenkverschlag, gab mir mein Geld zurück und küßte mich, halb bewundernd, halb mitleidig, aber jedenfalls recht mütterlich. Ich weiß, ich übertreibe nicht, auch nicht unabsichtlich, die Dürftigkeit meiner Mittel oder die Bedrängnisse meines Lebens. Ich weiß, dass, wenn Mr. Quinion mir einmal einen Schilling schenkte, ich ihn immer nur für Tee oder ein Mittagessen ausgab. Ich weiß, dass ich als ärmliches Kind mit gewöhnlichen Männern und Knaben von früh bis spät mich abarbeitete. Schlecht und ungenügend genährt, schlenderte ich in meinen freien Stunden durch die Straßen. Vielleicht hätte aus mir ein kleiner Dieb oder Fagabund werden können. Immerhin nahm ich bei Murdstone und Grimby eine gewisse Stellung ein. Mr. Quinion tat, was ein so vielbeschäftigter und im Großen Ganzen so gedankenloser Mann, der überdies mit einem so außergewöhnlichen Auftrag betraut war, tun konnte, um mich anders als die übrigen zu behandeln. Überdies verschwieg ich meinen Gefährten, wie ich an diesen Ort gekommen war, und äußerte nie das Mindeste, dass ich mich darüber bekümmert fühlte. Dass ich im Geheimen litt und auf das Tiefste, das wusste nur ich, und wie sehr ich litt, kann ich gar nicht beschreiben. Aber ich behielt meinen Schmerz für mich und verrichtete meine Arbeit. Ich fühlte gleich am Anfang, dass ich mich vor Geringschätzung nicht würde schützen können, wenn ich meine Arbeit nicht so gut machte wie die übrigen. Ich wurde bald so geschickt und flenk wie die beiden anderen Jungen. Obgleich auf bestem Fuße mit ihnen, unterschieden sich doch mein Benehmen und meine ganze Art und Weise von ihresgleichen, und es blieb immer eine Kluft zwischen uns bestehen. Sie und die erwachsenen Arbeiter nannten mich meist den kleinen Gentleman oder den jungen Suffolker. Der Vormeister unter dem Packern, namens Gregory, und ein anderer, der Kerner namens Tipp, der eine rote Jacke anhatte, nannten mich zuweilen David. Aber es geschah nur, wenn gerade eine sehr vertrauliche Stimmung herrschte, und ich mich bemüht hatte, sie während der Arbeit mit einigen Überresten aus meiner Lesezeit, die immer mehr aus meinem Gedächtnis schwanden, zu unterhalten. Mehlkartoffel lehnte sich einmal dagegen auf, dass ich so ausgezeichnet wurde, aber Mick Walker brachte ihn sofort zum Schweigen. Die Hoffnung auf eine Erlösung aus diesem Dasein hatte ich ganz entschieden aufgegeben. Ich fand mich nie in meiner Stellung zurecht und fühlte mich höchst unglücklich, aber ich ertrug es, und selbst Pegotti entdeckte ich, teils aus Liebe, teils aus Scham, in keinem Brief, obgleich ich hier viele schrieb, die Wahrheit. Mr. Micawbers Bedrängnisse vermehrten noch die Last, die ich innerlich zu tragen hatte. In meiner Verlassenheit war ich der Familie sehr anhänglich geworden und ging immer herum, beschäftigt mit Mr. Micawbers Sorgen und beschwert von der Last seiner Schulden. Jeden Samstagabend, der immer ein Fest für mich bedeutete, teils, weil es etwas Großes war, mit sechs oder sieben Schillingen nach Hause zu gehen, in die Läden zu blicken und zu denken, was man sich da alles kaufen könnte, teils, weil das Geschäft zeitlicher geschlossen wurde, machte mir Mrs. Micawber die herzzerreißendsten Mitteilungen, auch Sonntagfrüh, wo ich die Portion Tee oder Kaffee, die ich mir am Abend zuvor gekauft hatte, in einem kleinen Rasiertopf wärmte und lange beim Frühstück schwelgte. Durchaus nicht ungewöhnlich war es, dass Mr. Micawber bei Beginn unserer Samstagabendunterhaltung noch heftig schluchzte und gegen Ende ein lustiges Matrosenlied sang. Ich habe ihn zum Abendessen nach Hause kommen sehen, mit einer Flut von Tränen und der Erklärung. Es bliebe nichts mehr übrig als das Schuldgefängnis und dann schlafen gehen, mit einer Berechnung beschäftigt, was es kosten würde, das Haus mit Bogenfenstern zu versehen, im Falle eine glückliche Wendung eintreten sollte, wie sein Lieblingsausdruck lautete, und Mrs. Micawber war genau so. Ich genosse eine merkwürdige, freundschaftliche Gleichstellung, die, wie ich vermute, eine Folge unserer in gewisser Beziehung ähnlichen Verhältnisse war bei diesen Leuten, trotz unseres lächerlichen Altersunterschiedes, ließ mich aber nie bewegen, eine der vielen Einladungen, mit ihnen zu essen und zu trinken, anzunehmen, Denn ich wusste recht gut, wie schlecht sie mit Bäcker und Fleischer standen, und dass sie oft nicht genug für sich selbst hatten, bis Mrs. Micawber mich eines Tages ganz ins Vertrauen zog. Das tat sie in folgender Weise. »Master Copperfield«, sagte sie, »ich betrachte sie nicht wie einen Fremden und zögere daher nicht, ihnen zu gestehen, dass Mr. Micawbers Bedrängnisse sich zu einer Krise zuspitzen.« Das betrübte mich sehr, und ich sah Mrs. Micawbers verweinte Augen mit größter Teilnahme an. »Mit Ausnahme der Kruste von einem Holländer Käse, die den Bedrängnissen einer jungen Familie nicht angemessen ist«, sagte Mrs. Micawber, »ist auch nicht ein bisschen mehr in der Speisekammer.« Als ich noch bei Papa und Mama war, hatte ich noch die Gewohnheit, von einer Speisekammer zu sprechen. Jetzt gebrauche ich das Wort eigentlich ganz gedankenlos. »Was ich sagen will, ist, dass wir nichts mehr zu essen im Hause haben.« »O Gott«, rief ich sehr beunruhigt. Ich besaß noch zwei oder drei Schillinge von meinem Wochenlohn, es muß also wohl Mittwoch gewesen sein, und ich zog sie eilfertig aus der Tasche und bat Mrs. Micawber mit aufrichtiger Rührung, sie als ein Darlehen anzunehmen. Aber sie küßte mich nur und sagte, dass daran gar nicht zu denken sei. »Nein, lieber Master Copperfield, das sei ferne von mir. Aber Sie sind sehr diskret für Ihre Jahre und können mir einen anderen Dienst erweisen, wenn Sie wollen, den ich mit Dank annehmen würde. Ich bat Mrs. Micawber, ihn mir zu nennen. »Das Silberzeug habe ich selbst fortgeschafft«, sagte sie. »Sechs Tee, zwei Salz und ein paar Zuckerlöffel habe ich nach und nach insgeheim selber versetzt. Aber die Zwillinge sind ein großes Hindernis. Überdies sind für mich mit meinen Erinnerungen an Papa und Mama derlei Transaktionen sehr schmerzlich. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten da, die wir entbehren können. Mr. Micawber würde seine Gefühle niemals erlauben, so etwas selber zu besorgen, und Cricket, das war das Mädchen aus dem Armenhaus, ist eine ordinäre Person und würde sich Frechheiten herausnehmen, wenn man sie einweihte. »Master Copperfield, wenn ich Sie daher bitten dürfte...« Ich verstand jetzt Mrs. Micawber und bat sie ganz über mich zu verfügen. Schon am Abend fing ich an, die am leichtesten tragbaren Gegenstände fortzubringen, und machte fast jeden Morgen, bevor ich zu Murdstone und Grimby ging, ähnliche Expeditionen. Mr. Micawber hatte ein paar Bücher auf seiner kleinen Kommode stehen, die er die Bibliothek nannte. Diese kamen zuerst an die Reihe. Ich trug eins nach dem anderen zu einem Antiquar in der City Road, die damals zumeist aus Buchläden und Vogelhandlungen bestand, und verkaufte sie um jeden Preis. Der Antiquar, der in einem kleinen Haus unweit seines Standes wohnte, pflegte sich jeden Abend zu betrinken, und wurde dann am Morgen von seiner Frau heftig ausgezackt. Mehr als einmal, wenn ich zeitig früh genug hinging, traf ich ihn noch im Bett mit einer Wunde an der Stirn oder einem blauen Aug, Erinnerungen an seine nächtlichen Ausschweifungen, und er suchte dann mit zitternder Hand die nötigen Schillinge in den verschiedenen Taschen seiner Kleider, die auf dem Boden herumlagen, während sein Weib in niedergetretenen Schuhen ein Kind auf dem Arm ununterbrochen weiterkeifte. Manchmal schien er sein Geld verloren zu haben, und dann hieß er mich wiederkommen. Aber seine Frau besaß immer ein paar Schillinge, wahrscheinlich hatte sie ihm während der Trunkenheit aus der Tasche genommen und schloss den Handel heimlich auf der Treppe ab, wenn wir zusammen hinuntergingen. Beim Pfandleiher wurde ich sehr bald bekannt. Der Hauptschreiber, der hinter dem Ladentisch amtierte, schenkte mir viel Beachtung und ließ mich oft, während sich meine Geschäfte abwickelten, ein lateinisches Substantiv oder Adjektiv deklinieren oder ein Verbum konjugieren. War ein solches Leihgeschäft besorgt, gab Mrs. McCawber meistens ein bescheidenes Abendessen, und solche Feste hatten für mich immer einen ganz besonderen Reiz. Endlich kam es in Mr. McCawbers Verhältnissen zu einer Krises, und er wurde eines Morgens von der bevorstehenden Verhaftung verständigt und sollte sich in dem King's Bench Gefängnis im Borough einfinden. Als er fortging, sagte er zu mir, dass der Gott des Tages jetzt für ihn versunken sei. Ich dachte wirklich, ihm und auch mir sei jetzt das Herz gebrochen. Später hörte ich, dass er vormittag noch ganz fidel eine Partie Kegel geschoben hatte. Am ersten Sonntag, nach seiner Verhaftung, sollte ich ihn besuchen und bei ihm essen. Ich sollte den Weg nach dem und dem Platz erfragen, von dem Platze aus würde ich einen anderen Platz sehen, und dicht dahinter einen Hof, und über diesen sollte ich geradeaus gehen, bis ich einen Schließer sähe. Alles das befolgte ich, und als ich den Schließer zu Gesicht bekam, armer kleiner Junge, der ich war, und dabei an den Mann dachte, der, als Roderick Rendon im Roman im Schuldgefängnis saß, nichts als eine Decke anhatte, verschwamm seine Gestalt undeutlich vor meinen nassen Augen, und es klopfte mein Herz. Mr. McCobar erwartete mich an der Tür, und wir gingen hinauf in sein Zimmer im vorletzten Stock unter dem Dach, und weinten sehr. Er beschwor mich feierlich, mir an seinem Schicksal ein Beispiel zu nehmen, und nie zu vergessen, dass ein Mann mit zwanzig Pfund Jahreseinkommen glücklich ist, wenn er neunzehn Pfund, neunzehn Schilling und sechs Pence ausgibt, aber elend wird, wenn er einen Schilling mehr verzehrt. Dann borgte er sich einen Schilling von mir für Bier aus, gab mir eine geschriebene Anweisung an Mrs. McCobar über diesen Betrag, steckte sein Taschentuch ein und war wieder heiter. Wir setzten uns vor ein kleines Feuer, das der Spanis wegen durch zwei Ziegelsteine abgetrennt auf einem alten Rost brannte, und warteten, bis ein anderer Schuldgefangener, Mr. McCobars Stubengenosse, mit einer gebratenen Schöpsenkeule, die unsere Mahlzeit auf gemeinsame Kosten bilden sollte, aus dem Bratladen kam. Dann wurde ich hinaufgeschickt in das Zimmer gerade über uns zu Kapitän Hopkins, mit Empfehlungen von Mr. McCobar, ich sei ein junger Freund und er ließe Kapitän Hopkins bitten, mir Messer und Gabel zu leihen. Kapitän Hopkins lieh mir Messer und Gabel mit vielen Empfehlungen an Mr. McCobar. In seinem kleinen Zimmer befanden sich noch eine sehr schmutzige Frau und zwei blasse Mädchen mit furchtbar wirren Frisuren, seine Töchter. Ich dachte bei mir, es sei besser, Kapitän Hopkins Gabel und Messer auszuleihen als seinen Kamm. Der Kapitän selbst war auf der letzten Stufe von Schäbigkeit angelangt, trug lange Koteletten und einen uralten braunen Überzieher ohne jedes Unterkleid. Sein Bett lag in einer Ecke zusammengerollt, und auf einem Brett stand, was er an Geschirr besaß. Ich erriet, Gott weiß wie, dass die beiden Mädchen mit den zersausten Haaren wohl Kapitän Hopkins Töchter waren, die schmutzige Frau aber nicht seine Gattin. Ich stand nicht länger auf der Schwelle als höchstens ein paar Minuten, hatte aber alles sofort durchschaut und wusste alles so sicher, wie dass ich Messer und Gabel in der Hand hielt. Das Mittagessen hatte etwas angenehm Zigaunerhaftes. Ich brachte Kapitän Hopkins Messer und Gabel nachmittags wieder zurück und ging nach Hause, um Mrs. Mickorber mit einem Bericht zu beruhigen. Sie wurde ohnmächtig, als sie mich zurückkommen sah, und bereitete dann einen kleinen Eierpunsch zu unserer Tröstung. Ich weiß nicht, wie und von wem später die Möbel verkauft wurden – von mir nicht, das ist sicher – verkauft wurden sie, und mit Ausnahme des Bettes, einiger Stühle und des Küchentisches führte man sie in einem Wagen weg. Mit diesen Besitztümern kampierten wir, so gut es ging, in zwei Zimmern des ausgeräumten Hauses auf der Windsor Terrace. Mrs. Mickorber, die Kinder, der Weisling und ich wohnten darin Tag und Nacht. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauerte, aber es scheint mir eine ziemliche Zeit gewesen zu sein. Endlich beschloss Mrs. Mickorber, auch in das Gefängnis zu ziehen, wo Mr. Mickorber sich ein eigenes Zimmer durchgesetzt hatte. Ich trug die Schlüssel des Hauses zu ihrem Besitzer, der sehr froh war, als er sie bekam, und die Betten wurden nach Kings Bench geschickt, meines, für das wir ein kleines Stübchen in der Nähe des Gefängnisses mieteten, ausgenommen. Mit dieser Anordnung war ich sehr zufrieden, denn die Mickorbers und ich hatten uns aneinander zu sehr gewöhnt, um uns trennen zu können. Der Weisling wurde ebenfalls mit einer billigen Wohnung in unserer Nähe bedacht. Ich bekam eine stille Dachstube hinten hinaus, mit der angenehmen Aussicht auf einen Bauhof, und als ich einzog mit dem Gedanken, dass Mr. Mickorbers Sorgen nun endlich zu einer Krise gekommen seien, erschien es mir wie ein wahres Paradies. Die ganze Zeit über arbeitete ich bei Murdstone und Grimby in der gewohnten Weise mit denselben Gefährten und dem unveränderten Gefühl einer unverdienten Erniedrigung, wie anfangs. Aber, gewiß zu meinem Glück, machte ich niemals eine Bekanntschaft und sprach nie mit einem der vielen Knaben, die ich auf dem täglichen Weg ins Lagerhaus oder bei meinem Herumlungern auf der Straße von Zeit zu Zeit zu Gesicht bekam. Ich führte immer das gleiche, innerlich unglückliche Leben in immer derselben einsamen, selbstgenügsamen Weise. Die einzigen Veränderungen, deren ich mir bewusst wurde, waren erstens, dass ich mir noch mehr herabgekommen zu sein schien, und zweitens, dass die Sorgen Mr. und Mrs. Mickorbers weniger auf mir lasteten. Einige Verwandte oder Freunde unterstützen sie, und sie lebten jetzt besser im Gefängnis als in der letzten Zeit außerhalb. Infolge irgendeines Arrangements durfte ich bei ihnen frühstücken. Wann die Tore des Gefängnisses früh geöffnet wurden, weiß ich nicht mehr, ich erinnere mich nur, dass ich immer darauf wartete, am liebsten auf der alten Londonbrücke, und mich immer auf die Steinbänke setzte und die vorübergehenden Leute beobachtete, oder über die Balustrade auf das in der Sonne glitzernde Wasser schaute. Hier traf ich öfter den Weisling und erzählte ihm einige erstaunliche Geschichten von den Werften und vom Tower, von denen ich weiter nichts sagen kann, als dass ich hoffe, ich habe sie selbst geglaubt. Abends besuchte ich meistens wieder das Gefängnis, ging mit Mr. Mickorber auf dem Hof auf und ab, spielte mit Mrs. Mickorber Casino und hörte ihren Reminiscenzen an Papa und Mama zu. Ob Mr. Mudstone wusste, wo ich mich befand, kann ich nicht sagen. Ich erzählte nie etwas bei Mudstone und Grimby. Obgleich Mr. Mickorbers Angelegenheiten jetzt über die Krise hinaus waren, so schienen sie doch noch sehr verwickelt zu sein, wegen eines gewissen Kontraktes, von dem ich immer sehr viel hörte und der wahrscheinlich eine frühere Vereinbarung mit den Gläubergern gewesen sein mag. Vielleicht war es auch eines jener gewissen Teufelspakte auf Pergament, die einmal vor Zeiten in Deutschland so verbreitet gewesen sein sollen. Endlich schien dieses Dokument irgendwie aus dem Wege geräumt worden zu sein, wenigstens hörte es auf, den Stein des Anstoßes zu bilden. Und Mrs. Mickorber teilte mir mit, dass ihre Familie beschlossen habe, Mr. Mickorber müsse sich unter den Schutz des Bankrottgesetzes stellen, was seine Befreiung in etwa sechs Wochen in Aussicht rücken würde. Und dann, sagte Mr. Mickorber, werde ich mit Gottes Hilfe in der Welt wieder vorwärts kommen und ein ganz neues Leben beginnen, wenn die große Veränderung eintritt. Ich darf nicht zu Berichten versäumen, dass Mr. Mickorber auch eine Petition an das Unterhaus einreichte und darin um eine Abänderung der Schuldhaftgesetze bat. Es gab einen Club im Gefängnis, in dem er als Gentleman in großem Ansehen stand. Er hatte die Grundidee zu einer Petition dem Club bekannt gegeben, und dieser hatte sie gebilligt. Darauf machten sich Mr. Mickorber, der außerordentlich gutherzig war in allen Angelegenheiten, nur in seinen eigenen nicht, ungemein tätig war und sich glücklich fühlte, wenn er etwas tun konnte, was ihm nicht den geringsten Nutzen einbrachte, über die Petition her, fasste sie ab, schrieb sie auf einen ungeheuren Bogen Papier, breitete sie auf dem Tische aus und setzte die Zeit fest, wo der ganze Club und alle Gefangenen, die dazu Lust hätten, heraufkommen und sie unterzeichnen sollten. Als ich von der bevorstehenden Feierlichkeit hörte, fühlte ich ein so liebhaftes Interesse, jeden einzelnen Heraufkommen zu sehen, dass ich mir bei Murdstone und Grimby eine Stunde Urlaub erwirkte und in einer Ecke des Zimmers Posten fasste. Die Oberhäupter des Clubs standen in dem kleinen Zimmer herum, und Kapitän Hopkins, der sich zu Ehren des Festes gewaschen hatte, stand neben Mr. Mickorber bereit, die Petition vorzulesen. Dann wurde die Tür geöffnet, und in langen Reihen kamen die übrigen Bewohner des Gefängnisses herein. Mehrere warteten draußen, während immer einer vortrat, unterschrieb und wieder hinausging. »Jeden einzelnen?« »Fragte Kapitän Hopkins.« »Haben Sie es gelesen?« »Nein.« »Soll ich es Ihnen vorlesen?« »Wenn der Betreffende widerstandslos genug war, auch nur den Schein einer Neigung, es zu hören, an den Tag zu legen, las Kapitän Hopkins mit lauter, sonorer Stimme Wort für Wort vor.« »Wenn es zwanzigtausend Leute hätten hören wollen, einer nach dem andern, der Kapitän würde es zwanzigtausendmal vorgelesen haben. Ich weiß noch, mit welchem Wohlbehagen er gewisse Phrasen wie »Die im Parlament versammelten Vertreter des Volkes« oder »Die Bittsteller nahen sich demütigst ihrem hoch ansehnlichen Hause, eurer huldreichen Majestät unglückliche Untertanen zerkaute, als ob diese Worte in seinem Munde zu etwas Realem, von köstlichem Geschmack würden, während Mr. McCorber mit ein bisschen Autoreneitelkeit und nicht allzu strengem Blick die eisernen Spitzen des gegenüberliegenden Gefängnisfensters betrachtete.« Ende des elften Kapitels Zwölftes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Zwölftes Kapitel »Da mir das Leben auf eigene Faust nicht gefällt, fasse ich einen großen Entschluss. Mr. McCorbers erste Bittschrift wurde günstig erledigt, und das Gericht ordnete zu meiner großen Freude seine Freilassung an. Seine Gläubiger zeigten sich nicht unversöhnlich, und Mrs. McCorber erzählte mir, dass selbst der rachedürstende Schuster vor Gericht erklärt habe, er hege weiter keinen Groll, wünsche aber bezahlt zu sein, wenn man ihm Geld schulde. Er habe gesagt, er glaube, das sei menschlich. Mr. McCorber kehrte nach King's Bench zurück, als sein Fall erledigt war, denn es mussten noch einige Kosten bezahlt und einige Formalitäten erfüllt werden, ehe er freigelassen wurde. Der Club empfing ihn mit Begeisterung und veranstaltete an diesem Abend ihm zu ehren, eine musikalische Feier, während Mrs. McCorber und ich uns Privatteam an einem Lammbraten erfreuten, umgeben von der schlafenden Familie. Bei dieser Gelegenheit will ich mit Ihnen, Master Copperfield, sagte Mrs. McCorber, mit einem frischen Glase Flip, wir hatten schon einige getrunken, auf das Wohl von Papa und Mama trinken. »Sind Sie tot, Madame?«, fragte ich, nachdem ich mit meinem Weinglas angestoßen hatte. Mama schied aus dem Leben, bevor Mr. McCorbers Trangsale begannen oder wenigstens noch nicht so schlimm waren. Papa lebte noch, um mehrere Male für Mr. McCorber Bürgschaft zu leisten und hauchte dann seinen Geist aus, beweint von einem zahlreichen Kreis. Mrs. McCorber schüttelte den Kopf und ließ seine Träne auf den Zwilling, der gerade bei der Hand war, fallen. Da ich schwerlich eine günstigere Gelegenheit zu der Frage, die mir sehr am Herzen lag, finden konnte, sagte ich zu Mrs. McCorber, »Darf ich fragen, Madame, was Sie und Mr. McCorber zu tun gedenken, wenn Ihr Herr Gemahl aus seinen Verlegenheiten heraus und wieder in Freiheit ist? Haben Sie schon einen Entschluss gefasst?« »Meine Familie«, sagte Mrs. McCorber, die diese Worte immer mit einer großen Geste aussprach, obgleich ich nie herausbekommen konnte, wer eigentlich darunter zu verstehen sei, »meine Familie ist der Meinung, dass Mr. McCorber London den Rücken kehren und seine Talente in der Provinz verwerten sollte.« »Mr. McCorber ist ein Mann von großem Talent, Master Copperfield.« Ich sagte, dass ich daran nicht zweifle. »Von großem Talent«, wiederholte Mrs. McCorber, »meine Familie ist der Meinung, dass mit ein wenig Fürsprache für einen Mann von seinen Fähigkeiten etwas beim Zollamt getan werden könnte.« »Da der Einfluss meiner Familie nur lokaler Art ist, ist es Ihr Wunsch, dass Mr. McCorber nach Plymouth hinunterkommen solle. Sie halten es für unerlässlich, dass er sich an Ort und Stelle begibt.« »Um bereit zu sein«, fragte ich. »Ganz richtig«, wiederholte Mrs. McCorber, »um bereit zu sein, falls eine glückliche Wendung eintritt.« »Und Sie gehen auch mit, Madam?« Die Ereignisse des Tages, die Mitwirkung der Zwillinge und vielleicht auch der Flip, hatten Mrs. McCorber sehr hysterisch gestimmt, und sie vergaß Tränen, als sie antwortete, »ich werde Mr. McCorber nie verlassen. Mr. McCorber hat mir vielleicht zu Anfang seine Bedrängnisse verheimlicht, aber sein sanguinisches Temperament mag ihn zu der Ansicht verleitet haben, er werde sie bald überwinden können. Das Perlenhalsband und die Armbänder, die ich von Mama geerbt habe, sind um den halben Wert verschleudert worden. Und der Korallenschmuck, den mir Papa zur Hochzeit schenkte, fast für nichts. »Aber ich werde Mr. McCorber nie verlassen.« »Nein«, rief Mrs. McCorber mit noch größerer Rühung als vorher, »ich werde das nie tun. Ich lasse mich nicht überreden.« Ich fühlte mich sehr unbehaglich, da Mrs. McCorber zu glauben schien, ich hätte sie zu einem solchen Schritt verleiten wollen, und sah sie sehr beunruhigt an. »Mr. McCorber hat seine Fehler, ich leugne nicht, dass er unbedacht ist, auch nicht, dass er mit Geld nicht umzugehen weiß und mich über seine Mittel und seine Schulden in Unkenntnis gelassen hat,« fuhr sie den Blick an die Wand gerichtet fort. »Aber ich werde niemals Mr. McCorber verlassen.« Da sich jetzt ihre Stimme zu lautem Kreischen gesteigert hatte, war ich so erschreckt, daß ich ins Clubzimmer davon lief und Mr. McCorber, der einem langen Tische präsidierte, in dem Chorgesang, »Hü, hü, da bin, hü, ho, da bin, hü, hü, da bin, hü, hü und hü, ho, oh«, den er eben leidete, mit der Nachricht störte, daß ich Mrs. McCorber in einem sehr beängstigenden Zustand befände, worauf er sofort in Tränen ausbrach, und mit mir forteilte, die Wessentasche voll Crevetten, mit denen er sich gerade beschäftigt hatte. »Emma, mein Engel«, rief er, als er ins Zimmer stürzte, »Was ist geschehen?« »Ich werde dich niemals verlassen, McCorber«, rief sie aus. »Mein Leben«, sagte Mr. McCorber und schloß sie in die Arme. »Davon bin ich vollständig überzeugt.« »Er ist der Vater meiner Kinder, der Erzeuger meiner Zwillinge, er ist der Gatte meines liebenden Herzens«, rief Mrs. McCorber schluchzend. »Ich werde Mr. McCorber niemals verlassen.« Mr. McCorber war so tief gerührt durch diesen Beweis von Anhänglichkeit, ich zerfloss selbstverständlich in Tränen, dass er sich leidenschaftlich über seine Gattin beugte und sie anflehte, aufzusehen und sich zu beruhigen. Je mehr er sie aber anflehte, aufzublicken, umso mehr starrten ihre Augen ins Leere, und je mehr er sie anflehte, sich zu fassen, desto weniger tat sie es. Schließlich war Mr. McCorber selbst so erschüttert, dass er seine Tränen mit ihren und meinen mischte und mich bat, mir einen Stuhl auf die Treppe hinaus zu nehmen, während er sie zu Bett brächte. Ich wollte mich für den Abend verabschieden, aber er mochte davon nichts hören, ehe nicht die fremden Glocke geläutet habe. So saß ich denn an einem Treppenfenster, bis er mit dem zweiten Stuhl nachkam und mir Gesellschaft leistete. »Wie befindet sich jetzt Mrs. McCorber, Sir?« fragte ich. »Sehr geschwächt«, sagte Mr. McCorber und schüttelte den Kopf. »Reaktion! Oh, was war das für ein schrecklicher Tag! Wir stehen jetzt allein. Alles ist von uns gegangen.« Er drückte mir die Hand, stöhnte und vergoss Tränen. Ich war sehr ergriffen und auch enttäuscht, denn ich hatte erwartet, dass wir bei dieser glücklichen, langersehnten Gelegenheit recht heiter sein würden. Mr. und Mrs. McCorber hatten sich an ihre alten Bedrängnisse so gewöhnt, glaube ich, dass sie sich ganz schiffbrüchig vorkamen, als sie jetzt von ihnen erlöst waren. Die ganze Elastizität war von ihnen genommen, und ich hatte sie nie auch nur halb so elend wie an jenem Abend gesehen. Als die Glocke läutete und Mr. McCorber mich zum Türschließer begleitete und dort mit einem Segensspruch von mir Abschied nahm, bangte mir fast, ihn allein zu lassen. So unglücklich sah er aus. Aber trotz all der Verwirrung und Bedrücktheit, die sich unserer Gemüter so unerwartet bemächtigt hatte, fühlte ich deutlich, dass mir ein Abschied von den McCorbers bevorstand. Auf meinem Nachhauseweg in jener Nacht und den schlaflosen Stunden, die darauf folgten, kam mir zuerst der Gedanke, der später zu einem festen Entschluss werden sollte. Ich hatte mich so an die McCorbers gewöhnt und war mit ihren Bedrängnissen so vertraut geworden und stand so ohne jeden Freund da, wenn sie mir fehlten, dass mir die Aussicht, abermals unter fremde Leute gehen zu müssen, unerträglich schien. Der Gedanke an all die Scham und das Elend, das in meiner Brust lebte, wurde mir bei dem Gedanken daran noch peinigender, und ich sah keine Hoffnung an Entrinnen, wenn ich nicht aus eigenem Entschluss einen Versuch wagte. Ich hatte selten von Miss Murdstone gehört und niemals mehr von ihrem Bruder, außer, dass sie unter ein Paket neuer oder ausgebesserter Kleider für mich an Mr. Quinion gekommen war, immer mit einem Zettel dabei, auf der J.M. hoffte, dass D.C. in seinem neuen Beruf fleißig und gehörsam sei. Nie die geringste Andeutung, dass ich auf eine Änderung in meinem Schicksal hoffen dürfte und je etwas anderes als ein gewöhnlicher Tagelöhner werden würde, zu welcher Stufe ich immer mehr herabsank. Schon der nächste Tag zeigte mir, dass Mrs. McCorber nicht ohne guten Grund von ihrem Weggehen gesprochen hatte. Die Familie mietete sich in dem Hause, wo ich wohnte, für eine Woche ein, um sich nach Ablauf dieser Zeit nach Plymouth zu begeben. Mr. McCorber kam nachmittags aufs Kontor, um Mr. Quinion zu sagen, dass er mich vom Tag seiner Abreise an verlassen müsse, und zollte mir ein hohes Lob, das ich gewiss auch verdiente. Mr. Quinion rief Tipp, den Kerner, der verheiratet war und ein Zimmer zu vermieten hatte, herein und quartierte mich in voraus bei ihm ein. Aber mein Entschluss stand fest. Ich verlebte meine Abende mit Mr. und Mrs. McCorber, solange wir noch unter einem Dache wohnten, und wir gewannen einander noch lieber, je mehr die Zeit verging. Am letzten Sonntag luden sie mich zu Mittagessen ein, und wir bekamen Schweinsbraten, Apfelmus und Pudding. Ich hatte den Abend vorher ein geschenktes Holzpferd als Abschiedsgeschenk für den kleinen Wilkins McCorber und eine kleine Puppe für die kleine Emma gekauft. Ich schenkte auch einen Schilling dem Weisling, der jetzt entlassen werden sollte. Wir verliebten einen recht vergnügten Tag, wenn wir auch wegen unserer nahe bevorstehenden Trennung sehr weich gestimmt waren. Ich werde nie an die Zeit von Mr. McCorbers bedränglich zurückdenken, Master Copperfield, sagte Mrs. McCorber, ohne mich ihrer zu erinnern. Ihr Benehmen war immer von der zartfühlendsten und verbindlichsten Art. Sie sind uns nie ein Mieter gewesen, sondern immer ein Freund. Meine Liebe, sagte Mr. McCorber, Copperfield, so nannte er mich in der letzten Zeit, hat ein Herz für die Leiden seiner Mitmenschen, das mitfühlt, wenn die Wolken des Unheils über ihnen hängen, einen Kopf, der fühlt, eine Hand, die ... Kurz, er versteht es alles verfügbare Eigentum, wenn es nötig ist, so Geld zu machen. Ich drückte meine Erkenntlichkeit für dieses Lob aus und sagte, wie leid es mir täte, dass wir uns trennen müssten. Mein lieber junger Freund, ich bin ein Mann von gewisser Lebenskenntnis und ... Kurz und gut, ich bin in der Not erfahren. Gegenwärtig und bis die glückliche Wendung eintritt, die ich jetzt stündlich erwarte, kann ich Ihnen leider nichts als einen guten Rat geben. Doch ist er insofern wert, befolgt zu werden, als ... Kurz, ich habe ihn selbst nie befolgt und bin der elende Wicht, den Sie vor sich sehen. Mr. Micawber, der bis zu den letzten Worten mit strahlendem Gesicht dagesessen hatte, machte eine Pause und nahm eine sehr düstere Miene an. »Lieber Micawber«, flehte seinen Gattin, »ich sage also«, fuhr Mr. Micawber fort, vergaß sich ganz und lächelte wieder, »der elende Wicht, den Sie vor sich sehen. Mein Rat ist, verschieben Sie nie auf morgen, was Sie heute tun können. Aufschub ist der Dieb der Zeit. Fassen Sie ihn beim Kragen.« »Meines armen Papas, Grundsatz«, bemerkte Mrs. Micawber. »Mein Herz«, sagte Mr. Micawber, »der Papa war vortrefflich in seiner Art, und Gott sei vor, dass ich ihn je herabsetzen sollte. Aber nehmen wir ihn alles in allem, kurz, wohl niemand hatte in seinem Alter so stattliche Waden für Gamaschen und konnte ohne Brille die kleinste Schrift lesen wie er. Leider wandte er seinen Grundsatz auch auf unsere Hochzeit an, meine Liebe, und wir schlossen Sie demzufolge so vorzeitig und schnell, dass ich mich bis heute noch nicht von den Unkosten erholt habe.« Er sah seine Gattin von der Seite an und fügte hinzu, »nicht, dass es mich etwa geräute, ganz im Gegenteil, meine Liebe.« Hierauf beobachtete er ein paar Minuten tiefstes Stillschweigen. »Meinen zweiten Rat«, fuhr er fort, »kennen Sie bereits«, Copperfield. »Jährliches Einkommen, zwanzig Pfund, jährliche Ausgaben, neunzehn Pfund, neunzehn Schilling und sechs Pents. Resultat? Wohlergehen. »Jährliches Einkommen, zwanzig Pfund, jährliche Ausgaben, zwanzig Pfund, sechs Pents. Resultat elend. Die Blüte ist dahin, das Laub verwelkt, der Gott des Tages geht unter über einem traurigen Schauspiel und, kurz, Sie sind im Saft, wie ich.« Um das Bild noch eindrucksvoller zu machen, trank Mr. McCauber mit einer Miene großer Befriedigung ein Glas Punsch aus und pifft den lustigen Kupferschmied. Ich unterließ nicht, ihm mit Worten zu versichern, dass ich mir seine Vorschriften sehr zu Herzen nehmen wollte, unnötigerweise, denn ich war sichtlich gerührt. Am nächsten Morgen traf ich die ganze Familie in der Landkutsche und sah sie mit trostlosem Herzen ihre Plätze einnehmen. »Master Copperfield«, sagte Mrs. McCauber, »Gott segne Sie. Ich kann es nie vergessen, glauben Sie mir, und möchte es nicht, selbst wenn ich es könnte.« »Copperfield«, sagte Mr. McCauber, »leben Sie wohl. Glück und Wohlergehen. Wenn ich mich im Laufe der dahin rollenden Jahre überzeugen konnte, dass mein verlorenes Leben eine Warnung für Sie gewesen ist, würde ich fühlen, dass ich nicht vergebens meinen Platz auf Erden ausgefühlt habe. Falls eine glückliche Wendung eintritt, wovon ich fest überzeugt bin, werde ich mich außerordentlich glücklich schätzen, wenn es in meiner Macht steht, Ihre Aussichten zu verbessern. Ich glaube, wie Mrs. McCauber mit den Kindern hinten auf dem Wagen saß und ich so klein auf der Straße stand und sehnsüchtig zu ihnen aufsah, da fiel der Schleier von ihren Augen und sie sah, was für ein winziges Geschöpfig in Wirklichkeit war. Ich glaube es, weil sie mich plötzlich mit einem ganz veränderten Gesicht und mit mütterlichem Ausdruck in den Zügen heraufsteigen hieß und mich umarmte und mich küßte wie ihr eigenes Kind. Ich hatte kaum Zeit, wieder herunterzukommen, da fuhr die Kutsche fort. Ich konnte die Familie vor lauter Taschentücher schwenken, kaum mehr sehen. In einer Minute waren sie verschwunden. Der Weisling und ich standen auf der Mitte der Straße und sahen einander mit leeren Blicken an. Dann schüttelten wir uns die Hand und nahmen Abschied voneinander. Sie ging in St. Lukas Armenhaus zurück, wahrscheinlich, und ich an mein trauriges Tagewerk bei Murdstone und Grimby. Aber ich hatte die Absicht, nicht mehr lange dort auszuhalten. Nein. Ich hatte mir vorgenommen, wegzulaufen, so oder so, um auf irgendeine Weise die einzige Verwandte, die ich noch auf der Welt besaß, meine Tante, Miss Betsy, aufzusuchen und ihr mein Leid zu klagen. Ich habe schon erzählt, dass ich nicht weiß, wie mir dieser verzweifelte Gedanke eingefallen war, aber einmal entstanden, blieb er und setzte sich in mir fest, wie kaum jemals im Leben später irgendein anderer. Ich war durchaus nicht überzeugt, dass ich große Hoffnungen hegen durfte, aber ich war fest entschlossen, meinen Plan auszuführen. Immer und immer wieder seit jener schlaflosen Nacht, wo mir der Gedanke durch den Kopf gefahren, hielt ich mir die alte Geschichte bei meiner Geburt vor Augen, die ich schon in den schönen alten Zeiten meine Mutter hatte so gern erzählen, hören und fast auswendig wusste. Meine Tante kam in diese Geschichte hineingeschritten und schritt wieder hinaus, wie eine Furcht und grauen einflößende Gestalt. Aber an einen ganz kleinen Zug ihres Benehmens erinnerte ich mich so gern, und er gab mir einen winzigen Schatten von Ermutigung. Ich konnte nicht vergessen, dass meine Mutter geglaubt, sie hätte gefühlt, wie die Tante ihr schönes Haar nicht mit unsanfter Hand berührte. Und wenn es vielleicht eine bloße Einbildung meiner Mutter gewesen sein mochte, so machte ich mir doch daraus ein kleines Bild von meiner schrecklichen Tante, auf dem sie milder gestimmt von dem mädchenhaften Eindruck meiner Mutter, die doch so gut und lieblich gewesen, dreinsah. Wohl möglich, dass mir all das lange im Kopf herumgespukt und dazu beigetragen hatte, nach und nach meinen Entschluss zu befestigen. Da ich nicht einmal wusste, wo Miss Betsy lebte, schrieb ich einen langen Brief an Pegotti und fragte sie so nebenbei, ob sie sich nicht erinnern könnte. Ich gab vor, ich hätte von einer Dame dieses Namens in einer Stadt, die ich aufs Grate wohl nannte, gehört und möchte gerne wissen, ob es meine Tante wäre. In demselben Brief sagte ich Pegotti, dass ich eine halbe Guinée zu einem Zweck, den ich ihr später mitteilen würde, brauchte, und bat sie recht sehr, mir diese Summe zu leihen. Pegottys Antwort ließ nicht lange auf sich warten und war wie gewöhnlich voll Zärtlichkeit. Sie legte die halbe Guinée bei, und ich fürchte, sie musste unendliche Schwierigkeiten gehabt haben, sie aus Mr. Buckys Koffer herauszubekommen, und teilte mir mit, dass Miss Betsy in der Nähe von Dover wohne. Ob aber in Dover selbst, Hive, Sandgate oder Folkestone, könne sie nicht sagen. Einer unserer Leute bei Mödstone und Grimby klärte mich darüber auf, und ich erfuhr, dass alle diese Orte dich beieinander legen. Daher beschloss ich, mich gegen Ende der Woche auf den Weg zu machen. Da ich ein sehr ehrlicher, kleiner Kerl war und bei Mödstone und Grimby nicht gern ein schlechtes Andenken zurücklassen wollte, da mir der Wochenlohn immer vorausbezahlt worden war. Die halbe Guinée hatte ich mir ausgeborgt, um ein wenig Reisegeld zu haben. Als der Samstagabend kam, schüttelte ich Mick Walker die Hand und bat ihn, wenn die Reihe an ihn käme bei der Auszahlung der Löhnung, Mr. Quinian zu sagen, dass ich fortgegangen sei, um meinen Koffer zu Tipp zu bringen. Mein Koffer stand in meiner alten Wohnung, und ich hatte auf die Rückseite einer der Adresskarten, die wir auf die Fässer nagelten, geschrieben, »Master David Copperfield, Landpostbüro Dover«. Diesen Zettel trug ich in der Tasche, um ihn auf dem Koffer zu befestigen. Dann sah ich mich nach jemand um, der mir das Gepäck ins Einschreibebüro bringen könnte. Nicht weit von dem Obelisken in Blackfriars Road fiel mein Blick auf einen langbeinigen Burschen vor einem niedrigen, mit einem Esel bespannten Karren. Als wir einander ansahen, nannte er mich schuftiges Kleingeld und fragte mich, ob ich mir vielleicht sein Gesicht für einige Jahre einprägen wollte, wahrscheinlich, weil ich ihn so anstarrte. Ich versicherte ihm, dass ich ihn nicht beleidigen wollte und nur gerne gewusst hätte, ob er mir nicht eine kleine Besorgung machen möchte. »Wat vorne Besorgung?« fragte der langbeinige Bursche. »Einen Koffer vorzuschaffen«, antwortete ich. »Wat vorne Koffer?« »Ich sagte ihm, meinen Koffer, der in der nächsten Straße abzuholen sei, und den er mir für sechspens nach dem Büro der Doberlandskutsche bringen möchte.« »Ab je macht von Sixpens«, sagte der langbeinige Bursche, sprang auf seinen Karren, der nichts als eine große Holzmulde auf Rädern war, und rasselte dann in einem solchen Trab davon, dass ich laufen musste, was ich konnte, um mit dem Esel Schritt zu halten. Der Bursche hatte etwas Abstoßendes in seinem Wesen, besonders in der Art, wie er an Stroh kaute, während er mit mir sprach, was mir nicht gefiel. Da aber der Handel abgeschlossen war, trugen wir den Koffer zusammen herunter und legten ihn auf den Karren. Um nicht bei meinen Wirtsleuten aufzufallen, wollte ich die Adresse hier nicht befestigen und sagte deshalb dem Burschen, er solle einen Augenblick an der Gefängnismauer von Kingsbench halten. Kaum waren diese Worte über meine Lippen gekommen, rasselte er davon, als ob er, der Karren, der Esel, alle miteinander verrückt geworden seien. Ich war ganz außer Atem vom Rufen und Hinterherrennen, als ich ihn an den bezeichneten Ort einholte. In meiner Aufregung riss ich die halbe Guinea mit aus der Tasche, als ich die Karte hervorholte. Ich nahm sie in der Sicherheit wegen zwischen die Zähne, und obgleich meine Hände sehr zitterten, hatte ich die Karte eben zu meiner Zufriedenheit befestigt, als der langbeinige Bursche mich heftig unter das Kind stieß und ich meine halbe Guinea in seine Hand fliegen sah. »Wat«, sagte der junge Mann, mich mit einem entsetzlichen Grinsen am Kragen packend, »dat je hört vor der Polizei.« »Wie könntest du ausrücken, was?« »Komm auf der Polizei, du Jewürm. Komm mit nach der Polizei.« »Bitte geben Sie mir mein Geld zurück«, sagte ich erschreckt, »und lassen Sie mich los.« »Komm nach der Polizei«, sagte der Bursche, »mustet vor die Polizei beweisen.« »Geben Sie mir doch meinen Koffer und mein Geld«, rief ich und brach in Tränen aus. Der Bursche rief immer noch »auf der Polizei« und zerrte mich zu dem Esel hin, als ob das der Polizeirichter wäre. Da besann er sich plötzlich, sprang auf den Karren und raste mit den Worten, »ich fahre nach der Polizei«, »auf und davon.« Ich rannte ihm nach, so schnell ich konnte, hatte aber keinen Atem mehr, ihn nachzurufen und würde es wohl auch kaum gewagt haben. Wohl zwanzigmal in einer Viertelstunde ging ich knapp dem Überfahren werden. Jetzt verlor ich ihn aus den Augen, dann sah ich ihn wieder, verlor ihn nochmals, dann versetzte mir jemand einen Peitschenhieb, ein anderer schrie mir nach. Jetzt lag ich unten in der Gosse, war wieder aufgestanden, stürzte jemand in die Arme und rannte schließlich gegen einen Pfahl. Endlich gab ich, ganz außer mir vor Aufregung und Furcht, halb London könnte schon zu meiner Verfolgung auf den Beinen sein, meinen Koffer und mein Geld auf und machte mich keuchend und weinend, aber nicht einen Augenblick stillstehend auf den Weg nach Greenwich, der ersten Station nach Dover, wie ich gehört hatte. Ich nahm wenig mehr aus der Welt mit, als ich meine Tante aufsuchen ging, als ich an jenem Abend, wo er meine Ankunft so viel Ärger bereitet, in die Welt mitgebracht hatte. Ende des zwölften Kapitels Dreizehntes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Dreizehntes Kapitel Die Folgen meines Entschlusses Als ich die Verfolgung des Burschen aufgab, mochte ich wohl die Absicht gehabt haben, den ganzen Weg nach Dover zu laufen. Sehr bald aber machte ich Halt in Kent Road vor einem kleinen Hause mit einem winzigen Tisch davor, in dessen Mitte eine große, geschmacklose Bildsäule, die auf einer Muschelblies, stand. Hier setzte ich mich auf eine Türstufe, ganz erschöpft und so atemlos, dass ich nicht einmal über den Verlust meines Koffers und meiner halben Guinea weinen konnte. Es war bereits dunkel, und ich hörte die Uhren zehn Uhr schlagen. Zum Glück war eine warme Sommernacht und schönes Wetter. Als ich wieder zu Atem gekommen, das erstickende Gefühl in meiner Kehle heruntergewirkt hatte, ging ich wieder weiter. Ich dachte nicht, einen Augenblick daran umzukehren. Es beunruhigte mich sehr, dass ich nur dreieinhalb Pens besaß, wunderbar genug, dass ich an einem Samstagabend überhaupt noch so viel in der Tasche hatte. Ich sah mich schon in der Zeitung unter einer Hecke tot aufgefunden und schleppte mich elend doch so schnell wie möglich fort, bis ich an einem kleinen Laden vorbeikam, wo, aus der Überschrift zu schließen, Damen- und Herrengarderobe gekauft und der höchste Preis für Lumpenknochen und Küchenabfall gezahlt wurde. Der Inhaber des Ladens saß in Hemdsärmeln vor der Tür und rauchte. Viele Röcke und Hosen hingen von der niederen Decke herab, und nur zwei trübe Kerzen erhellten das Innere des Ladens. Der Mann sah aus wie ein Rachegeist, der alle seine Feinde aufgehängt hat und sich nun in Gemütsruhe ihres Anblicks freut. Die bei Mr. und Mrs. Mickorber erworbene Erfahrung sagte mir, dass ich mir hier ein Mittel bieten könnte, um den Hungertod noch ein wenig hinauszuschieben. Ich ging in das nächste Seitengässchen, zog meine Weste aus, nahm sie sauber zusammengerollt unter den Arm und kehrte wieder zu der Ladentür zurück. Sir, sagte ich, ich soll dies um einen anständigen Preis verkaufen. Mr. Doloby, diesen Namen führte das Firmaschild, nahm die Weste, lehnte die Pfeife an den Türpfosten, trat vor mir in den Laden, schnäuzte die beiden Lichter mit den Fingern, breitete die Weste auf dem Ladentisch aus und betrachtete sie, hielt sie gegen das Licht und sagte endlich, »Was nennen Sie denn einen Preis für das kleine Wästchen?« »Oh, das wissen Sie wohl am besten«, erwiderte ich bescheiden. »Ich kann nicht Käufer und Verkäufer zugleich sein«, sagte Mr. Doloby, »nennen Sie einen Preis.« »Würden achtzehn Pents«, sagte ich nach einigem Zögern. Mr. Doloby rollte die Weste wieder zusammen und gab sie mir zurück. »Ich würde meine Familie berauben«, sagte er, »wenn ich neun Pents dafür böte.« Das war eine unangenehme Art zu handeln, weil sie mich, einen ganz Fremden, in die unangenehme Lage versetzte, von Mr. Doloby zu verlangen, dass er meinetwegen seine Familie berauben sollte. Da meine Not so groß war, sagte ich, ich wollte neun Pents nehmen. Nicht ohne Gebrumm gab mir Mr. Doloby die neun Pents. Ich wünschte ihm gute Nacht und verließ den Laden reicher um diese Summe und ärmer um eine Weste, aber wenn ich die Jacke zuknöpfte, fühlte ich es nicht mehr. Ich sah mit ziemlicher Bestimmtheit kommen, dass meine Jacke demnächst würde denselben Weg gehen müssen und dass ich wohl gezwungen sein würde, den größten Teil meines Weges nach Dover in Hemd und Hosen zurückzulegen und mich noch glücklich schätzen dürfte, wenn es mir gelänge, noch in solchem Aufzuge hinzukommen. Trotzdem machte ich mir nicht allzu viel daraus. Es war mir ein Plan eingefallen, wie ich die Nacht verbringen konnte, und ich machte mich daran, ihn zur Ausführung zu bringen. Ich wollte mich hinter die Rückmauer meiner alten Schule, in eine Ecke, wo früher ein Heuschober stand, legen. Ich bildete mir ein, es wäre eine Art Gesellschaft, wenn ich die Schüler und das Schlafzimmer, in dem ich immer so viel Geschichten erzählt, in der Nähe wüsste, wenn auch niemand darin etwas von meiner Anwesenheit ahnte. Ich hatte einen langen Marsch hinter mir und war ganz abgehetzt, als ich endlich auf die Ebene von Black Heath hinauskam. Ich fand nach langer Mühe Saale im Haus, fand auch den Heuschober in der Ecke und legte mich nieder, nachdem ich vorher um die Mauer herumgegangen, nach den Fenstern gesehen und alles finster und still gefunden hatte. Nie werde ich das Gefühl von Verlassenheit vergessen, das ich empfand, als ich mich das erste Mal ohne ein Dach über meinem Haupt nur den Himmel über mir niederlegte. Aber der Schlaf kam zu mir, wie er zu den Verstoßenen kommt, denen die Haustüren verschlossen sind und die von den Hunden angebellt werden. Ich träumte, ich läge in meinem alten Schulbett und fand mich einmal aufrecht sitzend, mit Steerforths Namen auf der Zunge und wild nach den Sternen starrend, die über mir schimmerten. Als mir dann klar geworden, wo ich mich zu dieser ungewöhnlichen Stunde befand, überlief mich ein merkwürdiges Gefühl, das mich bewog, aufzustehen und herumzugehen. Der mattere Schimmer der Sterne und das Dämmern im Osten beruhigten mich. Da ich noch sehr schläfrig war, legte ich mich wieder hin und schlummerte ein und fühlte im Schlaf, wie kalt es war, bis mich die warmen Strahlen der Sonne und die Frühglocke von Salemhaus weckten. Ich wusste, dass Steerforth fort sein musste, sonst hätte ich vielleicht auf ihn gewartet. Möglicherweise war Trettels noch da, doch ich hatte nicht genug Vertrauen auf seine Verschwiegenheit, um ihm meine Lage anvertrauen zu können, so sehr ich mich auf sein gutes Herz hätte verlassen dürfen. So schlich ich mich fort von der Mauer, als Mr. Kreekels Jungen aufstanden und schlug die staubige Straße nach Dover ein. Wie verschieden war dieser Sonntagmorgen von jenem damals in Yarmouth. Ich hörte die Kirchenglocken läuten, als ich mich langsam hinausschleppte, begegnete den sonntäglich gekleideten Leuten, kam an einer oder zwei Kirchen vorbei, in denen der Gottesdienst abgehalten wurde, während der Büttel im kühlen Schatten des Eingangs saß oder unter dem Eibenbaum stand und mir mißtrauisch nachsah. Friede und Ruhe des Sonntagmorgens überall, nur nicht in mir. Ich kam mir so verkommen vor in einem Schmutz, so bestaubt und mit wirrem Haar. Ohne das stille Bild meiner Mutter in Jugend und Schönheit, wie sie weinend beim Feuer sitzt und meine Tante weich wird ihr gegenüber, im Herzen, hätte ich kaum den Mut gehabt, noch bis zum nächsten Tag auszuhalten. Aber es schwebte immer vor mir her, und ich ging hinter ihm drein. Ich legte an diesem Sonntag 23 englische Meilen auf der Landstraße zurück, und es fiel mir nicht leicht, denn ich war das Wandern nicht gewöhnt. Ich sehe mich bei hereinbrechendem Abend über die Brücke von Rochester gehen, müde, mit wunden Füßen und das Brot verzehrend, das ich mir zum Abendessen gekauft. Ein oder zwei kleine Häuser mit der Aufschrift »Nachtquartier für Reisende« hatten mich wohl gelockt, doch ich fürchtete, die paar Pens, die ich noch besaß, auszugeben, und empfand noch mehr Angst vor dem verdächtigen Blicken der Strolche, denen ich unterwegs begegnet. Ich suchte mir daher kein anderes Dach als den Himmel, und als ich Chatham erreichte, das bei Nacht aussieht wie ein Traum voll Mauern, Zugbrücken und mastlosen Schiffen mit Verdecken wie Archen, kroch ich auf eine alte, grasbewachsene Schanze, vor der eine Schildwache auf und ab ging. Hier legte ich mich neben eine Kanone und schlief gesund bis zum Morgen, glücklich, von Weitem die Schritte der Schildwachen zu hören. Am nächsten Morgen war ich ganz steif, und das Trommelwirbeln und der Schritt der marschierenden Truppen, die mich ringsum einzuschließen schienen, als ich nach der langen, schmalen Straße hinabging, betäubten mich förmlich. Ich fühlte, dass ich diesen Tag nur eine kurze Strecke würde zurücklegen können, wenn ich mir noch etwas Kraft für den letzten Teil meiner Reise aufsparen wollte. Ich beschloss daher, vor allem den Verkauf meiner Jacke ins Auge zu fassen, ich zog also meine Jacke aus, um mich daran zu gewöhnen, ohne sie auszukommen, nahm sie unter den Arm und sah mich nach Trödelläden um. Es war ein sehr geeigneter Ort für den Verkauf einer Jacke, denn die Händler in alten Kleidern waren sehr zahlreich und schauten in ihren Ladentüren nach Kunden aus. Aber da bei den meisten ein oder zwei Offiziersuniformen mit Depoletten im Ladenfenster hingen, schreckte mich der vornehme Charakter dieser Geschäfte ab, und ich lief lange Zeit herum, ohne jemand meine Ware anzubieten. Meine Aufmerksamkeit lenkte sich vornehmlich auf die Seemannsläden und solche wie Mr. Dolobis, und endlich fand ich einen, der mir vielversprechend aussah, an der Ecke eines schmutzigen Gässchens, das an einen eingezäunten, grünen Fleck voller Brennnesseln stieß. An dem Zaune hingen ein paar alte Matrosenanzüge, einige Hängematten, rostige Flinten und Südwester, und vor dem Laden standen mehrere Mulden mit so viel verrosteten Schlüsseln in allen Größen, dass man sämtliche Türen der Welt hätte damit aufsperren können. In diesem Laden, der klein und niedrig und eher verdunkelt als erhellt durch ein mit Kleidern verhangenes Fensterchen war, stieg ich mit klopfendem Herzen einige Stufen hinab. Meine Bangigkeit wuchs noch, als ein grauenhafter, alter Mann, dessen untere Gesichtshälfte ganz von einem struppigen, grauen Bart bedeckt war, aus seiner schmutzigen Höhle im Hintergrund hervorstürzte und mich bei den Haaren packte. Es war ein schrecklich anzusehender Mann in einer schmutzigen Flanellweste, er roch entsetzlich nach Ruhm. Seine Bettstelle mit einer zerknüllten und zerlumpten Flickendecke zugedeckt stand in der Höhle, aus der er herausgekommen war. Durch ein zweites kleines Fenster konnte man noch ein Brennnesselfeld und einen lahmen Esel sehen. »Oh, was brauchst du?« gränte der alte Mann mit einem wilden, eintönigen Gewinsel. »Gott, über meine Augen und Glieder, was brauchst du?« »Oh, über meine Lunge und Leber, was brauchst du?« »O Garruk, o Garruk«. So sehr brachten mich diese Worte und besonders die Wiederholung des letzten mir ganz unbekannten Lauts, der wie ein tiefes Röcheln in seiner Kehle klang, aus der Fassung, das ich gar nicht antworten konnte. Immer noch hielt mich der alte Mann bei den Haaren und wiederholte. »Oh, was brauchst du?« »Gott, über meine Augen und Glieder, was brauchst du?« »Oh, über meine Lunge und Leber, was brauchst du?« Er röchelte die Worte mit solcher Energie aus sich heraus, dass sie in die Augen aus den Höhlen traten. »Ich wollte fragen«, sagte ich zitternd, »ob sie eine Jacke kaufen möchten.« »Oh, laß die Jacke sehen«, schrie der alte Mann. »Oh, mein Herz brennt wie Feuer.« »Laß sehen, die Jacke.« »Dott, über meine Augen und Glieder.« »Zeig her, die Jacke.« Damit ließen seine zitternden Hände, die den Klauen eines großen Vogels glich in meine Haare los, und er setzte eine Brille auf, die seine entzündeten Augen durchaus nicht verschönte. »Oh, wie viel für die Jacke?« »Schrie er, nachdem er sie genau betrachtet hatte.« »Oh, Goru, wie viel für die Jacke?« »Eine halbe Krone«, sagte ich, und faßte wieder langsam Mut. »Oh, über meine Lunge und Leber«, schrie der alte Mann. »Nix.« »Oh, über meine Augen.« »Nix.« »Gott, über meine Glieder.« »Nix.« »Achtzehn Pens.« »Goru.« Jedes Mal, wenn er diesen Ausruf hören ließ, quollen seine Augen aus ihren Höhlen, und jeder Satz, den er sprach, hatte eine Art Melodie, immer dieselbe. Sie glich einer Art Windesgeheul, das leise anfängt, ansteigt und abnimmt. Ich kann es mit nichts anderem auf der Welt vergleichen. »Gut«, sagte ich, froh, den Handel abgeschlossen zu haben, »ich will achtzehn Pens nehmen.« »Gott, über meine Leber«, schrie der alte Mann und warf die Jacke in ein Fach, »raus aus dem Laden.« »Ach, Gott, über meine Lunge.« »Raus aus dem Laden.« »Mach meine Augen und Glieder.« »Kein Geld.« »Mach mal einen Tausch.« »Nie in meinem Leben bin ich so erschrocken gewesen.« Aber ich sagte schüchtern, daß ich Geld brauchte und daß mir nichts anderes nützen könnte. Daß ich jedoch seinem Wunsche gemäß draußen darauf warten wollte und keine Eile hätte. Ich ging also hinaus und setzte mich in eine Ecke in den Schatten. Und ich saß dort so viele Stunden, daß der Schatten Sonnenschein und der Sonnenschein wieder Schatten wurde und immer noch auf mein Geld warte. Ich glaube, so einen betrunkenen Verrückten gibt es in diesem Geschäftszweig nicht wieder. Dass er in der Nachbarschaft wohl bekannt war und in dem Rufe stand, sich dem Teufel verkauft zu haben, erfuhr ich bald durch die Gassenjungen, die fortwährend um den Laden herumsprangen, ihm das zubrüllten und ihn aufforderten, sein Gold zu zeigen. »Du bist gar nicht arm, Charlie, wie du dich stellst. Zeig dein Gold her, zeig das Gold her, für das du dich dem Teufel verkauft hast. Komm doch, sie ist in der Matratze eingenäht, Charlie. Schneid sie auf und zeig uns das Gold.« Dies und viele Anerbietungen, ihm ein Messer zu leihen, brachten den Trödler dermaßen auf, daß der ganze Tag eine Reihenfolge von Ausfällen seinerseits war, auf die die Jungen stets die Flucht ergriffen. Manchmal hielt er mich in seiner Wut für einen der Jungen und stürzte scheumend auf mich los, als wollte er mich in Stücke reißen. Rechtzeitig besah er sich aber immer wieder und zog sich schleunigst in den Laden zurück und warf sich auf sein Bett, wie ich aus dem Klang seiner Stimme schloss, wenn er in seiner dem Windesgeheul ähnlichen Melodie wie irrsinnig das Lied von Nelsons Tod brüllte, mit einem O vor jeder Strophe und unzähligen Gorus dazwischen. Als wäre das noch nicht schlimm genug für mich, brachten mich die Jungen wegen meiner Geduld und Ausdauer in irgendeine Verbindung mit dem Etablissement, zumal ich nur halb angezogen war, bewarfen mich mit Steinen und misshandelten mich den ganzen Tag über. Der alte Mann machte viele Versuche, mich zu bewegen, in einen Tausch einzuwilligen. Einmal kam er mit einer Angelrute heraus, dann mit einer Fiedel, mit einem Schlapphut und endlich mit einer Flöte. Aber ich widerstand allen seinen Angeboten und blieb in Verzweiflung sitzen. Jedes Mal flehte ich ihn mit Tränen in den Augen um mein Geld oder meine Jacke an. Endlich fing er an, mich halbpennyweise zu bezahlen und brauchte so zwei volle Stunden zu einem Schilling. Über meine Augen und Glieder schrie er dann nach einer langen Pause in grauenhafter Art aus dem Laden herausschielen. »Willst du für zwei Pens mehr gehen?« »Ich kann nicht«, sagte ich, »ich muss verhungern.« »Au meine Lunge und Leber.« »Willst du für drei Pens gehen?« »Ich würde umsonst gehen«, sagte ich, »wenn ich könnte.« »Aber ich brauche das Geld jämmerlich nötig.« »O, Gorro«, es war ganz unbeschreiblich, wie er dieses letzte Röcheln hervorstieß, »als er jetzt hinter der Türpfoste hervorlugte, dass man nur den alten schlauen Kopf sehen konnte.« »Willst du für vier Pens gehen?« »Ich war so hungrig und müde, dass ich einwilligte und das Geld nicht ohne Zittern aus seiner Klaue nahm.« Dann ging ich kurz vor Sonnenuntergang hungriger und durstiger, als ich je gewesen meines Weges. Für drei Pens stärkte ich mich bald vollkommen und hinkte, jetzt bei besserer Laune, sieben Meilen weiter. Mein Bett in dieser Nacht war wieder ein Heuschober, ich wusch mir die Füße in einem Bach und verbannt sie, so gut es ging, mit ein paar kühlenden Blättern. Den nächsten Morgen führte mich der Weg durch Hopfenfelder und Obstanlagen. Die Jahreszeit war schon so weit vorgerückt, dass überall reife Äpfel hingen, und an einigen Orten standen die Pflücker schon bei der Arbeit. Ich fand alles wunderschön und beschloss, die Nacht in dem Hopfengarten zu schlafen. Die langen Reihen von Stangen mit den anmutig sich windenden Blättern kamen mir wie eine gemütliche Gesellschaft vor. Die Landstreicher schienen an diesem Tage gefährlicher als je und flößten mir einen Schrecken ein, dass ich heute noch daran denken muss. Einige von ihnen, wild aussehende Raufbolde, die mich beim Vorbeigehen anstarrten, blieben manchmal stehen und riefen mir zu, umzukehren, und warfen mir, wenn ich ausrich, Steine nach. Ich erinnere mich noch an einen jungen Burschen, nach seinem Feldeisen und Kohlenbecken zu schließen, ein Kesselflecker, der ein Frauenzimmer bei sich hatte. Er stierte mich an und rief mir dann mit so fürchterlicher Stimme nach, zurückzukommen, dass ich stehen blieb und mich umsah. »Komm her, wenn man dich ruft«, sagte der Kesselflecker, »oder ich schlitze dir deinen jungen Bauch auf.« Ich hielt es für das Beste, umzukehren. Als ich näher kam und den Kesselflecker durch freundliche Blicke zu besänftigen suchte, bemerkte ich, dass das Weib ein blau geschlagenes Auge hatte. »Wo gehst du hin?«, fragte der Kesselflecker und packte mich mit seiner geschwärzten Hand an der Brust. »Ich gehe nach Dover.« »Wo kommst du her?«, fragte er weiter und packte mich noch fester. »Ich komme von London.« »Was hast du für ein Handwerk? Bist du ein Dieb?« »Nein«, sagte ich. »Nicht?« »Wenn du mit Ehrlichkeit bei mir prahlen willst«, sagte der Kesselflecker, »haue ich dir das Dach ein.« In seiner freien Hand machte er eine Bewegung, als wollte er mich niederschlagen und musterte mich dann vom Kopf bis zu den Füßen. »Hast du Geld für eine Kanne Bier bei dir? Wenn du's hast, heraus damit, bevor ich mir's hole.« Ich würde es gewiß herausgeholt haben, hätte ich nicht den Blick der Frau bemerkt, die hinter ihm kaum merklich den Kopf schüttelte und ihre Lippen zu einem Nein verzog. »Ich bin sehr arm«, sagte ich mit einem Versuch zu lächeln, »was soll das heißen?«, sagte der Kesselflecker und sah mich so scharf an, dass ich schon fürchtete, er sähe das Geld in meiner Tasche. »Herr«, stammelte ich, »was soll das heißen?«, sagte der Kesselflecker, »dass du meines Bruders Seitenhalsduch trägst. Her damit!« Und schon hatte er es mir vom Halse gerissen und es der Frau zugeworfen. Das Weib brach in ein Gelächter aus, als ob sie das für einen Spaß hielte und warf es mir wieder hin und nickte wieder und verzog ihre Lippen zu dem Worte, »fort«. »Ehe ich noch gehorchen konnte,« riß mir der Kesselflecker das Tuch mit solcher Gewalt aus der Hand, das sich zur Seite flog wie eine Feder. Dann wandte er sich mit einem Fluch zu der Frau und schlug sie zu Boden. »Ich sehe sie jetzt noch vor mir, wie sie rücklings auf die Steine hinstürzt und dort liegt, den Hut vom Kopf gerissen und das Haar ganz weiß vom Staub.« Wie ich mich aus der Ferne umschaue, sitzt sie am Straßenrand, wischt mit dem Zipfel ihres Schals das Blut aus dem Gesicht, während der Kesselflecker unbekümmert weitergeht. Dieses Abenteuer entsetzte mich so, dass ich später mich immer versteckte, wenn ich Leute solchen Schlags kommen sah und oft ein Stück zurücklaufen musste, was meine Reise sehr verlängerte. Aber in diesen und anderen Bedrängnissen auf meiner Wanderung hielt mich das Fantasiebild von meiner Tante und meiner Mutter aufrecht. Nie wich es von mir. Ich sah es zwischen den Hopfenstangen, als ich mich niederlegte. Es stand bei mir früh am Morgen und blieb bei mir den ganzen Tag. Es hat sich seitdem für immer mit der sonnig-hellen Straße von Canterbury und seinen alten Häusern und Toren und seiner alten grauen Kathedrale in meiner Seele verbunden. Als ich endlich auf die öden, weiten Dünen bei Dover kam, vergoldete es mir den einsamen Anblick der Gegend mit einem Hoffnungsstrahl, und erst, als ich das große Ziel meiner Reise erreicht und am sechsten Tag meiner Flucht wirklich den Fuß in die Stadt setzte, wich es von mir. Dann, seltsam genug, als ich mit zerrissenen Schuhen staubig, sonnenverbrannt und nur halb bekleidet in der so lang ersehnten Stadt stand, schien es wie ein Traumgesicht zu verschwinden und ließ mich hilflos und entmutigt allein. Ich erkundigte mich nach meiner Tante zuerst bei den Schiffern und erhielt die verschiedensten Auskünfte. Der eine sagte, sie wohne auf dem südlichen Leuchtturm und hätte sich dort im Backenbad verbrannt. Ein anderer, sie sei an der großen Beue, draußen vor dem Hafen angebunden, und man könne sie nur bei Stauwasser besuchen. Ein dritter, dass sie wegen Kindertiebstahl im Maidstone-Kerker eingesperrt sei. Ein vierter, sie sei während des letzten Sturms auf einem Besen nach Galle geritten. Die Droschkenkutscher, bei denen ich mich dann erkundigte, waren ebenso spaßig und wenig respektvoll, und die Ladeninhaber, denen mein Aussehen nicht gefiel, antworteten meistens, ohne überhaupt meine Frage anzuhören, sie hätten nichts für mich. Ich fühlte mich unglücklicher und entmutigter als jemals, seit ich fortgelaufen. Mein Geld war zu Ende, ich hatte nichts mehr zu verkaufen, war hungrig, durstig und erschöpft und schien meinem Ziele ferner zu sein als in London. Der Morgen war über meinem Nachfragen vergangen, und ich saß auf den Stufen vor einem leeren Laden an einer Straßenecke und ging mit mir zurate, ob ich nach den anderen Orten, die mir Peggotty beschrieben hatte, wandern sollte, als ein Droschkenkutscher vorbeifuhr und seine Pferdedecke verlor. Ich reichte sie ihm auf den Bock, und etwas Gutmütiges in dem Gesicht des Mannes ermutigte mich zu fragen, ob er nicht wisse, wo Miss Trotwood wohne. Ich hatte die Frage schon so oft gestellt, dass sie mir fast auf den Lippen erstarb. »Trotwood«, sagte er, »lass mal sehen. Ich kenne doch den Namen. »Alte Dame?« »Ja«, sagte ich, »ziemlich.« »Ziemlich steif im Rücken«, sagte er, und setzte sich sehr gerade. »Ja«, sagte ich, »ich glaube wohl. Trägt einen Strickbeutel, Strickbeutel mit viel Platz drin, ist mürrisch und fährt einen scharf an.« Ich ließ den Mut sinken, ob dieser Schilderung, die unzweifelhaft auf meine Tante passte. »Also hör mal«, sagte er, »wenn du dort hinaufgehst«, er wies mit seiner Peitsche nach dem Hügel, »und rechts hinauf gehst, bis zu ein paar Häusern am Meer, kannst du genaueres über sie erfahren. »Ich glaube nicht, dass sie etwas gibt.« »Da ist ein Penny für dich.« Ich nahm die Gabe dankbar an und kaufte mir Brot dafür. Ich aß es unterwegs und ging in der Richtung, bis ich an die Häuser kam. Ich trat in einen kleinen Laden und bat, ob man mir nicht so gut sein wollte, mir zu sagen, wo Miss Trotwood wohne. Ich wendete mich an einen Mann hinter dem Ladentisch, der eine Tüte Reis für ein Mädchen abwog, da drehte sich dieses um. »Meine Herrschaft, was willst du bei ihr?« »Ich möchte mit dir sprechen, bitte.« »Das heißt, du willst sie anbetteln«, entgegnete das Mädchen. »Nein«, sagte ich, »wahrhaftig nicht.« Dann fiel mir plötzlich ein, daß ich doch eigentlich zu keinem andern Zweck kam, schwieg verwirrt und fühlte, wie ich rot wurde. Die Zofe meiner Tante, denn das mußte sie wohl sein, legte den Reis in ein kleines Körbchen und verließ den Laden mit der Weisung, ich solle ihr folgen, wenn ich wissen wolle, wo Miss Trotwood wohne. Ich war so aufgeregt, dass mir die Knie schlotterten. Ich folgte dem jungen Mädchen, und wir kamen sehr bald zu einem sehr hübschen Häuschen mit entzückenden Bogenfenstern. Davor lag ein kleiner Garten voll Blumen, sorgfältig gepflegt und herrlich duftend. »Hier wohnt Miss Trotwood«, sagte das Mädchen, »jetzt weißt du's, weiter kann ich dir nichts sagen.« Mit diesen Worten eilte sie ins Haus, wie um die Verantwortlichkeit für mein Erscheinen abzuschütteln, und ließ mich am Gartentor stehen. Ich sah trostlos auf das Wohnzimmerfenster hin, wo ein halb zurückgezogener Musselinvorhang, ein großer, runder, grüner Schirm oder Fächer auf dem Fensterbrett, ein kleiner Tisch und ein Armstuhl mich ahnen ließen, dass meine Tante in diesem Augenblicke in großer Strenge dort saß. Meine Schuhe befanden sich in einem kläglichen Zustand, die Sohlen waren stückweise losgelöst, und das Oberleder, bald hier, bald dort geplatzt, hatte die Form eines Schuhs verloren. Mein Hut, der mir auch als Nachtmütze gedient, war so zerdrückt und verbogen, dass es jede alte, stiellose Pfanne auf einem Misthaufen erfolgreich mit ihm aufgenommen hätte. Mein Hemd und meine Hosen, schmutzig und fleckig von Hitze, Tau, Gras und dem kentischen Kalkboden, auf dem ich geschlafen und außerdem zerrissen, wären imstande gewesen, eine Vogelscheuche in meiner Tante Garten abzugeben. So stand ich in der Tür. Mein Haar hatte, seit ich London verlassen, weder Kamm noch Bürste gesehen, in Gesicht, an Hals und Händen hatten mich Luft und Sonne dunkelbraun gebrannt, von Kopf bis zu den Füßen mit Kalk und Staub weiß gepudert sah ich aus, als ob ich aus einem Kalkofen käme. In diesem Aufzug und meines Aussehens mir sehr wohl bewusst, sollte ich mich also meiner gestrengen Tante vorstellen. Die andauernde Ruhe hinter dem Wohnstubenfenster ließ mich schließen, dass sie nicht drinnen sei. Ich wendete meine Augen zu den Fenstern im ersten Stock und sah einen freundlich aussehenden Herrn mit blühendem Gesicht und grauem Haar, der auf komische Weise ein Auge zukniff, mir mehrere Male mit dem Kopf zunickte, mich anlachte und wieder verschwand. Ich war schon sowieso außer Fassung genug, aber dieses Benehmen raubte mir den letzten Rest von Mut. Ich stand eben im Begriff, mich wieder fortzuschleichen und mir zu überlegen, was am besten zu tun sei, als eine Dame, über ihre Mütze ein Taschentuch gebunden, mit Gartenhandschuhen, einer Gartenschürze und in der Hand ein großes Messer aus dem Hause trat. Ich erkannte in ihr sofort Miss Betsy nach der Art, wie sie aus dem Garten stelzte. Genauso war sie nach der Erzählung meiner Mutter auch in unserem Garten herumstolziert. »Fort«, rief Miss Betsy und schüttelte den Kopf und fuhr mit dem Messer durch die Luft, als ob sie ein Kotelett herausschneiden wollte. »Fort! Keine Jungen hier!« Ich sah ihr zu, das Herz auf der Zunge, wie sie in eine Ecke des Gartens ging und sich bückte, um etwas auszugraben. Dann, ohne einen Funken Mut in mir, aber mit desto mehr Verzweiflung, trat ich leise ein, stellte mich neben sie und berührte sie mit dem Finger. »Wenn Sie gestatten würden, Madam«, fing ich an. Sie fuhr zusammen und blickte auf. »Wenn Sie gestatten würde, Tante.« »Eh«, rief Miss Betsy mit einem Ton des Erstaunens aus, wie ich nie einen ähnlichen gehört hatte. »Wenn Sie gestatten würden, Tante. Ich bin Ihr Neffe.« »O Gott«, sagte meine Tante und setzte sich mitten im Gartenweg hin. »Ich bin David Copperfield aus Blunderstone in Suffolk, wo Sie an dem Abend, als ich geboren wurde, meine liebe Mutter besuchten. Ich bin seit Ihrem Tod sehr unglücklich gewesen. Man hat mich vernachlässigt und nichts gelehrt. Ich war auf mich selbst angewiesen und wurde zu einer Arbeit verwendet, die gar nicht für mich passte. Deswegen bin ich fortgelaufen zu Ihnen. Gleich am Anfang wurde ich beraubt und musste den ganzen Weg zu Fuß gehen und habe in keinem Bett geschlafen, seit ich auf der Reise bin. Hier war es mit meiner Fassung zu Ende, und mit einer Handbewegung, mit der ich ihre Aufmerksamkeit auf meinen zerlumpten Zustand lenken wollte, als Beweis, was ich gelitten, brach ich in ein bitterliches Weinen aus. Meine Tante, aus deren Gesicht jeder andere Ausdruck als Verwunderung gewichen war, saß mich groß anstarrend auf dem Kiesweg, bis ich zu weinen anfing. Dann stand sie in großer Hast auf, packte mich beim Kragen und schleppte mich in das Wohnzimmer. Ihr erstes war hier, einen hohen Schrank aufzuschließen, verschiedene Flaschen herauszunehmen und mir aus jeder etwas in den Mund zu gießen. Sie muss blind darauf losgegriffen haben, denn ich weiß gewiss, dass ich Aniswasser, Ankovissoße und Salatessig geschmeckt habe. Als ich selbst nach dem Genuss dieser Stärkungsmittel noch immer ganz außer Fassung war und von Schluchzen geschüttelt wurde, legte sie mich auf das Sofa, steckte mir einen Schal unter den Kopf, das Taschentuch von ihrem Kopf unter meine Füße, damit ich nicht den Überzug beschmutzen konnte, und setzte sich hinter den bereits erwähnten grünen Schirm. Ihr Gesicht konnte ich nicht sehen, ich hörte nur, wie sie von Zeit zu Zeit einige »Gott sei uns gnädig« wie Flintenschüsse hervorstieß. Nach einer Weile klingelte sie. »Janet«, sagte sie, als das Mädchen hereinkam, »geh hinauf, empfiehl mich Mr. Dick und sage ihm, ich möchte ihn gerne sprechen.« Janet machte erstaunte Augen, als sie mich ganz steif auf dem Sofa liegen sah, denn ich getraute, mich nicht eine Bewegung zu machen, um meine Tante nicht zu erzürnen, und ging dann hinaus, um ihren Auftrag auszuführen. Meine Tante marschierte die Hände auf dem Rücken im Zimmer auf und ab, bis der Herr, der mich aus dem oberen Fenster angezwinkert hatte, lachend hereintrat. »Mr. Dick«, sagte meine Tante, »seien Sie jetzt kein Narr. Niemand kann gescheiter sein als Sie, wenn Sie wollen. Also bitte, nur so vernünftig wie möglich.« Der Gentleman machte sogleich ein ernstes Gesicht und sah mich an, als wollte er mich bitten, nur ja nichts von der Szene vorhin am Fenster zu verraten. »Mr. Dick«, fuhr meine Tante fort, »Sie haben mich einmal David Copperfield erwähnen hören.« »Tun Sie jetzt nicht, als ob Sie kein Gedächtnis hätten, denn Sie und ich wissen das besser.« »David Copperfield«, sagte Mr. Dick, der sich meiner trotzdem nicht zu erinnern schien, »David Copperfield, ach ja, richtig, David, stimmt.« »Also«, sagte meine Tante, »dies ist sein Sohn. Er wäre seinem Vater so ähnlich wie möglich, wenn er nicht seiner Mutter so sehr gliche.« »Sein Sohn«, sagte Mr. Dick, »Davids Sohn. Wirklich?« »Ja«, fuhr meine Tante fort, »er hat hübsche Sachen angestellt. Er ist davongelaufen. Ach, seine Schwester, Betsy Trotwood, wäre nie davongelaufen.« Meine Tante schüttelte mit Entschiedenheit den Kopf voll Vertrauen auf den Charakter und das Betragen des Mädchens, das nie geboren worden war. »Oh, Sie glauben, Sie wäre nie davongelaufen«, sagte Mr. Dick. »Ach Gott, der Mann«, rief meine Tante ärgerlich, »was er wieder redet. Ich weiß doch, dass sie es nie getan haben würde. Sie würde mit ihrer Patin beisammen gewesen sein, und wir hätten einander sehr lieb gehabt. Von wo zum Kuckuck hätte seine Schwester Betsy Trotwood fortlaufen sollen, und wohin denn?« »Nirgends«, sagte Mr. Dick. »Nur also«, erwiderte meine Tante, durch die Antwort besänftigt. »Wie können Sie so zerstreut sein, Dick, wo Ihr Verstand so scharf ist wie die Lanzette eines Chirurgen?« »Jetzt sehen Sie hier den jungen David Copperfield, und die Frage, die ich Ihnen vorlege, ist, was soll ich mit ihm anfangen?« »Was Sie mit ihm anfangen sollen«, fragte Mr. Dick verlegen und kratzte sich hinter den Ohren. »Anfangen sollen«, »ja«, sagte meine Tante mit einem ernsten Blick und den Zeigefinger in die Höhe haltend. »Ich brauche einen vernünftigen Rat.« »Hm, wie wäre es«, sagte Mr. Dick nachdenklich und mich mit leerem Blick ansehend, »ich würde«. Mein Anblick schien ihm plötzlich einen Gedanken einzuflößen, und er ergänzte rasch, »ich würde ihn waschen.« »Janet«, sagte meine Tante und drehte sich mit einem stillen Triumph, den ich damals noch nicht verstand, um, »Mr. Dick hat immer recht. »Heize das Bad.« Obgleich ich das größte Interesse an dem Gespräch hatte, konnte ich mich doch nicht enthalten, während desselben meine Tante, Mr. Dick und Janet genau zu beobachten und mich im Zimmer umzusehen. Meine Tante war eine große Dame mit strengen Zügen, aber durchaus nicht bös aussehend. Es lag eine Unbeugsamkeit in ihrem Gesicht, in ihrer Stimme, ihrem Anzug und in ihrer Haltung, dass ich mir den Eindruck erklären konnte, den sie auf ein so sanftes Geschöpf wie meine Mutter gewesen gemacht hatte. Aber ihre Züge schienen eher hübsch als hässlich, wenn auch hart und streng, besonders fiel mir ihr lebhaftes, blitzendes Auge auf. Ihr Haar war schon ziemlich ergraut, war unter einer unter dem Kinn zusammengebundenen Art Nachtmütze in zwei gleiche Teile geteilt. Ihr Kleid, lavendelfarbig und äußerst sauber, war knapp geschnitten, als wünschte sie, so wenig wie möglich von ihm behindert zu sein. Es schien mir eigentlich ein Reitkleid zu sein, von dem man die Schleppe abgeschnitten hatte. Sie trug an der Seite eine goldene Herrenuhr, nach Form und Größe zu schließen, unter Kette und den Siegeln dran, um den Hals einen Leinenstreifen wie einen Hemdkragen und an den Handgelenken Dinger wie Manschetten. Mr. Dick hatte graues Haar und ein blühendes Gesicht, wie bereits erwähnt. Den Kopf trug er sonderbar gebeugt, aber nicht wegen des Alters, und seine großen Augen standen weit hervor und hatten einen eigentümlichen, wässerigen Glanz, was mich zusammen mit seinem zerstreuten Wesen, seiner Unterwürfigkeit gegen meine Tante und seiner kindischen Freude, wenn sie ihn lobte, auf den Gedanken brachte, er müsse ein wenig verrückt sein, obgleich ich mir dann nicht erklären konnte, wie er hierher kam. Er war ein schlichter Gentleman mit weitem grauen Morgenrock, Weste und weißen Hosen bekleidet, trug seine Uhr und sein Geld lose in der Tasche und klimperte damit, als ob er sehr stolz darauf wäre. Janet, ein hübsches, frisches Mädchen, etwa neunzehn oder zwanzig Jahre alt, schien ein wahres Muster von Nettigkeit zu sein. Später erfuhr ich, dass sie eine aus der Reihe der weiblichen Schützlinge war, die meine Tante nach und nach mit der Absicht in Dienst genommen, Männer fein dienen, aus ihnen zu machen, die aber am Schluss gewöhnlich Bäcker geheiratet hatten. Das Zimmer sah ebenso sauber aus wie Janet und meine Tante. Wenn ich nur einen Augenblick daran denke, rieche ich wieder die Seeluft, vermischt mit dem Dufte der Blumen, sehe die altmodischen und glänzend polierten Möbel meiner Tante, ihren geweihten Tisch und Stuhl, den großen, runden Schirm im Bogenfenster stehen, den mit Läufern bedeckten Teppich, die Katze, den Kesselständer, die zwei Kanarienvögel, die Punschbohle, gefüllt mit trockenen Rosenblättern, den hohen Schrank mit seinen Flaschen und Töpfen und wundervoll gegen alles abstechen, mein staubiges Ich auf dem Sofa. Janet war fortgegangen, um das Bad zu heizen, als zu meinem größten Schrecken meine Tante plötzlich ganz starr vor Entrüstung wurde und nach Luft schnappend aufschrie, »Janet, Esel!« Sofort kam Janet, die Treppe heraufgesprungen, als ob das Haus in Flammen stünde, stürzte auf einen kleinen Rasenfleck vor dem Haus hinaus und versuchte zwei von Damen gerittene Esel, die gewagt hatten, ihre Hufe auf den Rasen zu setzen, während meine Tante ihr auf dem Fuß folgte, den Zaum eines dritten Esels, auf dem ein Kind saß, ergriff, das Tier umdrehte, es zur Seite zog und dem unglücklichen Jungen, der den Esel geführt und die heilige Stelle zu entweihen, sich unterstanden hatte, eins hinter die Ohren gab. Bis heute weiß ich nicht, ob meine Tante ein Recht auf diesen Rasenfleck besaß, aber jedenfalls hatte sie sich in den Kopf gesetzt, und das genügte ihr. Es war in ihren Augen eine große Untat, die nach beständiger Ahndung verlangte, wenn ein Esel diesen jungfräulichen Fleck betrat. Mochte sie in welcher Beschäftigung immer begriffen und die Unterhaltung noch so interessant seien, der Anblick eines Esels gab dem Gang ihrer Gedanken sofort eine andere Richtung und unverzüglich stürzte sie auf ihn los. Krüge voll Wasser und Töpfe standen an den geheimen Plätzen bereit, um die Führer der Esel zu begießen, Stöcke lauerten hinter den Türen, Ausfälle wurden zu allen Stunden gemacht, und ununterbrochen wütete der Krieg. Vielleicht war das alles eine angenehme Unterhaltung für die Jungen, und wahrscheinlich machte es den Klügeren unter den Eseln, die die Sache durchschauten, in der ihnen eigenen Hartnäckigkeit eine besondere Freude, gerade deshalb diesen Weg zu betreten. Dreimal, ehe das Bad fertig war, wurde Lärm geschlagen, und beim letzten und verzweifeltsten geriet meine Tante in ein Gefecht mit einem fünfzehnjährigen Burschen mit sandgelbem Haar, den sie mit dem Kopf an die Gartentür stoßen musste, ehe er zu begreifen schien, worum es sich handelte. Diese Unterbrechungen kamen mir umso lächerlicher vor, als sie mir gerade Fleischbrühe einflößte. Sie hatte sich offenbar eingeredet, ich stünde dicht vor dem Hungertode und dürfte anfangs nur in kleinen Quantitäten Nahrung zu mir nehmen. In Erwartung des Löffels hielt ich noch den Mund offen, da legte sie das Besteck auf den Teller, rief »Janet, Esel« und eilte hinaus zum Kampfe. Das Bad war eine wahre Erquickung für mich. Das Schlafen im Freien hatte mir Gliederschmerzen gemacht, und ich fühlte mich so matt, dass ich kaum fünf Minuten hintereinander wach bleiben konnte. Als ich mich gebadet, zog ich, das heißt, sie zogen mir, nämlich meine Tante und Janet, ein Hemd und ein paar Hosen Mr. Dix an und wickelte mich in zwei oder drei große Schals. Ich sah wie ein Paket aus, und es war mir schrecklich heiß. Da mich überdies ein Gefühl von Mattigkeit und Schläfrigkeit überwältigte, schlummerte ich bald auf dem Sofa ein. Vielleicht träumte ich wieder von dem Bilde. Ich erwachte mit der Vorstellung, dass meine Tante sich über mich gebeugt, mir das Haar aus dem Gesicht gestrichen, meinen Kopf bequemer gelegt und mich dann lange betrachtet hätte. Die Worte »hübscher Junge« oder »armer Junge« schienen mir auch noch in den Ohren zu klingen, aber sonst war bei meinem Erwachen nichts da, das mich hätte glauben machen können, meine Tante hätte gesprochen, denn sie saß unbeweglich am Bogenfenster und blickte hinter dem grünen Schirm hervor aufs Meer hinaus. Wir aßen, bald nachdem ich erwacht war, zu Mittag. Ein gebratenes Huhn und ein Pudding kamen auf den Tisch. Ich selbst sah auch aus wie ein tranchierter Vogel und konnte meine Arme nur mit großer Schwierigkeit bewegen, aber da meine Tante mich selbst eingewickelt hatte, durfte ich mich doch nicht beklagen. Die ganze Zeit überlag es mir sehr, am Herzen zu erfahren, was sie mit mir anzufangen gedenke, aber sie nahm ihre Mahlzeiten tiefstem Schweigen ein, nur manchmal sah sie mich an und rief aus, Gott erbarme sich unser, und es war nicht geeignet, meine Besorgnisse zu verscheuchen. Nachdem das Tischtuch entfernt war, kam Sherry, und ich erhielt auch ein Glas. Meine Tante schickte wieder nach Mr. Dick, der uns dann Gesellschaft leistete und so klug dreinsah, wie er nur konnte, als sie ihn aufforderte, meiner Geschichte zuzuhören, die sie durch eine Reihe von Fragen aus mir herauslockte. Während meiner Erzählung wandte sie kein Auge von Mr. Dick, der, wie ich glaube, sonst eingeschlafen wäre. Wenn er sich verleiten ließ, zu lächeln, wies ihn ein Stirnrunzel meiner Tante in seine Schranken zurück. »Was nur dem armen, unglücklichen Baby eingefallen sein muss, dass sie noch einmal heiratete,« sagte meine Tante, als ich fertig war. »Ich kann es nicht begreifen.« »Vielleicht hat sie sich in ihren zweiten Mann verliebt,« meinte Mr. Dick. »Verliebt,« wiederholte meine Tante, »was reden Sie da? Zu welchem Zweck?« »Vielleicht«, simpelte Mr. Dick, nachdem er ein wenig nachgedacht, »vielleicht hat sie es zu ihrem Vergnügen.« »Zu ihrem Vergnügen?« »Natürlich.« »Ein Mordsvergnügen für das arme Baby, ihr schlichtes Herz einem Schweinehund zu schenken, der sie in jeder Art enttäuschte. Was hat sie sich eigentlich dabei gedacht, möchte ich gern wissen. Sie hatte doch schon einen Mann gehabt. Hatte David Copperfield begraben, der von Kindheit an Wachspuppen nachlief. Besaß ein Kind. Was brauchte sie mehr?« Mr. Dick schüttelte geheimnisvoll den Kopf, als könne er sich über diesen Punkt nicht klar werden. »Sie brachte es nicht einmal fertig, ein Kind zu kriegen wie andere Leute«, sagte meine Tante. »Wo ist dieses Kindesschwester?« »Betsy Trotwood geblieben.« »Kam einfach nicht.« »Reden Sie nichts.« Mr. Dick schien ganz erschrocken zu sein. Der kleine Doktor mit dem seitwärts geneigten Kopf, »Jellips« oder wie er sonst so hieß. Wozu war er denn da? Er konnte nichts als wie ein Rotkehlchen, das er übrigens ist, sagen, »es ist ein Knabe.« »Ein Knabe.« »Ha, über die Dummheit dieses ganzen Geschlechts.« Über die Heftigkeit dieses Ausrufs erschrak Mr. Dick außerordentlich, und, wenn ich die Wahrheit sagen soll, ich ebenfalls. »Und dann noch nicht genug damit, als ob sie dieses Kindesschwester Betsy Trotwood noch nicht genügend im Licht gestanden hätte,« sagte meine Tante, »Heiratet sie zum zweiten Mal, geht hin und heiratet einen Mörder« oder so etwas dergleichen und steht diesem Kinde auch noch im Licht. Die natürliche Folge ist, was jeder, bloß ein Baby, nicht hätte voraussehen können, dass der Junge herumfagabundiert. Er ist, noch bevor er aufwächst, einem kein so ähnlich wie möglich.« Mr. Dick sah mich hart an. »Und dann ist das Frauenzimmer mit dem heidnischen Namen da,« sagte meine Tante, »die muss natürlich auch heiraten, weil sie noch nicht genug von dem Unglück gesehen hat, dass bei so etwas herauskommen muss. Sie heiratet auch, wie das Kind erzählt.« »Ich hoffe bloß«, meine Tante schüttelte den Kopf, »dass ihr Gatte einer von der Prügelsorte ist, von denen man immer in der Zeitung liest und sie ordentlich verhaut.« Das konnte ich von meiner alten Kindfrau nicht mit anhören und versicherte meiner Tante, dass sie sich bestimmt irre, Pegody sei die beste, treueste, hingebendste und aufopferndste Freundin und Tinerin von der Welt. Ich sagte, »ich sagte, dass sie immer mich und meine Mutter von Herzen geliebt, meiner Mutter sterbendes Haupt gestützt habe, und dass meine Mutter ihren letzten dankbaren Kuss auf ihr Gesicht drückte. Und da mich die Erinnerung an die beiden so sehr erschütterte, konnte ich nicht ausreden und erzählen, wie Pegottis Haus auch mein Haus sei, dass alles, was sie besäße, mein sei, und dass ich nur mit Rücksicht auf ihre bescheidene Stellung und aus Furcht ihr Ungelegenheit zu machen, nicht bei ihr Schutz gesucht habe. Tränen erstickten meine Stimme, und ich legte mein Gesicht auf den Tisch. »Schon gut, schon gut«, sagte meine Tante, »das Kind hat ganz recht, wenn es zu denen hält, die ihm beigestanden haben.« »Janet, Esel!« »Ich bin überzeugt, ohne das Dazwischentreten dieser unglücklichen Esel wären wir jetzt zu einer Aussprache gekommen, denn meine Tante hatte mir die Hand auf die Schultern gelegt, und ich war eben im Begriffe, dadurch ermutigt, sie zu umarmen und ihren Schutz anzuflehen. Aber die Unterbrechung und die Aufregung, in die sie durch den Kampf draußen geriet, machten vorderhand allen sanfteren Gefühlen ein Ende und veranlassten meine Tante, sich in höchster Entrüstung gegen Mr. Dick, über ihren Entschluss auszulassen, bei den Landesgesetzen Hilfe zu suchen und sämtliche Eselseigentümer von Dover zu verklagen.« Nach dem Tee setzten wir uns ans Fenster, wie ich aus dem gespannten Gesicht meiner Tante schloss, um auf neue Eindringlinge zu lauern. Dann, als es dämmerig wurde, brachte Janet Lichter und ein Pochbrett und ließ die Vorhänge herunter. »Jetzt, Mr. Dick«, sagte meine Tante mit ernstem Blick und emporgehobenem Zeigefinger, »will ich Ihnen eine andere Frage vorlegen. Sehen Sie das Kind an?« »David, Sohn?« fragte Mr. Dick mit aufmerksamem und bestürztem Gesicht. »Ganz richtig«, entgegnete meine Tante, »David, Sohn.« »Was würden Sie jetzt mit ihm machen?« »Mit Davids Sohn machen?« fragte Mr. Dick. »Ja«, erwiderte meine Tante, »mit Davids Sohn.« »Oh«, sagte Mr. Dick, »ja, mit ihm machen. Ich würde ihn zu Bett bringen.« »Janet«, rief meine Tante mit derselben triumphierenden Miene, die ich schon einmal an ihr entdeckt hatte, »Mr. Dick rät uns immer das Beste. Wenn das Bett fertig ist, wollen wir David hinaufbringen.« Auf Janets Äußerung, dass alles bereit sei, wurde ich hinaufgeführt, freundlich, aber wie eine Art Gefangener. Meine Tante ging voraus, und Janet beschloss den Zug. Der einzige Umstand, der mir Hoffnung einflößte, war, dass Janet auf die Frage meiner Tante, woher plötzlich so ein brandiger Geruch komme, antwortete, sie habe unten in der Küche aus meinem Hemd zunder gebrannt. Überdies lagen in meinem Zimmer sonst keine Kleider, außer den verrückten Sachen, in die man mich eingewickelt hatte. Als man mich mit einer kleinen Kerze, die, wie mir meine Tante sagte, genau fünf Minuten brennen würde und nicht länger, allein gelassen, hörte ich, wie sie draußen die Tür zuschlossen. Ich dachte darüber nach und kam zu dem Schluss, dass meine Tante mich wahrscheinlich im Verdacht hatte, seine üble Gewohnheit von mir davonzulaufen und dagegen Vorkehrungen traf. Das Zimmer, außerordentlich freundlich, lag oben im Hause mit der Aussicht auf das Meer hinaus, auf das der Mond jetzt glänzend schien. Ich sagte mein Nachtgebet her und blieb, als die Kerze ausgebrannt war, noch sitzen und blickte auf das mondbeschienene Wasser hin, als könnte ich darin mein Schicksal lesen oder meine Mutter mit ihrem Kind auf den Lichtstrahlen vom Himmel herabsteigen und mich mit ihrem lieblichen Antlitz wie einst anblicken sehen. Das feierliche Gefühl wich allmählich einer Empfindung der Dankbarkeit und der Ruhe, die mir der Anblick des weißverhangenen Bettes und vielmehr noch die Rast in dem weißen Pfühl mit den schneeweißen Leinen einflößte. Ende des dreizehnten Kapitel Vierzehntes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Vierzehntes Kapitel Meine Tante kommt zu einem Entschluss über mich Als ich früh herunterkam, saß meine Tante in so tiefen Sinnen am Frühstückstisch, die Ellbogen auf das Teebrett gestützt, dass sie gar nicht bemerkte, dass der Teekessel übergelaufen war und das ganze Tischtuch unter Wasser gesetzt hatte. Bei meinem Erscheinen kam sie wieder zu sich. Überzeugt, dass sie meinetwegen nachgedacht habe, wünschte ich nichts Sehnlicher, als zu wissen, was sie mit mir vorhatte. Doch ich wagte nicht zu fragen, aus Angst, sie zu beleidigen. Meine Augen jedoch, die ich nicht so im Zaume halten konnte wie meine Zunge, fühlten sich während des Frühstücks sehr oft zu meiner Tante hingezogen. Ich konnte sie kaum ein paar Augenblicke hintereinander ansehen, ohne dass sie mich nicht ebenfalls anblickte, und zwar in einer seltsamen, nachdenklichen Art, als ob ich in unendlich weiter Ferne säße und nicht an der anderen Seite des kleinen, runden Tisches. Als sie mit dem Frühstück fertig war, lehnte sie sich sehr gedankenvoll in ihren Stuhl zurück, zog die Brauen zusammen, verschränkte die Arme und betrachtete mich mit so unablässiger Aufmerksamkeit, dass ich vor Verlegenheit mir gar nicht mehr zu helfen wusste. Ich war mit meinem Frühstück noch nicht zu Ende und versuchte, durch Essen meine Verlegenheit zu verbergen. Aber mein Messer stolperte über die Gabel, die Gabel warf das Messer um, ich schnellte ein Stückchen Schinken in überraschende Höhe in die Luft dem Poren, statt es zurechtzuschneiden, und der Tee kam mir so oft in die unrechte Kehle, dass ich es zuletzt ganz aufgab und der röten Stil saß und mich mustern ließ. »Hallo«, sagte meine Tante nach langer Zeit. Ich blickte auf und begegnete mit eher erbietiger Miene ihren scharfen, glänzenden Augen. »Ich habe an ihn geschrieben«, sagte meine Tante. »An?« »An deinen Stiefvater«, sagte meine Tante. »Ich habe ihm einen Brief geschrieben, er möge hierher kommen, oder er bekäme es mit mir zu tun.« »Weiß er, wo ich bin, Tante?« fragte ich sehr beunruhigt. »Ich habe es ihm geschrieben«, nickte meine Tante. »Wird er...« »Soll er...« »Nimmt er mich wieder mit?« »Wir stört er dich.« »Ich weiß nicht, was er tun wird«, sagte meine Tante. »Wir werden sehen.« »Ach, ich darf gar nicht daran denken«, rief ich aus. »Ich weiß nicht, was ich anfangen soll, wenn ich wieder zu Mr. Murdstone zurückkehren muss.« »Ich auch nicht«, sagte meine Tante und schüttelte den Kopf. »Ich weiß es auch nicht.« »Wir werden sehen.« All mein Mut verließ mich bei diesen Worten, und ich wurde ganz niedergeschlagen und schweren Herzens. Ohne anscheinend darauf zu achten, band sich meine Tante eine große Schürze vor, die sie aus dem Schrank nahm, wusch die Teetassen eigenhändig aus, stellte sie dann auf das Teebrett, faltete das Tischtuch zusammen und klingelte Janet. Dann zog sie ein paar Handschuhe an, kehrte mit einem kleinen Besen die letzten Krumen weg, bis auch kein mikroskopisches Fleckchen mehr auf dem Tisch zu sehen war, staubte ab und ordnete das Zimmer auf das sorgfältigste. Als alles zu ihrer Zufriedenheit erledigt schien, legte sie Handschuhe und Schürze wieder ab, faltete sie zusammen, legte sie an ihren Platz im Schranke, stellte ihr Arbeitskörbchen auf den Tisch am offenen Fenster und setzte sich nieder, den grünen Schirm zwischen sich und das Licht gerückt. »Du könntest hinaufgehen«, sagte sie, als sie dann ihre Nadel einfädelte, »mich Mr. Dick empfehlen und ihn fragen, wie er mit seiner Denkschrift vorwärtskommt.« Ich sprang auf, um den Auftrag auszuführen. »Ich vermute«, sagte meine Tante und sah mich so scharf an wie vorhin die Nadel beim Einfädeln, »du denkst dir, Mr. Dick ist dein Kind.« Er kam mir gestern Abend ein wenig kurz vor, gestand ich. »Du brauchst nicht zu glauben, dass er keinen Längeren zur Verfügung hätte, wenn er wollte«, sagte meine Tante in deiner großartigen Gäste. »Bebley, Mr. Richard Bebley, ist dieses Gentleman's wirklicher Name. Ich wollte im Bewusstsein meiner Jugend und um die Respektlosigkeit, deren ich mich schuldig gemacht zu haben glaubte, wieder gut zu machen, eben bescheiden bemerken, dass ich Mr. Dick von jetzt an seinen vollen Namen wolle zukommen lassen, als meine Tante fortfuhr. Aber nenne ihn beileibe nicht so, er kann den Namen nicht ausstehen. Das ist eine seiner Eigenheiten. Es ist bei Licht betrachtet vielleicht nichts Sonderbares dabei. Verwandte, die denselben Namen tragen, haben ihn schlecht behandelt, sodass ein tödlicher Wiederwille wohl gerechtfertigt erscheint. »Also nimm dich in Acht, Kind, dass du ihn nicht anders als Mr. Dick nennst.« Ich versprach es und ging mit meiner Botschaft hinauf. Unterwegs dachte ich, Mr. Dick müsse wohl mit seiner Denkschrift gut vorwärtskommen, wenn er immer so eifrig an ihr arbeitete, wie ich es heute früh beim Vorbeigehen durch die offene Tür gesehen. Bei meinem Eintritt schrieb er immer noch höchst eifrig, und sein Kopf lag fast auf dem Papier. Er war so in seine Arbeit vertieft, dass ich Zeit genug hatte, mir einen großen Papierdrachen in einer Ecke, eine Menge beschriebenes Papier in Bündeln und vor allem die in Dutzenden herumstehenden dicken Tintenkrüge anzusehen, ehe er meiner gewahr wurde. »Ha, Phöbus«, sagte er dann, die Feder weglegend, »wie geht's in der Welt?« »Ich will dir etwas sagen«, setzte er leiser hinzu, »aber du musst es für dich behalten.« Er winkte mir und legte seine Lippen dicht an mein Ohr. »Es ist eine verrückte Welt, verrückt wie ein Irrenhaus, mein Sohn.« Dann nahm er eine Prise aus einer großen, runden Tabaksdose, die auf dem Tische stand, und lachte herzlich. Ohne mir eine Meinungsäußerung zu erlauben, richtete ich meinen Auftrag aus. »Gut«, antwortete Mr. Dick, »bitte ebenfalls meine Empfehlungen, und ich... Ich hätte einen tüchtigen Ansatz gemacht.« Er fuhr mit der Hand durch sein graues Haar und warf einen keineswegs zuversichtlichen Blick auf das Manuskript. »Hast du die Schule besucht?« »Ja, Sir«, erwiderte ich, »kurze Zeit.« »Kannst du dich an das Datum erinnern?«, fragte Mr. Dick, sah mich ernst an und nahm eine Feder, um meine Antwort aufzuschreiben, wann König Karl I. enthauptet wurde. »Ich sagte, ich glaubte, es sei das Jahr 1649 gewesen.« »Hm«, entgegnete Mr. Dick, indem er sich mit der Feder hinter dem Ohre kratzte und mich voll Zweifel ansah, »das sagen die Bücher. Aber ich sehe nicht ein, wie das stimmen kann. Wenn das so lange her ist, warum haben da die Leute das Versehen begangen, ein paar Sorgen aus seinem Kopf, nachdem sie ihn abgeschnitten, in meinen zu stecken?« Ich war sehr verblüfft, durch diese Frage konnte aber keine Antwort finden. »Es ist sehr seltsam«, meinte Mr. Dick mit einem verzagten Blick auf seine Papiere und sich wieder mit der Hand durch die Haare fahrend, »dass ich nie damit ins Reine kommen kann.« »Aber schadet nichts, schadet nichts«, sagte er vergnügt und wieder mutfassend, »ich habe ja Zeit genug.« »Meine Empfehlungen an Miss Trotwood, und ich käme recht gut vorwärts.« Ich wollte hinausgehen, als er meine Aufmerksamkeit auf den Drachen lenkte. »Was sagst du zu diesen Drachen?« fragte er. »Ich antwortete, er sei sehr schön, man sollte meinen, er müsste sieben Fuß hoch sein.« »Ich habe ihn selbst gemacht, wir wollen ihn mal zusammensteigen lassen.« »Schau einmal her«, er zeigte mir, dass der Drache über und über beschrieben war, und zwar so deutlich, wenn auch in kleinster Schrift, »dass ich beim Überfliegen der Zeilen an ein paar Stellen Anspielungen auf König Karls des ersten Kopf zu lesen glaubte.« »Die Schnur ist sehr lang«, sagte Mr. Dick, »und wenn er hochfliegt, nimmt er die Tatsachen weit fort.« »Das ist so meine Art, sie zu verbreiten.« »Ich weiß nicht, wo sie niederfallen, das hängt von den Umständen und vom Winde ab, aber ich treffe meine Vorkehrungen danach.« Sein gesundes und frisches Gesicht war so sanft und freundlich und hatte etwas so ehrwürdiges an sich, dass ich vermutete, er treibe einen fröhlichen Scherz mit mir. Daher lachte ich, und er lachte auch, und wir schieden als die besten Freunde. »Nun, Kind«, fragte meine Tante, als ich die Treppen herunterkam, »was ist's mit Mr. Dick heute Morgen?« Ich richtete ihr aus, dass er sich empfehlen lasse und recht gute Fortschritte mache. »Was hältst du von ihm?«, forschte meine Tante. Ich wollte der Frage dadurch ausweichen, dass ich sagte, er sei ein sehr gewinnender Gentleman. Aber meine Tante ließ sich nicht so leicht abfertigen. Sie legte ihre Arbeit in den Schoß, verschränkte die Arme und sagte, »Schau, deine Schwester Betsy Trotwood würde mir ohne Ausflüchte gesagt haben, was sie denkt. Sei doch deiner Schwester ähnlich und sprich ganz offen.« »Ist er...« »Ist Mr. Dick...« »Ich frage, weil ich es nicht wissen kann, Tante.« »Ist er nicht recht bei Sinnen?«, stotterte ich, denn ich fühlte, dass ich mich auf einem gefährlichen Gebiet bewegte. »Oh, durchaus nicht«, sagte meine Tante. »Oh, wirklich«, bemerkte ich schüchtern. »Wenn es irgendjemand in der Welt nicht ist,« sagte meine Tante mit großer Entschiedenheit, »so ist es, Mr. Dick.« »Ich wusste nichts Besseres zu erwidern, als abermals ein Schüchternes.« »Man hat wohl behauptet, er sei verrückt«, sagte meine Tante. »Mir macht es ein besonderes Vergnügen, dass das geschehen ist, denn sonst hätte ich nicht die Freude seiner Gesellschaft und seines Rates genossen seit den letzten zehn Jahren oder so, kurz, seit deine Schwester Betsy Trotwood mich im Stiche gelassen hat.« »Solange schon«, sagte ich, »und nette Leute waren es, die die Frechheit besessen haben, ihn für verrückt zu erklären«, fuhr meine Tante fort. »Mr. Dick ist eine Art entfernter Verwandter von mir, es ist gleichgültig, in welchem Grade. Wäre ich nicht dazwischengetreten, so hätte ihn sein eigener Bruder zeitlebens eingesperrt.« So steht die Sache. Ich fürchte, es war heuchlerisch von mir, dass ich ein teilnehmendes Gesicht machte, aber ich tat es, weil meiner Tante die Sache offenbar sehr zu Herzen ging. Ein hochmütiger Narr, dieser Bruder, weil Mr. Dick ein bisschen eigentümlich ist, noch lange nicht so eigentümlich wie viele andere Leute, mag er ihn nicht um sich sehen und schickte ihn in ein Privatirrenhaus, »trotzdem er ihm von seinem Vater, der ihn auch für närrisch schielt, auf dem Totenbett ausdrücklich zur Pflege auf die Seele gebunden worden war.« Muss auch ein weiser Mann gewesen sein, der Vater, offenbar selber verrückt. Da meine Tante sehr überzeugt dranschaute, bemühte ich mich, ein gleiches Gesicht zu machen. Darum mischte ich mich hinein, fuhr meine Tante fort und machte ihm ein Anerbieten. Ich sagte, »Ihr Bruder ist vernünftig, hoffentlich viel vernünftiger, als Sie sind oder jemals sein werden. Geben Sie ihm sein kleines Einkommen, dann mag er zu mir ziehen. Ich schäme mich seiner nicht, ich bin hoch nicht hochmütig und nehme ihn gern unter meine Obhut. Ich werde ihn auch nicht misshandeln, wie es gewisse Leute getan haben. Nach einer langen Balgerei bekam ich ihn, und seitdem ist er hier. Er ist das freundlichste und gefühligste Wesen, das es gibt, und was für ein Ratgeber, aber niemand außer mir kennt seine Befähigung.« Er hatte eine Lieblingsschwester, fuhr sie fort, ein sanftes Geschöpf, die sehr gut zu ihm war, aber sie tat, was sie eben alle tun, sie nahm einen Mann, und der Mann tat, was sie alle tun, er machte sie unglücklich. Das brachte auf Mr. Dick einen derartigen Eindruck hervor, dass er, die Furcht vor seinem Bruder und das Gefühl, immer unfreundlich behandelt zu werden, kam noch dazu, in ein heftiges Fieber verfiel. Das geschah, bevor er hierher zog. »Aber die Erinnerung daran bedrückt ihn immer noch.« »Sagte er dir etwas über König Karl, den ersten Kind?« »Ja, Tante.« »Ach«, sagte meine Tante und rieb sich ein wenig verlegen die Nase, »das ist nur so eine allegorische Art von ihm, sich auszudrücken. Seine Krankheit erinnert ihn natürlich an große Aufregungen und Wirrsale, und darum wählt er dieses Bild oder Gleichnis. Warum sollte er auch nicht, wenn er es für gut findet?« »Gewiss, Tante.« »Es ist keine allgemein übliche Ausdrucksweise«, fuhr meine Tante fort, ich weiß das recht wohl, »und deshalb bestehe ich auch darauf, dass kein Wort davon in seine Denkschrift kommen darf.« »Handelt seine Denkschrift von seiner eigenen Lebensgeschichte, Tante?« »Ja, mein Kind«, meine Tante rieb sich weiter die Nase. »Er verfasste eine Bittschrift an den Lord-Kanzler oder den Lord-Dingskirchen, jedenfalls an einen der Männer, die bezahlt werden, um Denkschriften entgegenzunehmen.« »Ich glaube, er wird nächstens damit fertig sein. Bis jetzt hat er immer wieder sein Gleichnis hineingebracht. Aber das schadet nichts. Er hat wenigstens eine Beschäftigung.« Tatsächlich fand ich später heraus, dass Mr. Dickschich schon länger als zehn Jahre bemüht hatte, König Karl I. aus der Denkschrift fernzuhalten, aber diese fixe Idee war beständig wieder hineingeraten und befand sich auch jetzt wieder darin. »Ich sage noch einmal, niemand außer mir kennt dieses Mannes Begabung, und er ist das umgänglichste und freundlichste Geschöpf von der Welt. Wenn er manchmal einen Drachen steigen lässt, was tut das? Franklin ließ auch Drachen steigen, und er war Quäker oder so etwas Ähnliches, wenn ich nicht irre, und wenn ein Quäker einen Drachen steigen lässt, ist das noch viel lächerlicherer, als wenn es ein anderer Mensch tut.« Wenn ich hätte annehmen können, dass meine Tante mir diese Einzelheiten als eine Beweise des Vertrauens erzählte, würde ich mich sehr ausgezeichnet gefühlt und auf meine Zukunft sehr günstig geschlossen zu haben, aber leider entging es mir nicht, dass sie nur so viel sprach, um sich selbst zu beruhigen. Ihre Großmut gegenüber dem armen, harmlosen Mr. Dick jedoch erfüllte mein junges Herz nicht nur mit Hoffnung, sondern zog es auch zu ihr hin. Ich begann zu begreifen, dass meine Tante bei all ihren Wunderlichkeiten und Launen Eigenschaften besaß, die man sehr hoch anschlagen musste. Sie war heute gerade so schroff wie gestern, machte wieder Ausfälle auf die Esel und geriet in fürchterliche Entrüstung, als ein junger Bursche im Vorbeigehen Janet ansah, eines der ernstesten Vergehen, deren man sich in den Augen meiner Tante schuldig machen konnte, aber sie schien mir mehr Ehrfurcht und weniger Angst einzuflößen. Meine Furcht in der Zwischenzeit, die bis zum Eintreffen einer Antwort von Mr. Murdstone verlaufen musste, war außerordentlich, Aber ich versuchte, mich zu beherrschen und mich auf stille Art meiner Tante und Mr. Dick so angenehm wie nur möglich zu machen. Er und ich hätten gern den großen Drachen steigen lassen, aber ich besaß keine anderen Kleider als diejenigen, die man mich am ersten Tage meines Hierseins eingehüllt hatte und die mich beständig an das Haus fesselten, außer eine Stunde nach Dunkelwerden, wo meine Tante mit mir aus Gesundheitsrücksichten auf der Klippe draußen spazieren ging. Endlich traf die Antwort Mr. Murdstones ein, und meine Tante teilte mir zu meinem größten Schrecken mit, dass er morgen selbst kommen werde. Am nächsten Tag saß ich, immer noch in meine sonderbare Bekleidung gehüllt, herum und zählte die Minuten aufgeregt, in sinkender Hoffnung und immer mehr steigernder Angst und jede Sekunde gewärtigt, von dem Anblick des finsteren Gesichtes meines Stiefvaters erschreckt zu werden. Meine Tante sah noch gebieterischer und strenger drein als gewöhnlich, sonst aber konnte ich nicht bemerken, dass es sich auf den Empfang des von mir so geflüchteten Besuches irgendwie vorbereitete. Bis ziemlich spät am Nachmittag saß sie im Fenster und arbeitete und ich neben ihr, mir in Gedanken alle möglichen und unmöglichen Resultate von Mr. Murdstones Besuch ausmalend. Unser Mittagessen war auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben worden, aber es wurde so spät, dass eben gedeckt werden sollte, als meine Tante den plötzlichen Alarmruf »Esel« ausstieß und ich zu meiner Bestürzung Miss Murdstone kaltblütig über den heiligen Rasenfleck reiten und vor dem Haus erhalten sah. »Marsch fort«, schrie meine Tante und drohte mit der Faust am Fenster, »Sie haben da nichts zu suchen. Wie können Sie sich unterstehen, meinen Rasenfleck zu betreten? Marsch fort! Sieh den da mit dem frechen Gesicht!« Meine Tante war so erbost über die Kaltblütigkeit, mit der Miss Murdstone um sich schaute, dass sie nicht imstande war, ein Glied zu rühren und nach ihrer Gewohnheit hinauszustürzen. Ich benutzte die Gelegenheit, um mir zu sagen, wer es sei, und dass der Herr, der jetzt nachkam, Mr. Murdstone selbst wäre. »Kümmert mich wenig, wer's ist«, rief meine Tante und schüttelte immer noch den Kopf und schnitt nichts weniger als freundliche Gesichter hinter dem Bogenfenster. »Es wird hier nicht herumgeritten! Ich erlaube es nicht!« »Marsch, fort!« »Janet, dreh ihn herum! Führ ihn fort!« Ich lugte hinter meiner Tante hervor und gewahrte eine wahre Schlachtszene. Der Esel, die vier Füße fest in den Boden gestemmt, widerstand hartnäckig jedermanns Bemühungen. Janet versuchte, ihn mit dem Zaum aus der Richtung zu bringen, Mr. Murdstone ihn anzutreiben, Miss Murdstone schlug mit dem Sonnenschirm auf Janet los, und mehrere Jungen, die als Zuschauer herbeigeallt waren, jauchzten vor Lust. Als meine Tante unter ihnen plötzlich den jungen Verbrecher erspähte, unter dessen Obhut der Esel stand und der einer ihrer hartnäckigsten Feinde war, stürzte sie hinaus, fiel über ihn her, fing ihn ein und schleppte ihn in den Garten, dass er, die Jacke über den Kopf gezogen, mit seinen Absätzen furchen in den Erdboden pflügte. Dort hielt sie ihn fest und befahl ihn, scheinend die Polizei und die Richter zu holen, damit er auf der Stelle verhört und abgeurteilt werde. Ihre Freude dauerte jedoch nicht lange. Der junge Bösewicht, in allerlei Listen und Ränken erfahren, von denen meine Tante keine Ahnung hatte, riss sich geschickt los und suchte johlend das Weite, in den Blumenbeeten tiefe Spuren seiner benagelten Schuhe zurücklassend und den Esel im Triumph mit sich nehmend. Miss Murdstone war gegen Ende des Kampfes abgestiegen und wartete jetzt mit ihrem Bruder vor der Haustür, bis es meiner Tante gefällig wäre, sie zu empfangen. Meine Tante, durch die Schlacht ein wenig aufgeregt, ging mit großer Würde an ihnen vorbei ins Haus und nahm von beiden keine Notiz, bis sie von Janet angemeldet wurden. »Soll ich hinausgehen, Tante?« fragte ich zitternd. »Nein, mein Kind, gewiss nicht.« Und damit schob sie mich in eine Ecke neben sich und stellte einen Stuhl davor, dass es aussah wie eine Gerichtsschranke. In dieser Ecke blieb ich während der ganzen Unterredung, und von hier aus sah ich jetzt Mr. und Miss Murdstone in das Zimmer treten. »Oh«, nahm meine Tante das Wort, »ich wusste anfangs nicht, gegen wen ich das Vergnügen hatte, einzuschreiten, aber ich erlaube niemand, über diesen Rasenfleck zu reiten. Ich mache keine Ausnahme, ich gestatte es niemand.« »Ihre Maßnahme ist etwas beschwerlich für Fremde«, entgegnete Miss Murdstone. »Wirklich?« bemerkte meine Tante. Mr. Murdstone schien eine Erneuerung der Feindseligkeiten zu befürchten und sagte vermittelnd, »Miss Trotwood.« »Ich bitte um Verzeihung«, bemerkte meine Tante mit einem schneidenden Blick. »Sie sind der Mr. Murdstone, der die Witwe meines seligen Neffen, David Copperfield, von Blunderstone-Krähenhorst geheiratet hat.« »Warum eigentlich Krähenhorst, weiß ich nicht.« »Der bin ich«, sagte Mr. Murdstone. »Sie werden mir die Bemerkung nicht übel nehmen, Sir«, fuhr meine Tante fort, »aber ich glaube, es hätte sich besser und glücklicher gefügt, wenn Sie das arme Kind in Ruhe gelassen hätten.« »Ich stimme insofern mit Miss Trotwood überein«, fiel Miss Murdstone gereizt ein, »daß unsere vielbeklagte Klara in allen wesentlichen Punkten wirklich das reinste Kind war.« »Es ist ein Trost für uns beide, Madame«, sagte meine Tante, »die wir in die Jahre kommen und schwerlich unserer persönlichen Reize wegen unglücklich gemacht werden können, dass niemand dasselbe von uns sagen kann.« »Allerdings«, erwiderte Miss Murdstone, wie mir schien, nicht sehr freudig beistimmend, »Sie haben ganz recht, es wäre besser und glücklicher für meinen Bruder ausgefallen, wenn er diese Ehe nie geschlossen hätte. Ich war immer dieser Meinung.« »Sie, gewiss, das glaube ich«, sagte meine Tante. Dann klingelte sie, »Janet, richte meine Empfehlungen an Mr. Dick aus, ich lasse ihn bitten, herunterzukommen.« Bis er kam, saß meine Tante so kerzengerade da und sah mit gerunzelter Stirn die Wand an. Als er eintrat, stellte sie ihn vor. »Mr. Dick, ein alter und vertrauter Freund, auf dessen Urteil«, sie sah Mr. Dick, der an seinem Zeigefinger kaute und ziemlich blöd dreinschaute, mit einem ermahnenden Blick an, »ich mich verlasse.« Mr. Dick nahm auf diesen Wink den Finger aus dem Mund und stand mit ernstem und aufmerksamem Gesicht unter der Gruppe. Meine Tante verneigte sich gegen Mr. Murdstone, der daraufhin fortfuhr. »Miss Trotwood, beim Empfang Ihres Briefes hielt ich es, teils um meinen Standpunkt besser vertreten zu können, teils aus Rücksicht für Sie, für besser.« »Danke«, warf meine Tante hin, Mr. Murdstone unablässig visierend, »ich beanspruche keine.« »Trotz der Unannehmlichkeit einer Reise lieber persönlich als brieflich zu antworten.« »Dieser unglückselige Junge, der von seinen Freunden und seiner Beschäftigung fortgelaufen ist, und dessen äußere Erscheinung, unterbrach Miss Murdstone, auf meinen unbeschreiblichen Anzug hindeutend, eine Schmach und ein wahrer Skandal, ist...« »Jane Murdstone, sei so gut und unterbrich mich nicht.« »Dieser unglückselige Junge also, Miss Trotwood, hat uns viel häusliches Ungemach und Leidwesen verursacht.« »Während der Lebzeiten meines verstorbenen, geliebten Weibes und nachher. Er hat einen mürrischen, trotzigen Charakter, ein gewalttätiges Temperament und ein verstocktes, störrisches Wesen. Meine Schwester wie ich haben uns bemüht, seine Laster ihm abzugewöhnen, aber vergeblich. Darum hielt ich es für das Beste oder vielmehr, wir beide hielten es für das Beste, meine Schwester besitzt mein vollständiges Vertrauen, sie dieses ernste und unparteiische Urteil aus unserem eigenen Munde hören zu lassen.« »Ich habe wohl nicht nötig, was aus meines Bruders Mund kommt, noch zu bestätigen,« sagte Miss Murdstone, »aber ich bitte zu bemerken, dass ich meinerseits ihn von allen Jungen auf der Welt für den allerschlechtesten halte.« »Stark«, sagte meine Tante kurz, »durchaus nicht zu stark den Tatsachen gegenüber«, erwiderte Miss Murdstone. »Ach, was«, sagte meine Tante, »weiter, Sir. »Ich habe meine eigenen Ansichten über die beste Art, ihn zu erziehen,« fuhr Mr. Murdstone fort, dessen Gesicht immer finsterer wurde, je mehr meine Tante und er sich gegenseitig fixierten, was mit großer Gewissenhaftigkeit geschah. »Sie gründen sich zum Teil auf meine Kenntnis seines Wesens, teils richten sie sich nach Maßgabe meiner eigenen Mitteln und Hilfsquellen. Ich bin mehr darüber selbst verantwortlich, handle danach und sage deshalb nichts weiter darüber. Es genügt, dass ich diesen Knaben unter die Obhut eines meiner Freunde in ein achtbares Geschäft brachte. Ihm hingegen gefällt das nicht. Er läuft fort, treibt sich als Vagabund herum, bis er endlich in Lumpen zu Ihnen kommt, Miss Trotwood, um sich an Sie zu wenden. Ich möchte Sie ganz offen auf die Folgen, soweit ich diese überblicken kann, aufmerksam machen, die auf Sie fallen, falls Sie seinen Bitten Gehör schenken. »Reden wir erst einmal von dem gewissen achtbaren Geschäft,« sagte meine Tante, »sie hätten wohl Ihren eigenen Sohn auch dorthin gebracht.« »Meines Bruders eigener Sohn würde einen anderen Charakter gehabt haben,« fiel Miss Murdstone ein. »Wenn seine Mutter das arme Kind noch am Leben wäre, hätten Sie ihn dann auch in dieses achtbare Geschäft gegeben?«, fragte meine Tante. »Ich glaube,« sagte Mr. Murdstone und neigte den Kopf ein wenig, »dass Klara keine Maßnahme bestritten hätte, die ich und meine Schwester Jane Murdstone für die Beste würden gehalten haben.« Miss Murdstone bestätigte es mit einem vernehmbaren Murmeln. »Hm«, sagte meine Tante, »unglückseliges Geschöpf.« Mr. Dick, der die ganze Zeit über mit seinem Gelde geklimpert hatte, klimperte jetzt so laut damit, dass meine Tante ihm einen ermahnenden Blick zuwerfen musste, bevor sie fortfuhr. »Des armen Kindes leihbrennte, hörte mit ihrem Tode auf.« »Hörte mit ihrem Tode auf«, bestätigte Mr. Murdstone. »Und es fand sich keine testamentarische Bestimmung vor, in der der kleine Besitz, das Haus und der Garten, der Krähenhorst ohne Krähen, dem Knaben zufallen sollte?« Ihr erster Gatte hatte ihr das Grundstück ohne alle Einschränkung hinterlassen, wollte Mr. Murdstone seine Rede beginnen, als meine Tante ihn mit größter Heftigkeit und Ungeduld unterbrach. »Herr Gottmensch, das brauchen Sie mir nicht erst zu sagen, ohne Einschränkungen hinterlassen. Ich kann mir David Copperfield vorstellen, wie er an Einschränkungen irgendeiner Art denkt, trotzdem sie ihm vor der Nase lagen.« Natürlich war das Grundstück ohne Einschränkungen vererbt worden, aber als sie sich wieder verheiratete, den höchst unglücklichen Schritt tat, sich mit ihnen zu verheiraten, sagte meine Tante, »Kurz und gut, hat damals niemand ein Wort für den Knaben eingelegt.« »Meine selige Gattin liebte Ihren zweiten Mann, Madame«, sagte Mr. Murdstone und verließ sich unbedingt auf ihn. »Ihre selige Gattin, Sir, war ein höchst unpraktisches, höchst gutmütiges, höchst unglückliches Kind«, entgegnete meine Tante und schüttelte darob den Kopf. »Das war sie.« »Und was haben Sie sonst noch vorzubringen?« »Nur eines noch, Miss Trotwood. Ich bin hier, um David mit mir zu nehmen, ihn ohne Bedingung mit mir zu nehmen und über ihn zu verfügen, wie ich es für gut finde. Ich bin nicht hier, um irgendjemand ein Versprechen zu geben oder irgendwelche Verpflichtungen zu übernehmen. Sie haben möglicherweise die Absicht, Miss Trotwood, ihm wegen seines Fortlaufens oder in irgendwelchen Beschwerden gegen mich die Stange zu halten. Ihr Benehmen, dass, ich muss es gestehen, mir nicht versöhnlich erscheint, veranlasst mich, das zu glauben. Ich muss Sie aber darauf aufmerksam machen, dass, wenn Sie ihm einmal die Stange halten, Sie es damit für immer tun. Wenn Sie sich zwischen ihn und mich stellen, Miss Trotwood, so müssen Sie das für alle Zeiten tun. Ich kann nicht paktieren und habe keine Lust dazu. Ich bin einmal hergekommen, um ihn mitzunehmen, und tue es ein zweites Mal nicht mehr. Ist er bereit, mitzugehen? Wenn er es nicht ist, und nach Ihren Angaben ist er es nicht, aus welchem Grunde es mir gleichgültig, so bleibt ihm meine Tür für alle Zeit verschlossen. Ihre, nehme ich an, wahrscheinlich geöffnet. Diese Rede hatte meine Tante mit gespannter Aufmerksamkeit zugehört. Sie saß kerzengerade da, die Hände über ein Knie gefaltet, und sah den Sprecher grimmig an. Als er fertig war, wandte sie ihre Augen mit einem befehlenden Blick auf Miss Mudstone, ohne ihre Stellung zu verändern. Nun, Madam, haben Sie noch etwas zu bemerken? Alles, Miss Trotwood, was ich sagen könnte, hat mein Bruder bereits so gut gesagt, und alles, was ich weiß, so klar dargelegt, dass ich weiter nichts hinzuzufügen habe, als meinen Dank für Ihre Höflichkeit, für Ihre so außerordentliche Höflichkeit, sagte Miss Mudstone mit einem Hohn, der meine Tante, der meine Tante reizen sollte, sie jedoch so ruhig ließ, wie mich damals die Kanone, neben der ich in Chatham geschlafen hatte. Und was sagt der Junge dazu, wandte sich meine Tante an mich, willst du mitgehen, David? Ich antwortete, nein, und bat flehendlich, mich nicht fortzuschicken. Ich sagte, dass weder Mr. noch Miss Mudstone mich je geliebt hätten oder freundlich zu mir gewesen wären, dass sie meine Mutter, die mich immer von Herzen geliebt gehabt, meinetwegen unglücklich gemacht hätten, wie ich ganz gut wüsste, und Pegotty auch. Ich sagte, dass es mir Elender ergangen, als man sich angesichts meiner Jugend vorstellen könnte, und ich bat und flehte meine Tante an, mich um meines Vaters Willen zu beschützen und sich meiner anzunehmen. »Mr. Dick«, fragte meine Tante, »was soll ich mit diesem Kind anfangen?« Mr. Dick überlegte, schwankte und sagte dann strahlend, »Lassen Sie ihm sogleich einen Anzug anmessen.« »Mr. Dick«, sagte meine Tante triumphierend, »geben Sie mir die Hand, Ihr gesunder Menschenverstand ist unschätzbar.« Nachdem sie ihm herzlich die Hand gedrückt, zog sie mich zu sich und sprach zu Mr. Mudstone, »Sie können jetzt gehen, wenn Sie Lust haben. Ich will es mit dem Knaben versuchen. Wenn er wirklich derart ist, wie Sie ihn schildern, kann ich immer noch so viel für ihn tun, wie Sie getan haben. Übrigens glaube ich Ihnen natürlich kein Wort.« »Miß Trotwood«, entgegnete Mr. Mudstone, stand auf und zuckte die Achseln. »Wenn Sie ein Mann wären...« »Bah, dummes, albernes Geschwätz«, sagte meine Tante, »kommen Sie mir nicht mit so was.« »Unendlich höflich«, rief Miss Mudstone aus und stand ebenfalls auf. »Überwältigend.« »In der Tat.« »Glauben Sie vielleicht«, sagte meine Tante zu Mr. Mudstone, ohne seine Schwester zu berücksichtigen, »ich weiß nicht, was für ein Leben das arme, unglücklich verblendete Kind mit Ihnen geführt hat. »Glauben Sie vielleicht«, »ich weiß nicht, was für ein Unglückstag es für das sanfte Wesen war, als Sie ihr das erste Mal begegneten und Sie anfeixten und unschuldige Augen machten, als ob Sie zu einer ganz nicht pappsagen könnten.« »Ich habe noch nie eine so feine Sprache gehört«, »wahrhaftig«, rief Miss Mudstone. »Glauben Sie, ich durchschaue Sie nicht«, fuhr meine Tante fort, »ich sehe und höre Sie, als ob ich dabei gewesen wäre. »Ich spreche mit Ihnen ganz frei von der Leber weg, wenn es mir auch kein Vergnügen ist. Gott steh uns bei. Wer war so glatt und seidenweich wie Mr. Mudstone zuerst? So einen Mann hat die arme, weichherzige Unschuld noch niemals gesehen. Er bestand nur aus Süßigkeit und betete sie an. Er schwärmte für ihren Knaben. Ach, wie zärtlich! Er wollte ihm ein zweiter Vater sein, und Sie würden alle zusammen in einem Rosengarten leben. Nicht wahr? Teufel, gehen Sie mir! »So eine Person habe ich noch in meinem ganzen Leben nicht gesehen«, rief Miss Mudstone. »Und als Sie das arme, kleine Närchen ganz sicher gemacht hatten, fuhr meine Tante wieder fort. Gott verzeih mir, dass ich Sie so nennen muss, nachdem Sie dahingegangen ist, wohin Sie gewiss nicht besonders schnell kommen werden. Mussten Sie sie, weil Sie ihr und den ihrigen noch nicht genug Unheil zugefügt hatten, noch ganz brechen, sie abrichten wie einen armen, eingesperrten Vogel, und Sie ihr armes, enttäuschtes Leben hinsiechen lassen, damit sie noch zu allem ihr Lob singen lerne. »Sie sind entweder verrückt oder betrunken«, schrie Miss Mudstone in wahrer Verzweiflung, »dass Sie den Strom der Beredsamkeit meiner Tante nicht auf sich ablenken oder ihn hemmen konnten. Sie muß betrunken sein.« Ohne die Unterbrechung im Mindesten zu beachten, fuhr Miss Betsy fort, bloß zu Mr. Mudstone zu sprechen. »Mr. Mudstone«, sie deutete mit dem Finger auf ihn, »sie waren ein Tyrann gegen das unschuldige Kind und haben ihr das Herz gebrochen. Sie hatte ein liebebedürftiges Herz, das weiß ich, und wusste es viele Jahre, bevor sie sie noch gesehen hatten. Und wegen des besten Teils ihrer Schwächen gaben sie ihr die Wunden, an denen sie starb. Das ist die Wahrheit zu ihrer Erbauung, mag es ihnen gefallen oder nicht, und sie und ihr Werkzeug können sich getroffen fühlen.« »Erlauben Sie mir die Frage«, unterbrach Miss Mudstone, »wenn Sie in einer Sprache, an die ich nicht gewöhnt bin, mit dem Werkzeug meinen.« »Stocktaub, ihr gegenüber und vollständig unbeirrbar« setzte Miss Betsy ihre Rede fort. »Es war mir lange klar, schon Jahre, bevor Sie sie sahen, dass das arme, weichherzige, kleine Geschöpf zu irgendeiner Zeit jemand heiraten würde, warum gerade Ihre Wahl so schlecht ausfiel, warum sie Ihnen nach dem unerforschlichen Willen der Vorsehung begegnen musste, das zu begreifen ist dem Menschen unmöglich. Ich wusste es um die Zeit, wo sie diesen Knaben gebar, das arme Kind. Dieser arme Junge musste Ihnen später dazu dienen, die unglückliche Mutter zu quälen. Darin liegt eben für Sie die peinliche Erinnerung, und das macht Ihnen den Anblick des Knaben verhasst. »Ja, ja, zucken Sie nur. Ich weiß auch ohne dies, dass es wahr ist.« Mr. Mudstone hatte die ganze Zeit über in der Tür gestanden und mit verzerrtem Gesicht gelächelt. Jetzt sah ich, wie das Lächeln und zugleich die Farbe einen Augenblick aus seinem Gesichte wichen, und er nach Atem rang. »Guten Tag, Sir, und recht glückliche Reise, auch Ihnen empfehle ich mich, Madam«, wandte sich meine Tante plötzlich an Miss Mudstone, »und wenn ich Sie noch einmal auf einem Esel über meinen Rasenfleck reiten sehe, haue ich Ihnen den Hut vom Kopf und zertrete ihn, so wahr Sie dastehen.« Nur ein geschickter Maler hätte das Gesicht meiner Tante bei diesem unerwarteten Ausfall und das Miss Mudstones malen können. Der Ton meiner Tante und ihr Benehmen waren so heftig, dass Miss Mudstone, ohne ein Wort zu sagen, den Arm ihres Bruders nahm und mit hochmütiger Miene das Haus verließ. Meine Tante blieb am Fenster stehen und schaute ihnen nach, ohne Zweifel bereit, ihre Drohung sofort auszuführen, falls der Esel sich wieder zeigen sollte. Da jedoch jede Herausforderung unterblieb, verschwand allmählich der strenge Ausdruck ihres Gesichtes und wurde so freundlich, dass ich mir ein Herz fasste, sie küsste und mich bei ihr bedankte. Ich tat es mit größter Herzlichkeit und schlang beide Arme um ihren Hals. Dann schüttelten Mr. Dick und ich uns die Hand und er hörte gar nicht wieder auf und begrüßte die glückliche Beendigung der Angelegenheit mit fröhlichem Gelächter. »Sie haben sich jetzt mit mir zusammen als Vormund dieses Kindes zu betrachten, Mr. Dick«, sagte meine Tante. »Es soll mich freuen«, sagte Mr. Dick, »der Vormund von Davids Sohn zu sein.« »Also, das wäre abgemacht.« »Wissen Sie, Mr. Dick, dass ich auf den Gedanken gekommen bin, ihn Trotwood zu nennen?« »Sehr, sehr, sehr gut.« »Nennen Sie ihn Trotwood«, stimmte Mr. Dick bei. »Davids Sohn, Trotwood.« »Trotwood Copperfield, glauben Sie?« »Ja, allerdings, ja.« »Trotwood Copperfield«, gab Mr. Dick etwas beschämt zu. Meine Tante griff diesen Gedanken mit solcher Lebhaftigkeit auf, dass einige noch an diesem Nachmittag für mich fertig gekaufte Kleidungsstücke von ihr mit eigener Hand und mit unverlöschlicher Tinte sofort Trotwood Copperfield gezeichnet wurden, und man den Beschluss fasste, die anderen Kleider, die für mich gemacht werden sollten, an diesem Nachmittag wurde eine ganze Aussteuer für mich bestellt, in gleicher Weise zu zeichnen. So begann ich ein neues Leben mit einem neuen Namen, und alles war neu rings um mich her. Jetzt, wo jeder Zweifel vorbei, kam ich mir Tage hindurch wie ein Träumen davor. Ich konnte gar nicht mehr ordentlich klar denken. Nur zweierlei stand als Gewissheit vor der Seele, dass das alte Leben in Blunderstone weit in die Ferne gerückt schien, und dass für immer ein Vorhang über meine Stellung bei Murdstone und Grimby gefallen war. Niemand hat seitdem diesen Vorhang wieder gehoben. Ich selbst tat es in dieser Erzählung nur mit widerstrebender Hand, um ihn gern wieder fallen zu lassen. Die Erinnerung an dieses Leben ist für mich mit solchem Schmerz verknüpft, mit so viel Seelenleid und Hoffnungslosigkeit, dass ich nie den Mut gehabt habe, genau nachzurechnen, wie lange diese Zeit gedauert hat. Ob ein Jahr, ob länger oder kürzer, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es einst gewesen ist und aufgehört hat zu sein. Das habe ich geschrieben und lasse es stehen. Ende des vierzehnten Kapitels Fünfzehntes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Fünfzehntes Kapitel Ich fange wieder von vorn an Mr. Dick und ich wurden bald die besten Freunde und gingen, wenn sein Tagewerk vollendet war, zusammen hinaus und ließen den großen Drachen steigen. Tag für Tag beschäftigte Mr. Dick sich mit seiner Denkschrift, die trotzdem nicht den geringsten Fortschritt machte. Immer geriet König Karl I. hinein, manchmal später, manchmal früher. Dann wurde die Arbeit beiseite geworfen und eine neue angefangen. Die Geduld und Hoffnung, mit der der alte Herr das wiederholte Misslingen ertrug, ließ ahnen, dass in seinem Kopf etwas nicht ganz richtig sein müsse, die schwachen Versuche, König Karl I. auszuschalten, und die Sicherheit, mit der er sich immer wieder einstellte und die Denkschrift verdarb, machte einen tiefen Eindruck auf mich. Wozu die Denkschrift überhaupt dienen und an wen sie abgeschickt werden sollte, wußte Mr. Dick wohl ebenso wenig wie sonst irgendjemand. Es hatte für ihn auch gar keinen Zweck, sich mit solchen Fragen zu quälen, denn wenn irgendetwas sicher war unter der Sonne, so war es das, dass diese Denkschrift nie fertig werden würde. Es war ein rührender Anblick, ihn zu sehen, wenn der Drache hoch in der Luft schwebte. Was er mir in seinem Zimmer erzählt hatte, über seinen Glauben an die Verbreitung der darauf geklebten Tatsachen, die nichts als alte Blätter missgeborener Denkschriften waren, mochte wohl manchmal zu Hause in seiner Einbildung spuken, niemals aber draußen, wenn er zu dem Drachen in den Wolken aufsah und ihn an seiner Hand ziehen und reißen fühlte. Zu keiner Zeit sah er so heiter selig aus. Ich bildete mir immer ein, wenn ich abends auf dem grünen Rasen neben ihm saß und ihn den Drachen oben in der stillen Luft beobachten sah, dass dieser seinen Geist aus aller Verwirrung emporzöge, ihn in den Himmel hinauf trüge, wie ich mir mit meiner kindlichen Vorstellung dachte. Wenn da die Schnur aufgewunden wurde und der Drachen tiefer und tiefer aus dem schönen Licht herabsank, dann am Boden hinflatterte und zuletzt wie ein toter Gegenstand dalag, da pflegte Mr. Dick allmählich wie aus einem Traum zu erwachen, wenn er ihn aufhob und sich so verwirrt umzublicken, als ob er mit ihm zusammen herabgefallen wäre, dass ich ihn von ganzem Herzen bedauern musste. Während ich täglich mit Mr. Dick befreundeter und vertrauter wurde, machte ich auch in der Gunst meiner Tante keine Rückschritte. Sie gewann mich so lieb, dass sie nach Verlauf von wenigen Wochen meinen Adoptivnamen Trotwood in Trott abkürzte und mich sogar hoffen ließ, dass ich, wenn ich so fortfahre, in ihrem Herzen bald auf gleicher Stelle mit meiner Schwester Betsy Trotwood stehen würde. Trott, sagte sie eines Abends, als Janet wie gewöhnlich das Pochbrett für sie und Mr. Dick hinsetzte, »wir dürfen deine Erziehung nicht vergessen.« Das war noch die einzige Sorge, die mir auf dem Herzen lag, und ich war sehr erfreut, dass sie darauf zu sprechen kam. »Möchtest du in die Schule von Canterbury gehen?« fragte sie. Ich antwortete, dass ich es sehr gern möchte, da ich dann in ihrer Nähe bliebe. »Gut. Willst du morgen gehen?« Ich wusste, wie schnell entschlossen meine Tante sein konnte, und darum war ich nicht weiter überrascht und sagte, »Ja.« »Gut, Janett, bestelle für morgen um zehn Uhr das graue Pony und den Wagen und packe sofort Master Trotwoods Sachen ein.« Ich war sehr erfreut über diese Anordnungen, fühlte jedoch einen Stich im Herzen wegen meiner Selbstsucht, als ich den Eindruck auf Mr. Dick bemerkte. Er war so niedergeschlagen und spielte infolgedessen so schlecht, dass meine Tante, nachdem sie ihm verschiedene ermahnende Klapse mit dem Würfelbecher auf die Finger gegeben, das Brett zumachte und nicht weiterspielen zu wollen erklärte. Er lebte erst wieder auf, als er von meiner Tante vernahm, dass ich samstags zuweilen herüberkomme und er mich manchmal mittwochs besuchen dürfte, und gelobte, zur Feier dieses Tages einen neuen Drachen, weit größer als den jetzigen, anzufertigen. Am anderen Morgen war er sehr niedergeschlagen und wollte sich damit trösten, dass er mir all sein Geld und Silber schenkte, aber meine Tante hielt ihn ab und schränkte das Geschenk auf fünf Schillinge ein, die später auf seine ernstesten Vorstellungen auf zehn vermehrt wurden. Wir schieden am Gartentor voneinander in der herzlichsten Weise, und Mr. Dick kehrte erst in das Haus zurück, als wir seinen Blicken entschwunden waren. Meine Tante, der öffentlichen Meinung gegenüber vollständig gleichgültig, kutschierte das graue Pony in meisterhafter Weise durch Dover, sie saß kerzengerade und steif da wie ein Herrschaftskutscher, ließ das Pferd nicht einen Augenblick aus den Augen, und schien ihren Ehrgeiz darin zu suchen, ihm nie freien Willen zu lassen. Als wir auf die Landstraße kamen, ließ sie die Zügel ein wenig lockerer und sah auf mich herab, der ich in einem Tal von Kissen versunken neben ihr saß, und fragte mich, ob ich mich glücklich fühle. »Sehr glücklich, ich danke dir so sehr, Tante«, gab ich zur Antwort. Das freute sie ungemein, und da sie beide Hände voll hatte, klopfte sie mir mit der Peitsche auf den Kopf. »Ist es eine große Schule, Tante?« fragte ich. »Ich weiß es noch nicht«, sagte meine Tante, »wir gehen zuerst zu Mr. Wickfield.« »Hat er eine Schule?« fragte ich. »Nein, Trott, er hat eine Kanzlei.« Ich fragte nicht weiter nach Mr. Wickfield, da sie nichts weiter erwähnte, und wir sprachen über andere Sachen, bis wir nach Canterbury kamen. Es war gerade Markttag, und so bot sich meiner Tante viel Gelegenheit, das graue Pony zwischen Körben, Karren, Gemüsen und Höcklerwaren sicher hindurchzulenken. Die knappen Wendungen, die wir machten, zogen uns eine Menge nicht immer schmeichelhafter Bemerkungen zu, Aber meine Tante fuhr höchst unbekümmert herum, und ich glaube, sie wäre ebenso gleichgültig durch ein feindliches Lager kutschiert. Endlich hielten wir vor einem sehr alten Hause, das in die Straße vorsprang und lange, schmale, vergitterte Fenster hatte und Balken mit geschnitzten Köpfen, die ebenfalls vorragten, so dass es aussah, als beugte sich das ganze Gebäude vor, um zu sehen, was unter auf dem schmalen Pflaster vorgehe. Es war sehr rein und vollkommen fleckenlos. Der altmodische, messingene Klopfer an der niedrigen, mit ausgeschützten Blumen und Fruchtgirlanden verzierten Bogentür funkelte wie ein Stern. Die zwei steinernen Stufen beim Eingang waren so weiß wie mit Leinwand bedeckt, und alle Winkel und Ecken, die Schnitzereien und Verzierungen und die kleinen, sonderbaren Glasscheiben und die noch wunderlicheren alten Fenster sahen trotz ihres hohen Alters so rein wie frisch gefallener Schnee aus. Als der Ponywagen vor der Türe hielt und ich das Haus musterte, sah ich hinter einem kleinen Fenster im Erdgeschoss, in einem kleinen, runden Turm, der die eine Seite des Hauses bildete, ein leichenhaftes Gesicht erscheinen und rasch wieder verschwinden. Dann öffnete sich die niedrige Bogentür, und das Gesicht kam heraus. Es sah genauso leichenhaft aus wie hinter dem Fenster und hatte den leisen, rötlichen Schein, der dem Teint rothaariger Leute eigen ist. Es gehörte einem rotköpfigen Menschen, einem Jüngling von ungefähr fünfzehn Jahren, der aber viel älter aussah. Das Haar war kurz geschoren, die Augenbrauen fällten ganz, und die wimperndlosen Lider ließen die rötlich-braunen Augäpfel so unbeschützt und unbeschattet, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie der junge Mann einzuschlafen imstande wäre. Er war hochschulterig und hager, ganz in Schwarz gekleidet, bis oben zugeknöpft und trug eine schmale, weiße Halsbinde und hatte lange, schmale, hagere Hände, die mir besonders auffielen, als er bei dem Pony stand und sich das Kinn reibend zu uns auf den Wagen hinauf sah. »Ist Mr. Wickfield zu Hause, Uriah Heep?« fragte meine Tante. »Mr. Wickfield ist zu Hause, Madam«, antwortete Uriah Heep. »Wollen Sie gefälligst hier eintreten?« Und er wies mit seiner Skeletthand ins Haus. Wir stiegen aus und traten in ein langes, niedriges Zimmer, von dem aus ich die Straße sehen konnte und Uriah Heep erblickte, wie er dem Pony in die Nüstern blies und sie dann mit der Hand zudeckte, als ob er einen Zauber über das Tier verhängen wollte. Dem hohen alten Kamin gegenüberhingen zwei Porträts. Das eine stellte einen Herrn dar, mit grauem Haar und schwarzen Augenbrauen, über eng mit rotem Band zusammengebundene Papiere gebeugt, das andere eine Dame mit einem sehr stillen, lieblichen Gesicht. Ich sah mich unwillkürlich um, ob nicht auch ein Bild von Uriah Heep dahinge, als sich eine Tür am Ende des Zimmers öffnete und ein Herr erschien, bei dessen Eintritt ich unwillkürlich nach dem ersten Porträt blickte, um mich zu versichern, ob es nicht aus dem Rahmen herausgetreten sei. Aber es hing noch dort. Und als der Herr näher kam, sah ich, dass er einige Jahre älter schien, als zu der Zeit, wo er gemalt worden war. »Miss Betsy Trotwood«, sagte der Gentleman, »bitte treten Sie ein. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich war für den Augenblick beschäftigt. Sie kennen mein Lebensziel. Ich habe nur eines, Sie wissen.« Miss Betsy dankte ihm, und wir traten in sein Zimmer, das als Kanzlei eingerichtet, mit Büchern, Papieren, Zinnbüchsen und so weiter ausgestattet war. Die Fenster gingen auf den Garten hinaus, und ein eiserner Geldkasten stark eingemauert in der Wand, so knapp über dem Kamin Sims, dass ich verwundert darüber nachdenken musste, wie die Schornsteinfeger wohl darum herumkämen, wenn sie den Rauchfang kehrten. »Nun, Miss Trotwood«, sagte Mr. Wickfield, der Rechtsanwalt war und die Güter eines reichen Grundbesitzers in der Grafschaft verwaltete, »was führt sie zu mir? Hoffentlich nichts Unangenehmes.« »Nein«, antwortete meine Tante, »ich komme nicht in Prozesssachen.« »Das ist recht, Madame«, sagte Mr. Wickfield, »es ist besser, wenn es etwas anderes ist. Seine Haare waren bereits ganz weiß, seine Augenbrauen jedoch noch immer schwarz. Er hatte ein sehr angenehmes Gesicht und erschien mir schön. Es lag eine gewisse Üppigkeit in seinem Aussehen, die ich nach Pegottys Belehrung in früheren Jahren mit Bortwein in Verbindung brachte. Auch aus dem Klang seiner Stimme und seiner beginnenden Korpulenz schloss ich auf dieselbe Ursache. Außerordentlich sorgfältig gekleidet, trug er einen blauen Frack, eine gestreifte Weste mit Nanking-Hosen. Sein fein gefälteltes Hemd und Batisthalstuch sahen so ungewöhnlich weich und weiß aus, dass ich an das Gefieder einer Schwanenbrust denken musste. »Das ist mein Neffe«, stellte mich meine Tante vor. »Wusste nicht, dass Sie einen hatten, Miss Trotwood, entgegnete Mr. Wickfield. »Eigentlich mein Großneffe.« »Wusste nicht, dass Sie einen Großneffen hatten, mein Ehrenwort«, sagte Mr. Wickfield. »Ich habe ihn adoptiert«, sagte meine Tante mit einer Handbewegung, die andeuten sollte, dass sein Wissen oder Nichtwissen ihr vollkommen gleichgültig sei. »Und ich habe ihn mitgebracht, um ihn in eine Schule zu tun, wo er sehr guten Unterricht und gute Behandlung findet. Sagen Sie mir, wo eine solche Schule sich befindet, wie sie beschaffen ist und was sonst damit zusammenhängt?« »Bevor ich Ihnen einen geeigneten Rat geben kann«, sagte Mr. Wickfield, »muss ich die alte Frage stellen.« »Was ist Ihr Beweggrund?« »Gott, dieser Mensch«, rief meine Tante aus. »Immer schnüffelte er nach Beweggründen, während Sie doch auf der Hand liegen. Nun, ich will das Kind glücklich machen und zu etwas Nützlichem erziehen.« »Es muss ein gemischter Beweggrund sein«, meinte Mr. Wickfield, schüttelte den Kopf und lächelte ungläubig. »Ein gemischter Pappenstil«, entgegnete meine Tante. »Sie selbst geben bei allem, was Sie tun, an, nur einen einfachen Beweggrund zu haben. Sie sind doch wohl nicht der Einzige auf der Welt.« »Ja, aber ich habe überhaupt nur einen Lebenszweck, Mr. Rothwood. Andere haben Sie dutzend und hundertweise. Ich habe nur einen. Das ist der Unterschied. Doch das gehört nicht her.« »Die beste Schule. Ohne Rücksicht auf den Beweggrund. Sie wollen wirklich die Beste wissen? Ja. »In unserer Besten«, sagte Mr. Wickfield nachdenklich, »könnte Ihr Neffe jetzt nicht Wohnung und Kost bekommen.« »Aber ich könnte ihn doch woanders wohnen lassen.« Mr. Wickfield meinte, »das ginge wohl.« Nach einem kurzen Gespräch schlug er meiner Tante vor, sie nach der Schule zu bringen, damit sie selbst urteilen könnte und ihr auch einige Häuser, wo ich wohnen könnte, zu zeigen. Meine Tante nahm den Vorschlag an, und wir wollten schon alle drei zusammen ausgehen, als er stehen blieb und sagte, »unser junger Freund könnte vielleicht einen Beweggrund haben, gegen unsere Entschlüsse Einwendung zu erheben. Ich glaube, es ist besser, wir lassen ihn hier.« Meine Tante schien nicht abgeneigt zu widersprechen. Um die Sache aber zu erleichtern, sagte ich, »ich würde gerne zurückbleiben, wenn Sie es wünschten«, kehrte in Mr. Wickfields Kanzlei zurück und nahm einen alten Platz wieder ein. Dieser Stuhl stand zufällig einem schmalen Gange gegenüber, an dessen Ende das kleine, runde Zimmer lag, wo ich Uriah Hiebs bleiches Gesicht vorhin am Fenster bemerkt hatte. Uriah, der mittlerweile das Pony in einen Stall geführt, arbeitete jetzt wieder in diesem Zimmer an einem Pult, an dem ein Messingstab, um Papiere darauf zu hängen, entlang lief. Da sein Gesicht, obwohl mir zugekehrt, sich hinter dem Schreibtisch befand, glaubte ich, er könne mich nicht sehen. Aber als ich aufmerksam hinblickte, machte es einen beängstigenden Eindruck auf mich, dass hier und da seine schlummerlosen Augen, die wie zwei rote Sonnen hinter dem Tisch hervorlugten, und mich minutenlang verstohlen anstarrten, ohne dass seine Feder deshalb stillgestanden wäre. Ich machte mehrere Versuche, den Blicken auszuweichen. Einmal stieg ich auf einen Stuhl, um mir eine Karte an der Wand anzusehen, dann vertiefte ich mich in die langen Spalten einer kenntischen Zeitung, aber immer wieder zog es mich auf meinen alten Platz zurück. Und wenn ich meine Augen den beiden roten Sonnen zuwandte, so waren sie sicherlich entweder im Aufgehen oder im Untergehen begriffen. Endlich kehrten, sehr zu meiner Erleichterung, nach ziemlich langer Abwesenheit, meine Tante und Mr. Wick fiel zurück. Ihr Gang war nicht so erfolgreich gewesen, wie ich gehofft, denn, obgleich die Vorzüge der Schule unleugbar wären, hatte sich doch kein passendes Kosthaus gefunden. »Es ist recht unangenehm«, sagte meine Tante. »Ich weiß nicht, was ich tun soll, Trott.« »Es ist in der Tat unangenehm«, meinte Mr. Wickfield. »Aber ich wüsste, was Sie tun könnten, Miss Trottwood.« »Was denn?« »Was denn?« »Forschte meine Tante.« »Lassen Sie Ihren Neffen vor der Hand hier.« »Er scheint ein stiller Junge zu sein und wird mich nicht im geringsten stören.« »Das Haus eignet sich trefflich zum Studieren.« »Es ist so still wie ein Kloster und fast so geräumig.« »Lassen Sie ihn doch hier.« »Meiner Tante gefiel das Anerbieten offenbar sehr, aber das Zartgefühl verbot ihr, es anzunehmen.« »Ebenso ging es mir.« »Schlagen Sie ein, Miss Trottwood, redet ihr Mr. Wickfield zu.« »Damit kommen wir aus aller Schwierigkeit heraus.« »Es ist ja nur für kurze Zeit.« »Wenn es einer der beiden Parteien nicht paßt, kann Ihr Neffe ja ohne Umstände wieder ausziehen.« »Mittlerweile wird Sie schon ein besserer Platz für ihn finden.« »Es ist das Gescheiteste, Sie lassen ihn vor der Hand hier.« »Ich bin Ihnen sehr verbunden,« sagte meine Tante, »und wie ich sehe, würde es auch ihm passen, aber...« »Ich weiß schon, was Sie sagen wollen.« »Ich will Ihnen keine Gefälligkeit aufdrängen, Miss Trottwood.« »Sie können ja für ihn bezahlen, wenn Sie durchaus wollen.« »Über die Bedingungen werden wir schon einig werden.« »Unter dieser Voraussetzung«, sagte meine Tante, »wenn das auch meine Verpflichtung durchaus nicht vermindert, würde ich ihn recht gerne hier lassen.« »Nun, so kommen Sie zu meiner kleinen Haushälterin,« sagte Mr. Wickfield. »Wir stiegen eine wundervolle alte Treppe hinauf, mit einem Geländer so breit, dass man fast ebenso leicht auf ihm hätte hinaufgehen können, und traten in ein schattiges, altes Besuchszimmer, erhellt von drei oder vier der seltsamen Fenster, die ich schon von der Straße aus bemerkt hatte.« In den Nischen standen alte Eichensitze, wie es schien, von denselben Bäumen stammend wie der glänzende Eichenflur und die großen Balken an der Decke. In dem hübsch ausgestatteten Zimmer bemerkte ich ein Piano und rot- und grün überzogene Möbel und einige Blumen. Es schien ganz voll alter Winkel und Ecken zu sein, und in jeder Ecke und in jedem Winkel stand ein seltsames Tischchen, ein Schrank, ein Büchergestell, ein Sessel oder irgendetwas anderes. Alles wies denselben Anstrich von Zurückgezogenheit und Reinlichkeit auf wie die Außenseite des Hauses. Mr. Wickfield klopfte an eine Tür der getäfelten Wand, und zugleich trat ein Mädchen etwa in meinem Alter heraus und küsste ihn. Auf ihrem Gesicht erkannte ich sofort den stillen, lieblichen Ausdruck des Bildes, das ich unten gesehen. Es kam mir vor, als wäre das Bild zum Weibe herangewachsen und das Original ein Kind geblieben. Das Gesicht blickte freundlich und glücklich, und dennoch lag in ihm und der ganzen Gestalt eine stille, friedliche Gelassenheit. Das war Mr. Wickfields kleine Haushälterin, seine Tochter Agnes, aus der Art, wie er ihre Hand festhielt, er rietig, was das eine Ziel seines Lebens war. Sie trug ein kleines Schlüsselkörbchen an der Seite und sah so gesetzt und ernsthaft aus, wie es das alte Haus von einer so niedlichen Haushälterin nur verlangen konnte. Als ihr Vater von mir sprach, hörte sie mit vergnügter Miene zu und schlug dann meiner Tante vor, ihr mein Zimmer zu zeigen. Wir gingen alle hinauf, sie vor uns her. Es war ein herrliches, altes Zimmer mit noch mehr Eichengebälk und glitzernden Scheiben. Das breite Treppengeländer führte bis hinauf. Ich kann mich nicht erinnern, wo und wann ich in meiner Kindheit ein gemaltes Kirchenfenster gesehen hatte, und doch erinnerte ich mich an ein solches, als es sich oben in dem feierlichen Dämmerlicht der alten Treppe umdrehte, um auf uns zu warten. Seit jener Zeit brachte ich es mit seinem ruhigen Glanz stets in Verbindung mit Agnes Wickfield. Meine Tante war über das getroffene Arrangement ebenso glücklich wie ich, und wir gingen sehr befriedigt wieder in das Besuchszimmer hinunter. Da sie aus Furcht, zu spät nach Hause zu kommen, nicht zum Essen bleiben wollte, und Mr. Wickfield sie wahrscheinlich zu gut kannte, um ihr lange zuzureden, so wurde ihr ein Lunch serviert, und Agnes kehrte zu ihrer Gouvernante und Mr. Wickfield in seine Kanzlei zurück. So konnten wir, ohne gestört zu sein, voneinander Abschied nehmen. Meine Tante sagte mir, dass Mr. Wickfield alles für mich besorgen würde und dass es mir an nichts fehlen sollte, redete mir freundlich zu und gab mir die besten Ratschläge. »Trott«, sagte sie am Schluss, »mache dir, mir und Mr. Wick Ehre, und der Himmel sei mit dir.« Ich war sehr ergriffen und konnte ihr nur immer und immer wieder danken und sandte Mr. Wick die herzlichsten Grüße. »Sei niemals und bei keiner Gelegenheit niedrig, unwahr oder grausam«, sagte meine Tante, »meide diese drei Sünden trott, und ich kann immer Hoffnung auf dich setzen.« Ich versprach von ganzem Herzen, dass ich ihre Güte nie missbrauchen und ihre Ermahnungen nie vergessen würde. »Das Pony wartet, und ich muss fort.« »Bleib!« Mit diesen Worten umarmte mich meine Tante hastig, verließ das Zimmer und machte die Tür hinter sich zu. Einen Augenblick war ich über diese schnelle Trennung betroffen und fürchtete fast, sie verletzt zu haben, aber als ich durch das Fenster blickte und sie niedergeschlagen in den Wagen steigen und ohne den Kopf zu heben wegfahren sah, da verstand ich sie besser. Um fünf Uhr, Mr. Wickfields Speisestunde, hatte ich wieder frischen Mut gefasst. Der Tisch war nur für uns beide gedeckt, aber Agnes wartete in dem Besuchszimmer, ging mit ihrem Vater hinunter und setzte sich ihm gegenüber. Ich glaube nicht, dass er ohne sie hätte essen können. Später blieben wir nicht im Speisezimmer, sondern gingen wieder in den Salon hinauf. In einer traurigen Ecke stellte Agnes für ihren Vater Gläser und eine Karaffe Portwein hin. Ich glaube, es hätte dem Wein die Blume genommen, wenn andere Hände ihn hingestellt haben würden. Dann blieb Mr. Wickfield zwei Stunden lang sitzen und trank seinen Wein, und zwar ziemlich viel, während Agnes Klavier spielte, arbeitete oder zuweilen mit uns plauderte. Er war meistens gesprächig und heiter, nur zuweilen rupten seine Augen mit nachdenklichem Blick auf Agnes, und dann verstummte er. Das Mädchen bemerkte das immer sehr rasch, wie mir vorkam, und er weckte ihn aus seinem Brüten stets mit einer Frage oder einer Liebkosung. Dann riss er sich von seinem Gedanken los und trank noch mehr Wein. Agnes bereitete den Tee und machte die Wirtin. Die Stunden nachher wurden verbracht wie nach dem Essen, bis sie zu Bett ging. Dann umarmte und küßte sie ihr Vater und ließ sich Kerzen ins Büro kommen. Ich ging ebenfalls zu Bett. Im Laufe des Abends trat ich noch ein wenig auf die Straße hinaus, um die alten Häuser und die graue Kathedrale anzusehen, und darüber nachzudenken, wie ich auf meiner Wanderung durch die alte Stadt an demselben Haus, in dem ich jetzt wohnte, vorüberging. Als ich zurückkehrte, schloss Uriah, hieb die Kanzlei zu, und da ich mich gegen jedermann freundlich gestimmt fühlte, trat ich zu ihm und sprach mit ihm und gab ihm zum Abschied die Hand. Was war das für eine kalte und feuchte Hand, ihre Berührung so gespenstisch wie sein Anblick. Ich rieb meine Finger noch lange, um sie zu erwärmen und das Gefühl wegzureiben. So widerlich war mir seine Hand, dass die Erinnerung an ihre feuchte Kälte noch nicht von mir weichen wollte, als ich in mein Zimmer hinaufstieg. Wie ich mich zum Fenster hinausbog und einen der Köpfe an den Balkenenden mich von der Seite anblicken sah, bildete ich mir ein, es müsste Uriah Hiebs Gesicht sein, und machte rasch das Fenster zu. Ende des 15. Kapitels Copyright Untertitel":